Wann? Das ist... AHHHHH! Digga, er hat gefangen! Jesus, hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Er kommt, er kommt direkt noch dazu! Mach was! Weg! Geh weg! Geh aufs Weg! Geh aufs Weg! Geh aufs Weg! Da klopft jemand, Digga! Ich schwöre bei Gott! Digga, da leuchtet doch jemand! Ja, da leuchtet jemand! Renn! Renn! Renn doch! Renn doch! Warum es nicht so? Ich mach das für dich! AHHHHH! AHHHHH! Was ist das denn? Renn die Rutschen hoch! Es will da durch, aber es passt nicht. Äh, bist du fett, hä? Sorry. Hallo Freunde! Hallo Freunde! Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video! Yeah! Heute ein etwas anderes Video! Denn heute seht ihr einen ganzen Film! Film! Holt euch was zu schnabulieren? Um was zu drangulieren? Strangulieren! Strangulieren? Ist strangulieren nicht erwürgen? Ja! Okay! Und was zu trinken, meinte ich! Ja! Und genieß diesen Film von... Escape the Backrooms! Viel Spaß! Viel Spaß! Wo bist du? That thing doesn't want us to escape! Fix it! Da bist du! Alter! Exit! Wo bist du? Wo bist du? Ich bin da nicht! Wo bist du? Wo bist du? Digga! Es fängt schon wieder so an, Alter! Ach! Achtung! Ach! Alter! Ich bin echt erschrocken! Du Arsch! Du Arsch, Alter! Wie du aussiehst! Digga! Wie du aussiehst! Ich dachte du wärst ein Monster! Guck mal hier! Hast du den Zettel von gesehen? Digga! Guck mal diesen Zettel hier! Alter! Ich bin hier unten! Alter! Wie kommst du da runter? Steuerung! Wie in jedem gottverdammten Spiel! Ich kann das nicht machen! Warum nicht? Hast du keine Steuerung? Ich hab keine Steuerung! Drück mal ZTRL! Es gibt das nicht bei mir! Control! ZTRL! Achso! Ja! Control! Tut sich nichts! Option! Warte! Ich hab schon alle gedrückt! Drück mal Steuerung! Hocken! Oculus Touch L Grip! Steht da! Hast du den Dingmodus an VR? Ja! Echt jetzt? Natürlich Digga! Ich spiel nämlich mit der VR Brille! Deswegen hab ich mich auch erschrocken vor dir! Geht doch! Ja ich hab's jetzt umgestellt! Ich hab keine Ahnung warum da... Guck mal in den Chat! Drück mal Steuerung! Hahaha! 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 Okay was wolltest du mir zeigen? Hier! Diesen Zettel! Das verfolgt uns! Dieses komische... Ja das kennen wir ja schon! Ahm! Tun wir das? Ja das ist das wo ich gesagt hab komm mit und dann... Hinn! Hinn! Und dann du... Ah! Ah! Und du wärst locker entkommen, bleibst aber einfach so stehen im Eck und das Ding tötet dich! Hörschockt! Wer es so nicht gesehen hat hier... Einblende! Einblende? Okay! Video Editor! Bitte blende das Video vom Mail ein! Das letzten Inside the Backrooms Video! Aber wir sind ja jetzt hier in Escape the Backrooms! Das seh ich schon so kaum! Du rennst jedes Mal wieder weg! Wieso gibt's eigentlich in diesem Spiel nen Renn-Button? Buh! Ah wo bist du? Haha! Nein! Spaß! Okay! Okay lass mal die Leiter suchen! Ja! Weißt du was hier die Leiter gibt? Wegen dem Zettel den wir angeschaut haben! Achso lol! Vielleicht hast du ihn nicht richtig angeschaut aber... Was wolltest du mir zeigen? Den Zettel! Ja dann war irgendein Monster! Und dann hast du nichts angeschaut oder was? Bleib hier! Nicht rennen! Sorry! Alter wieso ist da so dunkel? Schaust du grad auf den Boden oder ist das normal so? Alter! Geil Alter! Ist es hier so dunkel? Sag mal! Ich weiß auch nicht man! In dem Sinne Freunde, hast du auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da weil Leon ist mutig! Und auch ängstlich tatsächlich! Ja geht das ins Unendliche hier oder? Wusstest du dass Keys Jaw Schweizer sind? Wusstest du dass Keys Jaw monatlich 6 Millionen Klicks macht? Dreh dich mal um! Und dann schau mal zu mir wenn ich zu dir komme! Wusstest du nicht sein werden? Wussten sie? Aber sag mal wussten sie? Wollen sie was kaufen? Das ist eine gesperrte Zone! Wo ist denn diese Leiter? Keine Ahnung! Die Räume sind deutlich... Ah guck mal da ist was! Der Raum hier ist deutlich... Ah! Deutlich größer als... Was ist denn das für Zäune? Wussten sie dass diese... Weißt du warum ein Sniper? Warte warte! Weißt du warum? Du hast echt nicht auf den Zettel geschaut oder? Doch da war dieses Stockvieh! Und mehr... Weiß ich nicht! Das stand auch dass die Leitern zerbrochen sind! Achso! Und wir sie fixen müssen! Wie macht man das jetzt? F! Hinter dir! Ne! Wie du ganz gechillt so! Was wollst du? Guck mal! Du hast ja ganz gechillt! Ne! In so einer Modenshow! Okay! Ach das war's schon oder was? Ne! Da ist doch noch ein Stück! Bist du blind? Ach du hast alle Stücke eingesetzt! Von mir auch! Da ist ein Schlüssel Digga! Da ist einfach nur ein Schlüssel! Da oben! Wo? Bist du schon oben oder was? Ja ich hab den Schlüssel jetzt! Das heißt ab jetzt könnte... Ich bin doch hier! Aber ich dachte wir müssen da hoch rein und dann... Ne guck mal! Da oben ist einfach nur so ein Viereck, so eine Mulde, wo ein Schlüssel drin lag! Okay! Und jetzt müssen wir wahrscheinlich... Ab jetzt kann bestimmt was kommen! Stopp! 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 Da leuchtet schon was! Was leuchtet da? Also bei mir auf dem Screen leuchtet da was! An der Wand! Im Prinzip da wo ich hinschaue! Geradeaus! Ah! Ne was wolltest du grad eben fragen, als du zu mir gekommen bist? Wusstest du? Mhm! Warum ein Sniper nur ein Auge zumacht? Ja! Weil wenn er zwei Augen zumachen würde, würde er nichts mehr sehen! Hast du gewusst, wenn man deinen ganzen Muskelstrang, also dein ganzes Nervensystem in eine Länge ziehen würde, dass du dann tot bist? Hallo! Ja! Ja natürlich! Heißt wir müssen irgendeine Tür finden jetzt! Hallo! Wir haben keine Angst! Ich schon ein bisschen! Niemand hat hier Angst! Spaß! Alter! Du Arsch! Wo ist die Tür? Wahrscheinlich hier wo es dunkel ist! Hallo? Was ist das für ein Raum? Jetzt so... Sind die Screamer hier brutal? Wie kann man hier Zettel zeigen? Du hast gesagt, hier kann man so Daumen nach oben und Zettel und so... Ja ja! Und das lernen wir noch wahrscheinlich! Guck mal, du mit deinen Schultern! Wenn du aufhörst zu laufen, schau, wie du sie hochziehst! So, so! Zack! Wie dieser Dreck von Everschnee! Okay! Geil! Sicher, dass wir richtig sind? Safe! Ich hab das Gefühl, wir spielen das Spiel schon wieder falsch! Ne, wir brauchen... Jedes Mal! Da ist was! Was? Hier geradeaus! Ja, was ist da? Irgendwas braunes! Wo? Ich glaub, das ist die Tür! Hier geradeaus! Ich lauf dir weiter her! Nee! Lauf du mal vor! Hä, oder ich hab's durch die Wand... Das war das Monster! Bro! Bro, was ist das?! Alter! Was war das? Lerl, wo bist du? Ich bin irgendwo hingeraten! Scheiße, Alter! Das ist einfach das Monster! Was war das für ein Monster? Das mit den langen Händen, wo wir gesehen haben! Wie geil, das war überlaut! Ja, Alter! Wo bist du, Bro? Jetzt haben wir uns verloren! Scheiße! Alter, ich hab grad Überachst bekommen! Ich auch! What the fuck! Ich dachte, hier kann nix passieren! Ich auch! Alter, das ist ja noch schlimmer als das andere Scheiße! Boah, mein Herz! Der Tod war überkrank! Digga! Okay, das heißt... Ich bleib einfach mal in der Ecke stehen! Nee, Bro! Wir müssen uns finden! Das ist jetzt no joke! Dann find du mich! Du bist ein richtiger... Egal! What apple a day keeps the ducked away! Hast du wieder einen Apfel? Er fängt an zu heulen und isst einen Apfel! Okay, ich such dich! Du bist nach rechts gerannt, gell? Nee, nach links! Ja, ich bin von dorthin zurückgerannt, wo wir herkamen im Prinzip! Und dann nach rechts! Digga! Komm bitte auch mir entgegen! Bitte! Kann man irgendwie schleichen? Bitte! Ja, ich versuch's! Ich weiß halt nicht, ist es normal so, dass... Da bist du! Da bist du! Hallo! Hast du grad gedacht, so ein Krüppelmonster? Ja, ja, ja! Hier rechts war es irgendwo, ne? Hier ist nix mehr? Ne, hier sind wir also relativ safe! Jetzt macht der Zettel Sinn! Das Monster will uns nicht gehen lassen! Ah! Wir müssen die Tür finden! Ich hab dann nämlich die... Ich hab die Tür, glaub ich, tatsächlich gesehen, aber durch die Wand irgendwie! Okay, Digga, dann zeig mir wo! Ich folge dir! Ne, ich weiß nicht, ne, ne, vergiss das! Okay, wie sah das aus, das Monster? Genauso wie auf den... Hä, hast du's nicht gesehen? Nein! Ich hab einfach nur schreie... Guck mal her! Ich hab's... Ich hab ihm in die Augen geschaut, Digga! Ist es schnell gewesen? Ich weiß es nicht! Ich hab's... Ich hab's gesehen, wie's um die Ecke gelaufen ist! Ich hab's angeschaut und bin dann weggerannt! Direkt! Okay, komm! Ja, also in der Richtung war es, gell? Geradeaus, so gesehen! Ja! Und da war auch die Tür! Ja, wollen wir einfach mal am Rand irgendwie lang! Dass wir irgendeine Orientierung haben! Rechts lang! Ja! Weil weiter links war die Tür, glaub ich! Genau! Lass mal rechts lang! Wir gehen outen rum! Outen! Ich hab so das Gefühl, das kommt hinter uns irgendwann! Hast du's gehört? Ne! Ich hab doch grad irgendwas gehört, Digga! Von rechts! Hast du's? Digga! Hast du's gehört? Irgendwas hör ich! Digga, wir sind so tot! Es klopft! Es klopft! Bro, es klopft! Hast du's grad auch gehört? Hast du's gehört? Ne! Scheiße! Digga, es hat grad geklopft! Bei dir im Raum, oder? Im Spiel! Oder? Hallo? Ne, das war im Game! Ich spür, das war im Game! Komm mal mit! Hallo! Ich komm mit! Wenn's geklopft hat, vielleicht ist da die Tür! Ich glaub auch! Da! Ne, da ist diese Leiter! Ja! Ah, ja, ja, ja! Hör doch! Hörst du das nicht? Nein! Digga, wie leise hast du das Game? Ich hab das Game laut! Ich hör hier aber nichts! Von hier kommt so ein Geräusch! So ein Tsch! Und dann so ein Klopfen! Hä? Hast du's gehört? Ist das ein Game verbuggt? Bro, Alter! Da vorne ist... Was? Sagt der, der durch Wände guckt... Bist du leise? Weil ich grad gedacht hab, da wär... Auf jeden Fall hier klopft! Oh! Was? Alter, mein Charakter ist einfach aufgestanden! Es klopft, Digga! Sei mal kurz leise! Da ist ein Schatten, Bro! Da ist ein Schatten! Ich glaub, da ist das... Da ist das Monster! Da ist das Monster! Echt? Bei Gott! Ich hab den Schatten grad gesehen, ja! Es ist weg! Aber jetzt ist er weg, ne? Es ist einfach weg! Nee, Digga, geh da doch nicht hin, wenn da der Schatten ist! Was ist unser Plan, wenn das Monster da ist? Zusammen! Ja! Zusammen! Du rennst weg und ich renn dir einfach hinterher! Komm mit! Wir müssen jetzt mutig sein! Das ist doch dumm! Wieso sollten wir da hin, wo das Monster ist? Wir sollten doch drumherum! Was ist da geradeaus? Was meinst du? Oder? Ja! Da ist es! Da ist es! Da im Eck! Komm mit! Komm zu mir! Komm zu mir! Es läuft! Ah, dieses Duk 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 ist laufen! Komm! Es läuft nach da lang! Folg mir! Ich bin Survival Guide Profi! Okay, okay! Es ist grad nach da lang gelaufen! 5 Sekunden! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin Survival Guide Profi! Als ob es nicht hat, Digga! Es hat mich! Ich bin tot! Ich schau dir jetzt zu! Echt jetzt? Ja! Nein, Digga! Mein Herz! Oh, Alter! Könntest du das hören? Ich mach mal wie schnell es schlägt! Was schlägt? Was schlägt? Mein Herz! Oh, Alter! Ich kann mich umschauen um dich herum! Also ich schau dir zu und ich kann zum Beispiel hinter dir schauen! Digga! Ich hab Angst! Das kann ich nicht wiederbeleben! Ich muss jetzt zur Tür! Okay! Ich renne jetzt einfach dahin! Das ist hier irgendwo! Tür! Türken! Was? Hier muss die Tür sein! Weil das beschützt dich! Alter, jetzt erschrecke ich mich gleich wieder wahrscheinlich vor dem Monster, dass es kommt! Keine Angst! Ich kann mich einfach zweimal erschrecken! Das war's einfach dann! Da! Guck mal! Die Tür! Die Tür! Wie geht das auf? F! F! Mach sie zu! Scheiße, die geht nicht zu! Geh einfach! Nutze Q und E! Oh! Nein! Hä? Nein! Wo bin ich jetzt, Digga? Wo bist du? Hä? Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang! Scheiße! Nee, oder? Guck mal, was da ist! Wo? Wo das Monster? Hört es mich? Weiß ich nicht! Wo bin ich, Digga? Wo bin ich? Das ist nicht der Anfangsort, oder? 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 Sag's mir! Ist das der Anfangsort? Hör doch auf! Ist das der Anfangsort? Sag's mir! Ist das der Anfangsort? Ich will's wissen! Ich will's wissen! Hör doch auf! Hör doch auf! Digga, wie es so zu sein! Sag es mir! Ist das der Anfangsort? Das hängt den Boden fest! Sag mir, ob das der Anfangsort ist! Hör doch auf! Sag es mir! Geh doch weg! Sonst grabst du dich noch! Nutze es aus! Hör doch auf! 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 Alter, wie du zerfetzt bist! Hör doch auf! Ist das der Anfangsort? Mann! Jetzt können wir wieder... Was ist das denn? What? Hallo! Hallo! Hör doch! Aber eigentlich ganz einfach! Nee! Ich frag mich, ob das Monster jetzt schon da ist, während wir die Leitern... Wahrscheinlich schon, oder? Nee, nee! Komm mit! Okay! Lass nie sprinten! Außer wenn das Monster da ist! Ich glaub, hier geht's zur Tür! Ich glaube nicht! Da hab ein bisschen Angst, Sascha! Ich glaub, wir sind in der komplett falschen Richtung! Ich auch! Ich... Du auch! Du bist auch in der falschen Richtung! Du bist so ein Wrist-Taker, Alter! Ich könnte das niemals so einfach rumrennen! Ich renn doch nicht! Ich glaub... Du rennst schon ziemlich schnell! Ich will wissen, wo das... Wo das ist! Das Monster, oder? Nein! Guck mal das! Die Tür ist offen, Bro! Wir können einfach weiter! Sicher? Geil! Okay, jetzt... Q und E! Ich überlasse dir nun den Vortritt! Wie Q und E? Du musst mit Q und E dann balancieren! Warte, ich zeig's dir! Okay! Guck mal, du gehst hier hin! Jetzt muss ich die ganze Zeit Q und E so drücken! Ah! Ich bin runtergefallen! Nein, nein! Bitte nicht! Wir können... Nein, ich auch, Mann! Ah, da bist du... Hallo! Ich war fast da, Digga! Das ist der Anfangs-O... Haben wir jetzt... Ist das der Anfangs-O... Die Sache ist... Kommen wir hier wieder raus, oder haben wir jetzt verkackt? Bestimmt, wir kommen hier raus! Oder? Hallo? Wir sind jetzt sozusagen ein Stock weg unten! Ja... Vielleicht müssen wir auch hier hin! Ah, da ist ein Pfeil! Ich dachte grad, das Monster aus mich töten will! Ach so! Folgen wir mal dem Pfeil, oder? Hier geht's zum Monster! Ja, da geht's... Da ist noch ein Pfeil? Hier! Ich lieb so Räume, weil hier sieht man direkt... Ich hasse so Räume, Alter! Nee, weil das sind so großräume! Wir werden mal vor ihr leben, Alter! Kannst du kurz in die Küche und was zu essen holen? Okay... Bis in 50 Minuten... Da sind Pfeile! Denk dran, das will nicht, dass wir entkommen, ne? Du hast recht, dann lass uns entkommen! Oder? Ja! Oh, Alter! Hast du auch grad gedacht? Ist nur ein Pfeil, ist nur ein Pfeil, ja! Hast du das grad gesagt? Ah! Da ist es! Da ist es doch wieder! Boah, Digga, das ist schnell! Komm hinter mir her! Komm hinter mir her! Komm hinter mir her! Ich bin direkt hinter dir! Ich bin direkt hinter dir! Lauf! Woh lang! Woh lang! Halt mir! Halt mir! Folg mir! Alles gut, Bro! Denk einfach an Jesus! Ich bin der Letzte von uns! Es kann nix passieren! Okay, Jesus, hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Seh mir Jesus! Bitte! Das war dumm! Nimm mir keine Inkurve! Folg mir! Ich bin direkt hinter dir! Okay! Hau das Monster auf! Nein, nein! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Es kann nix mehr passieren! Es kann nix passieren! Nein! So hättest du uns die ganze Zeit schon gehabt! Folg mir! Ja, ich bin hinter dir! Wir folgen jetzt den Pfeilen! Okay! Wir können nix kommen! Renn! Renn Sascha! Denk einfach an Shakes and Fidget! Shakes and Fidget! Was ist das Bruder? Das ist ein Browser Game! Hier lang! Hier lang! Okay! Es hat mich! Es hat mich! Es ist dumm! Es ist so dumm! Scheiße! Scheiße! Ich bin ein Ekel! Es ist hinter dir! Es ist direkt hinter dir! Renn! Renn! Boah! Guck mal! Wo lang! Woll lang? Wo lang!? Wo lang!? Wo lang? Wo lang? πgal? 那 damals! Voll nach rechts, rechts, ja? Alter, es ist direkt hinter dir, Bro. Aber es ist doch schneller als ich, oder? Nee, nee, du bist schneller. Du bist minimal schneller. Gut. Okay, jetzt lass uns mal überlegen. Ich check das nicht. Ich hab nicht so die Zeit zum Überlegen. Du musst nur nicht überlegen. Ich muss einfach blicken. Okay, geh mal rechts lang. Rechts, ja. Da, da, ja. Ja, geh in den Raum da und bleib da drin. Es kann nichts passieren in dem Raum. Oder? Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Guck mal raus. Nee. Guck mal kurz raus. Nee. E, mit E, mit E. Okay, geh. Kap hoch. Wo? Links oder rechts? Rechts. Ich hab nicht aufgepasst. Es kann nicht da rein. Du hast es geschafft. Es kann da nicht rein. Ich hab das Level geschafft. Stark, Junge. Jetzt sind wir irgendwo, wo es noch viel schlimmer ist. Alter, ja. Warum hast du es geschafft? Warum machst du? Alter, das sieht echt wie kränker aus. Machst du das? Sag mal kurz leise. Hörst du das? Ja. Es sind nur Autos, die parken. Ja, klar sind es Autos, die parken. Guten Tag. Ich bin von der Gesellschaft der... Hallo. Hallo, ich heiße Leon. Oh. Hallo, ich heiße Leon. Zum Glück streamen bin ich der. Scheiße, Alter, ich hab den Namen gejobbt. Hallo, willkommen bei der Corporation. Was steht denn da drauf eigentlich? Zeig mal. Bip, bip. Was steht da drauf? Bip. Zeig mal. Das funktioniert so nicht. Hungriger Hugo. Genau. Guck mal, da ist nass. Steht da noch was anderes drauf? Hier sind wir sicher. Nach irgendeiner Nummer. Wenigstens sehe ich jetzt mal dein Gesicht. Was ist da? Ah, ne. Ist da jemand? Ne, ne. Da läuft jemand. Platz, Platz, Platz. Okay, Digga, wir haben ein Level schon geschafft. Geil. Oh, viele verschlossene Räume, die wir einfach öffnen können. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Oh, such dir ein Auto aus, Sascha. Was sind denn das für Geräusche? Stimmt irgendein Monster. Nachher ist das wie ein Amnesier, dass da so ein Monster in den Wänden ist. Was müssen wir hier machen? Nicht verrecken. Wieso machen die Lichter so? Wahrscheinlich Stromausfall. Eine rote Tür. Die ist anders. Such dir eins aus. Ja, denn ich bin vom Fach. Ja, ich auch. Weisen Sie sich aus. Sind Sie ein Monster oder ein Mitarbeiter? Ich bin ein Mitarbeiter dieses Komplexes. Ich auch. Wie kann man hier einsteigen? Einfach wegfahren damit. Oh, Alter, der Ferrari. Guck mal. Ist es Ferrari? Wahrscheinlich. Rot und krass. Das sieht echt aus wie so ein Ferrari. Rot und krass. Schreibt mal, was das für ein Ferrari ist. Das hier ist ein Jeep. So, einen hatten wir mal. Ein Jeep Cherokee. Ich habe das Gefühl, hier läuft auch wieder was rum. Ja, wir. Ah, hier ist sicher. Oh, wir können die Schränke öffnen. Oh, da ist was, Digga. Mandelwasser. Okay. Hier ist eine Taschenlampe. Mandel. Soll ich das mal trinken? Nimm du mal die Taschenlampe. Hör mal. Der Gunner Jeep. Echte? Ich habe nichts gehört, scheiße. Hat es geschmeckt? Bestimmt schreiben jetzt die Kommentare so, das ist ein Item, was ich für später braucht. Das wird jetzt noch nicht trinken. Bestimmt genau so klingen die auch. Hinter uns noch eine Tür. Ah, okay. Alter, Mandelwasser. Ganz wie Gönner Jeep. Ich habe auch Mandelwasser hier. Ich nehme es mal mit. Kann man das öffnen? Wie setzt man das ein? Gibt es ein Inventar? Ah, mit I hast du ein Inventar. Oh, geil. Main Hand. Da hast du mein Gehirn. Main Hand und Taschen. Ja, stimmt. Ah, wahrscheinlich müssen wir das Mandelwasser trinken. Um. Ah, damit unsere Insanity nicht hoch geht. Ah, die Angst. Ja, also die, dass wir uns Sachen vorstellen und so. Verstehe. Das Gehirn ist, denke ich mal, das Ding dafür. Das heißt, wir können doch einfach den Laufzug nutzen. Da kommen wir doch her, oder? Oh ja, guck mal, ich kann hier einen Code eingeben. Ah, müssen wir hier ein Rätsel lösen. Ich komme hier nicht mehr weg aus dem Screen. Da kommt was. Echt jetzt? Spaß. Ich komme nicht mehr weg aus dem Screen. Spaß, alles gut. Ich kann nur noch schreiben jetzt. Vielleicht musst du irgendwas... Geh du mal. Oh, dringend kurz was. Geh du mal dran. Wie denn? Mit F? Ja, ja. Und jetzt kommst du nicht mehr weg? Wie konntest du so schnell drücken? Ja, wieso? Ich konnte nicht drücken. Gut, dann machst du das. Hey, jetzt kann ich auch nicht drücken. Ich bin mal weg. Ich komme nicht mehr. Sascha, hilf mir! Drück mal die ganzen Tasten auf der Tastatur. Dann so D und so. Dann bin ich weggekommen. R, T, Z, U, I. Wisch einmal drüber mit der Hand. Ah, mit F wieder. Ah, lol. Warte, ah, guck mal. Komm mal her. Siehst du das hier? Können sie sich ausweisen. Hast du das schon gelesen? Nee, das sieht aber... Du weißt, was das heißt. Ich glaube, hier ist so ein Typ unterwegs. Der sich verkleidet, als wäre er du. Vielleicht. Weiß ich nicht. Checke jede ID. Vertraue niemandem. Hier ist meine ID. Hier ist meine ID. Okay, krass. Das heißt, das ist aber wenigstens gut. Einfach nur so ein Dude, der hier rumläuft. Das weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber lieber so ein Dude, als so ein Monster. Das ist ja ein Monster. Hast du dich da in dein Gesicht gesehen? Verkleidet. Hallo? Das war eine Taschenlampe, ne? Okay. Ach, du bist... Also hier ist nicht... Ja, lass mal, lass mal die verschiedenen Räume erstmal checken, oder? Nichts. Hier ist nichts. Wir müssen irgendeinen Code finden, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Schau dich auch mal nach Zahlen und so um. Nach Geschäftszahlen. Also machst du die Tür immer zu. Ja? Wie sieht dein Gehirn aus? Das ist der Wasserstand deines Gehirns. Äh, oberes Viertel. Okay, ja gut. Bei dir? Äh, oberes Siebtel. Diese Geräusche hier auch, Alter. Das macht mich verrückt. Wo ist denn der Mitarbeiter? Ich hasse Sounds in den Spielen. Wo ist der verlorene Mitarbeiter? Nichts. Das will ich nicht finden. Und wie willst du ihn umbringen? Weiß es nicht mehr. Wie will er uns umbringen, ist die Frage. Guck mal, da hast du wieder einen Zettel. Einfach aufessen. Ah! Guck mal. Guck mal. Mach mal hier zu. Guck mal. Hier. Fragezeichen. Ah! Ah! Hier ist der Code mit Rot, Blau, Grün und so. Er sagt gar nichts mehr. Er studiert das Blatt und denkt einfach da. Guck mal. Da ist das Touchpad abgebildet. Ja, ja. Das habe ich. Das sehe ich. Wie viele. Ah! Wie viele. Äh. Wie viele grüne, wie viele blaue, wie viele gelbe und wie viele rote Wegen. Okay, ich sag's dir. Zwei rote, ein blaues und ein grünes. Können wir damit was anfangen? Zwei rote, ein blaues, ein grünes. Müssen wir von der gesamten Ebene? Ich kann mich ausweisen. Okay, gut. Und der Typ da vorne? Zwei rote, ein blaues. Was? Alter! Zwei rotes, äh, zwei rote, ein blaues und ein grünes. Okay. Sollen wir das mal probieren? Hilfe! In dem Zahlenfeld. Hilfe! Okay, danke. Oh, sorry. Ja, lass es mal probieren. Ja, ich mach das mal. Ein blaues und ein grünes. Hä? Check's nicht. Hä? Wie kann ich da was eingehen? Ich bin jetzt nicht mehr in deiner Nähe, ey. Hä? Ich hab's geöffnet. Ich hab's geöffnet. Echt? Ja? Geil, ich komm. Aber du weißt nicht wie? Ich weiß nicht wie. Aber du hast es geschafft. Ja, ich hab irgendwie auf die grüne zwei gedrückt und dann war's fertig. Na gut. Ja, wir müssen jetzt aufeinander aufpassen, weil nur ich. Vertrau nur mir. Ja, und jetzt? Gehen wir mal Stockwerk eins, oder? Eins oder weiter hoch? Zwei. Wieso gehen wir runter? Weil wir auf Stockwerk zwei waren. Ach so. Geht nur eins und zwei. Nett haben sie es. Ich weiß nicht, wie ich das Rätsel gelöst habe. Ich hab's aber aus Versehen gelöst. Vielleicht ist mein Unterbewusstsein schlauer als ich. Du weißt, was jetzt passiert. Hier wird jemand sein, der kann das hier nicht machen. Verwende Mandelwasser und eine geistige Gesundheit. Niemand hat überlebt, nachdem er... Alter, so schnell kann ich nicht lesen. Was stand da nie? Nachdem er seinen ganzen Verstand verloren hatte. Du kannst den aktuellen Geisteszustand, glaube ich, im Inventar sehen. Weißen sie sich aus, da hinten. Ist da jemand? Nein, nein. Wollen wir den... Diese Geräusche, Digga, die werden immer schlimmer. Ja, ja, ja. Okay, wie geht's deinem Geisteszustand? Ich bin jetzt fast bei der Hälfte, Digga. Ah, Viertel. Nur noch ein Viertel? Da vorne ist jemand. Da vorne ist wirklich jemand. Ja, ja. Der rennt, der rennt, der rennt. Der rennt, der rennt, der rennt. Digga, komm mit, komm mit. Das war kein Scherz. Komm hier rein, komm hier rein. Ist es schlau? Komm hier rein, komm hier rein. Hier ist Mandelwasser. Da ist er. Er haut wieder ab. Trink das, wenn du nur noch ein Viertel hast. Nein, nein, ein Viertel ist leer. So gesehen. Alter, du hast mich eingesperrt. Ich komme nicht raus. Hilfe! Ich kann es nicht mehr schließen. Ich komme nicht raus. Du hast mich halt erstmals eingesperrt. Ich kann nichts machen. Ich kann es nicht schließen. Okay, du musst allein weitergehen. Jetzt ist die Frage, was macht dieser Typ? Der ist auf jeden Fall gerannt. Ja, und als wir in dem Raum waren, ist er weggegangen. Reißen sie sich aus. Mal warten, bis er kommt. Ja. Und dann wieder wegrennen. In den Raum, wo wir waren. Dann stelle ich mich wieder in die Ecke und du sperrst mich ein. Alter, diese Geräusche, Alter. Ich finde es geil, dass ich immer die Monster zuerst sehe, irgendwie gefühlt jetzt heute. Obwohl ich der Rusher bin. Ja. Ja, das ist halt echt so. Okay, er ist nicht da. Das heißt... Er kam auch erst nach einer Weile. Ja, okay, du hast recht. Was ist, wenn er von der anderen Seite kommt? Was ist dann unser Plan? Dann rennen wir. Das ist eine gute Frage, was ist unser Plan? Hörst du das? Diese Klingeln. Das Klingeln. Das macht mich krank. Lass einfach in den Raum, oder? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen, der einfach auf uns losrennt. Komm mit. Ich glaube, der kommt immer woanders. Ich bin jetzt nach vorne gerannt, gell? Ja. Du erkennst mich an der Taschenlampe. Du hast keine Taschenlampe da. Doch. Ich lass wieder in den Raum. Ich habe eine Taschenlampe, Digga. Aber du hast sie nicht an. Ah, aber ich habe sie in der Hand. Ah, ich habe auch eine Taschenlampe hier. Geil. Okay, ich nehme noch ein Mandelwasser und nimm du hier das Mandelwasser. Ich brauche noch eins in der Hand. Ich öffne nochmal alle Türen, also weg von den Ecken. Ich schaue aus dem Fenster. Okay, ich sehe nichts. Geil, Alter. Warte mal, warte kurz. Ja. Ich nehme die Taschenlampe in meine Hand. Ja. Mach ich die an, einfach links klicken. Warte, stopp mal. Du, wer folgt dir jetzt auf Instagram? Wer ist der Nächste, der uns auf Instagram folgt? Schreibt es in die Kommentare. Die Sache ist, jetzt wissen wir nicht, wo er ist. Und ich gucke nach vorne. Will ich das? Komm mal zu dir gerannt. Stopp mal. Stopp mal. Stopp mal. Okay. Warte. Wie können wir den abwehren? Das ist eine gute Frage. Mit der Karte? Können wir da was machen dann? Wir können es probieren. Okay, hier ist wieder ein Raum. Ja, wollen wir... Wo ist... Alter, ich dachte gerade, da wäre jemand. Hatte ich ihn doch am Anfang vielleicht gesehen? Nee, oder? Wie meinst du? Ah, ich... Ich habe doch gesagt, da ist jemand. Und dann, ah nee. Hier ist ein Taschenlampe. Das war ein anderes Level. Wofür brauchen wir die Taschenlampe? Wieso macht das Licht jetzt so? Das ist eine sehr gute Frage. Lass uns einen Stuhlkreis bilden und darüber diskutieren. Ja, bitte. Hier war nichts, oder? Außer die Taschenlampe. Ich glaube... Ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist hier. Richtig, Alter. Nimm ihn. Der ist ja eh für uns beide dann, ne? Ich glaube, das Monster ist wie das Monster davor. Sobald es dich sieht, rennt es auf dich zu. Das heißt, einfach... Die Karte bringt nichts, meinst du? Nee, ich glaube nicht. Dann rennen wir in irgendeinen Raum, oder wie? Da ist er! Da ist er! Vorne! Vorne! Das wieder in den Raum, hier. Hat er uns gesehen? Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, 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 er rennt, er rennt. Schon doch in den Raum macht Sinn. Excuse me, sagt er. Mach doch zu, er sagt... Der ist da! Oh, Digga! Guck mal, wie der aussieht, Digga! Er sagt, excuse me, was ist denn... Ausweisen? Alter. Alter, war das brutal! Kein Monster ist das, ne? Alter, war das schlimm! Das ist kein Monster! Oh, das ist gar kein Monster, ne? Weisen sie sich aus. Geil! Also, wichtig, die kommen nicht hier rein. Da hinten läuft das Monster, Digga. Es ist jetzt einfach als Monster. Guck's dir an. Sei vorsichtig. Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Warte, es kommt jetzt da rechts. Siehst du's? Ah, ja. Folg mir, folg mir. Wo bist du? Wo bist du? Ah, ich hab dich nicht gesehen, weil du dich gedruckt hast. Ist das schlau? Hinter uns wäre ein Raum. Es kommt, es kommt, es kommt. Komm in den Raum rein. Ich bin im Raum. So, Alter, Alter. Guck mal, wie's aussieht, Alter. Ja, ich seh's, ich seh's. Hä, du Kleiner, hä? Er ist größer als dich. Scheiße. Alter. Was machen wir jetzt, Sascha? Wie kommen wir hier weiter, frage ich mich. Ich glaube, wir müssen da raus. Wir gehen in den nächsten Raum, wo er patrouilliert, gell? Ja. Warte mal, warte. Lass ihn erst mal ein bisschen laufen. Lass ein bisschen chillen, ein bisschen warten. Ich äsch kurz noch Apfel. Hallo. Wie du das hältst, Alter. Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Oder ich schieße. Okay, jetzt können wir, glaube ich, raus. Lass mal in den Raum schräg gegenüber, oder? Ja. Da hinten ist er. Siehst du's? Komm mit. Ich komm mit. Auf, schnell. Stell dir vor, die Tür geht jetzt nicht auf. Was ist das? Mandelwasser. Ich öffne die Schränke. Da ist auch ein Feld. Door open, auf. Ich hab's einfach ausgeschaltet. Ich weiß, was nicht. Oh mein Gott, ich werd verrückt. Was? Alter, ich seh alles verrückt. Oh mein Gott, ist das schlimm. Dann iss Mandelwasser. Essen. Oder trink. Trink. Hast du? Alter, du willst nicht wissen, was da passiert. Ja, aber wie? Hier ist Mandelwasser. Ja, und wie trinke ich das? Du musst dir in die Hand nehmen. Du musst dir in die Hand nehmen. In die Hand. Main Hand. Zieh in die Hand. Main Hand. Alter, du willst nicht wissen, was dann passiert. Plötzlich blinzelst du und dann siehst du diese lachenden Smileys überall im Raum. Was hat die Tür jetzt hier an? Was ist das mit der Tür? Ich trink grad zwei, Digga. Ja, ja. Damit ich komplett fool bin. Guck mal, ein Schlüssel. Ein zweiter Schlüssel. Hä, den? Eben. Nimm den mal mit F. Können wir jetzt die Tür hier aufmachen? Guck mal, hier sind noch Sachen an der Wand. Ach, guck mal hier. Hier. Da kann ich noch einen Schlüssel reinstecken. Ah, wir brauchen so viele Schlüssel. Guck mal, hier ist noch der letzte, oder? Nee, und hier ist noch einer. Also noch zwei Schlüssel. Warte, haben wir zwei drin jetzt? Ja. Eins und zwei, okay. Okay, mach mal kurz auf. Da hinten ist er. Er sieht uns nicht, wenn wir hier langlaufen. Ich beobachte ihn nicht, ja? Okay, bleib du. Sag mir so weiter. Also du mal, ja, ja. Ich glaub, er wird mich nicht sehen. Kommst du dann in meinen Raum? Also es gibt keine Räume mehr. Es gibt hier keine Räume mehr. Ja, dann lass lieber in die andere Richtung, oder? Auf der anderen Seite waren noch viele Räume, die wir nicht... Wir haben da eigentlich alles gesehen, oder? Sicher? Nein, ich glaub nicht. Wir sind einfach weitergelaufen. Du bist einfach weitergelaufen. Okay, ich bin bei den Räumen. Komm um die Ecke. Was sind Räume? Nee, nee, er ist viel zu nah. Er ist viel zu nah, Alter. Er ist viel zu nah, so schön. Ich seh ihn. Ich hab die Tür offen. Den auch. Jetzt komm, komm. Sprinte. Soll ich einfach zu dir rennen? Wo bist du langgerannt? Einfach links hin? Ja, du siehst mich dann direkt. Nice. Okay, kannst normal laufen. Er verfolgt uns nicht. Ich kann nicht mehr rennen. Nicht schlimm. Bist du hier in den Toiletten gewesen? Okay, wir können hier gleich weiter. Hier ist nichts. Das ist eine Taschenlampe. Mandelwasser, wenn du magst. Oh ja. Ich hab noch ein bisschen was. Okay, hier ist nichts. Oh, nichts? Ja, komisch, Alter. In den Anfangsräumen waren wir nicht wirklich. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Geh rein, geh rein, geh rein. Mach zu. Kann er hier rein? Ich weiß es nicht. Bei den anderen Räumen war immer so ein Fenster. Hallo. Weißen Sie sich aus? Einer muss ihn weglocken und der andere... Das kann gut sein. Du lockst ihn weg. Ich weiß nicht, wo er ist, ist die Sache. Du lockst ihn weg. Du bist... Da ist ein Raum, ne? Rechts von uns. Du lockst ihn dann weg. Nee, nee. Ich hab dich bewusst überhört gerade. Hier war ja auch nichts. Hier waren wir schon. Hier, ein Schlüssel. Okay. Einfach übersehen. Jetzt brauchen wir noch einen letzten. Genau. Lass mal ganz kurz chillen und beobachten, ob wir ihn hier irgendwo sehen. Siehst du ihn? Geh, Alter. Weißen Sie sich aus. Scheiße, Alter. Weißen Sie sich um drei Uhr nachts aus. Denk schon an den Titel, Alter. Es gibt jetzt nur noch eine Option. Schlüssel ist bei ihm. Oder wir haben ihn übersehen. Oder übersehen, ja. Ist er da irgendwo? Da, wo er gerade hinläuft, ist eine Tür. Ja, ja, ja. Machen wir das? Ist hier noch irgendwo eine Tür? Wo ist er? Da ist er. Wo? Er rennt. Er rennt. Er rennt. Nein, wirklich? Kommst du zu mir, oder? Ja. Alter, war das knapp, Digga. Alter, Alter, Alter. Junge, das war richtig krass. Alter, wie aggressiv der ist. Wieso machst du auf? Der ist doch direkt da. Alter, bist du geistesbehindert oder so? Er kann überhaupt nicht reinkommen. Ja, vielleicht, weil die Tür geschlossen ist, mein Bruder. Wo ist er? Mein Bruder. Nicht so so schnell. Ah, da ist er. Geh rein. Geh rein. Machst du das jetzt alleine? Okay, ich verstehe es. Er läuft von hier wieder nach links. Das heißt, ich locke ihn jetzt her. Ich komme wieder rein. Dann läuft er wieder nach links. Und dann gehen wir ganz schnell nach rechts. Dann sind wir vor ihm an der Tür. Vertraust du mir? Ganz schnell. Ich vertraue dir. Ich habe die Tür hier offen. Okay, ich locke ihn kurz an. Aber der ist schnell, gell? Hallo. Du darfst nicht zu nahen. Hier. Licht an. Hallo. Hallo. Jetzt macht er so nichts, gell? Er macht nichts. Also, ich bin übernah an ihm. Du wirst so sterben. Dann kann ich das alleine machen. Wieso habe ich das gemacht? Wieso vertraue ich dir? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Dann renn. Bin ready, um die Tür zu schließen. Ich glaube, du kannst sie offen lassen. Ja, klar. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ich glaube, du könnt ihr offen halten. Ich hab's ja kurz. Okay, jetzt komm mit. Freut mir. Vertrau mir. Er läuft jetzt hier lang. Alter. Ich war zu schnell. Das schaffst du, das schaffst du. Scheiße. Er rennt mir hinterher. Doch. Er ist nicht schneller als du, aber du kannst gleich nicht mehr rennen. Oder? Leute, wieso kannst du so lange rennen? Okay, lauf eine Runde. Lauf eine Runde. Ich hab was du gemacht. Alter. Alter, diese Geräusche. Das ist doch wieder ein normaler Dude. Scheiße. Hey. Okay. Eigentlich einfach. Er wurde gerade zu einem normalen Dude, als er dich gekillt hat. Wie eigentlich einfach, Digga. Jetzt müssen wir alle... Haben wir die ganzen Schlüssel? Alter, wir haben alles verloren. Sorry, Alter. Ich war zu risky. Ich hab dir einmal vertraut. Vertrau mir. Vertrau mir. Nochmal. Ich brauch dich nie wieder, Alter. Okay, dann schaff ich's allein. Digga, geh nicht weg. Nein, 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 ich bleib bei dir. Ich bleib gerade weg. Okay, nimm du das Zeugs. Hier waren Schlüsse. Das weiß ich noch. Genau. Ich weiß nicht. Oder ist es wie im letzten Level, dass wir den Fortschritt gespeichert haben? Ich glaub, wir haben alles. Ja, wir haben alle Schlüssel leer. Ist noch vor deiner Tür. Ist noch vor deiner Tür. Eins, zwei... Er läuft langsam weg. Drei Stück müssen wir haben. Ja. Ah, nee, ich hab hier einen Schlüssel. Eins, zwei... Okay, dann hast du noch... Hast du einen? Ich hab jetzt einen, ja. What the fuck? Wo hast du den her? Aus dem Raum, wo wir gestorben sind. Wir haben alle Schlüssel jetzt. Wenn du kommst... Echt jetzt? Ja, aber wollen wir noch dorthin zu der Tür? Nee, oder? Wenn wir es nicht brauchen. Eigentlich hast du recht. Komm, komm. Ich renne jetzt einfach zu dir. Bist du das? Ja, das bin ich. Okay, ich mach zu. Und jetzt musst du hier den Schlüssel reinstecken. Gerade hier. Ah, hier. Und jetzt haben wir alle. Alter, wir schreiten da. Ah. Ja, wir müssen zwei gleichzeitig, glaub ich. Eins, zwei, drei. Alle. Wir müssen alle gleichzeitig. Ja. Offen. Nice. Gut, haben wir das Level geschafft. Heavy, random. Also sind die Schlüssel random wahrscheinlich. Was passiert jetzt hier? Das war chillig, Alter. Das war echt entspannt. Ja, du? Ich hab aber keine Taschenlampe. Und hier bräuchte man echt eine Taschenlampe. Vielleicht kriegen wir hier noch Taschenlampe. Boah, hier richtig viel Mandelmilch und Taschenlampe. Ah, geil. Mandelmilch. Mandelwasser ist es. Ja, eben. Ich nehme mal auch noch ein Mandelwasser mit. Trink am besten gleich eins, weil hier sind so viele. True, stimmt, stimmt, stimmt. Also warte, ich hab ein Viertel verloren. Trink du. Ich hab auch ein Viertel. Ich hab auch ein Viertel. Alles gut. Trink. Wir haben ja hier mehr als genug. Ne, ist nur noch eine Dose jetzt. Jetzt nix mehr. Ich hab drei Dosen da jetzt. Aber keine Taschenlampe mehr. Doch. Lol. Hä, wie? Ah, wir haben noch einen Rucksack. Ja. Jetzt versteh ich's. Achso. Hört fest. Was ist jetzt hier? Hallo. Boah, das gefällt mir gar nicht. Das sieht sehr dunkel aus, Digga. Bro, das ist, glaub, unser Untergang. Das wird uns, glaub, brechen. Der Timer sagt noch vier Minuten. Beim nächsten Mal weitermachen. Okay, das ist auf jeden Fall ein Versteckisraum. Ich glaube, derselbe ist hier immer noch. Nur, das ist genau wie grad eben nur dunkel. Ich bleib im Versteckisraum. Der gefällt mir. Boah, Alter. Hier ist es so kühl. Hier ist auch ein Versteckisraum. Komm mal, Leon. Bist du das? Warte. Wo grad hoch? Was bin ich? Ja, das bin ich. Ah, ich hab mich grad überrascht rocken. Wo bist du? Wo bist du lang? Grad hier in dem Raum bin ich. Hi. Okay, komm weiter. Du siehst mehr als ich, scheinbar. Ich hör irgendwas. Alter, es ist so fucking dunkel. Mein Monitor ist auch so einfach ultra dunkel. Also ich seh gar nix. Boah, Alter, diese... Halte nach Räumen Ausschau. Bleib an der Wand. Ich glaub, die Wand ist unser Freund. Jetzt so aus der Wand. Bist du noch bei mir? Ich bin bei dir hinter dir. Kannst du dich ausweisen? Nee. Es leuchtet im Dunkeln. Das Ausweisschild. Und hinten leuchtet was. Hier geht's runter. Was ist das, Lascha? Ja, hier ist schön hell. Wo? Hier. Hier sind zwei Versteckesräume. Hier hast du noch mehr Räume. Oh, abgeschlossen. Wie hört die Musik auf? Bleib im Versteckesraum. Das war grad richtig scary, gell? Ja. Ich glaub, es war immer nur ein Spielfehler. Oder ist was gespawnt? Dadurch, dass du die... Ich glaub, wir müssen runter. Abgeschlossene Tür. Wo bist du? Ich bin in den Versteckesraum, der zu ist. Komm mit, wir gehen runter. Ja? Geh du. Ich hör was. Hast du das? Nachher ist das einfach nur ein Raum, wo gar nichts ist. Einfach unnötig Schiss. Die Tür. Versteckesraum. Wichtig. Ich bleib mal... Ja. Wir müssen direkt weiter. Wir dürfen nicht... Mein Freund. Ja? Wolltest du grad beenden? Ah! Ah, da ist er! Das ist alles so. Wollen wir nicht nächstes Mal weiter? Weißen Sie sich aus? Ich hab mich gerade ausgewiesen. Weißen Sie sich aus? Aus der Klinik. Machen wir das Fenster kurz zu. Ne, damit keiner von draußen denkt, wir sind Psychopathen. Ich bin aber einer! Spaß, sorry. Okay. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Hier waren doch Taschenlampen und so, ne? Ja, Mann. Dann rüste dich mal wieder aus. Ja, Mann. Wie viel Mandelwasser gibt es da? Ich hab noch drei Mandelwasser. Ich hab jetzt zwei Mandelwasser und eine Flashlight. Wir brauchen ja nur eine Flashlight, ne? Ja, ja, oder? Alter, ich dachte gerade, da wäre ein Monster. Das war nur die Spiegelung der Tür. Uh, Alter. Okay. Bist du bereit, Digga? Ich bin ready. Gehe niemals um 3 Uhr nachts in diesen Keller. Stimmt, Alter. Guter Titel. Okay. Machst du die Tür auf? Wohin geht's denn? Fire Exit, Alter. Ich würde sagen, ich mach jetzt die Tür auf. Aber davor mach ich was anderes auf. Alter, etwa ein... Prime von Chaos. Ein Red Bull. Alter, ein Red Bull. Die neue Winteredition, Freunde. Bringt das und ihr werdet reich. Ja. Irgendwann brauchen wir einen eigenen Energy. Oder einfach ein Getränk. Alter, ich hab schon keinen Bock mehr gerade. Ah, meine Reifen vom Auto. Oh, meine Pylone. Warte, ich setz mich mal drauf. Wieso hat die Musik gerade gestoppt? Das war letztes Mal schon. Das war die Pylone. Hallo? Ist hier jemand? Alter, das ist überschlimm, Mann. Das ist übergruselig, Alter. Warte mal. Wo rennen wir hin, wenn das Ding kommt? Wo bist du? Ah, da. Wo bist du, Digga? Ich seh dich nicht. Ah, nein. Alter, wie dunkel ist es. Junge, Alter. Wo bist du? Wo bist du, Digga? Also, ich will das Ding nicht suchen, aber... Ja, eben. Hier ist schon mal eine Tür. Hier ist ein Versteckis rum. Okay, da bleibe ich drin. Guck mal, dieses Rohr. Du mal weiter. Mach schön. Ja, okay, dann wart du hier. Nein, nein, nein. Sicher? Hörst du das? Nee, jetzt stirbt er so, Alter. Warte mal. Mach mal zu. Komm mal wieder rein. Ich hab Angst. Ich hab gegen jemand Hallo gesagt. Echt jetzt? Hallo. Ich hab ne Idee. Dann ist blöd. Dann ist er hier in der Nähe. Ich renne einmal rum. Hörst du's? Hallo? Ja, du hast recht. Ich habe keine Angst. Also, warte mal. Wo bist du? Ich hab was gehört, glaube ich. Dieser Typ ist unten. Das weiß ich noch. Vielleicht ist er auch schon hier, aber wir haben ihn nicht gesehen. Platsch. Alter. Platsch. Okay, hier ist alles nass. Als ob sich jemand hier in die Hosen gemacht hat. Hier ist noch eine Tür. Die ist abgeschlossen, Junge. Warum ist die abgeschlossen? Dascher? Ja? Willst du kommen in ein Verstecknis rum? Und dann? Puh, ich muss kurz mal ein bisschen beruhigen. Ich muss eigentlich prüfen ins Pinkeln gerade. Egal. Das hast du doch gerade da auf dem Boden. Platsch, hast du gesagt. Dann geh kurz. Durch dieses Spiel habe ich in die Hosen gemacht. Komm, weiter. Die Tür hinter dir ist abgeschlossen, sagst du? Lass hier hin. Oh, Alter. Dieses Platsch, Platsch, Digga. Ah, hier. Ja, damit es uns safe hört. Ja. Hier sind wir. Hallo. Ich glaube, das Ding kann auch Tür nasseln, glaube ich. Du Arschloch. Du Arschloch. Alter. Weiß sie sich aus. Ja. Hallo. Wie heißt das? Die Musik hat gerade wieder aufgehört. Hallo. Bei mir läuft gar keine Musik. Bei mir ist nur so Nebengeräusche. Ich mag das gar nicht. Ich mag das auch nicht, Alter. Hast du gehört? Wir mögen das nicht. Ruf ihn doch nicht her. Ich renne mal kurz ein bisschen. Bist du das? Mit dem Licht? Ja. Sicher? Ja, von links nach rechts. Ich gehe mal in die Ecke. Okay. Alter, das ist so gruselig. Ich bin wieder am Anfangsort. Ist das der Anfangsort? Hallo. Hier ist wirklich nur nichts. Okay, also. Plan. Wir machen uns jetzt einen Plan. Komm mal her. Ich mache mir gleich in die Hose, Digga. Das Ding ist hier unten. Wir machen uns einen Plan. Ja. Falls es kommt, rennen wir hier hin. Wo bist du? Hier hin. Hier hin. In diesen Raum. Hey, wieder nach oben. Ja. Unten ist es stockdunkel. Ist es nicht ein Ladescreen? Nee, nee, nee. Vertrau. Das geht direkt. Alter, das ist stockdunkel. Scheiße, Alter. Hast du es? Nein, nein. Alter, es ist dunkel. Ich sehe gar nichts, Mann. Ja, gar nichts, Mann. Ich sehe nichts. Okay, hier ist es relativ hell. Relativ hell. Ich sehe rein gar nichts. Nein, jetzt gleich. Komm mal, komm mal hierher. Ja. Oh, Leute, du bist schon da. Ich bin da, ja. Okay, hier ist das Ding. Also, ich sehe es nicht. Aber es ist hier. Ich spüre es. Du spürst es? Hallo? Wohin gehen wir? Ist hier jemand. Wollen wir einfach rennen? Ich würde gerne einen Raum finden, wo wir uns verstecken können. Okay, komm mit. Ich kriege ich hier, okay? Da macht es platsch, platsch, platsch. Digga, ich habe so Angst. Alter, da sieht man gar nichts. Ich habe auch richtig Angst. Ich weiß nicht mal mehr jetzt, wie man hochkommt. Ich schon, glaube ich. Hier geht es noch weit. Ah! Renn, 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 renn! Scheiße! Nach links, nach links, nach links. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Oh, oh, oh! Es kommt mit! Ah! Alter, hab ich mich erschrocken! Oh mein Gott, Digga! Oh, fuck, Alter! Boah! Ah! Ah! Ich auch, oder? Ja. Alter! Alter, das war ganz unten. Es geht noch tiefer runter. Oh! Ich sehe nur so Augen, die mich reingucken, Junge. Hallo. Renn wir hier auf. Alter, schafft wir das überhaupt? Ich gehe kurz pinkeln, Alter. Ich will das nicht mehr. Sagt mir, Leute, warum gefällt euch so Horrorzeugs? Warum hat es dich eigentlich immer als erstes? Ich habe wieder alles verloren. Ich auch. Gibt es ja noch eine Taschenlampe irgendwo? Ja, ja, da gibt es super viele. Echt? Ich sehe keine. Hier liegt eine. Da hinten liegt eine. Scheinbar habe ich es echt viel zu dunkel. Kann es sein? Wo ist denn hier eine? Ich sehe hier keine. Gerade hier, vor dir, auf dem Tisch. Gerade hier. Gerade hier. Ja, du guckst sie jetzt direkt an. Okay. Habe ich sie jetzt aufgehoben? Nee. Ach doch, nice. Okay, jetzt sehe ich wieder was. Nimm sie die Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch, sofort. Ich habe eine Idee. Ja. Also, wir wollen ja das Level schaffen. Ja. Das Ding ist alleine und wir sind zu zweit. Wir schlagen einfach auf das Ding ein. Das ist keine gute Idee. Was hältst du davon, wenn einer das hochlockt? Ich hier einfach drin bleibe. Und du machst den ganzen Scheiß. Du lockst ihn so. Nee, wieso bin ich denn Lockvogel? Weil du immer drauf gehst. Ja, das ist ja kein guter Lockvogel. Okay, ich mache jetzt hier mal alle Räume auf. Ja. Wir wissen nicht mal, wohin wir müssen. Wie steht es da drin? Nee, hier oben ist es 100%ig. Sascha, nicht so schnell. Es ist hier nicht. Boah, Digga. Ja, Mann. Alter Junge. Aber es ist hier 100%ig. Es ist hier unten. Jetzt kommt es so, Alter. Es ist hier unten. Da bin ich mehr 100%. Sind es die Augen? Nee, sind keine Ahnung mehr. Sascha, wo bist du? Ich bin... Boah, ich bin in der Wand. Ich sehe nichts mehr. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da ist der Lichtgegel. Hier, hallo. Nein. Nicht erschrecken. Hier macht es gleich platsch, platsch, platsch. Die Tür ist nicht offen. Warum? Das ist die einzige Tür in diesem Gebäude, was nicht offen ist. Stimmt, ist da eine Schusswaffe. Ich bin mit dir weg, bin ich. Du bist hier drin. Okay, Bro, lass runtergehen. Nee. Nee, wir müssen, wir müssen. Ich will das nicht. Die Leute wollen das sehen, wie du leidest. Ja, ich weiß. Ich leide dir ja auch. Wollen wir erst mal links lang? Wir machen das mit Links wie Zelda-Spiele. Ich habe eine Idee. Warte du hier oben und ich lock es hoch und dann rennst du runter und ich bin oben. Wenn du es hochlockst, ja. Sag einmal hallo und renn an ihm vorbei, oder was? Nee, lass zusammen gehen. Okay, sicher. Habe ich die Taschenlampe überhaupt noch an? Wieso sehe ich denn so wenig? Ich sehe halt gar nichts, ne? Hey, hierher bin ich. Kommen Sie. Okay, ist auch abgeschlossen. Warum? Hallo. Angst, Alter. Ich habe keine Angst. Waschloch, wir haben keine Angst. Ja. Okay, verstecke ich es, um gut zu wissen. Die Tür in der Ecke ist abgeschlossen. Komm mal hierher. Wo bist du, Digga? Bro, da hinten ist es. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Mein Game ist abgestürzt. Ja, Bro, ich wollte gerade die Tür schließen. Okay. Okay, lass uns, komm mit. Inni, die, wie ningen ging. Vertrau mir. Okay, ich renne. Jetzt sehe ich dich, Alter. Siehst du mehr? Vielleicht siehst du nichts. Ich sehe deutlich mehr, ja. Hallo, hallo. Ja, trotzdem Schiss, das ist das Problem. Alter, dieser Platscher. Keine Angst. Keine Angst, sagt der. Okay, komm mit. Boah, Digga, hatte ich gerade hier Angst. Wieso? Okay, egal. Warte, warte mal, warte. Komm mit, wir müssen jetzt hier runter. Warte, warte, ich muss das umstellen. Was musst du umstellen? Meine Mausempfindlichkeit ist einfach viel zu hoch gewesen. Komm mit. Komm mit. Okay, wir gehen jetzt sofort in diesen Raum. Weißt du, wo der ist? Nee. Alter, Alter. Hier ist ein Raum. Inni, die. Bitte sei hier nicht. Danke für diesen Kuh. Okay, und da hinten war es. Genau hier. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Genau hier. Geradeaus. Ja, ja, mach mal die Tür kurz zu. Warum? Es war genau... Wir werden wieder sterben. Was, wo müssen wir denn hin? Das werde ich jetzt mal rausschleppen. Ich werde wieder Schlüssel finden oder... Ich warte in dem Raum, okay? Okay. Sehr beruhigen. Bro, du schaffst das dann so ganz mal. Stockdunkel, Digga. Oh mein Gott. Amme. Komm, komm. Komm, komm. Alter, hab ich mich aufs... Was hab ich gesagt? Amme, nein. Ich hab mir... Da wird er zum... Alter, das ist richtig gruselig, weil du siehst es halt nicht. Gell, Leon? Mir ist ganz anders. Komm, raus. Sei mutig. Also geradeaus. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Komm jetzt hier raus. Mach die Tür auf. Das ist Schritt eins. Drück F. Jetzt geh vor die Tür. Es ist hinten auf der linken Seite des Monsters. Da patrouilliert es. Ich kann doch rennen. Ja, wenn es dich sieht. Sonst läuft es genau wie du. Du nicht so ängstlich. Wo soll ich... Wo soll ich... Gib mir Richtungsanweisungen. Ich weiß halt nicht. Was ist unser Ziel? Überleben. Dann bleib in dem Raum und mach gar nichts. Okay. Bin ich dabei. Geh mal raus. Schritt eins. Mastercard? Geh geradeaus. Mastercard? Geh links lang. Hier? Ja. Alter, das ist halt immer noch stockdunkel. Du machst es gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Und die ganzen Leute sind auch stolz auf dich. Schreibt, wie stolz ihr seid. Leon, ich bin stolz auf dich. Das wirst du in den Kommentaren lesen. Oder... Alter. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Master. Ich sehe es. Also ich sehe zwar fast nichts, aber ich sehe... Ich spüre es. Geh ins Licht. Welches Licht? Da vorne. Weit. Ja. Jetzt sei vorsichtig. Da war es letztes Mal. Okay. Jetzt geradeaus. Sehr nice. Sehr nice. Du machst es gut. Hab ich da gerade Augen gesehen? Ich will dir keine Angst machen, Liga. Warte, bleib genau so. Bleib genau so. Ja. Mach die Taschenlampe aus. Ich gucke, ob... Ja, genau. Mach... Nee, das ist nur Spiegelung. Sicher? Ja. Das ist so dunkel. Sascha, ich will da was nicht. Mach weiter. Mach weiter. Wieso bin ich alleine? Weil du mich da allein gelassen hast. Herz, Alter. Ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Nein, da passiert nicht. Da passiert nicht. Da vorne ist deine Leiche. Kriegst du die? Nee, jetzt gerade nicht. Mach mal da weiter. Geht es da überhaupt weiter? Was nicht. Alter, ich dachte gerade, da wären Augen. Du musst da hin, wo meine Leiche. Hier. Geradeaus, oder was? Mhm. Hier geradeaus, nicht da links lang. Okay, geh links lang. Ja, hast recht. Sicher? Ja, da waren wir nämlich noch nicht. Wir müssen erkunden. Wir müssen uns ein Bild machen. Von den ganzen Reihen. Sorry, Leute, das ist so Schiss. Ich glaube, das werden die verkraft. Hab ich da was gehört? Hab ich was gehört? Ich höre doch was. Was? Du bist gerade richtig angespannt. Da sagt gar nichts mehr. Natürlich bin ich angespannt. Wieso sind da drei Lichter? Wieso sind da vier Lichter? Vielleicht schaffst du es wieder, Digga. Komm, du bist schlauer als ich. Ich renne einfach immer in den Toten. Sonst, wie geht es dir? Nicht so gut, tatsächlich. Hier ist nur eine weitere Ecke. Geht gut so. Wie dunkel ist das? Das ist halt echt schrecklich. Da sind Augen, glaube ich. Wo? Oder? Wo? Mach Licht aus? Wo? Geradeaus. Ich sehe schon die ganzen Leute auf TikTok, die auf ihr kleines Handy gucken und einfach nur so was schwarz fällt sich. Das stimmt halt echt. Ah! Boah, Digga! Boah, Alter. Boah, genau. Ich will das spiel nicht jetzt hin. Alter, auf! Alter, Digga. Ich hab's jetzt auf Full. Okay, ich seh alles. Auf Full? Ja. Guck mal. Ich mach auch auf Full. Ich seh alles, Digga. Okay, das ist nicht schlecht, ja. Wollen wir einfach mal cheaten? Alter. Das ist sehr cheaten. Guck mal. Man sieht alles. Naja, bei mir geht's tatsächlich. Bro, ich seh. Ich seh sehr, sehr viel, aber... Ich seh alles. Echt? Ja, okay. Dein Bildschirm ist... Ich seh dich nicht mehr. Bist du da? Ich seh dich da locker... Ich seh alles, Digga. Mein Bildschirm ist da deutlich... Wollen wir diesen Cheat nutzen? Ja. Ehrlich jetzt. Das ist doch kein Cheat. Ja, okay. Digga, man sieht trotzdem... Also ich seh trotzdem nicht so ultra weit. Also ich seh alles gestochen scharf, Digga. Da hinten. Ich seh sogar, wo wir hergekommen sind. Morgen! Wie als ob's Mittag ist, Digga. Aber es ist auch besser fürs Video, glaub ich. Ja, ja, glaub ich auch, ja. Okay, lass uns runtergehen. Und lass mich voran. Ja, vorankommen. Ich lass dich voran. Ich lass dich sehr gerne voran. Hier sind Räume. Ja, wo sind wir hier? Komm mal bitte. Ja, ich bin da. Okay, weil hier ist... Platsch, Platsch. Da war ich, glaub ich. Oder? Digga, rennst du... Alter, der verfolgt dich. Scheiße, er ist drin. Hä? Hä, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich hab's gar nicht... Du bist tot, oder? Ja, leider, Digga. Ich bin noch nicht tot. Wieso bin ich immer am Leben? Weiß es nicht. Aber so ist es easy. Siehst du mich? Sollen wir nochmal neu starten? Ja. Nee, komm. Du schaust es. Mann! Ich will hier nicht alleine sein. Mach mal auf. Der Raum ist so klein. Ich blick nicht mal, wo die Tür gefühlt ist. Nach vor dir. Ja. Nee, ich bin tot. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, nein, mach auf. Hä, ich kann mich wirklich nicht bewegen. Ich hab doch aufgemacht. Ah, lol. Hä? Hä? Ach, das ist wie so ein... Was? Ah, man kann sich da drin nicht ver... Verstecken? Du bist grad unsichtbar bei mir. Lauf mal, lauf mal rum. Nee, kann ich nicht. Ah, okay. Das ist wie so ein Schrank, wo ich mich drin versteck, glaub ich. Ah. Da kann ich nicht mich rumlaufen, sondern... Also in dem anderen konnte ich rumlaufen. Geh mal wieder raus. Okay, nice. Da ist es lang, ne? Ja. Von da ist es gekommen. Hä, hier geht's runter? Du bist jetzt noch weiter unten. Scheiße. Ich sehe aber viel. Okay, dann gib mir mal Bescheid. Das sind Räume hinter dir? Zwei? Ja, hier geht's ja noch weiter. Hier sind zwei Räume. Grad jetzt hier ist eine. Ah, das... Hör, Digga, das ist richtig komisch. Okay. Ah, das sind so Versteckis-Räume. Ah, da spawnst du direkt rein. Dann geht's noch weiter. Ist das richtig? Ja, ja. Das ist eine Wand einfach nur. Echt? Oder geht's hier weiter? Ich seh nichts mehr. Ich seh gar nichts, Bruder. Da ist eine Wand. Da ist nur eine Wand. Ah, okay. Dann geh wieder hoch. Ist das hier? Geh mal ein bisschen hoch, dass ich was sehe. Ich sag stopp dann. Noch ein Stück. 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 Ja? Noch ein Stück. Läufst du überhaupt? Geht auch so bleiben. Ich glaube, ich hab grad was gehört. Beim Knipsen. Okay. Ich hab Angst. Ich hab einfach nur Angst, Alter. So siehst du auch aus, Digga. Voll in der Embryostellung zusammengekauert. Ich hab Angst, Sascha. Ich hab in der fucking Eck, Alter. Okay. Geh mal raus. Aus dem Spiel. Stopp. Digga, da hinten ist er. Tatsächlich. Komm mal weiter vor. Der ist jetzt rechts bei dir. Hier, rechts. Warte, warte. Ja. Nein, nein, nein. Geh nicht da lang. Bleib an der Wand. Und geh weiter vor. Damit ich gucken kann. Er patrouilliert da. Weiter vor. Weiter. Weiter. Dann wird er mich sehen. Das ist ein Bug. Ja, ist so ein Bug. Sicher? Was mach ich jetzt? Läufst du jetzt weiter? Aber wo ist weiter? Lauf mal nach links. Können wir neu starten? Nein, nein. Schön. Ja? Das sieht hier gut aus. Freunde. Weil ihr noch keinen Like da gelassen habt, dann ist jetzt der... Wie ist das so dunkel geworden gerade? Weiter, weiter, weiter. Das ist gut, Leon. Okay, hier ist ein Riesenraum. Ich glaub, wenn du jetzt die ganze Zeit gerade ausläufst, kommt eine Tür. Alter. Hast du das auch gehört? Ja. War das in-game oder war das in unserem Büro? Oh, sehr nice, Digga. Ich glaub, du hast es geschafft. Ist das der Weiterweg? Ja. Drück da drauf. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Als ob. Als ob. Oder geht es jetzt noch weiter? Jetzt steht er so da vorne. Ja, Mann. Ich wusste noch. Ich hab an dich geglaubt. Was sind wir jetzt, Alter? Das ist eine Kampf-Arene. Sieht so aus, Alter. Ich mach mal kurz die Gamma-Ding wieder ein bisschen. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ja, okay. Siehst du dieses Tor da vorne, wo grün ist? Alter, siehst du mächtig aus. Danke, Alter. Wie sieht sie sich aus? Boah, was grün ist. Ja? Ich hab das Gefühl, da kommt gleich irgendein Viech raus oder so und wir müssen gegen's kämpfen. Guck mal, ein Spielautomaten. Alter, lass zocken. Ein Tank Danger steht da drauf. Keine Ahnung, Alter. Warum ist das so eine Fluchttür? Weiß ich nicht. Da geht's raus. Da geht's raus aus der Straße, Digga. Wie auf die Straße? Ich schwör's dir. Alter, Alter. Ach, ich... Junge, wir sind jetzt in so einem Tunnel. Alter, ich hab's gerade gesehen. Oh nein, Digga. Was passiert hier? Ich weiß es nicht, Mann. Ich find das grad gar nicht lustig. Ich find das überhaupt nicht lustig irgendwie. Eins. Hier steht eins auf der Tür. Digga. Die Tür hier vorne. Eins. Hallo? Ah, hier kommen wir her. Ja, interessant. Digga, die Musik ist auch nicht so grad geil. Hier, hier ist abgeschlossen. Alter, was ist das für ein Typ da vorne? 37. Digga. Auch abgeschlossen. Halt die Fresse, du Arsch. Da ist ein Fluchtweg. Ich will einfach hier weg. Warte, warte. Ich... 94 ist die Tür. Ich versuch mal hier. Guck mal. Geht das? Ja, das sieht gut aus. Sollen wir da weiter? Weiß ich nicht. Sollen wir die Straße weiter? Ich hab so's Gefühl. Kann uns jemand mitnehmen per Anhalte? Hallo? Würdest du hier einsteigen bei jemandem? Nein. Hä? Ich würd hier gar nicht mal... Wieso sollte ich hier sein? Hallo? Wieso rennst du weg? Kann man hier weiter? Wollen wir probieren? Bestimmt eine Wand, oder? Nee, man kann nicht weiter. Was ist das für eine Tür? Lass mal versuchen, alle Türen zu öffnen, oder? Ja. Geht alles nicht auf, Bruder. 3.999. Was sind das für Zahlen, Digga? 9. Ich dachte erst Level oder so. Level 1. Level... Aber macht keinen Sinn. Ja, das macht aber echt... 4.90. Ich glaub, lass bitte einfach hier weg. 37. Lass von der Straße runter. Hast du Angst, he? Mir gefällt's hier eigentlich. Mir gefällt's hier noch viel lieber. Wie zu Hause. Mein Lieber. Ja, das mag ich gar nicht. Mac! Ich bin der Mac! Mac! Ich will hier weg, Digga! Security Check. Scheiße, Digga. Ja, ich versteh's nicht. Was ist passiert? Ah, müssen wir hier irgendein Rätsel machen, oder was? Ah, mit den... Ja, wahrscheinlich, Digga. Error. Was? Error. Security Check Display. Ich versteh's nicht. Was musst du machen? Was siehst du? Ah, mit Maustasten kann ich... Ich sehe... Warte, schau's dir auch mal an. Geh mal mit F dran. Ich halt nur Ausschau, Digga. Ich halt nur... Ich hab dich nur in den Türrahmen gesehen und dachte ich, Alter, was verfolgt ich jetzt? Security Check. Und da sind... Mit WASD kannst du zwischen so verschiedenen Sachen hin und her wechseln. Ah, okay. X-Klee 1. Wahrscheinlich hat das mit den Zahlen zu tun, oder? Ja. Darf ich nochmal dran? Ja, klar. Das ist halt so mega verpixelt irgendwie. Also, das ist wie so ein Code. Die Kirche Check. Ich geh mal raus aus dieser... Ich mach dir aber zu, dass du ganz alleine da drin bist. Alles klar. Ich guck mir nochmal die ganzen Räume an. Ich glaub, ich hab's, Sascha. Echt jetzt? Das sieht so aus, als wäre das der richtige Code wieder rechts auf der Seite. Richtig, okay. Ich komm. Ich bin aber noch weit weg. Das ist auch richtig. Ich bin noch sehr weit weg. L-D-S-E-T-H. Ja. Okay, ich hab's. Ich bin noch weit weg. Alter, was ist das? Du bist direkt da. Junge. Hast du eine Taschenlampe? Das gefällt mir gar nicht. Auch nicht. Hast du gar keine mehr? Nur die, die ich halt in der Hand hab. Wieso ist da vorne so rot? Alter, ich geh hier raus. Ich brauch erst eine Taschenlampe irgendwo. Das hier ist ein Power Management Unit. Machen wir die Power an, okay? Alter, ich hätt's nie gedacht, dass wir das schaffen. Ich hab das Licht angemacht. Echt? Ja, komm her. Ich guck kurz. Ja, okay. Dieses Dunkel-Level. Ja. Ich hätt auch nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber ich hab's mal wieder geschafft, Freunde. Auch wenn das Gameplay nicht so geil war, weil ich Ultraschiss hatte. Guck mal. Die haben uns scheinbar beobachtet. Was ist hier für eine Schlange auf dem Boden, Digga? Wo bist du? Wir haben uns beobachtet, beschlubbertet. Oder? Sieht so aus. Ja, Mann. Level 0, 0, 1, 1. Wir haben Level 0 und wir haben Garage geschafft, im Prinzip. Also ist das hier eine Zentrale? Das ist wie so eine Zentrale, glaube ich. Wie so ein, wo du nachschauen kannst. Hier ist ein Zettel, Digga. Okay, auf allen PCs ist das gleiche. Das QWERTY, 1, 2, 3, it heard you. Was, it, es hat dich gehört? Wer hat mich gehört? Ah. Aber wenn Gynay diese Maus hier sehen würde, der würde ausrasten. Guck mal, hier. Alter, das ist doch voll die geile Maus. Ja, ist so. Okay, lass mal hier. Geh mal an den PC, dass du siehst, was da ist. Okay. Das könnte vielleicht noch... Gate, Exe, Start. It hurt you. Du hast Hochsticherheits aufgeschlossen. Gehe vorsichtig. Was? Diese Warnung nie mehr anzeigen. Du hast das Video noch nicht geliked. Gehe vorsichtig. Diese Warnung nicht mehr anzeigen. Rettungseinsätzen berechtigt ist, okay. Ah, Gate, Exe, hast du geöffnet oder was? Ja, ja. Alles klar, Digga, das habe ich nicht gemacht. Da war ein Ausrufezeichen dran. Geht das überhaupt? Gate ist jetzt geöffnet oder was? Gate, Exe. Bärbereiche freischalten. Rennen. Nicht mehr anzeigen. Rennen, okay. Oh mein Gott. Weißt du was? Wir hier gerade öffnen. Was? Das sind zwei, drei, vier PCs. Wir öffnen gerade tatsächlich diese Türen, glaube ich. Welche Türen? Die ganz an der Straße. Ah, das kann sein, ja. Das ist weiter. Digga, ich dachte gerade, da steht jemand. Du rennst auch immer, ne? Ja, hier kann nichts sein. Hier, check mal kurz die Türen ab. Also es müssen jetzt zwei offen sein. Nach meinen Bedingungen. Ne, hier waren wir. Ja. Ich dachte gerade, null waren wir auch. Aber da können wir auch nicht rein. Hä? Ne, das sind auch zu viele Türen für Klasse 1. Was ist Klasse 1? Das, was wir gemacht haben da, diese Garage, Überlebensschwierigkeit Klasse 1, minimale Gefahr. Ja, ja. Das darfst du mir auch, ja, ja. Das hab ich mir auch gedacht. Minimale Gefahr. Also die anderen Level werden scheinbar... Also du, mich verarschen. Wo waren Tore? War nicht in der Garage, wo der Typ die ganze Zeit patrouilliert hat Tore? Wo? Weißt du noch? Also da, wo wir uns ausgewiesen haben. Nein, nein. Da war doch vor so einem Garagentor hat der doch patrouilliert, glaube ich. Stimmt. Oder? Oder wo hattest du jetzt vermutet? Ich hab jetzt gedacht, bei dem ersten Raum hier, wo die Tür offen ist, hier, ist so ein riesen Garagenraum. Ah, ja. Das kann sein. Das? Oh, ja. Ah, ja. Oh, das hat gestimmt. Scheiße. Lustig. Alter, stay in the light. Die letzten Minuten sind gleich vorbei. Was? Bleib im Licht, oder was? Ja, guck doch. Oh ja, ich seh sie. Alter, hab ich mich erschrocken, Mann. Es geht wieder zu. Ah. Was ist grad... Hallo? Hallo? Es ist schlockdunkel da drin. Ja, ja. Junge, ich möchte das grad eigentlich gar nicht. Aber wir müssen. Wir haben eine Minute noch. Vorsicht. Du darfst da nicht hingehen, wenn es nicht hell ist, Sascha. Ich darf alles. Ah, ich bin da... Da war ein Gesicht. Komm mal hoch. Es ist hell. Ah, es wird hell und dunkel. Verstehe. Digga, da kommen sie. Jetzt musst du weg. Das sind zwei Gesichter. Was wollt ihr machen, hä? Ich bin alleine. Es kommt. Es kommt. Oh, Alter, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Alter. Okay, du musst im Hellen bleiben. Das heißt... Alter, es kommt immer näher. Es kommt. Scheiße. Was machen wir? Ich hab ne Idee. Komm mit. Wir müssen uns beeilen. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Weil das Licht geht... Jetzt. Schnell. Wir müssen rennen. Ich renne, ich renne, ich renne. Ah! Es ist direkt da. Es ist direkt da. Das sind zwei. Scheiße. Ameln. Ameln. Ich komm hier nicht mehr raus. Du lebst noch gut. Wie immer. Renn. Wohin? 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 Da hoch. Da, ins Licht. Ins Licht. Ins Licht. Ins Licht. Boah, Digga, Alter. Wie... Digga, das sind vier Dinge. Alter. Ja, es ist Zeit aufzurennen. Hörst du's? Wollen wir doch ein Run machen? Es ist Zeit zu gehen, Sascha. Ein Run. Okay. Komm, ein Run. Komm, der rennt stockdunkel. Jetzt, sobald das... Ah, endlich bleibt das Tor oben. Jetzt, Achtung. Sobald das Licht angeht, folgt mir. Okay? Okay? Jetzt! Renn! Renn! Ich renne, ich renne. Danke an Jesus! Jesus! Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Renn, rennen. Es ist direkt da. Digga, wie schnell ist das, Mann? Was? Es ist direkt da. Wir müssen im Licht bleiben. Wir müssen irgendwo zu einer Lichtquelle. Oh, du hast doch eine Taschenlampe. Nein, nicht mehr. Ich bin gestorben. Hä? Ich möchte es kurz so mal probieren. Ich glaube, wir müssen irgendwo zu einem Lichter. Links waren durchgehende Lichter. Wo? Wie kommen wir da hin? So schnell? Es war viel zu weit weg. Vielleicht müssen wir schneller rennen. Komm mal mit. Vertrau mir. Jetzt! Guck mal, da sind so... Digga. Wieso? Wieso tust du das? Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir rennen schneller. Wir rennen... Es wird gleich dunkel. Jetzt. Eins. Zwei. Und jetzt rennen wir schon. Komm! Ich bin gerannt. Ja, ja, sehr gut. Wo? Hier. Ja, du hast recht. Nein, guck mal, da an der Seite sind Lichter. Die werden uns verholen. Nee, nee, nee. Du hast recht. Bin im Licht. Bin im Licht. Bin im Licht. Bin im Licht. Du kannst hier nicht hin, hä? Kannst du nicht hin, hä? Guck mir doch einmal. Ich bin im Licht. Dann mach's Level. Ja, ich bin tot. Schau mal, wie er ist... Was sollst du tun, hä? Ich grenz dich an. Guck mal, hier wird's auch durch. Entblick meine Leiche, Alter. Ich seh. Und ihn seh ich auch. Kannst du da irgendwas mit machen? Ess oder so bei den Dingern? Junge. Ah, ja. Vielleicht musst du irgendwas finden. Mandelwasser. Ah, Mandelwasser. Wie sieht's mit deiner Gesundheit aus? Frag doch ihn. Freunde, wenn ihr auch so lachen müsstest bei diesem Video. Ja, ja. Das werden die Lichter ausgehen. Noch Mandelwasser? Schau mal nach deiner... Wie du da im Mandelwasser grad drin warst. Nach deiner Gesundheit, deiner... Ist gut. Wohin soll ich jetzt rennen? Das ist eine gute Frage. Da ganz gegenüber wäre noch ein Raum. Ich hab ein Paket. Amazon-Paket. Lieferung für Sie. Grinse, Backe. Alter, das sind voll viele. Du musst rennen. Du musst rennen, Digga. Okay, ich verstehe. Ich weiß, wo. Okay, okay. Alter, guck mal, wie sie alle da kommen. Alter, das sind voll viele. Das sind nicht nur vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es werden immer mehr, glaube ich. Du kannst gleich nicht mehr rennen. Scheiße. Sascha, Sascha. Würdest gerne mit dir durchstehen. Oh, dicker Alter. Okay. Ich würde sagen... Holt mich doch, hä? Was willst du machen? Da links sind's ja alle. Alter, wie viel ist es denn? Alter. Das hört nicht auf. Oh, sie kommt, sie kommt. Okay, Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Alter, ich hab mich gerade erschrocken. Ich hab mich gerade erschrocken. Wuhu. Willkommen zurück. Ich hab hier diese roten Dinger gesehen, nach so meinen Augen und erst mal so. Zurück im Wahnsinn. Hallo, mein Freund. Hallo, Freund. Bist du bereit, Digga? Eigentlich nicht so, tatsächlich. Platz, Platz. Platz. Ich hab das Game ein bisschen lang gemacht bei mir. Komm jetzt, Digga. Warte. Die Leute wollen sehen, wie du schreist. Einen Moment, warte. Okay, ich renn schon mal rein. Nee, bitte nicht. Also ich... Okay, ich bin da. Hallo. Ja? Boah, verschluckt. Ich bin schon drin. Also, falls da jemand steht, das bin nicht ich. Ach so. Okay, Bro. Mach mal nochmal ab. Weisen Sie sich aus. Hier, mein Name ist Sascha. Ah, ja? Und mit dabei ist Leon. Okay. Okay. Also, wir waren letztes Mal hier, ne? Richtig. Da bin ich reingerannt und direkt gestorben. In der letzten Folge haben wir diese gruseligen Gesichter gesehen, die hier oben sind. Oh, no. Ich hätte schon keine Lust mehr. Wieso geht's jetzt zu? Ja, ist besser so. Schließ ab. Oh. Ich geh hier wieder. Ich geh wieder. Auf in den Aufzug. Nach oben. Glaubst du, wir werden es schaffen. Ich glaub schon. Also, wir wissen ja jetzt, wie es geht, ne? Genau. Eigentlich easy, Digga. Ich sag dir jetzt schon mal, das wird, ohne Witz, Digga, das wird ne richtige Spazierfahrt. Also, das ist easy. Wir müssen rechts lang. Jetzt, komm, renn, renn. Ich renne. Da, schnell hin. Nein, nein, nein. Beschaffen es, beschaffen es, beschaffen es. Doch, doch. Alter, guck mal, wie lange sind. Keine Angst. Alter, guck mal, ein Paket aus Polen. Polen. Roland. Polen. 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 Oder ab dem. Polen. Okay, ich komme mal mit dir mit. Da ist irgendwas drin. Wandelwasser. Hallo. Öffnet man das nochmal? Ah. Okay. Der Sound, gell? Das ist schon... Ja, ja. Schaust du dir an? Was soll ich mir anschauen? Die da. Die zwei. Aber so schlimm ist es nicht. Ich sag dir ehrlich, das... Digga, schau dir das mal an. Ja, da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Ja, klar. Scheiße. Kann die hier auch rein? Was? Ich war grad im Raum dort, weißt du? Ja, ja, ja. Alter, ich hab gar Angst. Wandelwasser. Nein, ich will das nehmen, ja. Hey! Du hast doch schon eins. Geh ins Polen. Okay, Digga. Komm. Oh, scheiße. Wieso? Wieso rennst du vor mir weg? Du Arsch. Du Arsch. Es ist voran. Alter, du... Alter, du... Alter, du... Alter, du... Alter, du... Scheiße. Es tut mir so leid. Deine Dosen. Wieso rennst du ohne mir... Ohne mir Bescheid zu geben? Digga, du Arsch. Kommst du auch aus Polen? Ja, aber guck mal. Da liegt einfach die Dosen, Digga. Nimm sie. Boah, wie ich mich erschrocken vor dem Ding, Alter. Ich dachte nicht, dass die so schnell sind. Ja, überleiden. Hm, klar. Du willst mich nur leiden sehen. Komm, ich wiederbelebe dich, oder? Nein. Wie denn? Guck mal, wie ich in Stücke gerissen bin. Wie willst du mich wiederbeleben? Ich will dich einfach zusammen. Ja, das gewinnt. Das wird nicht klappen, Sache. In Poland. Warte mal. Soll ich dich wieder... Soll ich einfach mich killen? Nein. Ja, ja, das... Ich will das nicht mehr. Wieso? Oh, hier ist gar nichts. Kommen die dann auch, wenn ich jetzt hier zu mache? Das geht... Hör mal auf. Wo lang jetzt? Nicht wo lang? Ja, gute Frage. Da geht's noch weiter, glaube ich, rechts. Da ist, glaube ich, noch ein weiterer. Man sitzt so. Guck mal kurz. Okay. Oder? Ja. Also ich sehe da nur meinen Kumpel, der das loskommt. Alter, wie viele das werden. Guck mal, wie der zittert. Danke. Ja. Ich esse ihn gleich. Oh, scheiße. Ich glaube, das reicht nicht. Ich schaue hinter dich. Oh, Alter, der war direkt da. Der war direkt da. Alter, okay. Kommst du auch aus Polen? Ja, was haben die gegen Polen? Alter, was? Oh, was ist das? Mann, gib mir das Gönnert. Mann. Oh, das gefällt. Oh, Alter, das gefällt mir gar nicht. Oh, ich hab's geschafft. Oh, du hast es geschafft. Als ob. Jetzt sind wir hier drin. Leon, hast du Lust auf Station oder Fun? Was ist das? Da hinten kommt jemand. Was? Was sind das für Geräusche? Ich hab da keine Lust drauf. Alter, heißen Sie sich aus, bitte. Ich bin verrückt. Leute, weißt euch in den Kommentaren aus. Das Geräusch kommt immer näher. Also, sollen wir lieber in die Station oder zum Spaß? Gehen wir Richtung Fun, oder? Ja, lass uns Richtung Fun gehen. Hallo? Willst du vor? Nee. Du kannst doch ruhig nehmen. Keine Angst, Digga. Schau hinter uns, okay? Das ist jetzt nicht so gruselig. Schau hinter uns, ja? Ja? Keine Angst, Bro. Ich bin immer bei dir. Schau hinter uns. Ich bin immer bei dir. Immer. Immer. Ist da hinten was? Hörst du das? Ja, was, ja. Hörst du das? Als ob uns was verfolgt, Digga. Durch die Rohre. Ja, ja. Lauf nicht vor mir. Das macht mich wahnsinnig. Alter. Ich hab so Schiss. Ich hab so fucking Schiss, Alter. Hast du Angst? Ja, es geht. Sag mir, hast du Angst, das? Ich renne jetzt. Spaß. Digga. Spaß. Es geht unendlich weiter, Mann. Warte, 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 warte. Warte auf mich, bitte. Digga. Hä, was ist denn hier? Wo ist denn der Spaß? Ich bin hier fürs Vom. Dein Spaß kommt gleich, Alter. Sicher? Hier passiert einfach nichts. Nee, keine Ahnung. Digga, die Musik. Vorne ist das Ende. Echt? Nein, nein. Ich glaube schon, ich glaube schon. Digga, ich werde richtig... Ich werde richtig nervös gerade. Ich renne doch nicht, Digga. Ich renne jetzt einfach hinterher. Mir ist alles egal. Guck mal, die Lampen oben. Alles lustig hier. Digga, ich werde verrückt, Digga. Das ist ja immer das gleiche Bild. Was passiert hier? Äh, ich habe Angst. Hä? Wo bist du? Es hört halt nicht auf. Das ist halt echt wahr. Vielleicht dürfen wir kein Fun haben. Boah, Alter, ich habe Angst. Was passiert hier? Ich weiß es nicht, Digga. Das macht irgendwie keinen Sinn. Siehst du? Alter, was war denn? Ich finde es gerade gar nicht so... Warte, warte mal, ganz kurz. Vielleicht sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Es geht ewig weiter. Als ob muss das Level... Ja, irgendwann muss das enden. Alter, mein Herz, Digga. Ja, 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 hallo. Jetzt weißt du mal... Nee, nee, nee. Komm, wir warten mal kurz. Vielleicht verfolgt uns wirklich was. Und dann sterben wir. Super. Okay, lass weiter. Ich dachte, ich hätte gerade Augen gesehen in der Dunkelheit. Hintergrund hinter uns her. Ich auch, Digga. Ich wollte es aber nur nicht sagen. Ich war ins Ernst. Sind wir verrückt, John? Es geht halt ewig weiter. Warum gibt es Liebe welcher Sinn, Mann? Hier hört es auf, glaube ich. Oh ja, Digga. Da ist eine Taschenlampe. Darf ich sie sehen? Da vorne. Da, Achtung. Achtung. Scheiße, renn. Digga, renn. Scheiße. Ah, nee, es kommt nicht. Es kommt nicht. Es kommt nicht. Boah, hört doch auf, Alter. Ich habe gerade gern zu Hause. Da war es aber. Ja, ich sehe es. Da kommst du wieder. In die Taschenlampe. Leuchte. Ich habe sie nicht genommen. Ich kriege sie nicht, Digga. Du hast jetzt gerutscht. Okay, Digga. Warte, ich nehme jetzt ganz schnell die Taschenlampe. Okay. Hab sie. Du kannst nichts machen. Ich bin stärker als du. Sicher? Sicher? Digga, was ist denn? Das ist eine Spinne. Ah! Ah, was? Alter, was? Digga, was sind so eine Spinne? Boah, das ist eine Spinne, ja? Ich habe es gesehen, Alter. Alter, ich laufe hier weiter. Was können wir dagegen machen? Ich weiß es nicht, Digga. Da ist doch der Fun, dachte ich. Es ist weg. Sie ist weg. Oh, es ist weg. Wir können jetzt so weiter. Es ist echt weg. Da kommt's! Da ist sie! Renn, renn! Renn, renn! Ich kann nicht mehr rennen! Sie ist weg, sie ist weg. Ist alles gut. Alter, was machen wir jetzt da? Keine Ahnung. Boah, ich zitter am ganzen Körper. Ich sag's, wie es ist. Achtung! Müssen wir in die andere Richtung? Hör auf. Müssen wir in die andere Richtung? Nein, nein, wir müssen... Ich glaube, es ist so, die Spinne patrouilliert hier. Und hier sind rechts und links immer Räume. Weil sie war ja gerade eben nicht da. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, wir müssen jetzt hier hin. Wo sind Räume? Guck. Ah, nee. Tatsächlich sind hier keine Räume. Da ist sie, sie kommt! Sie kommt! Alles gut, Bro. Sie kann nicht ins... Warum? Was? Sascha, ich seh dich nicht mehr. Ah, da ist Licht gegen sie. Da hinten ist sie. Guck, sie patrouilliert. Jetzt kommt sie wieder. Jetzt geht sie wieder. Ja, aber weil sie dich sieht. Und jetzt geht sie wieder. Die geht immer von... Jetzt kommt sie wieder. Sie bleibt. Sie kommt weiterhin. Jetzt renne ich hinterher. Aber es passiert nichts. Soll ich einfach mal reinrennen? Sie kommt. Ich lass sie jetzt mal kommen. Sie kommt. Okay, sie kann... Sie geht wieder. Hier ist halt auch nichts, was wir machen können. Ja, ich glaube, wir sind in der falschen Richtung. Sicher? Sie kommt. Sie kommt. Wir werden es schaffen, ja. Boah, fuck. Bleib hier. Sascha? Ich renne hier. Okay, sie spawnt immer wieder. Ich check's nicht. Wir sind echt in der falschen... Wir sind in der falschen Richtung. Safe. Safe? Oder willst du einfach... Ich hab eine Idee. Ich will einfach nur gehen, ja? Du rennst da jetzt einfach rein ohne Taschenlampe. Okay! Oh, hört, du hast mich blockiert. Nee, mach das. Jetzt mach ich's nicht mehr. Wollen wir einfach mal reinrennen? Irgendwie muss das doch... Also, das kann doch nicht. Vielleicht sollten wir hier einfach auch die Taschenlampe holen und müssen dann in die andere Richtung. Boah, ich trau mich nicht, Alter. Ich trau mich nicht rein. Sascha? Sascha! Sascha! Alter, Digga, das war so nah an mir. Ja, ich hab's gesehen. Deswegen hab ich Sascha gerufen. Soll ich mich mal zerfetzen lassen? Nein. Vielleicht brauchten wir hier die Taschenlampe und müssen jetzt in die andere Richtung. Als ob, Digga. Vielleicht geht das Licht auch hinter uns aus. Alter, du hast recht, Digga. Das könnte irgendwie... Irgendwie macht das Sinn. Was? Geht grad das Licht aus? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub nicht. Oder? Das gefällt mir gar nicht, die Soundkulisse. Weiß es nicht. Also, das war der Fun. Ne Spinne. Ich würd ihr gerne Hallo sagen. Man kann unendlich rennen. Aha, wollte ich so... Das heißt... Verschluckt sich ja komplett. Ja. Alter, das ist so spannend, Leute. Holt euch auf jeden Fall Chips, Mann. Wieso hast du Chips da? Wird so und funny frisch. Ne, danke. Alter, ich hab so Paranoia gerade. Ja, ist okay. Das macht's nicht besser. Ja, lass einfach mal in die andere Richtung. Boah, Alter, mein Körper. Der sträubt sich davor. Hast du Angst vor Spinnen? Geht. Drück mal rechtsklicken. Hab ich? Leute, ich kann mich mit dem Rechtsklick einfach... Du. Wenn man nicht so schnell, bitte. Du rennst von mir weg. Usain Bolt. Hier sind die Schilder, oder? Usain Bolt. Alter, wie lang sind wir denn gelaufen? Wir sind überlang gelaufen. Hier sind die Schilder. Okay. Also gehen wir jetzt zur Station. Okay. Halt! Stopp doch. Alter, er rennt einfach weg. Okay. Zack, zack. Ja, da passiert ja nichts. Gute letzte Worte, ne? Vielleicht haben wir die Taschenlampe auch einfach benötigt. Aber warum nur eine? Keine Ahnung. Willst du sie haben? Nee. Alles gut. Das war nur der Hausmeister. Alles klar. Ach so, ja. Wer ist der? George. Ja. Vergiss nicht, wir können eh rennen. Mit eh rennen. Mensch. Oh, ich dachte gerade wieder Augen gesehen zu haben. Nee, ich kann nicht mehr rennen. Hallo? Du kannst rennen. Du bist doch ein Lübchen. Nein, ich konnte halt gerade echt nicht rennen. Ich trinke kurz. Aber vielleicht, weil ich die Taschen nicht fest genug gedrückt habe. Ja, eine gute Idee. Oh. Okay, Digga. Hier ist noch eine Taschenlampe. Nimm sie. Oh, hier ist es dunkel. Und da wieder eine Spinne. Oh, Digga, das ist noch schlimmer. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Weißen sie sich. Okay, komm, weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nur ein Gang geradeaus. Ah! Oh! Alter, Mann! Das ist nur ein Gang geradeaus. Oh, fuck, Alter! Digga, das ist nur ein Gang geradeaus. Ich habe es gern. Das war nur ein Wasserrohr. Fabian, wir haben hier ein Leck. Leck meiner... Keine Angst, das ist nur Wasser. Warte, warte, warte. Das ist nur Wasser. Man kann rennen auch mit der Taschenlampe an. Kommen wir da durch. Ist die Musik bei dir auch gerade weg? Ja, ja, ja. Das gefällt mir gar nicht. Warte, ich will kurz testen. Okay, man kann auch so durchlaufen. Ah, okay. Ja, Bro, was meinst du? Ich schaue hinter uns. Okay. Ich glaube, die Spinne kommt dann von hinter uns. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Alles gut. Da hinten wird es wieder heilig. Hinter uns, hinter uns, die Spinne! Die Spinne, ran! Ich kann nicht mehr ran, ich kann nicht mehr ran! Sie ist wirklich hier draußen! Holy Scheiß! Holy Scheiß! Was war? Ich werde es nicht! Das ist nicht... Oh, Digga! Scheiße! Ich bin auf der Kasse! Scheiße, Alter. Ich schaue nur nach hinten, um zu sehen, ob die da ist. Und dann ist sie wirklich da. Was machen wir? Welchen Weg sollte ich nehmen? Ja, dann lass doch gleich da lang, weil ich glaube, wir mussten nach links. War da was? Ich habe nichts gesehen. Ich habe mich halt nach hinten umgedreht. Ja, ach echt. Das konnte ich auch nicht. Ah, du konntest... Echt? Ja. Wieso konnte ich unendlich durchsprinten? Weiß ich nicht. Und wieso bin ich nicht weitergelaufen, ich Idiot? Scheiße, jetzt können wir nicht mehr sprinten. Ja. Warum? Konnte ich davor auch schon nicht. Ich habe mich auch gefragt, wieso du die ganze Zeit wegrennst vor mir. Ich konnte durchgehen... Fuck, hätten wir es geschafft. Achtung, kommt hier nicht wieder ein... Oder so? Später. Erst wenn es dunkel wird. Wir müssen erst mal überweit laufen. Ist es okay, wenn wir nur eine Taschenlampe haben für dich? Was? Habe ich eine Taschenlampe? Nee. Aber da liegt ja eine und ganz, ganz dahin. Oder du nimmst halt die Taschenlampe von ganz dahinten. Warte hier. Nein. Nee, 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 nee. Ich gehe nicht in die Richtung. Vielleicht ist es auch random, wo die Spinne herkommt. Nee, nee. Da kam ja auch ein Text unten mit. Digga, ich muss wegrennen. Ah ja, schon. Okay, Bro. Hörst du das? Ja. Wir sollten das Rennen doch auch... Warum kann ich nicht mehr rennen? Ja, und hier ist die Taschenlampe. Ach du, hier kommt gleich... Ja. Ich nehme sie jetzt mal, okay? Okay. Ja, nimm sie. Ich laufe dir hinterher. Aber wenn wir nicht rennen können, haben wir ein Problem. Okay, es wird schon alles funktionieren. Scheiße. Okay, Bro. Rennen wir irgendwo lang. Rennen? Okay. Noch nicht. Okay, jetzt. Sie kommt. Sie kommt. Ich muss rennen. Guck. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, nice. Wir sind weit weg. Ich bin... Ich bin... Nee. Wie, nee? Bist du bei? Ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre sie. Okay, jetzt höre ich sie. Ich höre sie. Ich höre sie. Ja, ich höre sie auch. Hilfe! Da! Hier! Hier! Ja, rennen! Renn! 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 Ja, wir haben es geschafft. Ja! Okay, okay, okay. Alter, ich habe die Schritte gehört. Dum, 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 dum. Alter. Wir kommen noch schneller. Wir waren eben im Nacken. Wir haben es geschafft, Sascha. Wir leben. Ich will das nicht mehr. Freisen Sie sich aus. Ich will nicht zurück. Geht's hier zurück? Nee, hier geht's zurück, oder? Nee, ich glaube nicht. Oh, kennst du die noch? Ah, nur ein Sicherungskasten. Nee, die kenne ich nicht, Sascha. Warte mal, wir müssen unsere Umgebung gut beobachten, Sascha. Hier ist eine Tür. Abgeschlossen. Da hinten ist auch eine Tür. Hier ist wieder ein Rätsel, Digga, mit Strom. Kennst du einen guten Elektriker? Ja, ich. Was war das, Digga? Das war die, das war... Hier läuft doch jemand. Das war der Kasten. Das war der Kasten, echt? Bro, als ob der Kasten so gequietscht hat. Ja, guck, ich mach auf. Digga, es hat gerade richtig hart gequietscht, so. Hast du das nicht gehört? Vielleicht war das deine Mutter, die draußen mit deinem krassen... Digga. Das Toyota Supra driftet. Digga, die Tür ist offen. Ich mach jetzt hier keinen Spaß, Leon. Toyota Supra. Das war die Tür, die gequietscht hat also. Soll ich noch an den Sicherungskasten gehen und was probieren, bevor wir weitergehen, oder? Ich weiß es nicht, Digga. Beobacht du mal die Tür, ich mach den Sicherungskasten. Ich kann nix machen am Sicherungskasten, ne? Das glaub ich zumindest. Wieso stehst du da hinten im Garten? Ich weiß es auch nicht, Digga. Okay, Bro, lass da mal reingucken. Ach, Alter, ich hab gar keine Lust. Tag der offenen Tür. Das ist ein Knast. Das geht ja... Das geht ja gar nicht. Wir feiern, das geht ganz in der... Hier ist eine Werkstatt. Ein Werkstatt. Hier ist... Boah, Alter. Ich dachte, es hat mich gerade was gegrabt. Ja? Ich hör Steps, Digga. Lauf mal. Lauf mal. Okay, jetzt bist du. Ah, okay. Folg mir. Sollten wir die Tür zumachen? Da ist ne Tür. Alter, hier ist... Hier ist was. F. Danger. Ich kann nix machen hier. Alter, ich dachte gerade, da wäre was gewesen. War da was? Das kann sein, Digga. Das kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier sind Türen. Ich muss mal zu öffnen. Da hinten ist ein ganz langer Gang. Was, wo? Achso. Das ist ja beruhigend. Ich muss mal die Türen zu öffnen. Komm hier rein. Komm hier rein. Hier sind wir sicher. Hier ist ne Kiste. Das sieht aber nicht so sücht aus. Ja, genau. Das ist sehr dunkel, oder? Das sind Taschenlampen. Warte, ich guck mal. Ja, tatsächlich. Hier, ein Energy-Regel. Taschenlampe, Taschenlampe. Hier, hier. Ah ja. Alter, hast du noch Mandelwasser? Warum? Ah, hier ist Mandelwasser. Gib mir das. Oh, ich brauch auch. Meine Verrücktheit geht ein bisschen den Berg runter. Trink. Energy. Von Gonte. Von Montse. Von Gonte. Wer ist jetzt Gonte? Mein Onkel. Heißt der so? Nein. Onkel Gonte. Du brauchst auch, sagst du? Hab schon. Okay, bei mir ist jetzt wieder fast voll. Hier ist ne Sprühdose. Ja. Hallo. Bro, Alter. Nein. Hat sich gerade angehört, als ob so ein Wesen sind. Okay. Spaß. Ähm, da ist noch ne Tür in der Ecke, Sascha. Ja. Leuchtet es da rot. Oh, danger. 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 Geh mal dran. Ah. Ich kann irgendwas durchschneiden hier. Irgendwelche Kabel. Mach mal. Soll ich mal machen? Nee. Mach mal, Digga. Okay. Kann ich das überhaupt mal schauen? Ich kann was ausschalten. Ich hab was ausgeschaltet, aus Versehen. Hast du aus... Kannst du es wieder anschalten? Das mit dem roten Kabel? Nein, kann ich nicht. Ich schalte alles mal aus. Hast du es ausgeschaltet? Alles ist umgeschaltet. Jetzt ist grün. Ah. Der Kasten leuchtet grün jetzt. Komm, wir gucken mal, ob der Kasten draußen ist. Warte mal. Digga, dieses... Macht mich wahnsinnig. Ja, 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 ja. Sascha, warte, bitte. Warte. Warte. Wo bist du? Am... Draußen. Ja. Am draußen. Sag, warte, bitte. Und dann... Ah. Oh je, Digga. Das heißt, wir müssen noch... Eine Lampe ist grün. Ich verarsche, Digga. Um nur hier durchzukommen. Eine Lampe. Okay, das heißt, wir müssen weiter hier rein. Oh, die Tür. Ist jemand hier im Knast? Hallo? Komm mal mit. Boah, das macht dich verrückt. Die Summen, gell, die ganze Zeit. Wo bist du, du? Hier. Komm mal mit, sagt er, Alter. Okay. Also, das ist jetzt grün. War hier auch was? Hier war nichts, gell? Nee. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt weiter. Hier ist noch Mandelwasser. Ich take das mal. Oh, sehr schön. Ja, okay. Brauchst du es? Nee, nee, nicht unbedingt. Wir werden weiterfinden. Vertrau mir. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Du schaust jetzt nach hinten, ich schaue nach vorne. Okay. Es wird nichts passieren. Solange ich lebe, wird dir nichts passieren. Ja, ja, das ist ja das Problem. Weil ich gleich draufgehe, oder? Ja, vielleicht. Oh, ein Spielautomat. Laufen wir schon weiter, oder? Das ist eine geile Aufnahme-Location. Was, was? Nix, nix. Wieso hast du kurz gestockt? Ich dachte, da wäre... Hier ist was. Hier ist so ein Spielautomat. Ja, da ist eine rote... Bip, bip, bip. Ich verstecke mich hinten dran. Okay, ich komme nicht mehr raus. Ja, geht zur roten Lampe. Die sieht nicht so einladend aus, muss ich dir sagen. Keine Angst. Ich bin ja da. Hier ist Mandelwasser. Stark, stark. Okay, ich mache das schnell. Mach du mal, ja. Was muss ich hier machen? Alles ausschalten. Alles aus oder an? Ja, einfach umschalten. Oh, Digga, habe ich mich erschrocken. Es ist grün, es ist grün. Okay, geil. Geht's hier weiter? Nein, zwei von neun. Oder wie viel? Läuft. Ja, hier läuft irgendwas, habe ich das Gefühl. Jay, Jay. Okay. Ich brauche eine ganz kurze Pause, Sascha. Hier ist eine Tastengonze. Ja. Hier ist ein Monster. Wie geht's deinem Gehirn? Gut, nur noch die Hälfte. Gut. Okay, ich trinke schnell. Ich trinke schnell. Ja. Von Gott. Stimmt, Alter. Okay, Bro, weiter geht's. Was ist das denn hier? Nix. Da können wir nix machen. Okay. Und hier? Auch nicht. Das heißt, dieser Raum ist nutzlos. Ja, so wie du. Spaß. Alter. Spaß, Mann. Wir müssen zusammenhalten. Was ist hier? Das hat doch gerade geleckt. Das hat doch gerade geleckt. Als ob was gespawnt. Scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht, Sascha. Es gefällt mir nicht. Wartet hier. Wartet? Bin ich so dick wie zwei Leute, oder was? Okay, hier können wir einfach nichts machen. Wartet hier. Ja, wir können jetzt nur noch zurück. Heißt, es ist wahrscheinlich echt was gespawnt. Wir können hier auch nicht öffnen einfach. Alter, das macht mich so schön. Einen Moment. Ja? Ich trinke ein Mandelwasser. Achtung, A. Spaß. Achtung, A. Warte. Ich laufe schon mal ein bisschen weiter. Was? Wo ist meine Taschenlampe? Ah. Ich habe sie auf den Boden gedroppt einfach. Okay, ich laufe mal ein bisschen weiter. Nein, warte doch. Ist da was? Nee. Ich dachte gerade, in diesem anderen Raum wäre was rumgestabbt. Sascha. Ja? Ich komme doch nicht weg, Alter. Ich gehe um die Ecke und er ist schon wieder komplett weg einfach. Mir kann nichts passieren. Ah. Was? Was? Alter. Ich dachte, wie so ein Gollum wäre da gelaufen. Okay, Bro. Warte mal. Sollen wir hier weiter? Ah, von hier kommen wir. Wir müssen also hier weiter. Ja, schon. Ah, nur eine Tür. Eine Tür. Oh, geil. Das ist der letzte. Okay. Hier ist es sehr, sehr dunkel. Oder soll ich? Ich mache, komm. Ich mache, ich mache. Ich mache, ich mache, ich mache. Scheiße, 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 scheiße. Und? Und? Das ist grün. Es ist was aufgegangen. Jetzt hat sich was geöffnet. Ich weiß was. So ein Gate. Wahrscheinlich das Anfangsgate. Oder das, wo wir gerade waren. Wohin gehen wir als erstes? Boah, meine Hände sind richtig kalt gerade. Meine auch. Ich bin kaltblütig. Er läuft einfach ohne Taschenlampe. Ich laufe mit. Echt? Ja, guck. Das ist bei mir kein Lichtpiegel. Jetzt? Ah, jetzt. Ja, okay. Das Ding ist, jetzt ist bestimmt ein Monster frei. Er spawned. Oder ist das hier? Das ist aufgegangen wahrscheinlich, oder? Das ist aufgegangen. Ja, eben. Das meinte ich. Entweder das oder ganz. Lass mal schauen. Hier ist zu. Aber wir können mal schauen. Ja, aber da sind die oberen drei jetzt grün. Ja, du hast recht. Und das ist ja, da steht doch was dran. East Substation, West Substation und Generator. High Voltage. Okay. Ich liebe so Räume. Wie sieht es mit deiner geistlichen Gesundheit aus? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Bei dir, Bro? Bei mir sieht es auch nicht. Ja, bei mir auch. Dann holen wir mehr. Ich habe kein Mandelwasser mehr. Warte, hier geht es noch in die Lücken. Ich frage mich halt. Das kann doch nicht so einfach sein. Wann kommt dieses Monster, was uns jagt? Jetzt. Jetzt mal ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Hier liegen sehr viele Taschenlampen. Du weißt, was das bedeutet. Das wird ein Ort sein, an dem wir wieder spawnen werden. Und hinter dieser Tür. Alter, was ist das? Ich brauche Mandelwasser. Ich auch. Noch eine Tasche am Mikroskop. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite. Ich dachte nämlich, das hier geht auf. Dachte ich. Ja, das dachte ich auch. Oh, da ist noch eine Tür. Okay, hier sind wieder Elektrosachen. Hier ist noch eine Tür. Hörst du das? Ja. Hörst du das? Ja. Es wird immer lauter. Er betet. Sollen wir durch die Tür gehen? Weil ich glaube, von dort kommt es. Oh fuck, da ist es dunkel. Sascha? Sascha? Alles gut. Das gefällt mir gar nicht, Alter. Komm doch raus. Ich bin doch raus. Ja, ich dachte wieder. Alter, Digga. Der Gang gefällt mir gar nicht, Alter. Meine Hände sind kalt. Würdest du dich mal anfassen? Ja, meine auch, Alter. Ich glaube, wir würden uns einfach einfrieren gegenseitig. Willst du da wirklich lang? Wieso hast du da eine Taschenlampe? Leon, Leon. Leon. Ah, ah, ah. Alter, der hat mich. Hat er dich auch? Nee, ich hab's geschafft. Hab ich den vorhin doch gesehen? Das sah aus wie so ein Golum, oder nicht? Alter, wie du da liegst, Digga. Geh doch nicht raus. Was hast du mit ihm gemacht? Der steht da vorne, oder? Oder steht da? Ich seh so wenig, Alter. Energie. Ja, dann kannst du unendlich hören. Nein, Digga. Es tönt mich schnell, okay? Nein. Doch. Nein. Wieso machst du das, Sascha? Wieso machst du das? Weil wir weiterkommen müssen. Alter, was ist hier los? Guck mal, da geht's einfach durch eine Wand durch. Meinst du hier? Ja. Hallo. Hast du nicht Angst, Sascha? Es geht, Digga. Ja, lauf mal da weiter. Ich dachte gerade, jemand anderes hätte eine Tür geöffnet. Ich hab die gar nicht gesehen, Alter. Oh, noch eine Energieriegel. Du brauchst... Wie sieht's mit deiner Insanity aus? Sehr schlecht. Ich brauch Wandelwasser. Ja, du brauchst unbedingt Wandelwasser. Sonst stirbst du auch so. Fuck, Alter. Boah, Alter, ich hab mich erschrocken. Boah, Junge. Boah, hab ich mich erschrocken. Dieses Geräusch. Geh doch nicht da rein. Bist du bescheuert. Boah, Alter. Alter, okay, Digga. Also hier kann ich nicht langen, oder wie? Das ist in dem Raum, Alter. Ich werd verrückt. Ich seh alles verrückt. Scheiße. Ich brauch Mandelwasser. Was ist passiert? Ich muss mal einen Mangel an Verstand haben. Hier ist kein Mandelwasser. Scheiße. Ich werd so drauf gehen. Geh weiter. Geh wieder zurück da in die Tür. Ist hier Mandelwasser? Nee, Digga. Das ist nur eine Taschenlampe. Ascha. Ja. Du musst dich beeilen. Digga, hier ist doch das Vieh, oder? Auch, ja. Und hier kam es. Es ist nicht mehr da. Ja, aber das war das da nicht drin gerade. In dem Raum. Hat es nicht so viel. Da warst du gerade auf der anderen Seite. Aber hier hat es dich zerfetzt. Und hier kam es. Wahrscheinlich ist es da. Vielleicht kann es irgendwo durch. Aber ich muss hier weiter. Ja, du brauchst Mandelwasser. Nein, musst du nicht, oder? Wo krieg ich das Mandelwasser? In Schränken. Okay. Und noch andere Räume finden. Geh einfach weiter, ja. Oh nein. Ich werd verrückt. Ja, ja, ja. Sterb ich jetzt? Es wird immer schlimmer, Digga. Wir sterben. Ich schli... Ah. Ja. Scheiße, Alter. Moin. Max. Hallo. Du hast es recht, Alter, mit deiner Vermutung, dass wir hier spawnen. Hier sind jetzt keine Taschenlampen mehr da. Nur noch... Was soll das? Hä? Hast du noch eine Taschenlampe im Moment? Ne. Ich auch nicht. Nur ein Energie-Gil. Ja, geil, Alter. Da seh ich ja noch weniger. Komm mit. Hier ist eine Taschenlampe. Eine und zwei. Das ist ein Monster. Ne, ne. Das kommt dann noch. Aber wir müssen hier lang, in dem Fall. Ne, warte. Lass mal in den großen Raum nochmal. Da haben wir noch nicht gecheckt. Wir sind einfach hier reingegangen. Gibt es da noch irgendwas anderes im großen Raum? Ah, stimmt. Man ist den hier. Ja. Ja, hier? Nein, das ist doch, wo wir herkommen. Was ist hier? Was ist hier am Ende? Hier ist irgendein Kasten. Da kann ich nichts mit machen. Zu. Abgeschlossen. Die Tür ist zu, okay. Also wir müssen da lang. Ja. Das heißt, ich hab einen Trick. Wir locken diesen Hund raus. Und dann müssen wir rein und ihm die Tür vor der Nase zuschlagen. Das ist der einfache Trick. Ja, wenn du mich mal nicht blockiert hättest, wäre ich auch reingekommen. Entschuldigung. Weißt du was? Die Leute schreiben ja auch immer, du bist immer der Lockvogel, bla bla bla. Deswegen bin ich das jetzt mal. Okay? Du machst gleich die Tür zu, aber lässt mich rein. Warte. Geh in den Raum rein. Okay. Ich sag dir dann Bescheid. Ja. Okay, Bro, er kommt, er kommt. Okay, mach zu. Ist zu, ist zu, ist zu. Alter, Alter. Jetzt geht er weg. Digga, der ist, das hasse ich an dir, Alter. Das ist so, was? Der ist, der ist vielleicht zwei Meter weiter gegangen. Oh ja, ich mach die Tür mal wieder auf. Komm hier rein. Komm, schnell, schnell. Ich bin da, ich bin da. Der kann halt von hier vorne wahrscheinlich auch kommen. Nein, nein. Nein, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ah, guck mal hier. Das hab ich nicht gesehen. Interesting. Immer wenn du dabei bist, dann funktioniert's besser. Freunde, dafür ein Daumen nach oben. Leon, bleib dabei. Ich bleib beim Ball. Wir müssen uns eigentlich, wie du sagtest, beeilen. Meine Insanity geht auch schon wieder runter. Oh ja, Digga. Du bist fast bei der Hälfte und ich hab nichts. True. Ich hab nur so ein Energy-Riegel. Damit kannst du, hast du mir vorhin zugehört, was du damit machen kannst? Ah, guck mal. Oder? Nee. Nee? Äh, ja, wenn ich rennen will, kann ich länger rennen. Okay, hier geht's nicht lang. Wir müssen also... Da ist die Tür, wo wir... Aha, guck mal. Ah, nee. Da warst du vorhin. Ja. Da war der Hund drin. Ah, lol. Und hier ist auch eine Tür? War ich da auch schon? Ja, warst du auch schon. Nee, warum? Guck mal, da ist ein Sicherungskasten. Da war ich nicht drin. Du hast doch sogar gemacht. Doch, natürlich. Alter, als ob ich... Digga, bist du bescheuert? Niemals, Digga. Doch, da warst du drin. Die Kommentare werden's dir sagen. Hier ist auch keine Dings. Kein Mandelwasser. Das heißt, nur noch einen, so ein... Okay, jetzt pass mal auf. Ich werde das wieder für dich tun. Freunde, in dieser Folge werde ich Leon ein bisschen beschützen. Da ist der Kasten. Da ist der Hund und der Kasten. Ah, ja. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir's? Am besten, ich schleiche mich da hin, weil er hat mich nicht gesehen. Stimmt, nicht da? Okay. Wo ist er? Ich riskiere's jetzt, okay? Ich riskiere's einfach. Wenn er irgendein Geräusch macht, dann renn direkt raus. Ich mach die Tür zu. Hab's geschafft. Nice. Sehr schön, sehr schön. Tür zu. Ich will kurz wissen, was hier alles ist. Der ist doch da, Digga. Okay, ein Riesenraum. Ja. Er sieht mich. Er kommt. Mach zu, mach zu, mach zu. Okay. Ab. Okay. Das heißt, irgendwas ist jetzt... Aber es ist nix geöffnet, gell? Was war das? Das war die Tür. Hast du gerade ne Tür zugebracht? Ich hab sie zugemacht. Ich hab sie zugemacht. Ich dachte, der kann nicht... Ich hab mich selber erschrocken davor. Da stand jemand drin in der Tür, aber... Ich mach wieder an. Ja, und jetzt? Lass mal zurück in den großen Raum. Mal schauen, oder? Ja, es ist offen da hinten. Du hast recht, Leon. Ja, jeden. Dachte ich mir. Wie sieht's mit der Insanity aus? Weißen sie sich aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, hallo? Weißen sie sich aus. Komm, alles witzig. Witzig. Ja, ja, witzig ist alles. Hallihallo. Alles ist witzig hier. Was? Was? Wieso sagst du nix? Ich bergert den Schockstarre. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Komm, komm, komm. Nur noch bis hier. Nur noch bis hier. Ich mach dann zu. Komm. Ich kann nicht mehr rennen. Lass mich rein, du Arsch. Das ist die Tür nicht zu. Entschuldigung, Alter. Das war nur ein Joke. Lass mich dran. Entschuldigung. Und er geht wieder direkt raus, Alter. Okay, wie können wir das jetzt machen? Eine Insanity. Ja, ich weiß. Warte mal. Komm mal mit. Vielleicht ist in den Regalen, wo wir hier am Anfang waren, noch Zeug. Okay. Wieder gespawnt. Bin ich ein High-EQ-Player? Du bist ein Fünf-Kopf. Ja, hier ist einer. Nimm ihn. Und ich? Dann steff ich halt erst. Das ist gut. Nein. Nein, das ist nicht gut. Ich trinke ihn mal. Hier ist noch eine Tür, Sascha. Hier ist dein Regal. Raus. Lass nach da hinten gehen. Raus. Da. Ich hoffe, der ist hier halt nicht. Nein, nein. Der war hier nicht. Ja, war nicht. Der ist hier auch nicht. Hier sind Regale. Hier sind Regale. Ich werde verrückt. Ich werde sterben, Leon. Scheiße. Warum, Alter? Warum? Weil du das gemacht hast. Du gehst überhaupt zurück. Keine Sorge, wir werden was finden. Ich lasse dich hier nicht alleine. Das weißt du. Wir brauchen Mandelwasser für dich, Digga. Hinten war noch ein Raum. Ich gehe nochmal alle Regale hier durch. Ja, ich schaue nach hier hinten. Da war noch ein Raum. Ich werde gleich sterben, gell? Scheiße, es gibt nichts. Es gibt nichts auf der Ebene. Du weißt, was das heißt. Nein. Nein. Es tut mir leid. Sascha, nein. Es tut mir leid. Gibt es hier noch Sachen? Warte, ich kann mich doch nützlich machen. Ich locke den. Stell dich da ins Eck. Stell dich da hinten ins Eck. Ich locke den Hund raus und dann kannst du reinrennen. Ich mache noch was Nützliches, bevor ich draufgehe. Okay. Okay, Sascha. Hund. Ich bin im Eck. Ich bin im Eck. Komm her. Wo bist du? Wo ist der Hund, Digga? Er ist einfach nicht da. Ist er weg? Er ist weg. Soll ich mit rein? Ja, komm rein. Komm rein. Vielleicht findest du da was. Das wäre ja jetzt Premium, Alter. Da ist er. Im nächsten Raum. Viel Spaß. Es tut mir leid. Alter, Scheiße. Sascha, nein, Sascha. Du kannst es schaffen. Wieso ist deine Taschenlampe? Ah, Strom. Ah, da stirbst du. Soll ich da rein? Du musst da rein. Hier ist der Hund drin, ne? Ja. Da rein. Nein. Nein. Nimm noch meinen Energieriegel, Digga. Oh, fuck. What? Ich sehe nur diesen Hund. Hast du ihn gesehen? Ja, ja. Der war direkt vor mir. Da, guck. Hat sich gesehen? Ja. Er kann keine Türen öffnen. Das ist eine gute Frage, weil er war erst hier, wo du jetzt bist. Ja, Sascha. Komm weiter. Gefällt mir gar nicht. Ja, wie soll ich denn weiter? Der ist doch da. Das ist eine gute Frage. Du musst dich da reinschleichen. Aber wie? Wie? Wie, wie jetzt? Du gibst mir jetzt Richtungsanweisung, okay? Okay, Tür auf. Okay, ich mach das, was du sagst. Taschenab aus. Taschenab aus. Sneaken. Hoch. Sneaken. Hoch. Sneaken. Hoch. Weil jetzt bist du schon zäher. Und Hunde mögen kein zähes Fleisch. Ja. Mein ganzer Körper zittert wieder da rum. Zeig, zeig Dominanz. Du gehst da. Hey! Scheiße. Man, ich hab nicht gesagt, zu machen. Oh, sorry. Hey, du! Was willst du hier, hä? Das ist mein Revier. Geh in den Raum rein. Sneaken aber. Und gucken. Und sobald er kommt. Sobald er wirklich. Ich seh nicht, ob er da ist. Okay, dann geh mal rein. Da ist er. Okay, bleib, bleib. Bleib da, wo du bist. Bleib? Ich bin nicht der Hund jetzt. Bleib. Okay, wir warten, bis er nochmal diese Route nimmt. Er wird jetzt gleich wieder nach rechts patrouillieren. Und sobald er wieder nach links geht, gehst du in den Raum. Ich seh ihn gar nicht mehr. Ich auch nicht. Siehst du ihn? Nee. Jetzt kommt er so hinter der Tür hervor. So ganz nah. Nee. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Bleib da, bleib da. Das bringt nichts, wegzurennen. Was ist passiert? Ich muss wohl einen Mangel an Verstand haben. Geh wieder hin, aber nicht rennen. Nicht rennen. Boah, Alter, der ist echt von da links gekommen. Nein, du bist nur verrückt. Du bist nur verrückt. Ja, ja, ach so. Ja. Was soll ich machen, Sascha? Ich werde gleich drauf gehen. Geh an die Tür. Hallihallo. Ist hier jemand? Er ist rechts. Ich seh ihn. Warte, warte, warte. Warte, warte. Geh nach rechts in den Raum rein. Jetzt. Hier? Ja, hat er dich gesehen? Ich seh's nicht. Ich seh nichts mehr. Ich kann dir keine... Der ist da. Er ist direkt von mir. Bleib genau. Du machst es gut, Digga. Weiter, weiter. Wo, wo, wo lang? Muss auf die andere Seite. Scheiße, ich bleibe. Ah! 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 Oh, Alter! Boah, Alter! Was ist passiert? Der Hund kam. Der war direkt vor mir. Wie, was ist passiert, Digga? Okay, weiter. Lass es jetzt mal... Nein, stopp! Was? Was? Wir brauchen Mandelwasser. Brauchen wir nicht, Digga. Soll ich dir sagen, warum? Da wir eh draufgehen, stimmt. Eben, und wieder hier spawnen. Und es wird ja eh gespeichert. Hm. Aber wir brauchen eine Taschenlampe und so. Hm, nee, brauchen wir nicht. Okay, nee, du hast recht. Wir brauchen gar nichts, sag ich da. Entschuldigung, du hast recht. Du hast recht. Lass mal hier schauen, ob hier Taschenlampe auf dem Tisch liegen jetzt diesmal. Nee, aber ein Mandelwasser wenigstens. Nice. Ich hab auch ein Mandelwasser. Hier ist noch ein Regal. Ich hab eine Taschenlampe. Hallo, ich bin da. Und hier ist auch noch eine. Nice. Geil. Das heißt, wir sind gut ausgestattet. Deswegen lasst jetzt ein Abo da. Ja, und ein Like. Genau. Wo gehst du lang? Ah, ich weiß nicht. Wo lang gehen wir? Ich dachte, wir gehen jetzt da weiter. Wollen wir weiter nach Hause gehen. Ja, ja. Den will ich auch. Okay. Müssen wir uns echt an dem vorbeisneaken? Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt in die Kommentare vorbeisneaken. Okay. Feierst du, wie du vorangehst? Ja, ich will vorankommen. Okay, Digga. Ich will auch vorankommen. Ich mach jetzt auf und ich mach es dir auch wieder zu. Da ist er. Ich mach zu. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Was passiert, wenn der in den Strom geht? Stirbt der dann? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren, tatsächlich. Ist er wieder? Weil der wird hier nicht lang gehen. Wie machen wir das am besten? Also... Ich weiß wie. Schau mir zu. Alter, nein. Der ist gerade durch die Wand geglitscht. Können Sie sich ausweisen, Hund? Digga, Digga. Digga! Alles gut, alles gut. Alles gut, Digga. Bro, ich bin der Hundeflüsterer. Ja, ja, ich merke. Ah, guck mal hier. Blind it and run. Aha! Ah! Ah! Du hast halt so Angst vor Licht, Hund. Stimmt das? Haha! Ja! Hahaha! Hahaha! Oh, Digga. Hilfe! Ah, du kannst ihn blenden. Nee, nee, du kannst ihn blenden. Ist er in Schockstarre, oder? Du kannst... Blind it and run. Wie blenden? Einfach... Einfach auf ihn zeigen. Ja, komm mit. Lol, hier sind Fußabdrücke. Wie als ob das eine Waffe ist. Mach einfach zu. Mach zu. Guck mal, hier sind Fußabdrücke. Ja, von ihm. Die führen hierher. Ja, das ist natürlich gut. Da ist noch einer. Haha! Meinst du, ich habe Angst vor dir? Ich habe schon Angst vor ihm. Ich öffne die nächste Tür. Nice. Hier, weiter, weiter, hier. Zu, zu, zu! Hier sind weitere Fußabdrücke, Lol. Lol. Das ist jetzt der Weihnachtsmann. Wir sind im Kamin, Digga. Hä? Keine Ahnung. Was ist das hier? Ich weiß es. Hä? Kommt da später irgendwas raus? Ich habe keine Ahnung. Oder ist das für die Hunde? Aber das ist richtig nice. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir sind, aber ich finde es richtig nice. Ah, guck mal, hier lang. Ah, du kannst recht haben. Die Hunde können so durch Räume. Ja. Komm mal hier. Ah, du bist bei mir. Ich bin bei dir. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ist ja über easy, wenn wir den Hund so blenden können. Naja, der kommt hinter uns. Oder es sind zwei oder mehrere. Ja. Hier, ich habe einen Stromkasten, Digga. Ah, nice. Alter, mein Körper zittert. Muss ich hier machen? Ah, natürlich. Verbinden wahrscheinlich. Ah, der ist sogar in Real-Time, geil. Okay, Digga, nice. Nice. Ja, nice, Digga. Okay, haben wir hier alles? Mhm. Sind wir jetzt hier wieder am unserem... Nee, sind wir nicht. Nee. Mandelwasser vielleicht? Mach immer schön die Tür hinter uns zu gerade. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gonte! Gib... Gonte! Ja, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist eine Tür aber. Wo? Also keine richtige Tür, sondern so ein Gitter. Das heißt, hier sind wir nutzlos. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Hier kommen wir später weiter. Ja. Oder hier vielleicht. Guck mal, hier. Hier kommen wir doch her. Echt? Hier kommen wir her, ja. Ah. Hier auf der rechten Seite ist das, wo wir rauskamen. Ah, okay. Dann gehen wir da wieder zurück. Gut. Guck mal, hier ist noch ein Weg. Hier ist noch ein Weg. Ja. Hier sind auch Türen. Die haben wir noch nicht geöffnet. Vielleicht für Mandelwasser ganz interessant. Das schau. Ja? Hier ist... Der Kamin. Ja. Jupp. Lass mal die Türen versuchen zu öffnen. Boah, Alter, ich dachte, in der Ecke wäre was. Aber das sind nur Müllsäcke. Hallo? Was ist denn das für ein Raum? Vielleicht spawnen die hier. Oder vielleicht spawnen die hier irgendwas, wenn wir versuchen rauszugehen. Ah, hier noch ein Kasten. Oh, scheiße, das Elektro. Stark, 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 stark. Okay. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet auf das Elektro. Elektro-Titte. Was war das nochmal? Okay, nice. Das war ein Song von Gronkh und Salazar. Waren wir hier schon drin? Was die Räume war zu? Gegenüber, ja. Nee. Ah, warte, ich kann... Ah, 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 ich wurde geschockt. Fuck, Alter. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich bin auch so drin reingelassen. Digger, was ist dein Problem? Boah, was ist dein Problem, ne? Ich habe Angst vor dir. Hey, bei mir hast du keinen Taschminken. Das ist easy. Easy, also. CXP. Und du schaffst es diesmal. Ja, ja. Alter, mir gefällt es gar nicht. Ja. Alter. Ist das überall Blut, oder? Ist das ein Hund? Ist das deiner, zufällig? Nee. Gehört der ihnen? Oh, mach zu. Alter, das Verstecknisraum. Hä? Bist du bedeppert, Alter? Scheiße, Digga. Wow. Wer hätte damit gerechnet? Das hast du extra gemacht, oder? Nein, ich schwöre, Digga. Doch, das hast du extra gemacht. Du machst die Tür auf, wenn der Hund vor der Tür steht. Ich dachte, mit dem Licht bin ich unverwundbar, weißt? Nee, 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 nee. Bro, geiler Typ, Alter. Kann man nicht abonnieren? Brauchen Taschenlampen. Ja, sag schon, leeren auf YouTube. Hier sind Taschenlampen. Ja. Und wir brauchen Mandelwasser. Hier wäre auch eine Taschenlampe gewesen. Mandelwasser? Oder sollen wir direkt weiter? Ich glaube, wir werden Mandelwasser finden, wenn wir weitergehen. Sollen wir trotzdem nochmal ganz kurz sein, wenn wir eh schon hier sind? Ich dachte, hier geht's weiter. Ich bin gerade so orientierungslos. Nee, hier ist kein Mandelwasser. Hier ist nur eine Taschenlampe. Also, sonst gehen wir weiter einfach. Wo bist du? Ich gehe gerade weiter. Wartest du nicht auf mich? Weißen sie sich aus? Ja. Du bist gerade ziemlich fix und fertig, gell? Ja. Das sind so viele Kreaturen. Das ist immer nur derselbe Hund. Ja, aber 20.000 davon gefühlt. Guck mal, du machst jetzt hier auf und dann... Du machst jetzt hier auf. Hier hinten. Hallo. Ja? Lol, das sind Leichen. Waren die Leichen schon immer da? Ja, die waren schon immer da. Nie gesehen. Weiter blenden. Jetzt haut der ab. So. Ach ja. Waren wir hier schon mal? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin jetzt hier. Ja, genau. Ich komme nicht. Ich komme... Okay, danke. Ich glaube, wir waren noch nicht... Hier geht was in der Ecke. Ein Hund. Hund. Ein Hund. Bei mir ist ein Hund. Ja, bei mir auch. Geil. Echt jetzt? Ist bei dir in der Ecke auch ein Hund? Auf der... Nee, nee, nee. Bei mir in der Ecke ist kein Hund. Okay. Aber hier vor der Tür ist der Hund noch. Was ist hier? Okay, hier ist nichts. Das heißt, wir müssen... Hier ist nichts, Bro. Ich mache jetzt auf. Ich blende den Hund hier. Und du machst... Ja? Er ist direkt da, Digga. Oh mein Gott. Ich sag doch. Bist du tot? Nee, nee. Ich blende ihn weiter. Kann ich raus? Ja. Okay. Ich bin tot, Digga. Scheiße. Was? Scheiße. Es tut mir leid. Ich werde immer unkonzentriert davon. Du kannst es schaffen. Nice. Du bist auf der richtigen Pferde. Oh. 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 Du bist richtig mutig, Alter. Pass auf, das Strom. Fuck you. Fuck you. Weg mit dir. Geh einfach weg. Geh weg. Steht der am Strom? Nee, der steht nicht am Strom, gell? Natürlich ist er... Was mache ich jetzt? Wohin muss ich? Folgt den Spuren. Ich weiß nicht wo. Ja, ja. Ja, ja, Kleiner. Komm dir ja nicht näher. Du gesagt nicht näher. Weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, ja. Da ist es richtig. Nice. Nice. Scheiße. Tut mir leid, dass ich draufgegangen bin. Extra. Wer ist der nächste Hund? Weg. Geh weg. Ich sage, geh weg. Weg sollst du. Weg. Geh weg. Tschüss. Tschüss. Jetzt folg den Spuren, folg den Spuren. Spuren, also ihm. Ja. Okay, jetzt geh links da rein. Den Spuren oder so. Oder musst du da lang? Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt da, wo der Hund war, ne? Ich kann nicht in beide Richtungen gleichzeitig schauen. Das ist nicht so geil. Schön, dass du immer nur die negativen Sachen betrachtest. Was kannst du denn? Erzähl mal auf, was du kannst. Ich kann Schlagzeug spielen. Okay, stark. Das war... Oh, nein. Ich sollte das Licht nicht ausmachen. Du musst nur noch ein Ding finden. Du musst nur noch einen Konsistor finden. Wohin? Sag mir wohin. Geh in die Tür rechts rein. Hier. Ja. Okay, ist nur ein Versteckesraum. Lass den offen. Hier bleibe ich. Und geh wieder raus. Nein. Es geht noch weiter, Digga. Wir haben noch eine Minute. Lol. Also es wäre ein perfekter Endzeitpunkt. Tatsächlich. Geh in den Versteckesraum. Und genieß es. Genieß die Zeit. In deinem Backsteinraum. Komisch. Komm noch ein bisschen weiter. Komm. Für die Zuschauer. Ich darf jetzt schon mal den Daumen nach unten dalassen. Hä? In den Boden. Ah! Mach zu, mach zu. Alles gut. Alles gut. Wo war das Viech? Ich glaube rechts. Ich mache jetzt nur nicht den Sascha. Oh, der ist hier drin. Der war hier drin. Du schaffst das. Geh mal kurz pinkeln. Nein. Okay. Nein. Sag mir, was ich tun soll. Geh raus und guck... Digga. Der war da. Mach auf. Ja. Und guck nach rechts und leuchte ihn an. Leuchte ihn an. Weg. Weg. Leuchte ihn an. Okay, hier geht es also nicht weiter. Weg. Ich höre doch nur an. Und jetzt geh zurück. Geh zurück. Wohin? Ich weiß. Nein. Nein. Weiter. Weiter. Egal. Geh weiter. Weiter. Gut. Wo kommst du her? Da. Okay. Dann geh jetzt durch den Schacht. Hier. Ja. Folg den Spuren. Wo? Wo? Da. Weg. Geh weg. Komm hier nicht her. Ich kann nicht weiter. Okay, jetzt geh ich schnell durch den Schacht. Genau. Aber die Spuren gehen in die Richtung hier. Aber du kannst da nicht weiter. Ich check's nicht. Checkst du's? Nein. Hier kam ich ja raus vorhin. Ja, stimmt. Okay, jetzt bist du wieder da. Wo ist das Letzte? Pass auf. Ja, ja. Strom, Digga. Da. Da ist es doch. Oh mein Gott. Alter, was ist das? Hä? Ich verstehe es nicht. So. Kann ich mich hier selber mit schocken? Ah, doch. Ich verstehe es. So. Geil, Alter. Ne. Hä? Ah, die sind noch nicht verbunden. Hä? Ah, natürlich. Ja, ist doch easy. Und jetzt muss ich zum Anfangsort. Ja. Geil. Irgendeine Tür hat sich jetzt geöffnet. Aber welche? Welche Tür hat sich geöffnet? Nutze deine Taschenlampe. Ich nutze sie gerade. Ah, lol. Warte. Ah, nice. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Okay. Das heißt, wir gehen in den Anfangsort zurück. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Hier muss ich weiter. Ich muss irgendwo hier weiter. Ah. Echt? Boah, weißt du's? Ich bin tot. Das war der Raum, woher wir kamen. Ah, ja, ja. Das weiß ich. Ich kann mir vorstellen, dass wir ganz zurück zum Anfang wieder müssen. Da, wo wir jetzt sind. Also hier. Schau. Ah, lol. Haben wir nicht die letzten drei geschafft im Prinzip? Ja. Nee, die allerletzten drei. Oder haben wir nur das West? Wir haben jetzt nur das West. Das heißt, ein neues Ding muss jetzt offen sein. Okay. Und ich würd sagen, dieses neue Ding. Warte, wenn das West ist, wo ist dann Ost? Das ist hier. Aber das ist ja nur Generator. Ah, lol. Die Leute wollen immer noch sehen, wie wir, wie der Hundeflüsterer mit unserer Taschenlampe, die wir nicht mehr haben, gegen diese Hunde kämpfen. Wir sollten uns beeilen, weil sonst geht es unsere Insanity wieder runter und sowas. Erstmal alles, was negativ ist. Taschenlampe. Also, ich habe hier eine Taschenlampe. Wo bist du, Bro? Andere Richtung. Hi. Hallo. Ich habe eine Taschenlampe. Und ich? Hier sollten auch zwei Taschenlampen liegen, wie ich mein Spiel kenne. Hier, zwei. Alter, es ist dein Spiel. Hast du das entwickelt? Das ist mein Spiel. Ich habe das programmiert. Okay, und wo ist dein Mandel? Ich mache jetzt hier, als Mandelwasser. Von Gonte? So, ich renne los. Ja, Bro. Du rennst aber ganz schön schnell. Ja, ich kann nicht mehr. Wollen wir noch beim anderen Raum schauen für Mandelwasser für dich? Ja, okay. Komm, wir gucken schnell. Ja, okay. Schiss, Alter. Weil da ist ja dieser erste Hund, glaube ich, ne? Stimmt, das geht direkt los, gell? Es ist nicht mehr so Aufwärmung. Ich glaube auch, jaja. Das geht einfach direkt los. Freunde, noch lachst du. Das ist hier verwinkelt und ver... Hier könnte Mandelwasser drin sein. Da steht eins, da steht eins. Alter, von Gonte? Ja, von Gonte höchstpersönlich. Wo ist noch eins? Nein, eins habe ich doch gesagt. Okay, Digga, dann let's go. Ne, weißt du? Ach, egal. Interessiert wenig, was ich sage. Warte. Weisen sie sich aus. Kann ich nicht. Weil ich bin ein Monster. Wenn ich mich ganz langsam bewege, dann wird mich das Monster nicht erkennen. Sind sie nicht Leon? Das klickt da rum. Renn mal nicht rein, weil da ist der Hund direkt. Okay, nice. Weise dich zum Hund aus. Wo ist der Hund? Oh, fuck, Alter. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Hier im nächsten Raum ist der erste Hund. Wir machen jetzt Speedrun, Digga. Ich sehe keinen Hund. Da ist er. Ich blende ihn, ich blende ihn. Okay, komm, wir müssen weiter. Öffne die Tür, ich blende ihn. Ich blende ihn. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Du Vollidiot. Du Vollidiot. Ich habe ihn geblendet. Ich habe ihn geblendet. Ich habe rückwärts geschaut. Aber ich habe Angst, ich vertraue dir nicht. Ich habe dir schon oft vertraut und das war es. Junge. Mit meinem Leben danach. Jetzt hast du mir einmal nicht vertraut. Du stirbst. Oh, lol. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Gerade durch die Wand gefahren. Okay, hier bin ich falsch. Das ist schon mal gut. Weiß ich nicht. Warte mal. Digga, ich habe eine richtig geile Idee. Hey, hey, Digga. Komm her. Komm hierher. Komm hierher. Komm hierher. Komm, komm. Hinter dir? Spass. Gonte. Nein. Er rennt wieder in seinen Raum. Ich glaube, man kann den noch nicht rauslocken, oder? Komm zurück, Gonte. Beifuß. Boah, Alter, ist der schnell. Boah, ist der schnell. Scheiße, die Gonte. Oh, fuck. Oh, Gott. Du warst so nah. Du warst so nah. Doch, es ist möglich. Ach, Mann. Okay, alles auf Null. Okay, okay, okay. Wollen wir es mal Gonte? Oh, ein Gonergy. Eine Agierregel. Geil, Alter. Wichtig und richtig, Freunde. Du weißt perfekt, wie man sich ausstattet. Aber wenn es dann in die Praxis geht, zum Überleben, hast du keine Ahnung. Ich bin nur in diesen Strom reingelaufen. Geh kurz den Mandelwasser holen. Hier war doch noch irgendwo eins. Ja, ich weiß ganz genau, wo. Okay, ich gehe schon mal an die Tür. Digga, hier sind sogar zwei Mandelwasser. Drei Mandelwasser. Bring dir eins mit, okay? Hä? Ich bring dir ein Mandelwasser mit, okay? Alter, es sind ja zwei. Drei sogar. Alter, what? Darauf erstmal unser eigener Energy, der bald in die Märkte kommt von Dubai. Aber nur in Dubai gibt es den. Alter, stell dich vor, Digga. Weißt du, was mein Traum wäre? Mach mal Bottle Flip. Warte, ich mach Bottle Flip. Geil, Alter. Bist du ne Fl... Lol, Alter, du hast dir immer gekackt. Ja, natürlich, guck. Warte, ich nehme sie jetzt wieder mit. Weißt du, was mein Traum wäre? Wir beide im Burj Khalifa, ganz oben, jeder ein Apartment. Burj Khalifa. Einfach so ein Burj. Wie heißt das Ding, Digga? Burj Khalifa, Digga, Burj Khalifa. Burj Khalifa, okay? Burj Khalifa. Wir beide, jeder... Das heißt Burj Khalifa. Das war in die Schnauze. Wir beide, jeder ein Apartment und spielen Horrorspiele, ganz oben in Dubai. Spiele lieber als Horrorspiele in Dubai um drei Uhr. In Dubai. Okay, Bro, weiter geht's. Okay, hast du ne Taschenlampe ausgerüstet, überhaupt? Okay. Okay. Alter, der ist hier schon. Öffne die Tür, öffne die... Der ist hier schon? Öffne die Tür, öffne die Tür. Ich öffne die Tür. Da ist noch ein Hund, da ist noch ein Hund. Fuck. Ja, ja, natürlich. Okay, ich mach zu. Okay, okay, der Hund ist da. Du sagst in welchen Raum. Ich leck den Hund ab. Ja, nächster Raum, nächster Raum. Asla, komm her. Du hast keine Angst vor mir. Das Problem ist, wenn er jetzt wegrennt. Ich leck den Hund ab. Ich leck den Hund ab. Du hast keine Angst vor mir. Los, los. Der rennt jetzt gleich weg und dann muss er in die nächste. Ah, fuck. Okay. Schnell, schnell. Mach sie zu, mach sie zu. Ich mach sie zu. Ich mach sie zu. Ich mach sie zu. Okay. Junge, wir zu. Hier ist nichts, okay. Oh Gott. Hier sind hier eigentlich blutige Fußspuren. Fußspuren? Ich hab nie so füßig gesehen, Bro. Weiter, weiter, weiter. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? In der Ecke, in der Ecke. Ist der eine Tür, ne? Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ja, alles gut. Ich blende ihn. Geh weg! Weg! Okay, Digga. Wohin? Okay, geh zur Tür. Okay. Öffnet sie. Warte, ich blende ihn, ich blende ihn. Komm, 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 durch, komm, durch, komm, durch. Ja, ich bin durch, ich mach zu. Ich mach zu, ich mach zu. Okay. Hier ist der nächste Hund. Okay. Ich geh rein. Okay, ja. Wo lang müssen wir? So startet er so gegen die Wand. Hallo, Bruder. Komm, vielleicht können wir ihn einfach. Okay, nee, können wir nicht. Können wir nicht. Warte mal. Ah, nee, okay. Ich dachte, er wäre verbar. Wohin gehen wir? Das weiß ich nicht, wo es von hier weiter geht. Wenn wir auf den Fußspuren mal... Ja, ja. Warte, lass einen raunen nach den anderen. Ich mach den Raum wieder zu. Er ist abgehauen. Wo ist der Hund? Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst, Digga. Da waren wir noch nicht, glaub ich. Hier. Hier waren wir noch nie. Sicher? Glaube ich. Nee. Sicher? Ah! Wo? 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 Inm Ecke. Im Ecke. Im Ecke. Im Ecke. Geh nicht zu iran. Ich kann nichts machen! Ich will sterben! Ich will sterben! Ich will sterben! Nein, nein, nein! Sascha, Sascha, Sascha! Höh? Wohin rennst du? Okay, komm hier rein. Okay, komm hier rein! Ich hab' zugemacht? Das sei doch noch nicht schlimm. Okay, okay, das ist keine gute Idee. Okay, das war echt schlimm. Komm rein. Ich komm rein. Warte mal ganz kurz. Warte, ganz, ganz kurz. Das hat mir jetzt gerade ein bisschen... Aber du hast ja gar nichts erlebt. Ich stand doch nebendran, hallo? Ja, okay. Achtung, der Hund ist wahrscheinlich hier lang geraten. Ich war hinter uns. Ich mach die Tür mal hier zu. Hier ist ein Stromkast. Wir müssen irgendwie hier rein. Aber wie? Ich weiß es nicht. Warum muss man für Horrorspiele schlau sein? Oh, da hinten war ein Hund. Da hinten war ein Hund, wo du gerade in die Richtung schaust. Niemals. Da war ein Hund. Safe, da waren Beine. Da waren zwei Beine. Sicher? Ja, ich glaub ganz am Ende des Gangs. Ja. Was war in dem Raum, wo du hier aufgemacht hast? Das war nur ein versteckiges Raum. Ja, ganz sicher. Hier ist auch ein versteckiges Raum. Ganz in der Ecke war ein Hund. Ich schau hinter uns, okay? Er kommt da, er kommt da. Okay, okay, okay. Ich tu ihn weglocken. Okay, ich glaub dreimal braucht's, ne? Okay, Digga, jetzt hau ab. Hau ab. Okay, lass sie rein, lass sie rein. Oh, scheiße, nur ein versteckiges Raum. Okay, vielleicht lassen wir raus. Oh, er ist wieder da. Ja, er ist wieder da, er ist immer noch da. Komm raus, komm bitte raus. Komm bitte raus. Komm raus. Sascha, Sascha. Sascha. Ja, okay. Okay, komm vielleicht nicht raus. Okay, komm jetzt raus. Komm raus, komm raus. Komm, wir müssen... Ich guck mal. Ich hab Angst, dass in der anderen... Okay, das nur... Ah! Ah! Nein! Sascha! Alter! Okay, es macht dir keinen Sinn. Aber wie kommen wir hier weiter? Nein, ist einfach nur... Hier, ist hier was... Nein, das sind alles nur Versteckiges Räume, ne? Ja, und hier ist diese Tür, wo wir öffnen müssen. Also das heißt, hier macht's keinen Sinn. Lass mal hier hin. Ja, aber wir kommen ja aus dem Raum, wo wir jetzt gerade reingehen. Was ist hier? Wir sind nur durch diese Tür gegangen. Was ist, wenn er gleich wiederkommt? Komm her, komm her. Stell dir vor, ich werde jetzt hier zerfetzt. Nein, bitte nicht. Okay. Das heißt, auf Deutsch... Hier in dem Raum waren wir. Hier waren wir. Hier, wo die Tür offen ist, kommen wir raus, tatsächlich. Also ganz... Ich war wahnsinnig! Ich war verrückt! Scheiße! Ich bin verrückt! Ich auch, Digga. Alter, hab ich mich erschrockt. Oh, Alter, hab ich mich auch erschrockt. Oh, Junge! Okay, geil, Digga. Ich trinke gleich zwei. Ja, ich auch. Okay, wir müssen taktisch rangehen. Was ist das hier? Nee, da ist nix. Das haben wir aufgemacht. Jetzt, da waren wir schon. Das heißt... Lass mal alle Türen hier öffnen. Oh, ich hab hier was, Digga. Ich hab einen Sicherungskasten gefunden. Ah, ja, ja. Ist der schon gemacht oder nicht? Nee, der ist noch nicht gemacht. Ach, das müssen wir nochmal machen. Oder ist jetzt dieser Raum auf? Lass doch mal kurz zu dem Hund da hinten und gucken, ob dieser eine Raum offen ist. Warte, warte, ganz kurz. Ja? Ich schau hier, weil hier war... Okay, ich mach das schnell alleine. Wieso gehst du da hin? Weil ich gedacht... Okay, hat nix gebracht. Er kommt. Da ist ein Hund. Ich mach ihn weg. Wo? Wo? Alles gut, alles gut, Freund. Freund. Ich mach ihn weg. Ich seh dein Licht, Digga. So süß. Ich bin... Dieser Geräusch, Digga, Alter. Der Hund. Okay. Das heißt... Hier waren wir überall. Dann müssen wir jetzt hier lang. Wir müssen hier rein. Ja, theoretisch, ja. Aber da ging's auch nicht weiter. Doch, das sind noch ein paar Steckdosen. Also so Dinger. Ich schau in die andere Richtung. Leuchtest du nach vorne? Ja, okay. Hier ist wieder nur ein Raum. Hier was zum Öffnen. Wieso ist das... Nix. Hallo? Linken Hund? Du Hund. Hier ist was zum Öffnen. Hier ist überhaupt ein Raum zum Öffnen. Ich mach die Tür zu. Oh, hier sind zwei. Ah, nee. Das sind beide keine. Zwei Stück, ah, nee. Das sind beide keine, Alter. Aber hier muss doch was sein, Digga. Das ist so ein Raum. Hier muss was sein. Oh. Was ist das? Ah, hier ist... Als ob hier nichts ist. Nee, hier ist nix. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Vielleicht zum Verstecken wieder mal. Alter, waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Oder komm. Doch, da waren wir. Nee, nee, nee. Da waren wir auch schon mal. Hier ist was. Was willst du sagen? Da ist auch ein Gate. Da ist auch ein Gate. Wo? Glaube ich. In dem Raum, den wir da gerade gesehen haben. Um die Ecke links müsste ein Gate sein. Wenn ich mich recht... Ja, du hast recht, Digga. Alter. Da ist noch so ein rotes... Ah, jetzt sind... Ah, Digga. Guck mal. Soll ich's machen? Wir sind jetzt auf dieser Seite, wo ich gesagt hab, hier müssen wir hin. Das ist die Seite, ja. Ah. Ich mach's schnell, ich mach's schnell, okay? Okay, ja, ja, safe. Und dann können wir zum Anfang zurück vielleicht, oder? Haben wir dann alles? Grün? Der kann nix machen, der kann nix machen. Da hinten ist er. Du kannst nix machen, ne? Der bleibt einfach stehen. So, let's rennt er weg. Wahrscheinlich rennt er jetzt in unsere Richtung. Hast du deine Taschenlampe noch ausgerüstet? Ja, ja, klar. Das heißt, wir müssen zurück. Eigentlich schon, ja. Hier ist auch nichts. Nee. Wir müssen zurück. Wir müssen uns beeilen, Digga. Ich hab nur... Ja? Meine Hälfte ist schon weg von meiner Angst. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Bei mir auch. Müssen wir ganz am Anfang zurück, oder? Guck mal, hier. Ah, auch nichts. Ja? Das macht ja sonst alles keinen Sinn. Oh, Alter, hab ich Angst gerade. Hier kamen wir ganz... Oh, Alter. Äh, hier... Hier kamen wir... Ja. Ganz am Anfang her. Da ist der Hund in der Ecke. Lass zurück, oder? Also lass da lang. Wo sollen wir denn sonst hin? Sascha, wo bist du? Hier hinten. Der Hund ist da. Wieso ist die Tür hier offen? Schnell, schnell. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich leuchte ihn an. Okay, ich bin schon weiter gegangen. Wieso ist die Tür offen? Digga! Wieso bist du weit... Wo bist du? Ich bin... Er kommt zu dir, er kommt zu dir! Komm, komm, komm! Ich renne, ich renne, ich renne! Ich mach zu, ich mach zu! Okay, weiter? Okay, warte, warte, warte. Komm, weiter. Geht's hier noch? Ich blende ihn. Lauf du zur nächsten Tür. Lauf zur nächsten Tür. Aber nicht in den Strom, ganz. Die Tür ist offen. Okay, jetzt hau ab. War hier nicht auch irgendwo ein Hund? Machst du zu? Ganz am Anfang. Oh, fuck. Ja, ist zu. Warte. Junge, jetzt hört's schon krass an, gell? Ja. Haben wir jetzt am Anfang das... An jeden Zuschauer. Ich fordere euch auch auf, schreibt uns krasse Horrorspiele in die Kommentare. Oder falls ihr welche programmieren könnt, programmiert uns das geilste Koop-Horror-Game. Horrorspiel. Ist alles grün, oder? Ah, nee. Eins fehlt noch. Was? Eins fehlt noch. Digga, wir haben's gleich geschafft. Aber wo? Wir haben aber auch keine Insanity mehr, ist das Problem. Wenn wir jetzt nochmal dahin rennen... Wir müssen, Digga. Wir haben was übersehen. Scheiße. Aber wo? Das muss dort sein, irgendwo. In irgendeiner Tür haben wir noch eins vergessen. Ja, ja. Dort hast... Du hast zwei angeschaltet, oder? Ja, noch eins fehlt. Ganz am Ende. Ja, aber... Aber wo? Aber wo, Digga? Wir waren doch überall drin, dachte ich. Alles. Wieder rein, ja. Oder hier ist nichts. Doch, oder? Nee. Na, ich denke mal, das sind Kassen. Unsere Insanity... Scheiße. Scheiße, ich will sterben. Nein, bitte nicht. Nein, nein, alles gut. Ich glaube, ich weiß, wo lang, Bro. Warte, bleib du da. Ist hier noch eine Tür? Ich habe hier vorhin noch eine Tür gesehen, glaube ich. Hier. Ja, ich komme. Ah, hier ist nichts. Oder? Fuck. Fuck. Ah, hier hast du doch den Hund versucht reinzulocken, oder? Ja. Ist hier noch was? Hier ist nur ein Hund. Hier ist nur ein Hund. Auch noch ein Hund. Auch noch ein Hund. Jetzt haben wir zwei Hunde. Ja, keine Angst. Ich mache das. Okay. Also hier... Und hier ist auch nichts. Nochmal hier gucken. Nee, hier ist wirklich nichts. Nee, habe ich auch gesehen. Gonte! Scheiße. Öffne die Tür, Leon, bitte. Wo wir hin müssen. Warte, hier ist auch noch eine Tür. Echt? Hier, komm zu mir. Ich habe es. Wo? Wo? Wo bist du? Ich bin hier in der Ecke. Ich bin hier in der Ecke. Oh mein Gott, Digga. Nein, ich werde insane. Hier, nimm. Scheiße, ich werde sterben. Ich werde sterben. Warte, ich mache es. Oh, scheiße. Ich auch. Du musst es. Du musst es nehmen. Ich mache das Rätsel, okay? Auf die Schnelle. Nimm du es. Wenn ich sterbe. Nein, nein, nimm du es. Ich habe das Rätsel. Und wir müssen zum Anfang zurück. Ganz schnell jetzt. Komm. Warte, ich habe keine Taschenkappe ausgerüstet. Komm her, Hund. Ich gehe drauf, damit Sascha es überleben kann. Wohin muss ich denn? Welche Tür? Du musst einfach weiter durch die Tür, durch die Tür. Welche Tür? Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Welche Tür? Ich bin tot. Mein Spiel ist abgestützt. Du schaffst es, Sascha. Du schaffst es. Mein Spiel ist abgestürzt. Ja, egal. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Mein Spaß. Mein Spaß, Alter. Bro, kannst du jetzt nicht sehen, was ich hier mache? Nein. Wie komme ich zurück an den Anfang, Digga? Ich bin so lost. Ja, es ist offen. Es ist offen, Digga. Ich gehe weiter. Okay. Eine Tür. Nice, 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 nice. Sehr schön. Oh mein Gott, Digga. Ich bin jetzt in irgendeinem Hausgang Level geschafft. Nice. Alter, sehr schön. Boah, zum Glück. Aber wie knapp. Oh mein Gott, Digga. Jetzt. Oh mein Gott, Digga. Nein. Was? Ich bin in irgendeinem Gebäude. Guck mal, wo wir sind. Alter. Hallo. Hi. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Jetzt habe ich alles verloren. Außer ich habe dich wieder. Ja. Geil, Alter. Weiß nicht aus. Oh, ich wollte eine Roomtour machen. 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 Spaß, sorry. Ja? Okay, mach. Roomtour und Busht-Khalifa. Wir sind gerade auf 200 Meter Höhe. Jetzt sind wir auf 10 Meter Höhe. Achso, so schnell ging das? Alter, Krass, Digga. Ich bin ganz oben. Alter, Alter, Alter. So was fühle ich. Ich nicht so. Alter, what? Mit Blitz und so, hä? Boah, scheiße, der Regen. Hallo? Das ist gerade echt. So was feiere ich. Null, Alter. Also ich... Ich mache mir das zu trinken. Okay, willst du auch was? Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Hauptsache scary, oder? Ja, nimm einfach die Tourne mit. Ja. Alter, wird das genaht. Alter! Digga, ist das normal? Was? Dass es so laut blitzt. Also, dass es so heftig ist einfach. So ein heftiges Unwetter. Achso, so die ganze Zeit, meinst du? Wir haben halt kein Material mehr. Alter, das meint ihr laut. Ist es bei dir echt nicht so laut? Es geht, es geht eigentlich. Ja, das ist doch gut, Digga. Das ist ein bisschen leise. Boah, okay, doch, ist schon... Ja, okay. Das ist unser Meeting-Raum. Und hier ist der Massagetisch. Ja, setz dich. Achso. Nein, hier, der da. Achso. Massieren nicht, Digga. Okay, lass mal weiter. Okay, weird. Man hat keine Taschenlampe und so mehr, gell? Wieso sind hier so viele Türen? Lol, hier ist eine Taschenlampe. Achso. Und wo ist meine? Hallo? Warte, Digga. Es ist ja... Oh, lol, ich habe zwei. Einfach rausziehen. Hier, Bro. Dann kackst du sie aus. Danke, Digga. Aber es ist ja relativ fehl, Digga. Wieso sind hier so Kratzer an der Wand? Wie kann ich das aktivieren? Alter, ist so laut. Digga, ich dachte gerade, da läuft jemand. Bro, wie mache ich die Taschenlampe an, bitte? Einfach in die linke Hand. Es geht nicht. Und nehmen und klicken. Es geht nicht. Links klicken. Es geht nicht. Ah, jetzt. Main Hand. Okay. Alter, jetzt in Seiten. Seiten auf dem Händiger. In Seiten. Mach doch nicht über den Seat zu. Ich kann den Saft sogar nehmen. Gib dir einen temporären Geschwindigkeitsboost. Digga, hier geht es auf jeden Fall weiter. Feier ich. Was war das für ein Geräusch? Ist hier was? Weiß ich nicht. Hast du es gehört? Ja. Hat doch gerade was Bumm gemacht, oder? Ja. Ja. Sascha, ich habe Angst. Ich habe Angst. Hast du das? Ich habe sehr, ich habe sehr große Angst. Ich habe sehr. Was ist das? Sascha meinten. Okay, Digga. Ich mag das nicht, dass überall Türen offen sind. Lass sie offen. Dann wissen wir, da waren wir schon. Da kann überall was rauskommen, Sascha. Komm mal zu mir. Beruhig dich. Alles gut. Ich bin immer bei dir. Ich habe Angst vor offenen Türen. Google mal, hast du so eine Kranke? Bro, guck mal in real life in deinem Raum. Ja. Sind die Türen zu? Wieso sind die Türen offen? Okay, Bro, komm mal mit. Was ist mit der Tür ganz am Ende hier? Da haben wir noch nicht reingeschaut. Komm, wir gehen erst mal hier lang. Und machen hier zu. So auf ganz locker. Guck mal, hier kann vielleicht was rein. Ich will das gar nicht wissen. Okay, jetzt pass auf. Oh, ein weitläufig alter. Das ist miesig. Das gefällt mir gar nicht. Lass noch mal in die andere Tür reinschauen. Komm noch mal zurück, Sascha, bitte. Alter, das sind hier viele. Digga, was ist das? Guck mal, wie viele Räume. Müssen wir die jetzt alle abklappern? Klappern. Sascha, 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 Sascha. Komm bitte. Boah, fuck. Wo bist du? Was war das? Ich bin wieder zurückgegangen. Versuch, mich zu finden. Nein. Ich bin im großen Raum. Sascha, ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Schau mal kurz in die Tür rein. Hier hinten. Hallo. Okay. Sind die jetzt alle? Lass noch mal diesen einen. Wieso bist du still? Boah, dieses... Knacken, gell? Dieses Kacken, Digga. Ja, lass uns diesen einen. Lass uns das kurz zumachen. Ja, weil ich... Wenn das jetzt auch ein weiter Weg ist... Wieso knacken? Das sind die Türen. Ja, ja. Das ist dir noch nicht aufgefallen. Nee. Mach mal den Raum auf. Hab ich, hab ich. Das sind noch mehr Räume. Da sind auch noch mehr Räume. Ja, ja. Ich hab keine Angst. Hallo. Hände hoch. Kommen wir nach Polizei. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Das sind richtig viele Räume, Alter. Boah, Alter, ich wag das nicht, dass so ein dünner Gang ist. Ich glaub, ich hab echt Angst vor Türen oder so. Komm jetzt hier rein. Kann das sein. Okay, die Türen sind zu. Ich brauch jetzt deine... Bleib einfach hier. Die sind abgeschlossen. Ich bleib hier in der Ecke. Ich bleib hier in der Ecke. Soll ich es links oder rechts? Links. Okay, da ist nur ein kleiner Raum mit Wasser oder Saft. Mit deinem Saft. Was? Okay. Was? Hallo! Okay, hier ist niemand. Ja, Polizei. Die zwei Türen bei mir sind abgeschlossen, sagst du? Ja. Nach oben. Okay, Bro, hier geht's weiter. Komm zu mir. Komm zu mir. Hier, hier. Hier. Du, hierher. Komm einfach hierher, Digga. Es ist einfach nur ein Gang, Bruder. Hier. Hier. Boah, ich mag das gar nicht, wie das alles aussieht. Das sieht richtig geil aus. Digga, ich mag diese Blitze nicht. Ich mag die ganze Atmosphäre, mag ich nicht. Mir gefällt die Atmosphäre gar nicht. Hä? Wir müssen dir wieder einen Code eingeben, wahrscheinlich. Nee, vielleicht kannst du einfach die... Aber ich will doch keine Stühle kaufen. Mandelwasser? Stühle? Ja, guck mal, was sind Stühle? Stühle, du musst mir Bücher kaufen. Ah ja, da kann man tatsächlich was kaufen, Digga. Okay, Bro. Wir brauchen Geld. Okay, lass mal weitergehen. So kann man da was drücken. Ist die zu? Kannst du sie öffnen? Nee. Warum nicht? Okay, das heißt, es ist so... Das heißt, es ist der Endraum, also es ist eine Sackgasse. Hoffentlich. Jetzt geht so die Tür auf, gell? Sascha, wo bist du? Wo bist du lang? Hier. Das heißt, wir müssen in den weitläufigen Gang. Raum, meinst du? Ja. Okay, dann mach ich mal hier die Tür auch zu. Mein Name ist Sascha. Ich komme in Frieden. Alter, hab ich immer richtig Gänsehund. Oh, ja, 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 ja. So, okay, lass mal jede Tür hier abklappen. Wer ist rechts lang? Alter, was ein Killerraum. Warte, ich komme mit dir. Das ist ein geiler Raum. Lass einfach hier wohnen. Da ist Wasser, sehr wichtig. Für was ist Saft eigentlich? Zum schneller Rennen. Zum schnellen Rennen. Warum müssen wir schneller rennen? Weiß ich nicht. Deswegen... Bruder, das feiere ich jetzt gar nicht. Okay, lass sie offen. Lass sie offen. Denkst du, ich feiere... Okay, ich lasse hier auf. Okay, Digga. Ich halte Wache, okay? Die... Die... Directory. Die? Ah, lol, Aufzug. Guck mal. Directory. Er macht immer die Tür zu. Weil ich Angst habe. Ja, ist okay. Was heißt das, Martin Scott? Absol Solisotos Office. Shepard Title Group. Sio Myry Team Consulting. Das sind Firmen. Ich bin weg. Alter, diese Geräusche, Alter. Hier, noch ein Saft. Ich lasse die auf, ne? Hast du gesagt. Nimm du den. Okay. Also, ich habe auch schon einen Saft. Abgeschlossen. Sehr kurios. Ich trinke mal einen Saft. Ich habe nämlich Angst. Okay, Bro. Ich trinke mal einen Saft. Vielleicht beruhigt er mich. Okay, ich trinke auch einen Saft. Nee. Warum soll ich keinen Saft trinken? Weil nur ich der Safttrinker bin. Daumen hoch für den Safttrinker, Freunde. Okay, jetzt habe ich keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr. Lol, bin ich schnell. Alter, okay, abgeschlossen. Jetzt rush ich das Ganze. Zack, zack. Die alle abgeschlossen. 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 Oh, das gefällt mir gar nicht. Abschlossen. Nicht abgeschlossen. Hier ist nur eine Taschenlampe. Weiter. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ah, da. Abgeschlossen. Ich dachte gerade, da wäre was gewesen, Alter. Nur ein Raum. Abgeschlossen. Boah, ich mag gar nicht, dass die Türen offen sind. Ich gucke mich nach hinten um. Ich denke immer, da steht irgendwas. Abgeschlossen. Offen. Oh mein Gott, Digga. Warum geht man auf die Straße, Mann? Hä, das macht gar keinen Sinn? Wieso ist hier eine Straße? Wissen Sie da hinten? Irgend im Gebäude. Abgeschlossen. Okay, lass, dann müssen wir wieder auf die Straße, oder? Ja. Ja. Geh. Ey, Digga, nein. Was? Geh du mal da raus. Du gehst vor. Sowas hasse ich. Geh bitte mal da raus. Guck dir das an. Oh, nein. Oh nein. Bro, das mache ich nicht. Was? Du gehst vor, du musst vor, sonst spiele ich das Spiel nie wieder. Alter, Jungs, was ihr mir hier antut, das finde ich sogar schlimm. Okay, wir rennen jetzt beide raus. Komm. Wohin? Links oder rechts? Hallo? Hallo? Ah! Ah, es geht einfach weiter. Wow, wie dumm. Oh. Jetzt sind wir wieder hier, Digga. Kennst du es noch? Nein, nein. Das war ja gar nicht. Ja, aber sehen wir hier wirklich? Ja, ja, guck. Da geht es zu unserer Zentrale. 37, okay, okay. Digga, das war ja Todeseinfach. Ich weiß gar nicht, warum wir so arg sind. Ja, aber die ganze Atmosphäre halt drumherum, ne? Boah, mein ganzer, mein, ich sag's dir, wie es ist, mein ganzer Körper zittert gerade. Ja, ja. Ich fand das richtig schlimm gerade. Okay, sorry. Ja, vielleicht ist am Computer was Neues. Gate, Excel. Rennen. Hä? Wieso rätseln wir hier immer so ewig lang? Oder müssen wir nochmal, nochmal in das Level rein? Ich glaube, das war wie so ein Savepoint. Hier kann man nichts öffnen, ne. Hier ist nichts mehr, ne. Ich glaube, wir müssten da hin. Vielleicht müssen wir einfach nur zurück ins Level und dann irgendwie an den Anfang. Diese Tür, die nicht geöffnet wurde. Vielleicht kann, geht die jetzt, vielleicht ist jetzt auch irgendjemand hier unterwegs. Sonst ist das ja so sinnlos, oder? Sinnlos? Ja. Sinnlos? Sollen wir versuchen, an den Anfang zurückzugehen? Die ging letztes Mal auch schon auf. Anfangstür war hier. Ich schließe sie mal, weil ich habe Angst. Okay, das ist die Anfangstür. Gehen Türen auf, die vorher nicht aufgingen? Okay, aber meinem Gehirn geht es noch gut. Hier waren, warte, wenn wir hier weitergehen, da war links und rechts, konnte man nicht öffnen, die Türen. Schauen wir mal, ob die jetzt aufgehen. Nee. Immer noch nicht. Wenn wir hier nochmal weitergehen, dann gab es ganz am Ende, also hier links und dann ganz am Ende, die Tür ging gar nicht auf. Ja. Vielleicht geht es jetzt auf. Nee. Hä, also sind wir einfach nur ins Level wieder zurück. Aber hier muss doch irgendwas sein. Okay, jetzt waren wir hier jetzt nichts. Was können wir mit den Automaten machen? Wir konnten mit den Automaten rumdrücken. Wieso? Wo sind die Automaten? Da, wo wir gerade eben waren. Ah. Konnte man alle, mach die Tür bitte hinter dir zu. Alle Automaten konnte man bedienen. Haben wir irgendwo einen Code? Nee. Hier können wir einen 5, 4, 1. Nee, da kann ich nur rumdrücken. Warte mal. Ich weiß, was wir machen müssen. Schau mal, was hier auf den Automaten drauf ist. Ah lol, Digga. Wir müssen zählen, wie viele davon. Oder? Und dann geht diese Tür auf. Okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, hier in dem Raum wahrscheinlich. Okay, warte. Ey, sicher? 100 Prozent, Digga, das wäre... Gib mal ein, zwei Wasserkanisten. Es sind zwei. Oh, ist denn der zweite? Eins, zwei. Vertrauen wir einmal im Leben. Okay, okay. Tut mal zwei. Okay, zwei habe ich gemacht. Bücher. Ist ausgewählt jetzt auch. Oh, geil. Eins, oder ist es ein Bücherstapel, oder ist es... Okay, drei Stühle. Eins, zwei, drei, vier Bücher theoretisch. Ich mache mal vier Bücher und dann können wir immer noch, falls es ein Bücherstapel wäre. Fische, fünf Stück. So. Drei Stühle. Hab ich auch schon. Geht's jetzt auf? Nee. Dann mache ich mal ein Bücherstapel daraus. Ja. Ja. Ja, ja. Oh mein Gott, Digga. Warum machst du das? Guck da nicht rein. Big Brain, Digga. Digga, du bist echt ein Fünftupfalter. Ich wäre da drauf nie gekommen. Bro, stark. Respekt. Ohne Witz, Digga. Das habe ich nur wegen dir, weil du keine Stühle kaufen wolltest. Ich werde das nie vergessen, wie du mich hier rein getrieben hast. Wo wir gleich sterben werden. Digga, das ist heftig. Boah, das gefällt mir echt gar nicht, ne? Hallo, ich komme zu meiner Schild. Wollen wir die Tür hinter uns zu? Da ist ein Mandelwasser, ein Gönner, G. Boah, ja, weißt du das? Weißt du das, der Entfernung sich? Das ist mein Arbeitsplatz. Hier. Mit der Uhr? Nee, mit dem... Digga, guck mal die Uhr an. Welche Uhr? Da oben. Wie schnell die rattert. Lol. Sieht aus wie eine Fliege oder so eine Mücke, Digga. Hier, ich gehe mal an den Computer. Nee, kann ich nicht. Da hinten steht jemand, Digga. Echt? Das hat uns noch nicht gesehen, du dich. Echt jetzt? Ja, ja. Du laberst scheiße. Ja, ich laber auch scheiße. Was habe ich gehört? Irgendein Ding habe ich gehört. Du laberst. Nee, ich laber nicht. Ich laber nämlich keine Scheiße. Laberte! Hallo? Abgeschlossen. Offen. Wie sieht dein Gehirn aus? Gut eigentlich. Digga, ich habe so viel Gunnergy. Du meinst, sieht rund aus. Okay, weiter geht's. Lass dich mal machen. Oh, Bro. Noch Gunnergy. Eine Mikrowave. Nimm du es, Gunnergy. Sieß. Du sollst Gunnergy nehmen. Wie viele hast du? Äh, zwei. Nimm's. Okay, okay. Ich habe drei jetzt. Dann nimmst du das nächste. Hallo? Was ist hier denn? Oh, wieso ist das hier so dunkel? Nimm du das noch. Nimm das auch. Ich mag den Raum gar nicht. Und den Saft? Oder was? Nimm den Saft. Nimm den Saft. Oh, ich glaube, wir kriegen gleich den heftigsten Jumpscan in unserem Leben. Ich glaube auch. Abgeschlossen. Sascha, Sascha. Sei mal ganz kurz, äh, puh. Bisschen runterkommen. Was meinst du? Ah! Digga! Was? Wo bin ich? Was? Achso. Ich weiß. Du Arsch, Alter. Komm mit, komm mit. Ich dachte, du wärst halt irgendwo in den Keller runter... Wie gesagt, kurz geleckt? Okay, hier gibt's ne Tür, die geht weiter. Mir gefällt diese letzte Tür, gefällt mir nicht da im Eck, ne? Komm mal kurz zu mir. Jetzt komm hier rein. Ja? Weil hier ist noch ne Tür. Wir machen jetzt hier zu. Oh. Hä? Mach nicht auf. Alter, ich dachte, die Pflanze wär irgendein Viech. Sascha. Sascha. Sascha, 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 Sascha. Ja. Reset Kamera. 24. Kamera? Soll ich mal da drauf drücken? Nein. Was machst du da, Bruder? Ich warte auf meinem Selbstmütiger. Ich warte auf diesem Zettel, der uns sagt, dass ab jetzt werden wir richtig gebumst. Ah, mit so Viechern und so, ne? Da kann ich mich auch drauf einstellen. Ah, lol, guck mal. Wichtig und richtig. Komm mal hierher. Ja. Hier ist so ein Durchgangsraum. Das heißt, ich guck jetzt mal. Das heißt, die letzte Tür, ja? Ah, das ist einfach ein chilliger Raum. Ein chilliger. Okay. Das heißt, es geht tatsächlich da weiter. Wirklich dort weiter. Wo ich resetten muss. Das heißt, du kommst jetzt hierher. Ich kann die Tür zumachen. Genau. Weil da haben wir alles gemacht. Und ich mach die Tür zu. Und hier mach ich zu. Und jetzt mach ich die hier auf. Und jetzt dich. Warte, 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 bitte. Ich würde nicht den Reset-Kamera-Knopf drücken. Was, Alter? Warum? Ich habe das Gefühl, die Lichter gehen dann aus. Bitte mach das nicht. Nein. Hast du es gehört? Bip. Ich habe nur so ein Beep gehört. Was steht denn da dran? 24 Stunden Video-Survileance. Nein. Tromm. Bombe einfach. Ich folge dir ganz. Warte mal. Da hast du eine Kamera, Digga. Du weißt, was das... Was? Bro, die Kamera sieht mich jetzt. Wenn jetzt ein Monster kommt... Ja. Sie hat dich gesehen, Bruder. Sie hat gerade rot geleuchtet. Die Kamera. Wie, mich? Da hast du eine Kamera. Ja. Soll ich... Mach mal ein Reset? Digga. Soll ich dir sagen, was ich denke? Was denn? Ich denke, da ist jetzt irgend so ein Monster in einem Wachraum, was die Kamera sieht. Und das weiß immer, wo wir sind. Siehst du die Kamera da? Da, an der Decke, Bruder. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ah, jetzt. Sie ist erst jetzt eingespawnt. Hallo! Okay. Zu viele Räume, Digga. Ja, okay. Lass trotzen. Wir müssen also auf Kameras achten. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich sage, es ist, Digga. Aha. Hier. Kommen wir hier. Hier können wir weiter. Hast du das? Ohne, dass die Kamera uns sieht. Nee. Das ist die Kamera. Komm mal hierher. Hörst du das? Leuchtet sie doch nicht an. Achtung! Sie leuchtet rot. Wieso bewegt sie sich nicht mehr? Sie bewegt sich nicht mehr. Jetzt bewegt sie sich wieder. Hier geht es weiter. Okay, da hinten ist noch ein Raum oder wir gehen jetzt hier lang. Was ist mit dem Raum da hinten? Ich weiß es nicht. Was ist das mal hier lang? Die dreht sich nicht ganz hierher, oder? Komm her, bitte. Komm zu mir. Ja, ich habe auch Angst, da hinzugehen. Weil der Gang gefällt mir gar nicht. Digga, das gefällt mir noch. Das ist mein Untergang. Oh, Bücher oder irgendwelche Regale oder was? Sascha, Sascha. Okay, hier ist ein chilliger Raum. Ich warte jetzt hier. Du hast das schon. Lass mich hier rein, bitte. Digga. Das gibt es doch nicht. Boah, ich habe richtig Gänsehaut, gell? Digga. Was hat es mit den Kameras auf sich? Ich mache das jetzt durch. Boah, ich mag das gar nicht jetzt mit dem Ding hier. Okay, ich warte hier. Bericht du mir dann. Komm mal bitte zu mir. Nein. Ich kann das nicht, Sascha. Ich kann das nicht. Komm mal, komm mal hierher. Hier ist so ein Gang. Bleib. Huff. Huff. Komm her, komm her. Komm her. Du hast gesagt bleib. Dann habe ich gesagt Huff. Hier sind Räume, um die Kameras zu umgehen. Das ist der gleiche Raum, oder? Merkst du das nicht? Dieser Raum. Ich höre hier eine Kamera. Ja, da ist eine Kamera. Wir müssen hier Räume umgehen. Die Kameras. Warum? Kameras. Warum müssen wir die Kameras begehen? Ich habe die Spawn bei mir einfach nicht. Ah, da in der Ecke. Da links. Weil wir sonst beobachtet werden, Sascha. Von wem? Von wem? Von dir vielleicht? Ich habe keine Angst. Ich bin da wirklich zu jemand raus, gell. Warst du das? Nein. Hast du das gehört? Was denn? Hast du das gehört? Nein, was? Was denn? Es hat irgendwas gequietscht. Ich schwöre. Komm mal hier rein. Komm mal bitte hier rein. Hier liegt nämlich was. Ah, ein Energierige. Bro, wir laufen drei Räume. Du, mir gefällt das gar nicht. Wir möchten dafür einen Daumen nach oben. Oder nach unten. Hauptsache bewertet. Und einen Kommentar, bitte. Schreib ganz viele Kommentare. Denk immer an die Decke zu schauen. Decke! Da ist eine Kamera. Das sind zwei Kameras, Bruder. Was ist mit dem? Können wir den Raum nutzen, um die zu umgehen? Oder sind da auch Kameras? Hier ist einfach ein Raum mit einer Tür. Hier ist ein Saft. Hier ist noch ein Raum mit einer Tür, Bruder. Hier ist... Musst du mir jetzt hier, Digga? Vielleicht ganz am Ende von diesen Kameras. Ah ja, tatsächlich. Tatsache. Zum Glück hast du mich, Digga. Alter, wir haben es geschafft. Echt jetzt? Ja. Guck mal. Wir haben es geschafft. Warte mal, warte mal. Exit. Dann trau ich noch nicht dem Exit. Das ist ein Brechstand. Ist hier so eine... LOL! Wir können die nehmen. Brecheisen. Okay. Müssen jetzt jemand damit schlagen, oder? Alter! Müssen die Kameras zerstören. Warte mal, oder können wir jetzt Türen damit aufbrechen? Alter! LOL! Sollen wir durch den Exit gehen, oder dadurch? Ich weiß... Was ist das? Blut auf der... Ich glaube, das ist kein Exit, Digga. Ich glaube auch nicht. Doch! Das war's? Hä, Digga, was? Wieso konntest du das durchbrechen, dieses Ding? Digga, wo sind wir jetzt? Alter, was ist das für ein Hotel, Digga? Wollen wir wieder gehen? Guck mal, da ist ein Bild von meinem Vater. Ich... Hier ist ein Knopf drunter. Drück... Aufzug? Das ist doch ein Aufzugsknopf. Wieso hast du den Knopf gedrückt? Was macht der? Ja, aber noch eine viel wichtigere Frage. Warum sind wir überall knappe? Ich drück ihn mal. Bip! Vielleicht fahren wir mit dem ganzen Ding nach oben. Vielleicht ist das ein Riesenaufzug. Bip! Du aktivierst gerade die ganzen Monster. Insekten-Spray! Bip! Hast du alle... Jetzt hast du alle gedrückt, glaube ich. Ich nehme auch einen Insekten-Spray. Bip! Ich glaube, wir müssen uns mehr beeilen, Digga. Der ist wieder aus. Warte, ich mache die ersten zwei hier vorne, okay? Ich glaube, das ist ein Mechanismus, Bruder. Ach, das ist eine Reihenfolge, sagst du? Gibt es hier irgendwelche... Ja, ich bin Profi-Einbrecher. Ich breche die Tür einfach auf. Du kannst die nicht öffnen, die Tür, ne? Nee. Also ist das wieder ein Rätsel? Vielleicht müssen wir die Reihenfolge machen von wegen Alter, also wer am jüngsten aussieht und dann am ältesten. Das kann sein. Weiß ich mein. Was hast du da für Leute? Ich glaube, das ist die jüngste. Das ist safe die jüngste. Der hier ist auch relativ jung, oder? Nimm den, nimm den. Ich nimm den mal. Dann das ist so ein Opa. Die zwei sind recht eh... Ja, der hier ist auch eigentlich so ein Opa. Ich glaube, der hier ist jünger. Okay. Nimm deinen. Der hier? Ja. Oh ja. Digga. Hier sind einfach die Profis. Hä? Hier sind einfach der Schlaue von uns, Digga. Boah, Alter, hat die so lange gegangen. Drei Schlösser. Drei. Also müssen wir drei Schlüssel suchen, also wird uns wieder erst jagen. Jetzt hab ich eh keine Angst mehr. Es schlagt einfach zu. Digga, da ist dieser Zettel, von dem ich die ganze Zeit geredet habe. Ah, scheiße, ja. If you feed them, they will reward you. Wenn du es fütterst, wird es dich belohnen. Also wir müssen hier was hochschicken. Nur nur, Alter. Weißt du, weißt du, was das für ein... Ich schick gar nichts hoch, um es zu will. Weißt du, was das ist? Ja, so ein Essensaufzug, genau. Weißt du, wir müssen Essen suchen. Digga, guck mal. Was ist das? Motten. Wir haben Insekten-Spray. Ja, das sind Motten, oder? Mach mal Insekten... Hast du Insekten-Spray? Soll ich rangehen? Ich mach... Er schlägt einfach mit der... Warte, lass mich das machen mit der Brechstange. Dann siehst du, wie es aussieht. Hä? Was meint ihr? Ich schlag euch kaputt, Digga. Oh, Digga, meine NXZT. Ja, so heißt es. Stimmt, ich nehm auch... Hö, ich werd wahnsinnig. Wir haben was verloren. Ja. Bruder, ich werd wahnsinnig. Das können wir wahrscheinlich hochschicken. Ich werd wahnsinnig. Ja, nimm doch einen Trank. Du hast doch drei oder vier oder fünf. Ich hab nur ein Gürnertchen. Mottengelee. Das klingt nach Essen, was wir da in den Aufzug schicken. Sollen wir es mal probieren? Ja. Also nicht das Mottengelee, sondern... Scheiße, jetzt esse ich es. Dein Ernst? Entschuldigung. Du hast es echt gegessen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Warte, ich kann mal ein Energy-Regel dahin bringen. Mal schauen, was der... Ja, mach mal, ja. LOL, es geht! Jetzt kommt so ein Jumpscare aus dem Aufzug, Alter. Wohin fährt es, Alter? Wie lang fährt es auch? Ja, wo ist der Reward? Was ist das? Da ist was, da ist was. LOL, er hat den Riegel wieder gegeben. Ach so. In den Riegel, Mann! Nee, in den jetzt! In den scheiß Riegel! Mach die Brechstange mit runter, vielleicht steht er auf Metall. Ja, da war noch eine Tür am Ende des Raumes, gell, wo wir gerade waren. Hast du es jetzt verkackt, weil du das gegessen hast eigentlich, oder? Nein, niemals, Alter. Sicher? Sicher. Vielleicht gibt es nur drei Motten-Dinger. Gibt es sowas nicht? Auch ein Mönner-Jean. Mönner. Geht es auch? Zu? Okay. Also müssen wir zurück in den Gang. Geil, Alter. Ich rüste mal die Brechstange aus, weil da fühle ich mich so stark. Ich weiß nicht, was dir eine Brechstange bringt, Digga. Alter, guck mal hier. Was? Wo? Oh. Oh, Digga, hier wird es echt dunkler. Oh, eine Toilette. Oh, scheiße, Alter. Ist jemand auf der Toilette? Das gefällt mir nicht, Sascha. Boah, Alter, was war da gerade so laut? War das draußen? Alles gut, Digga. Alter, so ein mächtiges... So ein bisschen tanzen, das ist der Tanzsaal. Hier geht es einfach hoch. Ja, ja. Welche Geräusche? VIP ist das? Da sind gar keine... Das ist eine Taschenlampe. Ja, ja, viel rausschneiden. Geiler Award. Wieso schlägst du den mit der Brechstange? Hier geht es nicht weiter? Nee. Ich mag dieses Räumeöffnen nicht. Da bin ich kein Fan von. Vielleicht hast du es echt verkackt, weil wir den ersten Gelee hätten schicken müssen. Boah, der ist nämlich gerade erschrocken. Alter, das sieht geil aus. Oh, das sieht gar nicht geil aus, Alter. Alter, das sieht geil aus. Das sind Motten, hier rechts sind Motten. Guck mal. Das sieht doch viel witziger aus. Oh, scheiße. Wo sind Motten? Da sind Motten vor dir. Okay. Mach du das diesmal. Bevor ich es verkacken. Okay. Ich werde verrückt! Dann trink. Okay, ich trinke auch mal. Alter, ich werde richtig verrückt gerade. Machen die Motten einen verrückter, oder? Ich probiere die altbewährte Methode. Okay, nee. Sterbt. Mottengelee. Okay, dann nehme ich den Mottengelee jetzt und ess ihn nicht. Und ess ihn. Lass zurück. Lass zum Aufzug. Um zu sehen, was es bringt. Okay, Bro. Füttern! Fütterungszeit ist angesagt. Mit F dann. Ausrüsten und F. Ja, nice. Wenn du das jetzt nicht isst, Mann, werde ich sauer. Jetzt hören wir so einen Zerfetz. Ja, bitte. Das kommt wieder hoch. Er hat einen Schlüssel, Digga. Oh, nice. Nein, Digga, vielleicht hast du recht. Alter, wir hätten schon zwei. Das ist vielleicht echt verkackt, ne? Kann man, dass man das überhaupt essen kann? Das ist so, Digga. Das macht doch null selbst. Also da waren drei Schlüssel, ne? Vielleicht gibt es auch mehrere Sachen. Ja. Eins ist offen. Wir müssen also in die zweite Ebene, so wie es aussieht, ne? Oder hier. Kein Problem. Oh, Türen, die offen stehen. Warum? Nee, das mag ich nicht. Das ist einfach nichts. Gibt nichts auf. Wir warten auf irgendwas, gell? Ja. Das ist ja, habe ich es jetzt echt verschissen? Da waren wir, am Anfang, da waren wir. Hä? Hä? Hier waren wir überall, ne? Dann müssen wir eigentlich zurück in den Hauptgang. Ich habe auch sich irgendwas öffnen hören, glaube ich. Oh, Digga, ich werde wahnsinnig. Alter, habe ich mich erschrocken, Alter. Ich habe mich gerade erschrocken vor deinem Ohr, Digga. Ich dachte, da steht schon wieder irgendwas, oder so. Boah, das ist Psycho-Horror einfach. Wieso ist die Tür hier offen? Waren wir da schon? Nee, gell? Nee. Nee, nee, nee. Was ist mit Geology? Hallo? Oh, das ist wie Backrooms. Diggga. Lay lalayla. Lay lalayla. Alles gut. Ist das ein Tresor, oder was ist das? Ach nee, das ist alles eine Verarschung. Wir werden hier nur geprankt. Morten! Ja, du hattest vielleicht recht, Diggga. Ich habe es vielleicht verkackt. Ja, wahrscheinlich. Weil es gibt nicht mehr, Morten. Ich kümmere mich um die, okay? Das bringt ja nichts, Bruder. Da sind noch mehr Vielleicht kriegen wir zwei Ja, oh mein Gott, ich nehme eins und esse es Das Spiel hat die Dummheit belohnt Oh ja Komm schnell, kommt jetzt der Part, wo wir verfolgen Alter, wie geil Lass mal nicht weitergehen Komm mal zurück jetzt Was war da? Ich höre was, ich höre was Ich habe was gehört Geht da noch nicht rein, wir haben drei Essen Lass die abgeben Hallo, Sascha Ja, ich komme hier Da ist nichts, ich habe das nicht verhört Ich habe doch schon wieder was gehört, Alter Da bist du das, geradeaus, einfach geradeaus Renn, renn, renn Oh, Alter Arsch Nicht essen Ja Lass mich als erstes rein Ja So ganz langsam, gell? Alter, das wäre Horror ohne Ende, Alter Das wäre krank, Alter Und tut so mit einem Messer rumfuchtel Okay, jetzt lass mich hin Die Frage ist If you feed them Was ist es? If you feed them, they will reward you Wenn du sie feed them, nimm du den Schlüssel Sie, werden sie dich belohnen Ich kann nicht Wahrscheinlich musst du eine Hand frei haben, oder? Oder hast du... Oh, okay Das ist dumm Ja, wahrscheinlich Ich habe alle Rätsel in diesem heutigen Video gelöst Was für dumm Mal mit den nötigen Tipps von... Sanic Alter Oh, ich habe es gelöst Ich kann jetzt wieder zugehen Alter Hallo Wuhu Warte, wir fahren nach unten Da sind die doch, die essen, oder? Sind wir nach oben gefahren? Ja, ja Eins Wir sind immer noch auf Stockwerk 1 Oh, fuck Ist ja Zeit aufzuhören, glaube ich Guck mal Warte, das will ich nur noch sehen Siehst du das? Hier Der Zettel Ein Fragezeichen Verstehe ich nicht Alter, es ist dunkel 2, 2, 1 Das sind irgendwelche Schlösser Leon, hörst du das? Ich habe so ein... Ja Komm, wir laufen noch ein bisschen rum Kannst du mir eins davon abgeben? Ich sterbe sonst Hallo Ja, da liegt es doch Achso Dinger, renn, renn Komm her, komm her Ah, das tut Scheiße 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 Ja, bist du wirklich bereit dazu? Ich will dir heute eine Roomtour zeigen In meinem neuen Apartment Was ich mir gemietet habe Ich bin nämlich gerade hier Oh, in Gruselbay Was Gruselbay? Ach egal, der Wort wird zwar so schlecht Wie Menschen, die unsere Videos nicht liken Ja Guck mal Ja, das... Ja, was ist hier? Ja, erklär es Ich habe es für mich immer noch nicht verstanden Äh, 2, 2, 1 Das sind diese... Also hier sind diese Sachen hier drauf abgebildet, glaube ich Also diese... Wie heißt denn das? Wie in der Schule damals Wo man seine Klamotten reinmacht Wir tun ganz kurz Revue passieren lassen In der letzten Folge sind wir durch so ein Bonzenhaus gelaufen Sind mit einem Fahrstuhl... Haben irgendwas gefüttert im Keller Sind mit einem Fahrstuhl hier hochgekommen Und jetzt sind wir hier Ah! Anleuchten! 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 Ich kann mich erwehren! Hä? Hä? Meine Taschen haben nichts an! Ich kann mich erwehren, Digga Ich habe es ganz vergessen, Alter Ich habe gerade über Angst, Digga Zum Glück habe ich das Video gerade noch geschmitten Sonst würde ich es auch nicht haben Ich habe es nicht hoch Ich habe es nicht vergessen, Digga Dieser Moment Ich habe gar keinen Bock gerade Wo bist du hingerannt? Ich gehe doch gar nicht weg! Komm mal hier, wir gehen in den Zimmer 2, 3, 5 Was ist das hier? Hier ist ein Energieriegel Digga, ist das gruselig Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Komm jetzt hier raus! Ich habe mich verbuggt! Komm raus! Ich komme nicht raus! Da ist der Typ, excuse me! Was? Ach, Achtung, Achtung! Was? Halt die Fresse! Komm jetzt hier raus! Der ist nicht da, oder? Ich komme nicht raus! Alter, spring! Kannst du auch im Real Life keinen Klimmzug Wie willst du dann über die Sofa? Komm hier, ich helfe dir Ja Ah, ich dachte, das hat gerade funktioniert, aber nein Digga, hast du gehört? Excuse me! Excuse me! Wo? Ich gehe in den Aufzug, Digga Ich gehe in den Aufzug Ich bleibe Warte, Alter! Oh mein Gott, Alter! Habt ihr das gesehen? Ich habe es auch gesehen Hoffentlich sieht der mich nicht Digga, ich hatte keine Chance Er geht wieder! Er geht einfach! Jawohl, da ist er Soll wir neu starten? Scheiße, scheiße! Ja, schon Erkunde du mal! Ich glaube, du wirst schnell genug drauf gehen Soll ich? Nein! Doch, doch! Ich gehe jetzt hier rein Und drücke Spiellevel neu starten Nein, so! Nee, du bist ja weg Digga, ist da alt drauf Ich habe keine Taschenlampe mehr Ja, ja, hier gibt es genug Komm mit Wo denn? Hier? Okay, wir machen jetzt folgendes Also ich habe jetzt neu gestartet Nicht, weil ich Angst habe Ja, ja, klar Sondern, weil wir das Digga, das war ja ein Bug Wie können wir Warte, wir haben nie probiert Das zu machen bei ihm, ne? Ausweisen Weil wie sollen wir den sonst abwehren? Stimmt, Digga! Es hieß doch bei dem Zettel, dass man den damit abwehren kann Als ob das geht Weißen sie sich aus Ja, und dann weißt der sich nicht aus Und tötet dich Komm, wir gehen einfach mal hier hin Zum Hund Weil der ist easy Okay, ja, ja Was ist denn dieses Apartment? Ah, was abgeschlossen? Oh, ein Zahlencode 235 Sascha, ich fühle mich hier nicht sicher Hast du? Guck mal hier Ein Zahlenschloss Ja? 235? Ne, das sind vier Zahlen Ich glaube, da auf der Tür steht 235 Kommst du? Lass deine Taschenlampe nicht aus Doch, doch, ist an Komm mal mit Hier rein Abgeschlossen Hast du gerade gehustet? Nein Sicher? Ja Ich weiß es nicht Ich will es doch ehrlich gesagt gar nicht wissen Hier ist schön hell Auch abgeschlossen Hier, hi Guck mal hier, Mandelwater Und ähm Hier Saft Pisse Pisse in der Flache Okay, ich nimm die Nimm hier das Mandelwasser noch Weil du wirst wahrscheinlich länger leben als ich Die Kommentare haben uns Ich will es aber nicht Ja? Okay, es geht auch nicht auf Die Kommentare haben uns einen Tipp gegeben Alles gibt geistliche Gesundheit zurück Digga, da hinten ist der Hund Aber nur ein bisschen Da hinten ist der Hund Da im Gang In der dunklen Ecke Nein, hier bei mir Da, wo ich hingucke Am Gangende ist er Was machen wir jetzt? Wir müssen halt hier lang Wo bist du? Wie sieht deine Gesundheit aus? Wo bist du? Digga, was versteckst du dich? Weil ich Angst habe Okay, jetzt, jetzt komm mit Komm mit Komm mit schnell Er ist nicht da Okay, hier können wir rein Und hier können wir rein Alter, wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Rechts, rechts Okay, ich mach zu Das ist doch ein gemütliches Zimmer Das Badezimmer hat leichte Leichte Das Bad ist nicht so geil Wie sehe ich denn aus? Oh, gar nichts Ich sehe gar nichts Oh mein Gott Was? Du kannst in den Schrank Okay, du weißt, was das bedeutet Ich ahne Böses, Digga Ja, ich bleib hier Bitte komm da raus Guck mal hier Ein Buchstabe, Digga Ich hab, ich hab Da lag ein Zettel Ich hab ihn aufgesammelt Was steht da drauf? Äh, ich hab's nicht lesen können, Digga I oder T Komm mit Warst du das? Nee Verarscht du mich grad? Ich verarsch dich nicht Das hat sich so angehört, als hat jemand eine Tür aufgemacht, oder? Ja, ja Leon, ich find das grad richtig unlustig Ich bin im Schrank Ich glaub, ich bin hier sicher Ich bin jetzt einfach beim Badezimmer Ich bin am Duschen, Digga Ja, lass mal hören Warst du das? Nee Scheiße Alter, was ist das? Das glaub du das ist Das bist du, oder? Das bin ich, Digga Das weiß ich Okay, komm, wir gehen jetzt raus Komm raus Haha, was machst du jetzt? Alter, du Arsch Haha, Spaß, Bro Komm mit Der versteckt sich einfach Komm mit, komm mit Also hier war ein Dusch der Habe Wann mal auf zu laufen? Ja Hörst du euch? Echt? Ich werd verrückt Ich werd verrückt Scheiße Boah, Digga Hier ist es noch schlimmer Das verrückt werden Ich trink ein Energy Gonte Okay, ich trink auch direkt mein Laufwasser Stimmt, das Laufwasser Genau, Freunde Öffnet jetzt euer Laufwasser Ah Hallo Kann man dich eigentlich abonnieren? Ja Auf YouTube Geil Der gegenüberliegende Raum war noch Ne? Da hinten ist der Hund Komm einfach hier rein Komm schnell hier rein Ich bin drin, ich bin drin Mach zu Nice, ist zu Okay, genau dasselbe Nee, hier fehlt ein Stuhl Hier stand im anderen Raum ein Stuhl Dieser eine Typ Der einfach auf den Sachen Hä? Was? Ich bin unter dem Bett Ich bin unter dem Bett, Digga Was? Wo bist du? Ja, ich seh dich Hi Hä, wieso bist du unter dem Bett? Ich seh dich nicht Jetzt hier Drück mal aufs Bett Drück mal F aufs Bett Ach lol, okay Du siehst jetzt meine Füße Ah ja Deine Füße Aber warum können wir uns verstecken? Das find ich nicht so geil Das find ich auch nicht so geil Das heißt, wir können diesen Dude nicht abwehren Diesen Excuse me, weißt du? Ich glaube, es geht nicht Okay, Bro, ich geh weiter Wir sollten es mal probieren Ich geh weiter Oh, Alter, hab ich mich grad erschrocken Hallo Von dort kommen wir doch, oder nicht? Nee, komm, schnell, schnell, schnell Okay, wo lang? Der Hund ist da hin Dann lass dich da Ich hab keine Lampe ausgerüstet Fällt mir grad so einfach mal auf Ja, das ist ja Was? Wo? Komm hier rein, komm hier rein Komm hier rein, komm hier rein Scheiße Scheiße Ist zu, ist zu, ist gut, alles gut Alles gut Ich bin im Schrank, ich bin im Schrank Ich höre ihn, ich höre ihn doch Kann er die Tür aufbrechen? Kann er die Tür? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht Ich komm nicht in den Schrank Guck mal hier, O Also T und O Oder Null Tot Ich sammle das jetzt auch mal ein Ja Und lass uns direkt weiter Ist der Hund nicht da? Nee, nix da Das war ausweisend C, ne? Wo kommen wir her? Hier Hello Hello Leon, Leon, Leon Komm schnell rein, komm schnell rein Versteck dich, versteck dich, versteck dich Versteck dich Versteck dich Nein, ich bin gar nicht da, du Hund Also du bist kein Hund, aber Versteck dich Du bist mitten im Licht Du hast Hello gehört Hey Hörst du das? Komm, ich kann nicht zu dir Hörst du das? Ich bin verloren Was denn? Hörst du ihn? Du hörst ihn auch, oder? Leon, bist du noch da? Ja, ich bin da Wo ist er? Boah, ich dachte gerade, die Tür geht auf Er ist genau hier Ich höre was, ja Ja, er ist hier Nimm noch ein Mandelwasser, Digga Trink das schnell Hey Oh ja, ich höre es Hello Keiner da, Mann Jetzt geh weg Nix, Entschuldigung Kämmt der da? Mach mal dein Licht aus Wahrscheinlich, ja Leuchtet da jemand mit der Taschenlampe? Das war nur ich Ich gucke mal ganz kurz raus Okay Oder wir rennen Wir rennen einfach Wohin? Wir haben jetzt zwei Optionen Ich sag dir jetzt so, wie es ist Dieser Typ ist direkt hier Hinter dieser Wand Nach meinen Berechnungen Wir haben jetzt folgende Möglichkeit Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten Entweder Wir riskieren das hier Ja Oder ich gucke, ob er überhaupt da ist Und mach sofort Du stellst dich hier hin Ja Und machst die Tür dann zu Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn Wir räumen und verstecken uns unter dem Richtig, richtig Was ist die beste Variante? Ich weiß es nicht Schreib das jetzt in die Kommentare Okay, pass mal auf Pass mal auf Gib mir aber Bescheid Er ist nirgends, er ist nirgends Ich höre ihn, ich höre ihn aber Er ist nirgends, komm raus Ich höre nur ein Hey Oder ist das ein Soundbug? Oder, oder? Ich glaube Er ist unter uns oder über uns oder so Oder er ist hier in dem Raum Komm mal raus Ach, in dem einen Der nicht aufgeht Wahrscheinlich am Ende des Raumes Hoffentlich Ich mach jetzt auf, okay? Ich mach jetzt auf Nee, du machst auf Das sind Motten Ja Hast du sie gekillt? Bist es mich? Doch, er ist noch ganz nah Komm mal zu mir Was machst du? Er war die ganze Zeit so Ja, um zu schauen Ob hier irgendwo jemand ist Komm, komm, komm zu mir Renn, renn, renn Was? Ich weiß es nicht Ich check es nicht Ich gehe hier rein Okay Ich gehe in den Schrank Geh du unter das Bett Komm raus, Digga Geh doch unter das Bett Nee, nee Er kann nicht durch Türen Das ist schon mal klar Warum? Die stand offen, die Tür Welche Tür? Die du da mit den Motten Ja, nein, ich hab sie aufgemacht Ja Aber wo ist der? Deswegen sag ich ja, der kann ja da durch Soll ich dir sagen, was ich glaube? Was denn? Ich glaube, der ist einfach unter uns Und kann das orten Weil hier ist nichts Komm mal zu mir Ich glaube, wir wurden einfach gescannt Wo bist du? Hier, inne Ich werd verrückt, Digga Alter, wie schnell werd ich verrückt? Bro, ich brauch dringend Mandelwasser Wir müssen sofort weiter Bist du das? Ich bin Ah, okay Komm weiter Das gefällt mir nicht Okay, hier ein weiterer Brief Ich hab ihn einfach mal genommen Ich auch nicht Weiter, nächster Raum Weil ich sterbe gleich, Leon Das geht hier richtig Ja, und dann? Deine Atmung Hier ist ein Auto Ah, nee, das ist eine Couch Das sah aus wie ein Lamborghini Von ganz weit Digga Wir haben was gewonnen Gehst du in den anderen Raum Hier ist alles nichts Ich bin gleich tot Ich hab fast gar nichts mehr Okay Da hinten ist der Typ Da hinten ist der Typ, Digga Ich mach hier zu Was? Ich bin tot Ich bin tot Leon, viel Glück Da hinten patrouilliert der Typ Links im Gang Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Bruder Ab hier wird das Gameplay wieder sehr langsam Was soll ich denn machen? Soll ich es probieren mit C? Ja, okay Geh mal raus Der patrouilliert hier links, oder was? Guck mal I Wie geht's deinem Gehirn? Oh, auch nicht gut Egal Okay, dann try es Dann try es Mit C? Ja Links, sagst du Er ist da lang gelaufen bei der Couch Sei vorsichtig Hello Wo lang? Links oder rechts? Die rechts Rechts Ich werde hinter dich gucken Keine Angst Hinten ist alles clean Scheiße, ich werde verrückt Ich werde verrückt Okay, dann such ihn schnell Such ihn, der ist da nicht drin Such ihn Ja, aber ich versuche Mandelwasser zu suchen Ich glaube, hier gibt es kein Mandelwasser Und im Schrank auch nicht, Digga Du bist so ein Schwärzer Also jetzt links Ja Jetzt links Ja Schaust hinter mir Ja, ja Mein Herz, Digga Ich höre es in meinem Hals pochen Mach schnell, mach schnell Hab keine Angst Mandelwasser, Mandelwasser Nimm's Trink, trink Schnell, schnell Oh, Alter, ich bin dran Und da ist noch Pipi Da im Regal Nimm's jetzt Trink, trink, trink Oh Hast du getrunken? Mein Lieblingsgetränk Hast du getrunken? Ah, man sieht's gar nicht, dass du's trinkst Ich dachte schon, wieso stehst du einfach nur rum, Digga Hier ist ein Energieriegel Ja, scheiße, jetzt gehe ich gleich nicht drauf Sondern ich muss einfach nur weitermachen Nimm den Energieriegel Jetzt schon? Nee Okay, wenn du das sagst Ich weiß es nicht, Bruder Okay, geh mal raus Scheiß Motten, Alter Wo weiter, links, oder? Rechts Ich höre doch was, oder? Nee, nee Rechts lang Ja Oh, Mann, Alter Oh, Scheiße Alter, ich höre doch was Nee Alter, was? Sorry, Alter Damit hab selbst ich nicht gerechnet, Alter Tut mir wirklich leid Oh, Scheiße Bruder, ich will hier nicht sein Ich höre doch was Nee Ich hab keine Taschenlampe mehr Du hast jetzt die einzige Nee, komm mit Also hier sind wir letztes Mal nicht lang, ne? Ja, aber ich glaub Guck Das ist ein Rundgang wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube auch Du hast keine Taschenlampe? Warum nicht? Nein Warte, ich such dir einen Lieb Wenn der Hund kommt, musst du ihn anleuchten Sonst bin ich tot Ja, hier liegt noch Gönner, G Das kannst du nehmen Stark, nimm du's mit Nimm du's mit Okay, dann hab ich schon zwei Achso, ja, okay Wo sind hier Taschenlampen? Am Anfang lag halt eine, ne? Die hast du jetzt, oder? Warum hast du dich nicht ausgewiesen? Ja, ich wusste doch nicht, dass er direkt vor der Tür steht Ich dachte, da wär was gewesen Ich hör was Nee, ich hab die Tür hier geöffnet Ich hör aber ein Okay, hier ist richtig viel Mandelwasser Hier ist ne Taschenlampe auch Nice, Digga Alter, ist hier viel Du hast zwei Mandelwasser? Ja, guck mal, hier sind drei in dem Raum Alter, das ist gut Hier, ich nehm noch eins Ja Jetzt hab ich drei Mandelwasser Okay, Bro Also hier steht auch noch eins Ja, eben Und hier auch noch Ah, nee, das hab ich genommen Okay, Bro, lass nicht lang hier unsere Zeit vergeuden Vergeudet nicht lange eure Zeit Und drückt jetzt auf Abonnieren Ja, Mann Boah, Bro Hast du das grad gehört? Nein Ich hab was gehört, ja? Wo lang? Nirgends Was machen wir, wenn... Da hinten ist er Komm rein, komm rein, komm rein Scheiße, ich bin woanders hingerannt Okay, ich hab die Tür zu... Oh mein Gott Ich bin zum Anfang Das ist der Hund Der Hund ist bei mir Okay, er ist vor meiner Tür Sicher? Ja Boah, der Hund, der Hund, der Hund Ich kann nicht weiter weg Fuck, was ist vor deiner Tür? Alter Boah, Scheiße Oder es gibt... Er war bei mir Er war bei mir, er war bei mir Es waren beide bei mir Wo bist du? Ich hab die erste Animation von dem einen Typ Ich bin zum Anfang gerannt Geh nicht da lang, wo du grad hinschaust Da lang musst du Und zwar schnell Da, Alter, da war ein Gericht Ja, Mann Ich schwöre, Alter Boah, fuck, Alter Ich hab's gesehen, Bro Nee, ich glaub, du lügst Nee, nee, nee Ich hab das ganz sicher gesehen Ich schau hinter dir, okay? Okay, ich renne jetzt hier durch Ich hustle Bitte schaff es Hustle, Puff Bitte schaff es Die Frage ist, was? Mach zu, Dinger Wieso machst du nie zu? Hier, K K Ich vertraue dir, dass du hinten guckst Ich schau hinter dir, ja Okay K Ein leeres Blatt Siehst du da was drauf? Nee, ich seh da nix drauf Okay, wo lang? Ich hab die Orientierung Weiter links, weiter links Da geht's weiter Ich schau hinter dich Nichts Boah, ich bin grad richtig angespannt T L L Will Leon Nichts mehr Ich hab was gehört, gerade, glaub ich Oder so, kann das sein? Kann leider nicht um die Ecke schauen Okay, nee, nee Es ist hier so dunkel in der... Ja, ja Was mach ich jetzt? Du musst zurück Ah, da gibt's keinen weiter Ja, ich will da aber nicht zurück Das ist verständlich Boah, ich werd wahnsinnig Alter Trink, trink, trink Du hast genug, du hast genug Du kannst auf Zeit spielen, theoretisch Weil du hast genug Sachen Will ich das? Weiß ich nicht, Bruder Weißt du, was passiert ist? Ich muss sterben, Mann Was ist passiert? Der Hund kam auf mich zugerannt Ja Dann von hinter mir kam aber der Typ Okay Dann kam erst die Animation von dem Typen Und dann noch der Hund Und dann der Hund Weißt du der? Nee, nee, da ist niemand Soll ich da hinrennen? Wieso rennen? Mach langsam, Digga Hinter dir kann ja jetzt nix mehr sein, eigentlich Soll ich trotzdem hinter dir schauen? Ich schau hinter dir Bin der, der mit dem Baum Der Ja, sing dir irgendwelche beruhigende Lieder, Sascha Soll ich was singen für dich? Hände hoch Hände hoch Wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Weiß ich nicht Geil Hier ist diese Couch Ich hab nur hinter dich geschaut Okay War ich hier schon? Ja Hier ist alles offen, oder? Das sind Räume, wo du dich verstecken könntest, theoretisch Sehe ich da vorne irgendwas? Ah, ich höre Ah, das ist der Anfangsruhe Weißt du, hier bist du eigentlich falsch, oder? Du musst bei der anderen Abzweigung rein Ich schau weiterhin hinter dich Ich hab immer die Bilder im Auge behalten Hier, gell? Ja, ich glaub, hier musst du rein, ne? Oh ja, oh ja Gut, Leon Ich schau hinter dich Ich schau hinter dich Das machst du sehr gut Okay, okay, okay Nichts? Zettel Nichts? Ich vertraue dir, gell? Ich vertraue dir, gell? Ich vertraue dir, Digga Ich vertraue dir, Digga Du machst es gut Sicher? Ja Ich weiß es nicht Oh, uh Hier ist der Zettel Haben wir jetzt alle? Sascha und Leon Wie viele Zettel hast du? Das steht nirgends Das ist das Witzige Oder Unwitzige Das ist nicht so witzig, tatsächlich Oh, Digga Findet ihr das witzig? Witzig LP Lärkt da was offen? Ich guck gleich nochmal Scheiße Geh weg, geh weg Hä? Ist das ein Bug? Warte, vielleicht ist er eh Irgendwo dran Da ist er Da ist er, ja Lolololo 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 Digga Jetzt läuft er gleich in deine Richtung Geh nicht zu nah dran Zu nah Wandel Hier warst du schon drin? Wandelwasser Oh, stark, Alter Trink gerade mal eins Ja Ich hab nämlich gar keins mehr Ach was? Ja, alles schon weg Oh, nice Hier ist auch noch ein Saft Ich find's gut, dass wir es jetzt so nennen Die Sache ist, er ist jetzt links Er könnte jetzt patrouillieren Und direkt vor der Tür wieder stehen Das ist meine größte Angst Wie kommen wir ins Anfangsgebiet zurück? Weil ich glaub, du hast genug Zeug Geh da nicht lang, oder? Oh, ja, ich hab's gesehen Ich hab's leider gesehen Okay, hier, oh Oh Oh, das sind das Nee KL Klo einfach KL Klo? Okay, jetzt wird's Haft Oh, Haft Baba Haft Ich bin weiterhin hinter dich Also da, wo du dich nicht hindrehst Schau ich Okay, Digga, hier waren wir noch nie Da ist ein Dings, nice Noch eins Stark Jetzt kommt nämlich so ne Kurve, Digga Hier waren wir noch nie Ja Ich trink doch noch eins Alter, Alter, ja, trink Scheiße, Alter Wenn du Zeit brauchst, nimm dir die Zeit Du hast deine Taschenlampe noch nicht ausgerüstet, glaub ich Ja, muss recht Boah, Alter Da vorne, erst vorne, erst vorne Mach zu, mach zu Was geht nicht? Was geht nicht? Scheiße Du hast, du hast irgendein Mandelwasser in die Hand genommen Nee, ich hab meine Kreditkarte gezeigt Also diese Karte Beweisen sie sich aus Und dann ging die Tut mir so leid, Alter Ich sterbe aber immer so dumm Ja, also jetzt hat sie es nicht riskiert Mit dem, dem Mandelwasser Wo, wo müssen wir denn den Code Oder wo müssen wir das eintragen? Ich schau nochmal den Zettel an Das heißt, ich muss jetzt auch alles wieder neu suchen Hey Wahrscheinlich Leon, was? Hello? Leon, 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 da hinten ist der da Ja, ja Renn, 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 renn Oh ja, renn Okay, okay Ich kann nicht rein Die ist abgeschlossen, die ist abgeschlossen Scheiße, die ist auch tot Ich bin tot, Mann Da ist der Hund Ich renn voll dem Hund Oh, oh mein Gott Oh mein Gott, Digga Was? Ich hab's geschafft, Bro Er ist vor meiner Tür Okay, er geht jetzt wieder Ich glaub, er kommt zu dir Fuck Alter, Digga, das war so knapp Ich dachte, er kommt hier rein Alter Ich seh nicht Das ist das schlimmste Level Da ist der Hund Da ist der Hund Ich hab keine Taschenlampe Hab ich schon erwähnt, dass das das schlimmste Level ist? Bitte sieh mich nicht Bitte sieh mich nicht Bitte siezen sie mich Es laufen halt zwei rum, Alter Geil Kleid Leon will abgeholt werden Okay, Bro Ich bin jetzt Da hinten ist der Hund Hund kommt zu mir Kleid Leon will abgeholt werden Wo bist denn du? Ich bin jetzt schon in einem ganz anderen Startgebiet Startgebiet, Digga Ich bin schon wieder da bei den Ich kann halt nicht zu dir Weil der Hund da ist, meinst du? Ja Warte, ich drehe eine Runde Ich drehe eine Runde Oh, Digga Wir müssen alle Zettel wieder sammeln Uuh Ja, echt Alter Ach nein Das ist fucked up Können wir nicht den Code irgendwo eingeben? Schreib dir mal auf Uuh Okay, ich schreib mir auf Warte Arschloch Ich hab keine Angst Echt dich? Ja, doch Ich habe U aufgeschrieben K Hab ich gefunden Okay UK Scheiße, er ist da Wer? Der Dude Okay, wichtig Er läuft aber an mir vorbei Gut zu wissen Jetzt bleibt er stehen Wieso bleibt er stehen? Okay, du siehst ihn aber Das heißt, ich kann ja weitermachen Wenn er sich jetzt umdreht Dann sieht Fuck, er dreht sich um Okay P Leon P UK UK Ich kann grad nicht UK I Nee L UK UK PL Er steht noch vor mir Er steht noch bei mir Er geht Schreib's auf Startgebiet PL UKPL Okay, ich bin wieder fertig mit diesem Gang Weil vielleicht müssen wir es dann nicht mehr suchen Weißt? Er steht nicht mehr vor mir Ja Das wäre halt geil Weil ich glaub, es sind die gleichen Buchstaben, oder? Ja, ich glaub auch L hatten wir auf jeden Fall O Oder 0 O Oder 0 Ja, ich mach mal O Der Typ ist nicht mehr bei mir, glaub ich Ich glaub, ich bin beim Startgebiet in der Nähe Wo bist du jetzt? Auch beim Startgebiet in der Nähe Ich bin vom Aufzug rechts so gesehen Aber ich weiß nicht, ob das dir was bringt Du bringst mir nichts UKPL UKPL Scheiß, ich werd verrückt Oh mein Gott, Bro Dieser Dude rennt mir hinterher Scheiße Ich bin beim Aufzug, wo bist du? Geil Bist du das? Okay, renn Ich bin das Renn, lauf weiter Links Nee, lauf weiter Und geh in die nächste Tür rein Was wo? Irgendwo, irgendwo Du wirst Geht nicht Mach auf Geht nicht Renn, renn, renn Scheiße Scheiße Komm rein, komm rein Scheiße, scheiße Alter, ich hab jetzt zugemacht Ich hab's geschafft Ich hab's auch geschafft Ich bin auch irgendwo drin Okay, der ist direkt Ich hab alles, was du brauchst Wo bist du? Okay, ich warte kurz Ich bin in der Ich werd gleich rausgehen Was heißt gleich? Komm zu mir Also wirklich Komm, renn rein Ganz hinten im Gang Hallo Ich mach zu Hier, nimm, nimm Hier liegt's Hier, hier Okay, ja Scheiße Trink, trink, trink Trink, trink, trink Trink, trink, trink Trink, ja Nein Ich bin tot, wieso bin ich tot? Was, Digga Einfach explodiert vor meinen Augen Hä, ich hab doch getrunken Diese Silvesterexplosion Eine Leg Das Problem ist, jetzt steht er vor deiner Tür wahrscheinlich Ja, ja, der war grad eben auch da, leider Warte einfach länger Ist jetzt das Mandelwasser auch weg Oder konntest du wieder aufheben? Es ist weg Du hast es getrunken Ah, ist nicht irgendwo da Nee Hä, ich hab's getrunken und bin trotzdem draufgegangen Wie unfair Das Leben ist manchmal unfair Ja, ich hab hier noch einen Snack So einen Riegel Okay Nimm den mal Dann kannst du länger rennen Ich kann eh unendlich rennen Wieso schon wieder? Dann such ich weiter die Zettel Okay, so geh ich eigentlich jedes Mal drauf Hier ist nichts Wir haben UK, PL und O Vielleicht sind das schon alle Zettel Da ist er Renn, renn, renn Mach zu, mach zu Geh unter das Bett am besten Wenn's dich beruhigt, dann mach ich das Okay, gut Willst du so dein Leben leben? Ja Immer voller Angst unter diesen Betten Da kann mich niemand holen, Alter Sicher? Nee Nicht sicher Kann ich irgendwie durch die Wand schauen? Nee Die Frage ist, ist er jetzt hier links wieder lang? Oder ist er... Ich schau hinter dir, okay? Okay Ich höre Motten Ah, nice Nimm das direkt vielleicht, oder? Ja, du hast recht Gönner G Von Gonte Gönner G von Gonte Okay, Bro Siehst du ihn? Da ist er Achso, ich hab hinter dich geschaut Ich hab auf die rechte Seite Ja, dein Fuß leistet Nicht nur sein Fuß, Digga Wieso? Weil ich's Muster lang Muster vor Hier waren wir noch nicht Und hier diese Tür, hast du gesagt Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Ameno Jetzt muss ich Skill beweisen Digga, ja Das ist heftig, Digga Hier kannst du dich nicht verstecken Digga Ich wollte nur wissen, wo lang er läuft Ich verarscht Ich wollte nur ganz Okay, okay Du willst den Arsch anschauen, gibst doch zu Wo ist er? Er ist nach links lang gelaufen Da, wo du lang musst, auch Ah ja, okay Ich will was testen Okay, es geht Was geht? Ja, hier rein Du hast gesagt, die Tür ist zu gewesen Aber du hast, ich glaube, doppelt geklickt Scheiße Guck mal Hier ist der Stuhl Warum ist hier ein Stuhl? Keine Ahnung Wie sieht's mit deiner geistlichen... So sieht halt aus Gut Wie sieht's sonst aus? Wie geht's den Kindern? Wie geht's... Hä? Hä? Scheiße Digga, ich hab zugehabt Der hat's durchgeglitscht Ja Geglitscht Aber wo geben wir diese Sachen ein? Oder musst du sie abgeben? Ich hab sie ja nicht im Inventar Die sind einfach weg Guck mal, da steht doch irgendwas mit nem Zettel, ne? Zettel einsetzen Ah Muss ich die dann hier einsetzen? Das sind ja Räume Das weiß ich nicht Das weiß ich nicht Wir haben ja U-K-P-O-L Das kommt hin Dass ich mit den Zetteln wieder hierher muss Und dann sind sie safe Weißt du, wie ich mein? Ja Komm mal mit Hier ist ne Taschenlampe Hier sind zwei Gunner-G's Okay Und da hinten ist dieser Hey-Typ Echt? Ne Die hier geht ja nicht auf Die 270, ne? Digga, renn! Da ist er! Echt? Ich dachte, du bist es Okay Folg mir? Folgst du mir? Da ist der Hund Ich bin direkt hinter dir Komm nach rechts, komm nach rechts Ich bin durch Ich kann nicht weg Weil du mich blockierst Du schaffst es, du schaffst es Ich renne, ich renne, ich renne Ich renne, ich renne, ich renne Ich renne, ich renne Ich glaub an dich Ich kann hier nicht durch Du kannst die Tür einfach hinter dir zumachen Wo bin ich? Du bist in der Tür Du glitschst Alter, der ist zwei Millimeter hinter dir Scheiße Keine Angst, keine Angst Links lang Da war das Face im Gesicht Links lang Ja, egal Du machst es gut, Bro Du bist schneller als er Wichtig Rechts lang Ich glaub, jetzt kommt gleich eine Sackgasse Ja, und zwar Rechts lang Anfangsgebiet Okay Jetzt vertrau mir Lauf geradeaus Jetzt geh die linke Tür rein Und mach sofort zu Mach zu, mach zu Ich hab keine Zeit, so zu machen Bei dir hat's letztes Mal nicht funktioniert Wie er da raus Eigentlich ist der ganz nett Oh Jetzt nimm dieses O Und geh da wieder hin Zum Anfangsgebiet Und guck, welche Nummer die Tür hat Welche Raumnummer Ist er weg? Oder Ja, er ist nach rechts gelaufen Da, wo du hin Mach so Mach ganz kurz so Ich nehme das Jetzt mach die Tür wieder auf Guck dir die Raumnummer an Wieso hast du eigentlich so glück? Alter, du bist echt arm Alter So läuft er genau dann, wenn ich die Tür aufmache, da vorne dran rum Ist er im Raum oder wo ist er? Ich bin unterm Bett gerade Er ist nicht reingekommen Du kannst raus Sicher Ja, du siehst ja die Füße Okay, warte noch ein bisschen Jetzt? Okay Warte noch kurz Zehn bis zehn Eins Eins Zwei Nee Eins Drei Vier Fünf Sechs Sieben Ach, neunzehn Du kannst jetzt rauskommen, Monster Echt? Okay, mal schauen Ich guck nach links Okay, links ist links Hier muss ich hin, ne? Was war die Raumnummer? Nur zur Info Zwei Null Zwei Okay, jetzt wird's interessant Haben wir das Du schaust hinter mich? Ja, alles clean Wo geht's zum Anfangsgewicht? Äh, nein, nein, nein Da, grad da lang Einfach hier lang Ah ja Du kannst auch sprinten Okay, jetzt zwei Null Zwei Gibt's das? Ja, tatsächlich Oben links Ah! Ah, da ist ein Eingesetzt So müssen wir das machen Okay, weißt du, was wir jetzt machen können? Entweder du lässt dich jetzt töten Dann wissen wir, dass es gesaved ist Ist es gesaved dann? Ich hoff's Dann wissen wir's Das wäre natürlich nicht schlecht zu wissen Willst du dich töten lassen? Hol mich Ja, okay Traust du dich? Nee Oder du sammelst zwei Draftwerfen Ah! Fuck, Alter Fuck, Alter Renn in ihn rein Renn in ihn rein Ah! Komm, renn Renn in ihn rein Renn in ihn rein Renn in ihn rein Nein Es hat definitiv nicht funktioniert Mit dem Ausweisen Weißen sie Also Hallo Ja Ja Es ist zu sogar Guck mal hier eine Null Guck mal unten, hä? Das O Aber die 202 ist jetzt Ah, das sind immer verschiedene Raumnummern Aber okay Wichtig Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Müssen wir noch finden Warte, lass mich mal schauen Ob wir das dann 6 Äh Was? 1, 2, 3, 4, 5 Okay Wir hatten U-K-P-L-O Hatten wir Ich hab keine Taschen Hast du ne Taschenlampe? Ah Hier Jetzt hab ich eine Fuck, jetzt trinke ich hier einfach was Random Ich hab keine Taschenlampe mal wieder Ich werd dir alles klären Ich komm mit dir mit Ich komm mit dir mit Ja Vertraust du mir? Halbwegs Nimm die Taschenlampe hier Okay, gut Da ist der Hund Okay, er ist abgebogen Das heißt, wir machen jetzt alles easy Ich geh hier Ja, und ich geh Perfekt Hier ist nichts Okay, bei mir auch nicht Und lass die Türen offen Offen lassen Ja Dann wissen wir Okay, hier waren wir drin Okay, lass uns weiter Ganz entspannt Da ist der Hund irgendwo, ne? Der ist hier rein Er ist irgendwo dahin Er sieht uns nicht Lass uns weiter Okay Jetzt kann nur noch das Schlimmste Was passieren könnte Wäre der Typ ist hier Ist er aber nicht Wir gehen mal hier zusammen rein Ja Ist doch ein schöner Checkpoint, oder? Ja, ja Um die Folge zu beenden Okay, hier ist rein gar nichts Das heißt, bevor der Hund kommt Gehen wir lieber mal gleich hier lang Hier lang Ein Zettel Das Zettel Sollen wir den zurückbringen? Das ist jetzt ne gute Frage Ist unnötig, glaube ich, oder? Okay Ist hier nicht der Durchgang? Der Doppeldurchgang Hier kommt gleich ein Ende Ja Stimmt Du hast recht Nochmal kurz hier Hier ist ein Nothing Ja, Nothing Ich glaube, hier gehen zweimal durch, ne? Warte 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 Auch nichts Interessant Okay Hier ist ein komplettes Ende Das heißt, wir könnten jetzt zurücklaufen Und das abgeben Und das abgeben Wollen wir das tun? Wollen wir es überleben? Oder wollen wir weiter? Was meinst du? Ich weiß nicht Entscheide du Da ist der Doppeldurchgang Kann das sein? Komm, wir müssen eigentlich eh nur hier lang laufen Ich mach das schnell, okay? Ich bin gleich wieder da Ah, da ist der Hund Der Hund ist da Okay, das ist wohl ein gutes Zeichen Zum Gehen Ja, komm, komm, komm Komm einfach Komm hierher Genau Scheiße, scheiße Der Hund Der Hund Der Hund Ich leucht den an Ja Oh, das hat gerade nicht funktioniert, Alter Er rennt ja dann weg, oder? Ja Ich hoffe, da Was? Hä? Das ging nicht Das hat nicht funktioniert Ich bin tot Ich habe ihn angeleuchtet Aber er hat Er ist einfach weg Er ist einfach auch explodiert Ihr seid gerade einfach beide Ich habe mich beopfert, um ihn zu töten Explodiert Ja Bring es zurück Excuse me Echt jetzt? Nein, nein Das ist irgendwo Ja, hier Jetzt haben wir wenigstens zwei Oh, eine Leiche mitten im Gang Waren sie das? Okay, komm Sascha, du schaffst es Okay, Speedrun wir, oder? Okay, nächster Buchstabe Wie viel waren es? Sechs Stück, ne? Zwei haben wir schon abgegeben Fehlen noch vier Das ist ein Gunnergy? Ja Wie sieht es mit deiner Gesundheit aus? Ich trinke gerade Ah, nice Ein Viertel Ich trinke gerade noch einen Okay, nice Und danach habe ich noch Noch einen Und noch ein Wasser Zum So ein Saft Machst das gut, Sascha Du machst das echt gut Danke, Mann Das ist der Durchgangsraum Das heißt, ich lasse den erstmal offen Und gehe zurück Okay Ja Die Frage ist, ist der Hund jetzt weg? Ich hoffe es Excuse me Scheiße Excuse me Ich habe ihn gesehen Ich frage mich halt, ob das in der Form gehen will Er verfolgt dich immer noch Hello Er ist der, er ist der, er ist der Er steht direkt vorm Schrank Ist der? Ja Ist er weg? Er ist rausgelaufen auf die linken Seite Nach links? Nach links, sehr gut Wenn du so Glück hast wie ich, bist du jetzt gleich tot Okay, da läuft er Du weißt, was das heißt Wer ist jetzt da? Andere Scheiße, ich kann nicht mehr sprinten Ich gehe jetzt direkt zur anderen Seite Okay, nice Oh, ist drin Sehr schön Läuft doch, oder? Denk an deine Taschenlampe, hast du die? Ja Ist ausgerüstet Ah, okay Ich sehe sie nämlich nicht Aber, nein, es geht Läuft doch, oder? Da ist ein Könnergy Ich würde die Türen hinter dir schließen Nee Weil ich will hier sofort wieder raus Und weiter gehen Okay Alter, Alter Du machst das echt gut Hier schließe ich Okay Nichts Da ist der Durchgang, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht Hier waren wir noch nicht Ja Hier ist auch nichts Klar Nice Ich schaue hinter dich, ne? Ja Danke Probier's zumindest So schnell wie du unterwegs bist, Digga Okay Als ob hier nix ist Das heißt, ich gehe zurück jetzt zum Anfang, oder? Du machst die Zettel Warte mal, könnten wir das nicht schlauer lösen auch? Ist das nicht? Auf den, wo Zettel fehlen, werden ja dann Zahlen draufstehen Ja Da müssen wir eigentlich nur nach den Räumen suchen, oder? Nach den Zahlen Finde ich hier richtig? Ja Ja Passiert nix, gell? Klappt's, klappt's nicht F Also hier geht's nicht Ja, okay, nice Wie viel fehlen da noch? Drei Eins, zwei, drei Scheiße Da ist er Der, der Excuse me Er hat mich gesehen Er rennt, er rennt, er rennt Ja Der wird nicht aufhören, es er rennt Er rennt Hast du gehofft, oder was? Ja Weißt du, was meine Theorie ist? Dass auf den, wo noch fehlen Zahlen stehen Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet Dann könntest du eigentlich nach den Raumnummern suchen, um zu sehen, wo die Zettel noch drin sind, oder? Oder ich lauf einfach schnell weiter nach Systemen alle ab, oder? Ja, wenn du es überlebst, natürlich Ich hab beide Gänge im Blick Ich hör irgendwas Von dort kam Boah, Digga Alter Er hat sich versteckt Ich hab's gewacht Alter, okay, okay Er ist hinter dir, er ist hinter dir Er ist hinter dir Aber ich bin schneller, gell? Ja, minimal Okay, jetzt mach ich nämlich das hier Aber zwei Meter oder so Schnell Ganz ruhig, Sascha, ganz ruhig Wie sieht's mit deiner Gesundheit aus? Gut, gut Ich hab grad alles nachgefüllt Okay, sehr schön Gut, oder? Ich hab grad die Hand durch die Tür glitschen sehen Glaubst du, der geht links oder rechts? Ich glaub, der steht noch davor Vertrau mir doch einmal, Digga Okay, rechts lang Okay, erst im Durchgang Kannst du die Tür zumachen und die da einschließen? Nein, Scheiße! Die Idee war aber gut, oder? Ja, Mann Scheiße, nein Alter, das ist das Schwerste, was wir bis jetzt je gemacht haben Alter, das ist überschwierig Wieder keine Taschenlampe Was steht denn hier drauf? 205, 206 und 201 Soll ich weitersuchen, oder wie machen wir's? Würdest du mitkommen, oder auch einfach aufzeigen? Bist du lang eigentlich? Ich bin hier in dem Raum, wo die Taschenlampe ist, wie immer Bist du das? Scheiße, das ist er! Scheiße! Ich öffne dir eine Tür Komm hier rein, komm hier rein Ich hab grad gedacht, du wärst das Ich mach zu, lauf durch Ja, ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein Okay, alles gut Kurz raus, komm Wir müssen 201, 205 und 206 finden Ah, okay Die Räume Das hab ich grad nachgeschaut Die müssten ja in der Nähe sein Da ist 201 Bleib einfach hier Der Hund Auch noch der Hund Bleib Ach, was? Hier runter Okay, 201 direkt gegenüber von uns Okay Da müsste ein Zettel drin sein, wenn meine Theorie stimmt Bleib mal im gegenüberliegenden Raum Ist drin Das heißt, hier müsste in der Nähe auch 205 und 206 sein, oder nicht? Der Typ ist da bei uns in der Bibliothek Der Dicke Ja Okay, er ist ganz weg Excuse me, Typ Kann ich aufmachen, kann ich rauskommen? Ja, okay Okay, das heißt, jetzt fehlt nur noch 205 und 206 Ich bin ganz am Anfang Weiß ich, wo du bist, aber ich gehe 205, 206 Warte auf mich Warte Ich komme Hi Hallo, bist du das? Ja, ja Excuse me Ciao Hier, ich bin's Ah, perfekt, ja Was hast du gesagt? 205? Hier ist 203 Hier ist 221, das heißt, hier ist falsch Wir brauchen 205 und 206 Hier in den Gang, wahrscheinlich Ja Hier ist 203 Ja Jetzt musst du ja hier, die zwei, oder? Ne, 275, 204, 285, okay Dann müssen wir hier, komm hier Oh, zu 205 Nice, ich mach zu Lass direkt weiter Da war einer? Wo? War ein Zettel, oder was? Ja, ja, ja Okay, wir brauchen nur noch einen 207 206 206 Nice, okay Uh, hab alles Komm, komm mit, folgt mir Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit True, Alter Und ich mach hier zu Lass ruhig offen, Digga Lass die Türen offen, damit wir hier immer Flucht Die Durchgangstür Ja, okay, gut Jetzt nach links Dann kann sie nur von einer Seite, bitte Nein Er ist da Er ist da Hast du was offen gelassen? Ich geh hier rein Ich hab's geschafft, hab's geschafft Ich bin auch irgendwo drin Ich bin auch irgendwo drin Alter, war das knapp, Digga Das ist ein Saft und ein Liegel Der Typ ist vor meiner Tür Okay Ja? Ist er noch vor deiner Tür? Weiß ich nicht, weiß ich nicht Jetzt weiß ich es nicht Ich warte jetzt einfach ganz kurz Wir haben's gleich geschafft, Leon Ja, ja, ja Soll ich schauen, weil du Ich bin draußen Da hinten ist er Er läuft da Wir verfolgen ihn Siehst du ihn? Siehst du ihn? Ich seh ihn jetzt, ja Schlecht leuchten Nein, ich werd wahnsinnig Ich werd wahnsinnig Wahnsinnig Machst du zu? Ich hab zu Okay Ich lass mich mal rauf Er ist direkt vor der Tür Er ist direkt vor der Tür Ach, Digga Hast du was getrunken? Ja Brauchst du auch was? Ne, ne Ich hab gerade eben einen Raum voller Zeugs gesehen Das wird Daniel Was? Was, Bruder? Ich hab grad übelst im Back Okay Es kann doch nicht so schwer sein, Digga Oder? Geh euch vor Also ich muss, Digga Ich hab grad über dem Back Ich muss grad meine Taschenlampe in die Tasche packen Damit ich sie ausrüsten kann Achso Okay, du gehst vor, ja Du hast recht Siehst du ihn? Ne Nice Wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Jetzt schnell, Digga Schnell Geschafft Schau hoch Schau hoch 0, 5, 9, 3, 8 Okay, hier Jetzt können wir hier die Tür öffnen Was, was? 0, 5, 9 Ja? 3, 8 Hä? Das geht nicht, Digga Warte 0 0, 5, 9, 3, 8 0, 5, 9, 3, 8 Wie kann ich das Rad dreh? Ich kann, ich kann nicht 0, 5, 9, 3, 8 0, 5, 9, 3, 8 0, 5, 9, 3, 8 Ich hab ein bisschen Angst, dass es 0, 5 9, 3, 8 So geht das so lange Sascha Ja, ich bin dran, Digga Okay, hab's geknackt Wir können rein Wir haben's geschafft Ich bin, ich bin drin Einfach hoch Digga, das heißt, wir hätten wir einfach die ganze Zeit hochgucken können Stell dir vor Ich glaub, erst dann ist es Erst dann ist es Alter Alter, was ist das hier? Wieso können wir so langsam laufen? Oder? Komm, das Geld Feind der Exe Thermometer Oh Mann 72 Fahrenheit 72 Was ist das? Was heißt das? Keine Ahnung Wollen wir hier weiter machen? Oder wollen wir hier beenden? Ich glaub, das reicht, oder? Ja, okay, Digga Also mir reicht's allemal Das war echt Eigentlich richtig easy Nee Also ich glaub, wir hätten das in 10 Minuten schaffen können Mhm Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Genau eine Stunde Wir haben noch drei Minuten Komm, lass doch ein kurzer Kunde So ein bisschen 72 Fahrenheit Was? Ist das so blutdruck? Nein, das ist wie Celsius Ja In Amerika ist Fahrenheit Okay, hier ändert sich nichts Weisen sie sich aus Okay, ich weise mich aus Meint der Exe Das kann doch nicht so schwer sein Ich hab jetzt immer Schiss, dass der Hund oder das Viech kommt, Digga Wir haben jetzt keine Taschendampe und nichts Ja Das ist nur eine Baustelle Schön hell Hier kann eigentlich nichts zeigen Klar, natürlich Ja, du hast recht Vertraue mir Hast du das Gerät in der Hand? Ja, und du? Ja, ich auch, ja Du siehst nur nicht Ich hab mich glaub komplett verlaufen Ich folg dir einfach Hier ist es heiß 140 Oh, 788 Was? Ich hab Exit gefunden Hier Was ist das denn? Oh, bin wir Oh Was? Guck mal auf Mach mal auf Alter, was? Mach du, mach du, mach du Ich kann nicht, ich kann nicht Ich hab zugemacht Hä? Gehen wir jetzt drauf, weil es zu heiß ist oder Du wirst doch sterben, wenn du da reinkriegst Müssen wir hier durch, oder? Ich weiß nicht Geh mal hier weg Ja, was ist das denn für ein komischer Raum? Wahrscheinlich müssen wir zur heißen Stelle in Dubai Nee, oder? Oder? 788 fahren halt Ich hab noch 140 Ich hab 788 Hä? Das kann doch nicht sein, Digga Du wärst doch tot Jetzt hier 72 Und hier? 788 Loll, bei mir 140 Und so Vielleicht ist deins auf Grat eingestellt Da sind Motten oder so So Wespen, ne? Vielleicht müssen wir noch Insektenspray oder so finden Stimmt Stand da Exit dran an der Tür Nee, nee Guck mal Was ist denn das für ein Ding? Alter, 720 Siehst du das? Eine Botte Das ist eine Motte Die kommt Die schlappt mich dahinten Leon, Leon, die hat mich Leon, ich bin jetzt in dem Raum Sascha! Wo ist sie? In welchem Raum? Die Motte hat mich gerade Ah, fuck! Ich hab irgendwas geöffnet, guck mal hier Was? Kommt sie hier nicht durch? Oh ja Ich werd verrückt, ich werd verrückt Die Motte bringt dich in dieses Nest Da in dem Raum Guck da Geh mal da rein Ja, geh mal da rein Nein, zurück Und grad die Tür Ja, da ist sie Hallo Hä, du Scheiß-Motte Hä, scheiße Sie verfolgt dich Sie verfolgt dich Komm her Ja, es funktioniert Gut Ah, man wehrt sie damit ab, oder was? Ja Hallo Hallo Was ist gut? Da, guck mal Das ist der Anfang Interessant Also hier ist nur eine Motte Und Motten Und Motten Kleine Was geht's in dem Spiel? Nur Motten Okay, hier ist wieder der Hebel Ich kann sie nicht damit töten Die wird nur abgewehrt Hier ist sie drin Komm, Digga Scheiß-Motte, Alter Und was muss ich jetzt machen? Verstehe ich nicht ganz Was steht am Anfang? Nur finde den Oh, ich werd verrückt Ich werd sterben Ich schau, was da steht Schnell! Lass mich nur kurz schauen, was da steht Find die Exit Ich bin tot Hat er, wie hat das Wie schön betont? Ich hab schon so ein Gerät tatsächlich Hast du auch eins? Nee, aber jetzt schon Ich nehm noch eins mit 72F Ja Steht für Das ist mein Porsche 72F 72 Mitgliedschaften Alter Schaften Schaften Leute, geil, Alter Okay Ja, Mann Und ihr könnt jetzt Mitglied werden Bei Sascha und Leon Echt krass, Alter Sofort mach ich das Okay, hier kamen wir letztes Mal nicht weiter Richtig Wir lassen mal wieder kurz Revue passieren In der letzten Folge haben wir diese Villa bestanden und sind jetzt hier und haben ganz kurz Aber nur ganz kurz Und wirklich nur ganz kurz hier geguckt, wie das funktioniert und haben es nicht verstanden, wie das funktioniert Genau Ihr habt Kommentare geschrieben, wie es funktioniert, die wir noch nicht gelesen Genau, okay Aber wir probieren einfach weiter Genau Danke für die Hilfe, gell? Ähm, lass mal zusammenlaufen, ne? Ich kann nicht mehr bestehen Okay Dann kriechen wir jetzt Dann kannst du auch nicht mehr aufstehen Was so? Scheiße Hilfe Okay, was machen wir? Lass einfach mal suchen Das kann doch nicht so schwer sein, Digga Das sind einfach nur Räume mit Motten Ich vermute, dass wir noch nicht alles gesehen haben Wo bist du? Wo bist du? Sascha, wo bist du? Wo bist du? Hä? Wo bist du? Hä? Nein, die Motte Ich hab mich nur umgedreht Du warst nicht da Die Motte Digga Die Motte Die Motte Vielleicht gucken wir auch mal nach oben Ja, vielleicht ist da ein Escape-Raum Was ist da hinten? Ich schau jetzt nur nach oben Wie es aussieht, guck mal auf mich an Hallo, hallo Ist hier oben etwas Was passiert, wenn ich das oben Ich glaub nicht tatsächlich Loll, guck mal Guck mal hier Oh nein Ah, Leon Ah, mach auf Ah, ah Ah, ah Sascha, rennt zu mir, wenn es geht Bist du tot? Ja, die Motte hat mich Guck mal, da ist auf jeden Fall so ein Raum, Digga Schau mal da, dieser rote Tanker Rote Tanker? Ja, links da Ja, waren wir da schon mal? Das hab ich angemacht Kannst du da was anmachen An dem großen Ding? Guck mal, da ist eine Leiter, Digga Kannst du da hochklettern? Ich probier's Nee, geht nicht Geht nicht Kann ich hier was drehen? Nee Kommt die Motte jetzt gleich Was ist das für ein Haus? Ähm, alles klar Die kommen raus! Ah 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 Oh, fuck, kann ich nicht erst rauskriegen Alter Boah Alter Ich hab richtig gezittert gerade Die kam doch letztes Mal nicht raus Das ist ein anderer Gang Da waren noch Larven auf dem Boden Komm mal mit Wir sind einmal woanders langgegangen Keine Ahnung, Bruder Ich will da nicht mehr hin Ich glaub hier, oder? Oder? Nee Keine Ahnung Nee, hier waren wir schon mal Stimmt Hier waren wir schon Aber hier, ist hier noch was? Nee Okay Es bleibt an tatsächlich diesmal War das wichtig? Nee, nee, nee Es bleibt nur eine gewisse Zeit an Guck jetzt wieder aus Wohin läufst du? Jetzt sind wir wieder am Anfang Ja, wohin soll ich da? Ich glaub, wir waren hier Wir waren hier Hier war das Rohr irgendwo Warte Hier war das Rohr, wo man nicht mehr aufstehen kann Genau hier Und du hast gefragt Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bist du? Oder? Nee, das war hier Das war hier Genau hier in dem Eck In dem Eck hab ich mich versteckt So, dann kamst du hier Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah ja, ja, stimmt Hättest du mich hier langgegangen? Okay, ja, ja, ja Schlau, Digga Ja, ja, ja Und dann kam die Motto Und hat uns zerfetzt Echt? War das hier? Nee, nicht hier, oder? Andere Richtung Du hast recht Jetzt falsch Warte, ich komm zurück Sicher? Hallo? Hallo? Gehen Sie vor, bitte Oh ja, oh ja Oder hier war das? Ah ja Ich bin am Ventilator Schau du mal, ob du was findest Also da ist die Motto Die Tür nicht öffnen Ja, ja, ja Wenn du rechts da reinläufst Ist eine Motto Okay, Spaß Nee, ich lauf jetzt nicht rein Aber ich glaub, wir müssen da rein Aber hier ist nix, oder? Ist in dem Raum etwas Oh ja, hier geht's noch weiter Wo die Motto ist, die große Echt? Soll ich herkommen Oh ja, hier geht's weiter, Digga Zweiter Komm mal hier, komm mal hier Ich bin zweiter Ich glaub, das ist wie ein Labyrinth Wo es so verschiedene Wege gibt Ja Guck mal, jetzt kann ich auch hier hoch Hier ist es auch nicht heiß Ah, heißt überall da, wo es heiß ist Ist Gefahr Ah Motten zu sehen, oder? Also hier sind wir eigentlich safe War nicht mal eine Frage Denk ich mal Nee, ist nur eine Aussage Nee, guck mal, hier ist eine Motto Hier ist eine Motto Und hier ist nicht heiß Hier an der Wand Siehst du's? Oh ja, ich seh's Aber vielleicht da drin ist es heiß Hier? Ja Hier würde Hier gibt's ein weiteres Ventil Vielleicht ist das auch richtig Okay, nice Also hier geradeaus, so gesehen Wo bist du? Hier in dem Gang Wo bist du? Ah, geht's hier weiter? Ja Gefällt mir grad nicht Oder laufen wir grad zurück? Nee, ich glaub, wir sind zurückgelaufen Echt? Also ich glaub, aus der Richtung kamen wir aber nicht von genau dort Sicher? Nee Guck mal, die Gänge sind hier so eng Und nee, hier waren wir noch nie Guck mal Ich bin hier in einem weitläufigen... Wo bist du? Ich weiß, ich bin dir nicht mehr gefolgt Warum nicht? Ah, hi Warum folgt ihr uns nicht? Auf YouTube Und ein Like Ihr müsst uns folgen Hier ist ein Ventil, heißt hier ist irgendwo eine Motte Oder kommen wir hier her? Ich glaube eben von... Hier ist eine Motte drin? Alter Hier ist es auch heiß Okay, hier ist wieder kalt Hier ist ein Ventil Ventil? Digga, das ist wirklich ein Labyrinth, ne? Das ist echt ein Labyrinth Aber ich glaub, wir haben's geschafft Äh, echt? Ich glaube nämlich nicht Hier waren wir noch nie Nee, suchen wir einfach mal Okay, hier wird's heiß Aber hier ist auch ein Ventil Da ist eine Motte Direkt an der Wand, oder? Wir müssen, glaub, hier weiter Aber wie... Sie kommt! Mach's Ventil an! Scheiße, bist du tot? Ja Kommt sie? Nee, danke, dass du mich getötet hast Hä? Ich wusste, ich dachte du Da hier ist ein Ventil Mach an! Ist die hier oben? Nee Da liegst du Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da lang zu gehen Klar Soll ich woanders schauen? Oder du gehst kurz mit dem Raum und machst's Oder macht's Ventil einfach jetzt schon an? Kann ich nicht Ah Nice Jetzt, ja, ja Nee, geht nicht Renn, Renn, Renn Scheiße Ventil! Ventil! Wo? Da war kein... Ja, nice, sehr nice Hat's geklappt? Ja, ja Geil, Digga, geil Es ist hier heiß Es ist hier heiß Es ist gar nicht so geil, tatsächlich Echt? Es ist hier heiß? Da ist ein weiteres Ventil Jetzt ist es nicht mehr heiß So? Scheiße Was so gut, Alter Ich mach's mal an Hier ist wieder heiß In dem Raum waren wir da Wo? Ja, guck mal, da ist ein weiterer Tisch Okay Was liegt da? Das sind weitere Thermometer Vielleicht haben wir Ein Checkpoint erreicht Das kann sein Dann nimm lieber mal so ein Thermostat Noch Dass der Checkpoint aktiviert wird Ah, true Vielleicht Thermostat Thermometer, Digga Du weißt, was ich mein Und das ist das Wichtige Ich hab jetzt das neue Thermostat ausgerüstet Okay, interesting Hier sind kleine Modden Ha! Das sind die kleinen Ist was drin? Ne, das sind nur die kleinen Okay, Digga Warte hier Bleib so stehen Also geh weiter an die Tür Ich glaub, da ist eine Motte im nächsten Raum Weiter, 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 weiter Ja Ja, da ist eine Motte Links Aber sehr weit weg Du musst die irgendwie Was mach ich jetzt? Guck mal selber Du kannst, glaub, rein Siehst du sie? Ne Ah, doch, da an der Wand Links Kann ich hier wirklich rein? Probier's mal Ne, sie kommt, sie kommt Ah! Renn, 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 renn Ja, ja, ja Sehr gut, sehr gut Hat's geklappt, hat's geklappt? Ja, ja Bist du wieder Bist du weiter? Ich weiß nicht Was ist das für ein Rohr? Weiß ich nicht Hallo? Oh, geil, Alter Ja, Mann Ja, Freunde Oh, die Show Oh nein, ich werd verrückt Ich werd verrückt Ich werd verrückt Ich werd verrückt Okay, hier ist nichts Aber da kann ich doch jetzt nicht rein Geh nochmal rein Ich muss wohl einen Mangel an Verständ haben Geh da, rechts, rechts, rechts Ja, renn, 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 renn Ja Ah! Das ist der Wasser Renn weiter, renn, 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 gut, gut, gut Ja, nice, Digga Du bist gut, ja, ja Es klappt, hat's geklappt, hat's geklappt Exit! Ja! Ja! Geil, Alter Nice, Alter Wie immer schaffe ich's Oh, das gefällt mir nicht Welchen Weg sollte ich nehmen? Pfann oder Station? Hä? Als ob das wieder das gleiche ist Bin ich zurückgelaufen? Nein, das kann gar nicht sein Wenn wir zurückgelaufen wären, dann wären wir wieder in der Villa Und es gibt keinen Weg mehr zurück Warum guckst du mich so auf? Es gibt keinen Weg mehr zurück Dann gehen wir zum Pfann wieder Leon, gehst du zur Station oder zum Pfann? Gehen wir wieder mal zum Pfann? Alter, ich dachte gerade hinter uns war was Schon wieder, Alter Nee, nee, ist nur vor uns Wenn hier wieder die Spinne ist Dann lasst jetzt ein Like da für Devour Ja, was, wenn hier die Spinne ist Dann sind wir jetzt Oh, Alter, ich dachte, ich hätte ein Gesicht gesehen Ich bin schon wieder so paranoid hier Ja, heute bist du sehr paranoid Ich mag es nicht, so lange Gänge, Alter Überall könnten auch Motten sein, ne? Du bist doch bei mir, ich bin auch lang Und du bist auch, was? Paranoid Parra, hörst du das? Diese Geräusche Hallo, ist hier jemand? Sascha, renn doch nicht weiter Stell dir vor, du hast so deinen ersten Ausbildungstag als Sanitärmann Geh mal in den Keller, ganz hinten Ganz hinten Folgen sie dem Spaßschild Stell dir vor Was würdest du machen? Okay Dann plötzlich gibt es keinen Gang mehr zurück Das geht nicht Ich würde gehen Was ist da vorne? Angenommen, du wüsstest, was hier passiert Stell dir vor, das ist jetzt genau wie beim letzten Mal Würdest du das in real life machen? Nein Wenn du es schaffst, kriegst du aber eine Million Dollar Nein Du weißt doch was Ich sterbe ja Ich sterbe ja, ich bin fett Schon vergessen? Ich kann nicht rennen Lass mich mal durch, man, du Fettsack Alter, siehst du? Würdest du echt nicht? Nein, du schon? Du musst ja nur einen Gang geradeaus rennen und dann nach links rein Und hinter dir rennt halt eine fette Riesenspinne hinterher Die dich tötet Ja Niemals, Alter Diese Geräusche gefallen mir nicht, ne? Sascha Vielleicht ist Fun diesmal der richtige Weg Mhm Sorry, ich hatte gerade Coca-Cola im Mund, Freunde Oh, wie hört es auf? Da ist wieder die Taschenlampe Wenn es wieder Gleich macht, dann wissen wir Bescheid Sascha Ja, und irgendwas ist diesmal anders Ja Oh, Junge, Alter Alter, Alter Was, was, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Alter, Alter, ich habe mich gerade erschrocken Ich habe nichts mehr gesehen und ich dachte, ich wurde gegrabt Weil du das Licht ausgemacht hast Ich bin weg Ja, klar, Alter, einfach die Taschenlampe aus Okay, Digga, lass mal weiter Digga, hör drauf, dich umzudrehen Ich sehe dann gar nichts mehr Ich sehe nichts mehr Ich schaue hinter uns, okay? Da ist ein Ausgang, Digga Nee, ein Licht Okay, Bro, wenn ich rennen sage, dann rennen wir Aber erst wenn ich rennen sage Okay Ich höre was Okay, okay Halt Aufschau nach Gängen, nach rechts Ja, 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 ja Hörst du sie? Ich höre sie Echt? Ist sie weit? Oh, sie kommt Oh, scheiße, scheiße Oh, fuck, fuck, fuck Scheiße, ich höre sie, ich höre sie Ich höre sie, ich höre sie Das ist kein Fun Das ist kein Fun Da, Disco, Disco nicht Hier, hier, hier Ja, Disco, Disco Ja, der Geburtstag von meinem besten Freund Ja, Alter, ja, Mann Ich bin verrückt, ich sterbe Echt? Echt? Ich hab cool Ja Ich hab was leer Mit Wasser Lalalala Nimm dir doch einen Doppelkappen Die Ballonanzahl Die Ballonanzahl zeigt das Geburtsalter von dir Das Geburtsalter Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Macht das überhaupt Sinn, das Geburtsalter Wie alt warst du, als du vier warst? Das Geburtsalter ist immer null, oder nicht? Also sowas, soll ich dir sagen, was ich jetzt sag? Wenn es stimmt, dann will ich wirklich was krasses in den Kommentaren stehen haben Ja Ich glaube, wir werden gleich ein Clown singen True Lalalala Sascha Ja Haha, ich geh rein Trink doch das Wasser Ich hab das doch getrunken Wie, du hast... Ich geh gleich drauf Echt jetzt? Ja, also gleich erst Hier ist noch mehr Wasser Gunnergy, komm hier Soll ich's trinken? Ja, trinken Hä, wieso kommen wir hier nicht durch? Wir müssen hier unten durch Was? Ich hör was, ich hör Stimmen oder so Geh mal weg, Digga Hahaha Jetzt kannst du nicht mehr zurück Alter Lass mich zurück Lass mich bitte zurück Digga Siehst du? Ein Clown Alter genetics Was habe ich gesagt, Damen teils, dass wir was richtig krasses haben Irgendein geiles Kommentar mit Sascha, du bist der krasseste Mensch Bullge Rapper ... das sind doch Stimme Alter, da sind mehrere Nicht rennen ne, hab ich nicht glaub' Die tanzen, oder so Ich glaube wir...pisht Da ist einer, der sieht mich jetzt. Da nimmt mir links. Da ist einer, der sieht mich direkt. Was machen wir jetzt? Ich gehe zurück. Keine Ahnung. Alter, das ist krank. Bruder, wollen wir zurückgehen? Ich mag doch die Spinne lieber. Krankgeil. Wie dein Kopf in deinem... Ja. Okay, Digga, ich riskier jetzt alles. Hey! Ich bin doch nicht. Bin ich hier richtig bei der Geburtstagsparty von Nico? Okay, Bro, warte hier, ich klär das mal. Ja! Oh, fuck! Ich klär das los. Oh, scheiße. Ich bin tot. Aber das war irgend so ein... Ist da ein Luftballon zerplatzt oder so? Nee, die haben mich gesehen. Er sieht mich halt. Aber er rennt nicht. Hat es mit der Musik zu tun? Ja. Kann man die Luftballon zer... Luftballon zerplatzen lassen. Du hast die zerplatzen lassen, oder? Die sind jetzt kaputt. Willst du die wirklich kaputt machen? Ja, das ist umgedreht. Die sind gerade zu dir gerannt, ne? Weißt du das? Ja, weil er mich gesehen hat. Nein! Ich glaube, sie können mich immer... Alle sind zu dir gerannt. Die Luftballons sind kaputt. Die Luftballons sind geplatzt. Oh nein. Hast du es nicht mitbekommen? Ja, ich habe es kaputt gemacht. Bei deinem Tisch, wo du warst. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Ah. Bitte sehr. Da war ein rotes Getränk. Eigentlich möchte ich es gerne haben. Okay. Geh unter den Tisch, oder? Was ist, wenn du sie platzen lässt extra? Dann... Ich glaube... Ich habe es ja platzen gelassen gerade. Ich glaube... Dann drehen sie sich. Dann sind sie kurz verwirrt. Nee, die rennen. Dorthin, wo... Die sind gerannt. Echt? Die haben sich nicht nur gedreht. Nee. Die sind dahin gerannt, wo das Geräusch herkam. Also ich würde aufpassen. Ich trink mal kurz was. Auch in real life, Freunde, trink mal was. Trink Pause. Okay, weiter. Die Musik ist aus. Nee, bei mir ist sie an. Doch. Okay, was labern die, Digga? Sieht der mich? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist beschäftigt mit seiner Party. Guck mal, wie die tanzen, Digga. Achtung, da sind Luftballons. Das ist echt schlimm. Diese Tabellen scheinen nützlich zu sein. Tabellen are tables. Falsch übersetzt. Mach doch sowas nicht. Wieso hast du meinen Geburtstag zerstört jetzt? Nee, von Nico war das der Geburtstag. Vielleicht waren wir auch am falschen Geburtstag. Das kann sein. Jetzt gehen wir zum Geburtstag von Justus. Aber lass dir doch nicht extra platzen, oder? Nein, nein. Keine Angst. Ich mache nichts Dummes. Warte. Okay, Bro, der dreht sich immer noch. Der ist immer noch in der Richtung. Hinter dir sind Luftballons, ne? Okay. Geh wieder zurück. Ich bin unter dem Tisch. Geh weiter weg, weil ich muss da auch hin. Okay, okay. Okay, ja. Es ist hinter dir, es ist hinter dir. Oh, scheiße. Er hat dich, er hat dich. Alter, wie schnell. Wie Spaß. Alter, du Arsch. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kannst du durchlaufen. Rennen. Nee. Warte. Ja, geh mal weiter, 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 weiter. Geh mal weiter vor. Ein bisschen, nur ein bisschen. Okay, der Typ sieht durch. Ah! Ich bin, ich habe es geschafft. Ja, du hast es geschafft, geil. Jetzt kommst du da nicht mehr durch. Jetzt kannst du nämlich an den vorbeisten. Ja, nice. Wo ist Nico? Warum hat Nico so komische Freunde? Siehst du, das ist das Getränk. Wollt es dir mal. Stimmt, das ist das rote Getränk. Du kannst bis zum, kannst schnell rennen. Okay, lass es sein. Nee, der wird mich töten, Alter. Hallo, darf ich mal kurz vorbei? Die Sache ist, sieht mich da jemand? Also, jeder hier kann dich nicht sehen, außer dieser andere. Soll ich die platzen lassen? Okay, mach. Was passiert? Und geh unter den Tisch. Schnell, schnell. Ich bin unter den Tisch. Ja, gut. Jetzt ist der so umgedreht, gell? Nein, okay. Eigentlich würde ich das gerne mit dir zusammen machen. Ich weiß, aber manchmal muss man auch Dinge alleine tun. Wo soll ich denn lang? Du kannst dich nicht immer auf andere verlassen. Hier lang? Verlass dich auf andere und du bist verlassen. Ja, schön. Soll ich da hinten lang? Oder wo lang? Also, wenn du jetzt rechts lang gehst. Ja, geh mal da lang. Achtung, also jetzt da bei dem Tisch ist einer. Also links. Stimmt, ja. Wenn du jetzt weiter gehst. Warte, geh mal weiter an die Wand. Ich guck mal, ob ich seh, was der macht. Ja, der ist umgedreht. Ja, aber hier kann ich ja nicht weiter, oder? Aber die Frage ist, sieht dich der andere, du? Dieser, wo so schräg steht. Der da, der gerade bei mir. Probier's, probier's, probier's. Ich werd verrückt, ich werd verrückt. Alter, der eine wird dich doch sehen. Der schräge, ja. Nicht der schräge, der jetzt. Der steht bei mir andersrum. Also, du meinst der, wo ich direkt vorne dran stehe. Ja, genau. Der wird dich sehen. Muss ich rennen. Soll ich mal probieren zu sneaken oder soll ich rennen? Rennen. Okay, das hat geklappt, gell? Schreien hilft dir, Alter. Hier, schreit zu diesem Tisch dahin. Das sind bestimmt... Scheiße, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein. Nein, weil ich verrückt wurde. Warum wirst du verrückt? Diese Tabellen scheinen nützlich zu sein. Gönner G, Gönner G. Alter, stark. Wasser. Äh, Schokoriegel, nimm du ihn? Och. Geil. Hast du noch einen Schokoriegel? Nimm ihn. Okay, geil. Alter, ich bin unserem Tisch, Digga. Nein, du warst nicht weit genug hinten. Ich will das jetzt mit dir machen. Wollen wir neu starten? Geburtstag von Nico. Geburtstag von Nico. Alter, Alter. Boah, wie zerfetzt du da liegst, Alter. Die Musik ist anders. Ich habe gar keine Musik gerade. Ah, jetzt ist die Musik wieder gleich bei mir. Achtung. Hallo. Tinkel, tinkel, kleiner Stern. Ich glaube, man muss auf der anderen Seite das machen, oder? Oder sind die jetzt umgedreht? Er ist so seitlich gedreht. Ich probiere es. Mach es mal ruhig. Immer noch. Ja, scheiße, dann haben wir es verkackt, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du darfst... Du musst ihn zu dir rennen lassen. Okay, ich probiere es. Du darfst nicht unterm Tisch sein direkt. Hey, hey, hallo. Okay. Hallo. Die sind schneller als wir. Ich glaube, der sieht uns nicht. Komm mal, bleib mal lieber da. Warte, also geh mal ein bisschen. Ja, ich warte. Ja, du kannst kommen. Du kannst kommen. Aber sie können mich immer noch hören, wenn ich zu nahe komme. Es sollte nicht. Bist du rechts an der Wand hier entlang oder an der linken Wand? Ja. Bist du rechts an der Wand entlang? Hier ist Gönner G und da ist so ein Getränk, aber egal jetzt. Lass einfach weiter. Ja. Wie sieht es deiner Gesundheit aus? Ich habe noch die Hälfte. Ich trinke mal so einen Schnellrennen-Sach. Ja, ich habe nicht ganz. Ich habe mehr als die Hälfte. Und ich habe noch einen Gönner G in der Hand. Hier mussten wir sie auch zu uns rennen lassen, oder? Oder, nee, warte. Ja. Steht der schräg? Der Typ links jetzt? Nee. Wo können wir eigentlich vorbei, ne? Doch. Der steht schräg. So wie er vorhin stand. Steht der. Stand der wirklich so? Ja? Sicher? Ja. Ach so. Oder stand der weiter noch schräger? Hier ist ein Gönner G. Ja, aber da ist doch der Typ, der dich anschaut. Ja, true. Da müssen wir gar nicht langen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Komm mal zurück zu mir. Ja. Und lass mal unter diesem Tisch. Lass mal die Luftballons gleich hier platzen und geh unter den Tisch. Passt du mir da überhaupt beide drunter? Nee. Versuch mal. Nee, der wird dich holen, ne? Obwohl. Weißt du. Soll ich mal so bleiben? Wie geht's dir? Was jetzt? Ja, jetzt steht der ein bisschen anders da. Ja, true. Okay. Davor stand er so schräg, ne? Also jetzt können wir auf jeden Fall vorbei. Wollen wir rennen, aber? Das hat letztes Mal geklappt, ne? Lass mal vorbei. Okay, ich renne auch. Sorry, ne? Lass mal vorbei. Lass mal vorbei. Zack, weggerannt. Ich muss was trinken, Digga. Ich werde, ja. Ich hab'n Gunnergy. Den trinke ich. Hast du noch was? Nur noch einen Energy-Riegel. Energy-Riegel? Wir müssen noch irgendwo zu einem Speicherpunkt jetzt gleich kommen. Karamell. Da sind sie, Alter. Hier bin ich letztes Mal gestorben, weil ich zu verrückt war. Ja, stimmt. Okay, der ist so gedreht. Da ganz hinten, der könnte uns sehen. Der könnte uns sehen, ne? Wir dürfen hier nicht geradeaus, weil da sind welche gedreht, glaube ich, die uns sehen. Run, run, run. Scheiße. Ich renne ihm hinterher. Scheiße, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er ist die, die, den Gang, ich bin die einfach hinterher gerannt, aber ich bin ihm hinterher gerannt. Von wo kam der, Alter? Ich schau mich um. Da ist niemand. Also doch, da, halt im Gang, ne? Da ist einer, da ist einer. Boah, da war ein Tisch, da war, Alter, da waren zwei, okay? Die beide in die Richtung schauen. Alter, das ist schwer. Kein Gunnergy, nix. Am Anfang, ja. Hä? Jetzt ist ein Gunnergy da. So oft neu starten. Nimm's mit, dann nimm's doch mit. Gunnergy da. Genau, trotzdem beide ohne es zu nehmen. Okay, hast du einen Plan? Hast du vielleicht schon dieses System durchknackt? Ja. Echt? Du gehst jetzt da rüber und lässt diesen, genau. Platz die Ballons unter den Tisch. Nice. Jetzt müssten wir vorbei können. Nee, der guck ich immer noch an. Dann komm zu mir. Alles klar. Ich bin übelst weit unterm Tisch. Ich glaub, der Tisch schützt nicht. Doch, der Tisch schützt. Ich hab's doch auch schon oft gemacht. Ja, wieso, wieso? Bei mir nicht? Holt mich. Holt mich. Du hast nur Angst alleine. Ja, schon. Holt mich. Ich laufe ganz gemütlich. Lauf lieber richtig. Wegen Zeit. Damit du nicht verrückt wirst. Schön. Nice. Gunnergy. Gunnergy. Richtig Carry hier. Ich trink mal einen. Leon, Leon. Wie war das? Hier muss... Der hier musste sich noch ein bisschen drehen, ne? Also ich mach jetzt so und hoffe, dass es geklappt hat. Ja. Da steht es anders, glaub ich, oder? Ja. Alter, ich glaub, wir sind an diesem Level sehr lange dran. Da kommt jemand in seine Hosen an. Wie heute, der Style. Alter. Hose von Schwester geklaut. Wie war es jetzt hier, da hinten durch, ne? Ja, einfach gerade auch. Oder soll ich da lang? Nee, da wirst du sterben. Nur ganz weit hinten war einer, ne? Ja, ich seh ihn. Und wer hat dich jetzt hier geholt? Ich weiß es nicht. Soll ich einfach mal hier links lang? Ja, da bin ich ja lang gegangen. Dann hat mich einer geholt. Ja, aber der kam von hier vorne irgendwo. Scheiße! Renn, 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 renn. Renn und rechts ist ein Tisch. Alter, alter, alter. So, was jetzt? Jetzt gehst du weiter. Hier rechts will ich nicht lang. Musst du oder? Nein, das sind doch zwei... Da sind doch aber zwei... Nee, da vorne konnte ich doch auch durch. Oder ist hier der Weiterweg, denkst du? Mach was du willst. Ja, ich gehe lang. Ist okay. In diesen Ecken sind halt Dinger, ne? Wo links jetzt? Links und ganz hinten. Die schauen beide in meine Richtung. Dann geh dann wieder schnell unterm Tisch. Also die Luftballons platzen lassen. Ah, stimmt, stimmt. Nice. Jetzt sind sie alle ungedreht. Hat's geklappt. Ja. Sicher? Ich sehe es mit meinem Wallhack. Ach so, okay. Kannst du um die Ecke schauen? Ja. Ja, er guckt dich nicht mehr an. Da hinten? Da sind noch ein Ballons und... Da ist aber ein Typ auch. Ist der auch umgedreht? Trink mal was. Trink mal was. Du machst das gut, Digga. Du machst das wirklich gut. Ich bin stolz auf dich. Siehst du dort in der Ecke jemanden? Nee, nimm mal das Getränk. Hab ich. Jetzt geh mal... Ich hab gerade was getrunken, deswegen. Jetzt geh mal unter den Tisch. Ja, aber ich komm von der Seite nicht hin. Ja, ich hab das Gefühl, da... Geh an die Wand. Geh an die Wand vorne. Ja, er guckt dich an. Er guckt dich an. Alter. Aber hier komm ich doch eh nicht weiter, oder? Wo soll hier... Bei dem Typen weiter, oder was? Ich weiß es nicht mehr. Da! Okay, jetzt hat er sich umgedreht. Nice, hat sich umgedreht. Da muss ich doch safe nicht lang. Guck mal, das ist nur eine Wand, da geht es nicht weiter. Ich kann auch bei dem... Ich hab doch geschaut. Ich muss wenn, dann hier lang. Hä, aber mach keinen Sinn. Der schaut auf die... Nee, vielleicht muss ich hier auch gar nicht lang. Vielleicht ist das falsch. Also ganz kurz. Ich versteck mich ganz kurz. Deine Verrücktheit. Deine Verrücktheit. Ja, ich hab noch ein Getränk. Das bringe ich so viel. Aber ist das nicht Speed-Getränk? Ja. Gibt ihr einen temporären Geschwindigkeitsboost? Dann kannst du durchrennen. Durchrennen. Ich trinke das mal und dann kann ich schneller wegrennen gleich. Vielleicht, wenn was kommt. Hallo. Der schaut in die andere Richtung, ne? Der schaut auch in die andere Richtung jetzt. Schaut der zu mir? Nein. Der schaut zu mir. Wer? Der schaut zu mir. Einer schaut zu mir. Wer? Rechts. Rechts um die Ecke. Soll ich rennen? Einfach geradeaus rennen und hoffen und schauen, was da hinten ist, um zu wissen, ob wir da überhaupt langen müssen oder so? Okay, Leon. Ja, renn. Ja. Ich renne. Nice, nice, nice. Links oder rechts? Tisch, 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 Tisch. Renn, 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 Renn. Wieso muss ich das alleine machen? Weil du der Krassere bist. Da ist einer. Da hinten ist auch noch ein Tisch, ne? Da hinten ist einer. Pass auf. Oh ja, der schaut, der ist schräg. Da ist Balance platzend. Da hinten ist auch irgendein. Ja? Stimmt, da ist ein Tisch. Ich lass erst die Balance vielleicht platzend. Okay, das war genug Zeit. Okay, ich vertraue dir jetzt, okay? Ja, du kannst nach links. Okay. Oder nach rechts. Geh nach rechts. Hier lang. Hinter ihm durch. Ja. Weißt du hier irgendjemanden oder irgendwas? Da ist ein Gönner hier auf der anderen Seite. Soll ich da hin? Nee. Soll ich da hinrennen? Nee. Einfach hier weiter, sagst du? Ja, renn da hin. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Ich glaube nicht. Doch, die Musik wird leiser. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, meine Feier. Alter, geil. Ich traue dem Ganzen nicht. Ist das so still? Welche Tür nehmen wir? Welche Tür? Ich werde verrückt. Das sind zwei Türen. Rot oder? Sag du. Lauf doch richtig. Da ist Happy Birthday. Lauf richtig. Dann geh zu Happy Birthday. Geh wieder rein. Happy Birthday. Hallo. Und Energy-Riegel. Ja, ja, ich trinke. Gut, Leon, Alter. Stark. Applaus, Digga. Okay, renn zum Ausgang. Ich nehme noch den Energy-Riegel. Renn in die Dusche. Vielleicht ist es hier auch falsch. So ging es auch groß. Boah, das gefällt mir nicht. Ich laufe einfach ganz gemütlich, okay? Weil ich habe genug Energy-Riegel und anderes Zeug gegessen und getrunken. Dann kriege ich ganz gemütlich. Okay. Wenn du was siehst, gib mir Bescheid, bitte. Oh, das beruhigt mich ja jetzt. Guck mal, du kannst rutschen. Ich will mitspielen. Soll ich mich töten? Rutsch. Wo soll ich denn rutschen? Warte, wo war der Fall? Gelb. Gelb oder grün? Ja. Gelb. Ja, gelb oder grün. Hier. Okay, ich rutsche in gelb. Okay, cool. Kann ich nicht. Spring, spring. Ich versuche es. Geh mal ins Wasser. Kommt so ein Hai einfach. Scheiße. Ich kann zur Röhre. Ich bin in der Röhre. Ja, nice. Sehr nice. Schaust du mir noch zu? Ich bin selber hier. Hä? Bist du auch hier? Aber wir sind nicht in so einem ganz langen, ja. Einfach nur Wasser und weiße Wände. Ich zussiere. Sascha, wo bist du? Wo bist du? Alter, wohin hast du uns gebracht? Warum sind wir nicht zusammen? In die Backrooms. Sind wir noch? Ja, du bist bei mir in der Lobby. Also es ist alles cool. Soll ich mal Neustart? Nee, ich glaube, wir müssen uns wieder finden, oder? Wie, wie? Alter! Lauf mal weiter. Jetzt müssen wir durch so ein Wasserlabyrinth, Digga. So schwarz und so. Schau mal. Siehst du es? Also du meinst einfach, wo so dunkle Kacheln sind. Ja, ich bin tot. Wie tot? Ende der MEG-Tape. Wie? Was ist MEG? Jetzt kann ich dir zuschauen. Was ist MEG? Hä? Dieses, dieses, wenn da dieses VHS-Dings kommt. Ich bin einfach gestorben. Vielleicht darf ich nicht ins Wasser oder so. Zu lang. Also da kam kein Monster oder so. Alter, Digga. Alter, okay, so sah es bei mir nicht aus. Nee, nein. Ja, du warst in dem großen Raum hier. Bei mir war es einfach nur, das waren schwarze Kacheln. Also dunkelblaue Kacheln. Komm, da ist doch nix. Okay. Was bist du der Schisser? Hier kann nichts sein. Was ist da rechts? Was ist da rechts? Schau mal, das sieht anders aus. Alter. Ich schau hinter dich, okay? Haha, Blutsch. Warte, so sah es bei mir aus. So. Und dann kam ich zu irgendeinem Gebiet, wo es dunkel war. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Was ist denn das auch? Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh nicht hier hin. Traue nicht dem Spiel. Alter, was ist das? Wieso ist das so ein Riesenbeck? Was habt ihr mit meinem Freund gemacht? Ach. Ach. So Echo, ja. Nee, geh mal da weiter bei dem großen Raum. Da gab es noch andere. Digga, was wartet hier auf uns? Wo bist du gestorben? Keine Ahnung. Schau mal da. Wenn du gerade ausschaut. Ja. Hier sind ganz viele Gänge so mäßig. Guck mal, da ist ein Trip. Wieso ist das rot? Weiß ich nicht. Blut von mir. Sonnenuntergang. Hä? Alter, was sind das für Räume? Das ist halt echt so. Sowas mag ich gar nicht. Da vorne, ganz hinten steht jetzt jemand. Ich glaube, hier habe ich gestartet. Hier? Oder? Nee. Nee, weiß ich nicht, Digga. Also so sah es auf jeden Fall aus, wo ich gestartet habe. Okay, bei mir sah es ganz anders aus. Aber dich hat nichts getötet. Du bist einfach gestorben. Nein, ich bin einfach gestorben. Interessant. Digga, diese Platscher, gell? Ich habe das Gefühl, da läuft was hier hinterher oder so. Da bin ich. Ich glaube, da bin ich rein, ja. Geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Das hast du gerade eben auch gesagt. Nein, geh da nicht rein. Du wirst sterben. Ich bin hier einfach gestorben. Bist du tot? Ja. Bist du wieder da? Bist du wieder da? Du traust mir nie, ne? Nein. Ich bin wieder da, ja? Okay, ich komme jetzt dahin, wo du warst. Wir treffen uns jetzt. Wieso traust du mir eigentlich nicht? Weil du gerade vorher bei dem auch gesagt hast, da bist du gestartet. Und da bist du gar nicht gestartet. Treffen wir uns wirklich da oder soll ich eine andere Route versuchen zu nehmen? Wir treffen uns in einem Labyrinth. Geh nicht dort, wo es dunkel ist. Ja. Ich versuche mich zu finden. Alter, hier ist eine Treppe, die führt nach oben. Einfach das Ende. Ich bin jetzt wo ganz anders. Jetzt soll ich die Treppe mal hochgehen? Das sieht aus wie ein... Ja, ja, schau mal. Ja, Exit. Ich habe es gefunden, Digga. Als ob... Hä? Traust du mir nicht, Freunde? Traut ihr mir? Als ob du spawnst und direkt das Exit hast. Ich bin einen anderen Weg gelaufen. Was muss ich jetzt machen? Ich gehe jetzt auch gerade einen anderen Weg. Exit, ja. Offen. Ja. Ich bin wieder in der Straße, Digga. Und ich? Hallo? Ich kann hier nichts machen. Hallo? Ist hier wer? Oh, das ist, glaube ich, falsches Exit. Ich bin jetzt in so einem Stück Tunnel. Aber irgendwie... Ah, ich glaube, du musst auch herkommen. Ja, ich muss zu dir kommen. Aber das... Kannst du mir irgendein... Ich bin jetzt in diesem Gebiet, wo... Das Labyrinth? Das Labyrinth. Ja. Dann geh ganz nach Süden. Hä? Da, wo ich jetzt bin. Ich darf, wo ich herkomme... Ich weiß es nicht, ob das der Süden ist, den du kennst. Aber war hinter dir so eine... So Stufenwand hinter dir, oder nicht? Oder ja? Eigentlich nicht. Okay. Geh mal ganz an die rechte Bande. Wo bist du jetzt? Rechte Bande. Ich schau mir jetzt alle Gänge an. Ich seh dich hier nicht. Ich bin jetzt ganz an der... Ja, ich hab's gesehen. Komm zurück. Was? Bleib stehen. Stopp. Geh doch mal dahin. Wo? Stopp. Zurück. Hä? Stopp. Hier bin ich. Hier hinten. Wie kannst du mich... Ah, lol. Schräg. Hi. Ich komm zu dir gerannt. Hallo? Bist du auch der Echte? Weiß dich aus. Ja, nice. Das Ding ist, wir werden einfach, glaube ich, nur wieder in diese Dings spawnen. Ich glaub, das ist falsch, oder? Wie ein Checkpoint ist, meinst du? Guck mal. Ja, aber lass es doch mal machen. Okay, vertraust du mir? Ja. Nice. Ich vertraue dir auch. Echt? Ja, hab jetzt vertraust dir. Okay. Ich glaub, wir müssen einen anderen Weg suchen, weil jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube auch. Lass aber trotzdem mal kurz schauen bei diesem Raum, wo wir sonst immer waren. Vielleicht ist bei den Computern auch was anderes. Wir können auch wieder eins machen. Kann ja immer sein. Ja. Ich schau kurz alle Räume an. Und ich schau die Computer an. Nee. Ist da geschlossen? Hier gibt's nichts Neues. Das heißt, wir müssen zurück ins Hallenbad. Oder ich schau nochmal diese Code-Karte an. It hurt you. Okay. Nee, da ist nix Neues. Okay. Zurück ins Hallenbad. Ich komme grad wieder. Ja. Schön ins Hallenbad, Freunde. Jetzt im Winter machen die Hallenbäder wieder auf. Alter, wie das leuchtet. Leuchtet das bei dir auch so? Ja. Okay, gehen wir ins Hallenbad. Wo ist denn das Hallenbad? Ah, hier. 37. Hast du dich hinter der Tür versteckt? Ja, ich bin wieder hier am Anfang. Ja, jetzt treffen wir uns wieder. Warte, ich komm zu dir. Das ist ja ganz easy. Bei mir ist das auch der einzige Gang, wo ich tatsächlich langen kann, ohne zu sterben. Wenn du dieses Jahr schon mal im Hallenbad wart, dann lasst jetzt den Daumen nach oben da. Danke. Okay, ich bin jetzt wieder da. Ah, nee, das ist ein ganz anderer Ort, wo ich bin. Also ich bin jetzt gleich da bei der Treppe. Ah, hier, hi. Wo, hi? Du kommst aus diesem großen Raum, oder nicht? Ich kann dir mal zeigen, wo ich herkomme. Okay, okay. Ich komme aus Frankfurt. Sachsen-Anhalt. Achso. Zeig dir mal meine Stadt. Meine Stadt, mein Bezirk. Schau, da in dem Ex-Bahn. Krass, Alter. Ja, Mann. Wollen wir mal weiter? Ja, lass uns zusammen baden. Okay, Bro. Okay, lass mal dort weiter, wo wir gerade waren. Da gibt's, glaube ich, nix. Das sind nur Wände, soweit ich weiß. Das heißt, das ist der einzige Raum, wo es tatsächlich weitergeht. Dieser große Vier. Da war ich aber schon. Ja, aber du warst in einer Ecke nur. Hier geht's geradeaus, hier geht's nach links, hier geht's nach rechts. Weißt du, ich meine, rechts warst du schon. Hier links warst du noch nicht. Durch den Nebel. Ah, eine Sauna. Das gibt es mega Geld. Wow, what the fuck, Alter. Ich spring runter. Spaß. Guck mal, wie man läuft. So ein Pinguin, Alter. Hä? Geht's hier weiter. Ich glaube, man verreckt. Ja, du bist tot. Ich spring da jetzt rein. Warum? Damit wir weiter zusammen erkunden können, oder? Ja, okay, komm. Siehst du mich? Spring rein! Spring! Turmspringen! Woooo! 580 Grad! Alter. Treffen wir uns wieder da? Ja, bei dem Raum. Ja. Bei dem großen Raum mit den verschiedenen Räumen. Ich bin schon da. Ja, ich hab ein bisschen längeren Weg vor mir als du. Nee, du bist einfach nur langsam. Ja, ich bin dick. Bist du? Ich warte hier. Hallo. Alter, hab ich mich erschrocken. Wo bist du? Okay, links war falsch. Rechts warst du auch schon. Lass mal geradeaus. Aber rechts hast du nur den Raum von mir gefunden eigentlich, ne? Ja, geh mal lieber nicht ins Wasser. Ja, du hast recht. Wasser ist lief. Milch ist lief. Woooo! Alter, da ist dunkel. Sollten wir da hin oder nicht? Platsch! Das sieht falsch aus. Mein Freund! Ich komm nicht mehr raus. Ich bin tot. Oh, du bist tot. Tatsächlich, ne? Nicht unbedingt. Mal schauen, wer erster an dem Treffpunkt ist. Ja, du. Weil du bist direkt da um die Ecke. Ich schick dich um die Ecke. Komm um die Ecke. Wir müssen das doch schaffen. Ich weiß halt immer noch nicht, ob hier irgendwas rumläuft, ne? Aber ich, also gerade... Ja, natürlich bist du vor mir da. Mal schauen, ob du weißt, woher ich komm. Wo bist du? Guckst du? Hä? Hab dich nämlich schon gesehen, mein Freund. Jetzt wird der Jäger zum Gejagd. Ich wollte diesmal von der anderen Seite kommen. Wo bin ich denn? Ah, hallo. Okay. Also, der erste Weg, den ich eh gegangen bin, war der richtige. Da gab es auch noch andere Abzweigungen, glaube ich, deswegen. Ja, Zweig. Abzweig. Abzweig. Guck mal, das sieht aus mit zwei Augen. Ja, hier bist du doch gestorben, oder nicht? Nee, falsch. Hier hast du gesagt, hier bist du gestorben. Falsch! Echo! Stimmt, du erinnerst dich. Echo! Echo. Falsch! Falsch! Das ist falsch. Aber da hinten warst du noch nicht, ne? Ich war nur hier. Wo bist du lang? Ich bin, glaube, hier lang gelaufen. Ich glaube auch. Hier war ich noch nicht. Wollen wir mal da lang? Ja, lass mal da lang. Dann habe ich dir gesagt, oh, orange. Isowitz rot, oh nee. Falsch! Falsch! Das ist falsch. Das sieht doch hier richtig aus. Ja, eben. Das ist doch mein Hallenbad. Dein privates Hallenbad. Alter, stell dir vor, du hättest sowas. Ich würde mich hier gar nicht wohlfühlen. Nee, gar nicht, Alter. Den weißen Kacheln die ganze Zeit. Hallo! Da ist Exit. Als ob, Bro. Zusammen sind wir halt echt die Mächtigsten auf dessen Rettungsreifen. Wieso sind hier Rettungsreifen? Ich geh da lang. Ich geh hier lang. Hallo. Nein, er ist erster. Abkürst du? Was tut das? Alter, was? Ich bin drin. Okay, das sieht nicht gut aus. Ja? Hörst du den Alarm? Okay, das sieht nicht gut aus. Du siehst nicht gut aus. Ich muss deine Seiten schneiden. Guten Tag. Nichts kann hier in diesem Krankenhaus passen. Guck mal nach rechts. Guck mal nach rechts. Alter. Ich glaube, wir müssen rennen. Ich glaube, wir müssen rennen. Ich bleibe einfach hier stehen. Dann triggert es nicht. Soll ich mal mitkommen? Scheiße, wir müssen wirklich rennen. Es verfolgt uns. Es verfolgt uns was. Renn, renn, renn. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Oh, ich bin aufgefüllt. Da war alles, Alter. Die Spinnen, die Typen mit den Luftballons. Echt jetzt? Alter, ja. Okay, Sommer. Alles hat uns verfolgt. Alter, alles. Okay, weißt du was? Renn, renn. Aber der Treiber. Renn, renn, renn. Der Treiber. Pause. Rechts. Links. Ja. Rechts. Mitte. Links. Oh, scheiße. Rechts. Nein, links lang. Ich bin zwerb. Durchspringen. Scheiße. Alter, alles läuft hinterher. Die Tür hat mich blockiert. Bist du tot? Boah, Digga. Komm. Wir werden das noch für unsere Community durchstehen. Leon, dafür. Ich weiß, das Video sollte jetzt zu Ende sein. Aber extra für euch. Rennen wir nochmal. Extra für euch. Los. Na los. Sollt mir. Ich war die Schmetterlose. Okay, rechts. Ja. Links. Rechts. Links. Gleich links. Gleich links. Scheiße. Ja? Hier und dann Mitte hochspringen. Dann rechts lang. Dann links lang. Und dann weiß ich nicht mehr. Ich glaube rechts. Super. Scheiße, die Schränke. Ja? Okay, okay. Was jetzt? Hier rein. Hier rein. Okay, okay. Ich bin hinter dir, Digga. Ja? 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 Ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn. Ich bin tot, Digga. Ich bin irgendwo runtergefallen. Am Ende? Was ist das für ein Ding? Guck mal. Wow, what the fuck? What the fuck? Du, Sascha. Ja, ja. Okay. Okay, bro. Ich bin... Wo bist denn du? Wo ist denn der Typ? Da hinten. Der ist rechts. Moment. Der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Hört der uns? Zu uns. Ich weiß es nicht. Schleich mal notfalls. Hey! Grenzt einfach. Ja, der macht, der sagt dir irgendwas. Digga. Ich versteck mich einfach. Alter, ich dachte, du rennst hinter mir. Digga, renn doch nicht. Ich glaub, der hört dich echt. Ich glaub, mich hört er nicht. Ich glaub, er hört dich, weil du rennst. Da ist ein Buch. Ne, eine Kassette, Digga. Nimm sie. Hab sie. Hä? Da ist das Ende. Wir müssen, glaub, Kassetten sammeln. Wo ist er, wo ist er? Alter. Hier ist was an der Wand. Wollen wir ganz kurz Revue passieren lassen? Feueralarm. Sascha. Sascha, Sascha. Kennt er? Oh, mein Gott. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Alter. Okay, das ist schlimm. Okay, er hört. Er hört gut. Aber er sieht nichts. Soll ich mal den Feueralarm drücken? Wo ist der Feuer? Ah, ja. Hier links. Mach mal, drück mal. Warte, bevor du den Knopf drückst. Nee, nee, nee. Ja. In der letzten Folge ist sehr viel passiert. Wir waren in einem Schwimmbad. Wir waren in einem Krankenhaus, wo plötzlich alle Sachen uns verfolgt haben. Ja, Notfall, Alarm. Als ich das geguckt habe, schaut gerne die letzte Folge an. Und jetzt sind wir in einer Bibliothek. Und du bist einfach schon draufgereicht. Wieso ist es dunkel? Wieso wurde es dunkel? Er kommt, er kommt, er kommt. Scheiße, wieso kommt er zu mir? Ich bin ganz leise, ich bin ganz leise. Fuck. Leon, hast du Spaß? Ich hab nichts gedrückt. Alter, die roten Augen. Nachts in der Bibliothek. Ich hab keinen Spaß. Alter, geh niemals um drei Uhr nachts in die Bibliothek. Alter, er kommt. Fuck, fuck. Alter, der Wieser-Artschub mit den Augen. Nein. Wie mach ich das Licht wieder an? Da entsteht noch jemand. Oder? Guck mal da. Guck mal da. Da glänzt irgendein... Ah, das ist, glaub, nur ein Tisch. Okay. Soll ich mal den Feueralarm drücken? Ich seh ihn nicht mehr. Der Feueralarm. Es ist so dunkel. Siehst du ihn? Such die Wand ab. Ich schau hinter dir, wenn er kommt. Schreie ich. Ich schau hinter dir. Keine Angst. Vertraue mir doch. Ja, vertraue mir. Okay, Digger. Ich find den Schalter nicht. Er kommt, glaub ich. Oh, ja? Ah, nee, doch. Weißt du was? Ich will das mit dir erleben, oder? Ja. Er kommt von links. Ich glaub, er ist zwischen den Regalen. Ja, er ist wieder rechts. Zwischen den Stühlen. Du hast ne... Du bist schon crazy. Was sieht dich, Ani? Hast du Angst? Geh mal zur Sekretärin. Wie nennt man die Buchhalterin? Oder Bibliothekarin? Zur Rezeption, meinst du? Ist das der Bibliothekar? Frag ihn mal, ob er ein Buch hat über Reichwerden. Können Sie mir ein Buch empfehlen? Soll mein Blut leuchten? Wieso? Hat der mich laufen hören durch deine Pfütze vom Blut, oder? Da hast du ne Taschenlampe auf dem Tisch. Muss ich den anleuchten? Geh unter den Tisch. Leuchte mal. Da kriegt er mich nicht. Guck mal, da ist wieder ne Kassette im Regal. Ja, ich seh's. Und da ist, da ist ne Energieriegel. Kommt er? Nee, nee, nee. Jetzt schnell. Kannst du aufstehen, was denkst du? Ja, okay. Leucht die mal an. Ich glaub, er sieht nicht nichts, Digger. Ich glaub, er kann nur hören. Siehst du die Videokassette? Ja, ich seh sie da im Regal. Nimm mal Licht. Soll ich machen? Ja, nimm die Videokasse. Ah, nee, jetzt ist noch ne Taschenlampe. Ah, scheiße. Irgendwas müssen wir mit Taschenlampen doch machen können. Alter, es ist dunkel. Ja, du bist direkt draufge... Ich seh ihn nicht mehr. Ah, da hinten, Alter. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich seh ihn nicht mehr. Er kommt, er kommt. Er kommt näher. Er ist jetzt hinter dir in dem... Okay, er geht wieder. Wenn er zu mir kommt, leuchte ich ihn an, okay? Okay. Alter. Was muss ich hier machen? Die Geräusche werden immer lauter. Ich würde es gerne mit dir erleben, halt. Ja, ja. Er kommt, er kommt direkt noch dazu. Mach was, mach was. Weg, geh weg, geh weg. Geh aufs Weg. Geh aufs Weg. Geh aufs Weg. Lol. Geil. Er hat Angst vor deinem Geschrei. Ja. Boah, Alter. Du hast gerade seine Ohren zerfetzt. Sorry, das ist so laut gespielt, Alter. Du hast seine Ohren zerfetzt. Er kommt wieder, er kommt wieder. Er will dich. Er liebt dich. Nein, Scheiße. Er liebt mich. Aber er hört mich nicht, ne? Ja. Ist wieder ein Energierige, glaube ich. Guck mal da, rechts im Regal. Alter, was sind das für Geräusche? Digga, der wird immer schneller, habe ich das Gefühl. Ich schaue rechts im Regal. Das ist, glaube ich, eine Videokassette. Wofür ist der Feueralarm gut? Er kommt jetzt direkt auf dich zu. Sascha. 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 Er kommt, er kommt, er kommt. Sascha. 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 Ah, geh weg. Geh weg, lass mich in Frieden. Okay. Das mit dem Schreien funktioniert irgendwie. Geh mal in die Mitte. Ja, da traue ich mich halt nicht hin. Siehst du? Ne, ne. Er ist in der Mitte. Ja, das ist ein bisschen Problem, A. Ist das ein bisschen Problem? Das ist ein bisschen Problem. Ich gehe mal durch den Breitengang in die Mitte. Okay. Vielleicht nicht. Er sagt, schreie. Ecke weg. Bruder, wieso liegst du da tot eigentlich? Wieso muss ich alle Level immer alleine machen? Machen? Aber du immer in der Ecke rumkauerst. Ich glaube, ich müsste eine Energie-Regel nehmen. Okay. Hört er das, ist die Frage? Nein. Das kommt da so direkt auf mich zu, ne? Rennen, sagst du, Alter. Bibliothekar, leise sein. Ja. Das kann echt sein. Ja. Das macht Sinn. Ja, der ist ja direkt auf dich zugekommen. Hast du es nicht gemerkt? Wo ich zu laut war. Ja, wo du gerallt bist. Alter, guck mal, wie schnell. Alter, Alter. Die Augen passen. Hier ist ein Computer. Ja, da musst du die Videokassette einführen. Dicker, dicker, dicker. Geh weiter. Alles gut. Er kommt nicht zu dir. Ich kann was machen am Computer. Ja, ich weiß. Oh, 32. Ich schaue mich mal um, um zu sehen, ob ich etwas finde, das ich hier einfügen kann. Du hast sie. Ah, ich hatte sie. Da liegt sie bei mir. Schuss. Ich schleiche hier rum, okay? Okay. Lass mich in Ruhe, großer Bruder da hinten. Mit den roten Augen. Da liegt sie. Ich sehe sie aber nicht. Ah, nee. Ja, wow. Du hast sie nicht gedroppt. Ich muss mich töten lassen. Soll ich spielen Neustart? Oder willst du den Jumpscare sehen? Lass spielen Neustart. Okay. Ich will keine Chance. Letzten Moment starte ich neu. Bist du schon auf Neustarten? Ja. Er kommt. Er kommt. Sag mir nicht Neustart. Du darfst schrei Neustarten, dann tue ich Neustart. Okay. Eine Sache will ich noch probieren. Du kannst jetzt auch rennen und so. Ich drücke sofort Neustart. Ja, ja. Ich habe es gerade probiert, aber... Okay. Hä, was willst du? Hä? Hier hinten bin ich. Hä? Ich hüpfe ein bisschen rum. Hä? Was willst du? Hä? Hä? Komm, trau dich, du Kleiner. Hä? Alter, wieso ignoriert der mich eigentlich? Drück nichts. Mandelwasser. Wehe. Digga, er kommt. Er kommt. Soll ich drücken? Oh, er kommt! Ah! Alter, aber schneller! Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nichts gesagt. Ich war schon auf dem Knopf. Ich habe drück gesagt. Ich habe drück gesagt. Ich habe nichts gehört. Hallo. Das Mandelwasser. Denk dran schleichen. Ja. Weißt du was? Ich habe... Ich habe... Mach mir doch keine Angst. Ich habe zwei Feueralarmknöpfe gesehen. Einer da links an der Wand. Alarm. Kommt der? Ich weiß es. Ich sehe ihn nicht. Nimm sofort die Taschenlampe. Kopsi. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er kommt. Er kommt. Fuck. Ich gehe unter den Tisch. Kann er mich hier grabben? Boah, Alter, ist der da... Das war schon... Alter, ich dachte gerade... Was ist? Liegt da noch mit Taschenlampe? Ne, Energieriegel. Dein Regal ist die Kassette. Wann gehen die Lichter aus? Müssen wir irgendwas triggern? Oder geht es nach einer Zeit aus? Nach einer Zeit aus. Sind das alles Kassetten oder sind das... Ne, das sind keine Kassetten. Ich laufe mal mit dir mit. Du scheinst sehr erfahren zu sein im Überleben. Doch, hier ist eine Kassette. Rückzug. Ich sehe ihn nicht mehr. Folg mir, folg mir. Ich sehe ihn nicht mehr. Das ist mein Tisch. Komm mit, komm mit, komm mit. Hey, ich bin hier. Da hinten ist er. Genau, hol ihn. Komm, ich brauche noch eine Taschenlampe. Mein Schrei. Ich merke richtig, wie mein Hals schon kaputt ist. Siehst du ihn? Ich gehe in die Mitte, okay? Oh, fuck. Siehst du ihn? Kannst du mir sagen, aber rechts? Er ist in der Mitte, er ist in der Mitte. Ich gehe ganz schön. Er geht auf die andere Seite. Es ist dunkel. Er kommt direkt auf mich zu. Es ist dunkel. Er kommt direkt auf dich zu. Sascha, geh nicht wieder drauf. Schleich einfach. Trust me. Ja, ja. Ja, was mache ich jetzt? Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Okay, ich brauche eine Taschenlampe. Ach, scheiße. Scheiße, was macht er jetzt? Er ist bei mir in der Nähe. Ich sehe ihn. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm wirklich zu mir, Digga. Ich sehe nichts. Nein, nein. Trust me, bro. Weißt du was? Kommt der, kommt der. Ich sehe nichts. Ich werde sterben. Er ist da. Ich werde sterben. Ich bin neben dir. Ich bin neben dir. Ich werde sterben. Oh, ja, zum Glück ist er links abgebogen. Alter, ich gebe dir jetzt was. Ja, was? Scheiße. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich kann die... Ja, hier. Hi, du hast die Kassette. Ich habe sie aber nicht im Inventar. Ja, du musst... Achtung, Achtung. Ich habe dir die Taschenlampe gedroppt. Warum? Nimm sie. Okay. Das ist deine Perspektive. Lass in die Mitte gehen. Lass probieren, was... Oh, scheiße, Alter. Da hinten. Zum Glück sieht man die roten Augen ganz gut. Oh, er hat irgendeine Fährte aufgenommen, glaube ich. Echt? Wir sollten in die Mitte gehen und die Kassette einsetzen, Sascha. Glaubst du das? Ja. Wollen wir nicht mal den Feueralarm aktivieren? Das ist irgendwie einfacher. Ich weiß... Ich bin jetzt nah... Leon, Leon. Er kommt in die Mitte. Er kommt in die Mitte. Bitte nicht links abbiegen. Okay, okay, okay. Ich gehe hin, okay? Jetzt links abbiegen. Ja, ja. Ich setze sie ein, okay? Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt direkt. Ich schaue mich um, um zu sehen, ob ich etwas finde, das ich hier einfügen kann. Ich habe das doch. Ich habe es doch. Oder nicht? Er ist da? Nein. Nicht rechts abbiegen. Scheiße, Alter. Scheiße. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Scheiße. Bitte, geh weg. Ich habe eine Kassette gefunden. Nichts? Ja. Vielleicht kannst nur du die Kassetten einsetzen. Nein. Wieso bist du draufgegangen? Weil du, ich konnte den Schlüssel, ich konnte den, der hat mich gehört, er hat mich gehört. Ich war, ich war aus Versehen nicht am Schleichen, dann kam er direkt auf mich zu. Okay, du musstest die Kassette einsetzen. So, siehst du den? Alter, das ist... Hä? Was machst du? Geh hier weg, geh hier weg, er kommt direkt hierher. Er kommt direkt hierher. Macht er den jetzt aus? Ja, er macht den aus. Scheiße, ich hab, ich bin zu schnell gerannt. Aha, er macht, aha. Aha, das lenkt ihn ab, so gesehen. Okay, verstehe. Und dann hört er mich nicht rennen. Und dann mache ich die Kassette rein, okay? Okay, okay. Okay, Leon. Ja, ja. Alter, wie verkrüppelt der auch aussieht, Alter. Meinst du der Bibliotheker? Alter, mein Hals tut so weh, ne, vom Schreien. Weh. Weh. Was ist dein Plan? Du drückst da jetzt drauf und dann rennst du in die Mitte und setzt die Kassette ein. Richtig. Er ist da. Ich kann nicht nur einmal aktivieren. Als Optiker. Du kannst nur einmal aktivieren. Auf der Gegenüberliegend ist auch noch einer. Also schräg gegenüberliegend. Achto, er kommt von rechts. Schräg gegenüber hier. Nein, nicht parallel, sondern quer durch den Raum, so gesehen. Eben, so. Ja. Okay, ich askier jetzt viel. Da hinten ist er. Wo? Er kommt von links. Links, er ist jetzt links. War vor dir. Jetzt ist er links. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da läuft eine Zeit ab, Digga. 30. Echt? Ja? Ah, ne, so. Oder? 32 steht da, oder? Also am Anfang stand 32 da. Da steht 30. Guck. Müssen wir 30 Kassetten finden, oder was? Ich glaube, wir haben 30 Sekunden Zeit. Ja, das macht doch keinen Sinn. Sonst würde es doch weiter runterlaufen. Kannst du da was einsetzen? Stimmt, was ist hier hinten dran? Da ist nichts. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, okay, du bist safe, glaube ich. Er ist jetzt da hinten. Er kommt in die Mitte. Er kommt in die Mitte. Boah, Alter. Kannst du da nichts einsetzen beim Computer? Er dreht um. Er hat dich gleich. Alter, Alter. Sei doch leise. Was willst du machen, ey? Er sagt doch... Nee, ich kann da nichts machen. Hä? Sie wird zu dumm. Achtung, er kommt. Alles gut, er sieht mich nicht. Jetzt biegt er so links ab und grabt dich direkt. Guck, da, wo er jetzt hinläuft, ist der andere Button, glaube ich, noch an der Wand. Glaube ich. Er kommt direkt auf mich zu. Ich bin Hauptschockstarre. Alter, Alter, Alter. Was soll ich machen? Ja, keine Ahnung. Wegschleichen. Scheiße. Ich gehe jetzt direkt zum Comp und schalte ihn an. Okay. Vielleicht müssen wir den erst anschauen. Ich ersch... Ja, ist direkt, ja. Bei mir, oder? Nee, nee, jetzt ist er auf deiner Seite. Okay, ah ja. Okay, angeschaltet ist er. 32. 32. Ich schaue mich mal um, ob etwas hünde, dass ich hier einfügen kann. Jetzt müssen wir Kassetten einfügen. Gibt es hier aber mehrere. Ja, ja, ja. Echt? Ja. Vielleicht haben wir die falschen Kassetten. Da hast du nochmal drei. Ist direkt bei mir, ist direkt bei mir, Digga. Alter, hier sind so viele Kassetten. Eins. Oh, Digga. Zwei. Nimm sie, hol sie dir. Drei. Er hat mich gehört, Bro. Echt? Wird sterben. Ja, er kommt zu dir, er kommt zu dir. Aber schleich einfach, schleich einfach dann. Sei du... Okay, ich habe jetzt vier Kassetten, Digga. Okay, dann bin ich der Ablenker. Nee, du bist der, der auf den rechten Regalen alles einsammelt. Okay. Okay. Fünf. Ich habe fünf Kassetten. Scheiße. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen. Er kommt direkt auf dich zu. Fuck. Das ist sehr gut. Ey, das ist eine gute Taktik. Das ist nicht so gut. Nein, das ist nicht so gut. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Warte. Wo ist er? Wo ist er? Sascha. Sascha ist bei mir. Bitte nicht nach rechts. Ich höre nur ein Sch... Ich höre nur ein Sch... Er ist bei mir. Er ist bei mir. Oh, okay, okay, okay. 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 Alter, okay. Das ist dunkel. Alter, habe ich mich erschrocken. Ja, Mann. Das habe ich vergessen, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Er kann uns ja nicht sehen, ne? Okay, Digga. Ich habe noch... Ich brauche unbedingt eine Taschenlampe. Ich sehe die Kassette nicht. Scheiße. Ja. Sascha, ist der irgendwo hinter mir? Nee, er ist da... 23. Da steht 23 jetzt auf ihm. Ich habe nämlich schon immer viel eingesammelt. Wir müssen alle sammeln. Und dann geht der Timer da runter. Und dann passiert irgendwas Schönes. Der ist links, er ist links. Ich sehe ihn. Hast du eine Taschen... Da steht das Ende oben. Ich habe eine Taschenlampe ausgerüstet. Ich habe direkt noch nicht zu. Wieso? Wieso? Bruder? Okay. Weißt du, wo noch eine ist? Bruder Jakob. Oh, meine Stimme verreckt. Ich trinke kurz. Boah, Scheiße. Boah, Alter. Er kann nicht durch Regale durchgrabben. Boah, Alter. Boah, wie ich mich erschrocken. Also, bei meinem Leichnam sollte jetzt eine Taschenlampe liegen. Oh, shit. Dicker, wieso tust du das? Alter, danach brauche ich einen Tee. Du springst auch noch. Du könntest halt einen Feueralarm aktivieren, um ihn abzulenken. Da liegt die Taschenlampe. Achtung, er kommt, er kommt. Kommt jetzt direkt vor dir. Links. Dieser Hoffnungsschimmer, dass er immer in die falsche Richtung abbiegt. Nice, Alter. Sehr schön. Da ist auch noch ein Energy oder so. Alter. Das soll beleidigen. Da liegt noch eine Taschenlampe tatsächlich. Links von dir. Wer ist jetzt hinter dir? Er hat mich gehört, er hat mich gehört, er hat mich safe gehört. Boah, Alter, der ist halt auch mega schnell, ne? Oh, er kommt. Oh, jetzt andere Richtung. Okay, ich beobachte ihn. Er ist jetzt in der Ecke bei Feueralarm. Wo ist der Feueralarm? Auf der Seite ist, glaube ich, auch ein Feueralarm. Feueralarm. Achtung. Ich glaube, jetzt hinter dir ist ein Feueralarm, glaube ich. Hier und dann in der Ecke. Oder gegenüberliegend. Ich sehe keinen Feueralarm, aber ich... Ich habe ihn schon gesehen. ...mega dunkel. Er ist hier. Okay, nice, okay. Okay, jetzt kannst du rennen, glaube ich, ne? Hoffentlich. Ja, er geht zum Feueralarm. Er hat ihn ausgemacht. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Den anderen hast du noch nicht aktiviert, ne? Nee, nee. Und hier ist noch eine Kaffette. Ah, der ist da. Wie viel sind es noch? Keine Ahnung, Digga. Alter, ich dachte gerade... Bitte nicht. Er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Was, Bruder? Alter. Und mich grabt er durch Regale durch. Alles klar, Digga. Alle Spiele sind auf meiner Seite. Ich merke schon. Ach nein, er kommt wieder, er kommt wieder. Die Warbe. Oh lol, der stimmt, Freunde. Komm, komm, wir ziehen das durch. Ja, ja, du musst es durchziehen. Ich bin schon tot, leider. Ah, ich kann die auch so grabben. Interessant. Hab sie? Ne, ne, ne. Oh. Ne. Hat er es gehört, dass du es gegrappt hast? Ne. Los, die Atmosphäre nochmal geiler. Alles komplett dunkel. Okay, du könntest... Du hast halt noch eine... Ich gehe schnell auf den Tisch. Du hast noch einen... Schnell, schnell, schnell. ...feueralarm. Pass auf, der hat lange Arme, ne? Und lange Beine. Du hast noch einen Feueralarm, wenn du jetzt nach rechts vorne gehst. Da, wo er ist, und rechts. Da hättest du noch einen Feueralarm, den du aktivieren könntest. Kann man das von hier aus lesen? Ich weiß es nicht. Ne, ich trink mal ganz kurz in echt was. Okay. Währenddessen schauen wir diese Decke an. Achtung, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er ist da. Alles gut. Alter, wie knapp war das? Alter, was? Ich habe mich gerade fast verschluckt. Ich bin leise. Bist du das? Das... Ja. Okay, wie mache ich das jetzt? Da hinten habe ich kein Checkpoint. Du musst es halt schauen, ob du... Ob du vielleicht die ganzen... Vielleicht ist es beim Computer schon... Nach links geht? Links. Ja. Scheiße. Er hat es nicht gehört. Ja, er hat es nicht gehört. Er hat es nicht gehört, glaube ich. Hoffentlich. Er kommt, er kommt. Du läufst gerade, du läufst gerade. Scheiße, du. Scheiße. Sascha. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich bin unter dem Tisch und werde verrückt. Vielleicht. Ich habe einen Mangel. Hast du was zum Essen? Ja, ja. Okay. Nö, aber ich habe einen Gunner-G-Freunde. Ah, zum Trinken. Nice. Von Gunt. Stimmt. Nö. Okay, Gunt. So, ich habe Full. Ah, da. Und jetzt spielen wir das Level durch, Freunde. Okay, okay. Er kommt zu dir. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ich kann mich vielleicht auch riechen. Keine Ahnung, Alter. Der, der... Der kämpft dir, Alter. Der kämpft dich. Der kämpft den Tisch ab. Ich bräuchte dich. Du musst eigentlich warten, bis man mal weggeht. Weil jetzt könntest du auf der anderen Seite rennen. Ja. Ach so. Dann immer so hin und her. Und dann dich... Ja. Geh jetzt. Oder? Das erinnert mich an Sport. Dieses Gerät da vorne. Dieses Regal. Das sieht aus wie so eine... Diese Holzleiter, weißt du noch? Ja, stimmt. Ja, ja. Junge! Alter. Okay, geh einfach, oder? Okay. Also nicht gehen, sondern schleich einfach. Okay! Sag mir, wo er ist. Er kommt. Er kommt. Echt? Er kommt. Echt? Hinter dir ist jetzt links. Ja, genau. Da vorne, vor dir. Sag mir, wenn er kommt. Er läuft nach rechts. Er läuft nach links. Hab noch eine. Auf die andere Richtung. Er läuft auf die andere Seite. Ist das bei der anderen? Er ist in der Mitte. Hab noch eine. Ist beim... Dings. Okay, er ist hinten. Er ist weit hinten. Okay, ich sehe seine... Er ist beim anderen Feueralarm, also bei dem, wo du vorhin warst. Sehr nice. Jetzt läuft er wieder in Richtung dem Tisch, wo du warst. Vier noch, Digga. Er ist in der Mitte. Er ist in der Mitte. Er kommt jetzt zu dir in deine Richtung. Von rechts allerdings. Er läuft wieder in die andere Richtung. Er läuft in die andere Richtung. Was steht da drauf? Zwei, 15, 11 noch. Ah ja, das sind auch echt viele. Digga, ich dachte nur noch so eins, zwei, drei, vier. Okay. Zu zweit wäre es halt deutlich einfacher, ne? Er kommt in deine Richtung. Er kommt in deine Richtung. Genau. Okay, er dreht wieder um. Du kannst halt den aktivieren, den... Er kommt zu dir. Okay. Achtung, er kommt genau von da. Bei mir ist noch einer auf jeden Fall irgendwo hier gewesen. Alter, ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Ah doch, er ist noch beim Feueralarm. Da ist nur ein Energieriegel und eine Taschenlampe. Soweit ich das sehe. Du machst das gut, Alter. Er ist in deiner Nähe. Er ist in deiner Nähe. Rechts von dir. Hinter dir. Ja. Er sagt... Wo ist er? Ist er weit weg? Ich sehe ihn nicht mehr. Du warst unter dem Tisch. Da ist er. Genau da. Er kommt zu dir. Läufst du gerade? Ja. Er ist auf der anderen Seite. Er ist auf der anderen Seite. Hier hast du aber schon viele gesammelt, oder nicht? Ja, da ist noch eine. Sag mir, wenn er kommt. Wie siehst du die? Sag mir, wenn er kommt. Okay, okay. Ich glaube, er kam... Äh, hier ist noch eine. Er kommt. Echt? Er kommt genau vor dir. Links. Welche Richtung? Er läuft gerade in Richtung andere Seite. Da hinten ist er. Geradeaus. Er kommt jetzt zu dir. Scheiße. Da ist noch eine. Das ist stark. Aber du hast nur zwei Feueralarme. Er dreht sich im Kreis. Okay, er kommt. Okay. Er kommt. Er kommt in deine Richtung. Läuft jetzt nach rechts. Da ist noch eine. Alter, es ist ein langes Level. Ich sehe ihn nicht mehr, weil du an der Wand stehst. Er ist nicht. Er ist links. Er ist links von dir. Okay, hier habe ich alles gecleared, oder? Ich kann nichts mehr beobachten. Ich bin zu nah an der Wand. Okay, hier ist alles gut. Okay, okay. Wo ist er? Ah, da. Hier noch. Vier. Nur noch vier? Ja. Alter, du schaffst es, Digga. Ja? Ja, hoffentlich, Digga. Ich sehe halt keine einzige. Ich würde dir gerne helfen, aber es ist einfach zu dunkel. Achtung, er ist links von dir. Links von dir am Ende des Raumes. Jetzt ist er beim Feueralarm hinten. Okay. Jetzt dreht er sich um, er kommt in die Mitte. Scheiße. Da ist er, genau da ist er. Hä? Wo ist er denn? Nein. Du siehst ihn, ne? Das ist mein Kontakt. Nein, nein, nein. Sei einfach, hör einfach auf ihn. Okay. Er ist in der Mitte beim Computer, läuft jetzt auf die andere Seite. Er dreht wieder um. Zwei, eins, zwei. Stark. Nur noch zwei, Leon. Nur noch zwei. Er ist aber nah bei dir, ne? Ich sehe halt keine einzige, ist das Problem. Es ist alles zu dunkel. Da wäre noch eine Taschenlampe nur auf dem Tisch. Die sehe ich. Er ist gerade relativ weit weg hinten. Was sind die letzten? Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht bei mir, da wo ich gestorben bin? Da bin ich gestorben, denk dran. Ich glaube, da lag noch einer in dem Regal hier. Zwei. Okay, er ist da, er ist da. Achtung, zwei sagst du? Achso, zwei fehlen noch. Ja. Pssst, okay. Hier vielleicht einfach. Achtung, er kommt, er kommt. Wenn du kannst, leuchte mal in die Regale, die da vor dir sind. Vielleicht sehe ich da was. Einfach statisch leuchten, wenn du stehst. Ich glaube, da an dem Regal, wo er vorbeigelaufen ist, ist, glaube ich, noch was. Da, wo er gerade kämmt. Glaubst du? Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht, du ihr. Riskier es nicht. Schau mal, ob du die Feuer... Achtung, er kommt. Das war's. Er ist genau da. Er ist genau da. Nee, nee. Er kommt zu dir. Du bist tot. Du bist tot. Wieso warst du es? Wieso warst du es? Er hat mich gehört. Dann hatte ich keinen Fluchtpunkt. Oder was? Okay, aber gut zu wissen, das kann man rushen. Ich bin links und du rechts. Okay. Ich gehe hier taktisch alles ab. Ich auch. Regal 1, Regal 2 ist safe. Er ist in der Mitte gerade. Nee, er ist bei mir. Ich warte mal ein bisschen, bevor ich... Ich habe schon drei. Ich habe zwei. Er kommt genau zu mir. Wieso, Bruder? Okay, er ist bei mir. Ich traue mich nicht in meine Regale rein. Ja, such du erst mal deine Sachen ab und dann gehe ich bei mir. Er kommt, glaube ich, zu dir rüber. Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt noch eine Taschenlampe. Er ist bei mir. Immer noch. Ist er bei dir? Ich weiß es nicht. Sieben. Er hört mich. Geh unter den Tisch. Er ist bei dir. Fuck. Komm, komm, komm. Okay. Ach, du bist bei mir. Hallo? Okay. Alter. Ich dachte die ganze Zeit, du bist auf der anderen Seite. Die vier Regale hier habe ich schon gecleared. Nice. Also das hier, das hier, das hier und das hier. Wir hätten vielleicht den aktivieren sollen. Ah, den Alarm. Warte, ich mache. Boah, fuck, ich erschrecke mich jedes Mal. Eine Taschenlampe. Da liegen welche. Auf dem Tisch liegt noch eine, glaube ich. Nice. Oder zwei. Achtung, er ist da. Achtung, er ist da. Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Soll ich den Alarm aktivieren? Was meinst du? Achtung, er ist direkt bei dir. Oh, Alter, war das knapp. Bruder, er ist noch ganz nah. Pass bitte auf. Ich bin unter dem Tisch. Die Tischten sind wie Checkpoints, Digga. Lauf, lauf du. Such du da weiter. Oder komm wieder rüber. Soll ich den Alarm aktivieren und wir suchen bei dir? Was meinst du? Ja, finde ich gut. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Warte, ich muss anleuchten. Er ist direkt bei mir, Digga. Okay, soll ich einen Alarm machen? Warte, ich sage dir wann. Ich tue jetzt ihn triggern, okay? Okay. Was ist F, gell? Ja, okay, Digga, ich sammle hier richtig krass. Eigentlich habe ich alles geklirrt. Gib mir Bescheid, wenn er zu mir kommt auch, ne? Ja. Okay, Digga, drück ihn, drück ihn, drück ihn. Habe ich. Echt? Ich habe gedrückt, ja. Ist er an? Ja. Soll ich hören? Er rennt zu dir, zum Dings. Ja, nice. Okay, Bro, ich clear hier weiter. Wo ist er? Ah, der ist noch in der Ecke, oder? Ist er in der Ecke? Ah ja, kommt jetzt in Richtung Mitte. Du hast alles geklirrt auf der Seite. Also sind nur noch auf... Auch am ganzen Land. Eigentlich nur noch meine Seite. Ja. Ich checke hier im Regal. Hier ist eine. Hier ist nichts. Er ist in der Mitte, Achtung. Hier ist noch eine. Das Regal, was hier in der Mitte vom Podest steht, ist leer. Achtung, er ist nah. Ja. Er ist recht nah. Alles gut. Okay. Ich bin Profi. Okay, okay. Achtung, er kommt. Er kommt. Alles gut. Er kommt in deine Richtung. Er ist bei dir im Dings. Nee, nee, ich bin schon ganz woanders. Okay, okay, okay. Soll ich sonst zum anderen Alarm mal gehen? Ja, okay. Falls er in deine Nähe kommt. Hab noch eine. Okay, nice, Alter. Sind hier noch welche? Nee. Okay, Digga. Jetzt wird es wieder spannend. Du hast eigentlich alle, ne? Eigentlich haben wir jetzt alle. Schau mal in die Mitte. Ich bin gerannt. Ich glaube, das ist nicht so. Er kommt zu dir. Rennen mag er gar nicht. Nee, er kommt jetzt zu mir. Wieso denn? Okay, gut zu mir. Bruder, ich bin noch nicht gerannt. Ich bin noch nicht gerannt, Bruder. Okay, okay. Wie nah ist er? Nicht nach links abbiegen. Nicht nach links abbiegen. Warte mal kurz den Bildschirm. Ja. Nein, Digga. 32 steht drauf. Hä? Hä? Digga, was? Das heißt, wir müssen erst, Digga, was? Ich glaube auch. Start neu, okay? Ja, mach das, ja. Sorry. Sorry an alle Zuschauer. Ich hab direkt eine Taschenlampe. Okay, jetzt warten wir, bis das... Ach stimmt, wir sind ja nicht gestorben. 31. Okay, jetzt geht's runter. Nice. Machst du die Seite bei dir? Achtung. Hast du es gesehen, wie er mich geht? Ja, ich hab's gesehen, ja, ja. Wie fandest du's? Nicht so geil. Ist er bei dir? Ich seh ihn nicht mehr. Ich find, wenn's dunkel ist, sieht man ihn besser. Ja, wegen seinen Augen, wegen seinen leuchtenden... Er ist in der Mitte. Nein. Komm doch nicht zu mir, Bruder. Wo ist er? Er ist direkt bei mir. Also die zwei Regale hab ich gekleert. Ich hab jetzt schon bestimmt zehn oder so. Ja, okay, so viel jetzt auch wieder nicht. Soll ich den Alarm drücken, sobald es dunkel wird? Was meinst du? Dann können wir ja kurz durchrushen. Ich rush schnell durch. Er ist direkt bei dir, ne? Du, eigentlich musst du jetzt suchen. Ja, ja, ja. Ich bin dran. Ich trigger ihn, ich trigger ihn. Hey, er kommt, er kommt. Jetzt kannst du ihn... Oh, er ist direkt bei mir. Also er ist überall getriggert. Hallo, 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 hallo. Am Tisch kannst du ihn eigentlich geil triggern. Triggern, triggern. Boah, Alter, das sieht schon gruselig aus mit dem Licht danach. Ist er da irgendwo? Kommt er zu mir? Kannst du ihn kurz beobachten? Er ist bei dir. Wo bist du? Ah, dahinten. Hallo? Ich trigger ihn nochmal. Was ist da zu mir? Bei dir in der Nähe ist doch auch der Feueralarm. Er kommt zu mir. Er ist wieder bei mir? Ja. Okay, du hast Zeit, du hast Zeit. Eins, zwei... Wenn er einen gehört hat, dann bleibt er bei der Stelle fünf Sekunden ungefähr. Hat schon alles... Er kommt aber in meine Richtung. Okay, okay. Ich hoffe halt immer, dass er mich nicht random einfach... Dass er einfach mich überrascht so mäßig. Du musst ihn immer im Blick haben. Ja. Oh, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Echt? Jetzt schon? Ja, ich werde verrückt. Nein. Nichts? Gar nichts? Hier ist eine Energieriegel aber. Ich habe eine Energieriegel gerade gefunden. Alter, wo ist er? Er ist direkt bei mir. Alter, wieso warnst du mich denn nicht vor? Ich habe mich umgedreht und schaue in seine roten Augen, Alter. Okay, ich habe jetzt gegessen. Er ist bei dir, ne? Ich werde bloß sterben. Du hast bei dir den... Ja, stimmt. ...den Dings, den Feueralarm. Drück ihn notfalls. Komm zu mir. Notfall! Notfall! Kannst du ihn drücken? Geht das? Ja. Ach nee, er ist in der Mitte. Sonst drück ihn mal. Drück ihn mal. Ja, okay, komm. Okay. Eins. Das ist die Kassette. Zwei. Stark, Alter. Scheiße, jetzt müssen wir wieder schleichen. Da liegt noch eine. Ich habe angefangen jetzt. Hier im Eck sind noch zwei. Wo? Ja, warte, ich hole sie. Okay, ich hole sie. Versuch du vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Genau, dass wenn er einen Punkt schnappt. Ich triggere ihn, ich triggere ihn. Er kommt zu mir? Aber ich bin doch bei dir in der Nähe. Er kommt doch nicht. Er mag mich nicht. Okay, ich habe die zwei, die ich hier gesehen habe, genommen. Nice. Bist du mit deiner Seite schon durch? Eigentlich ja. Außer ich habe irgendwas übersehen. So wie es aussieht, eigentlich ja. Bei deiner Seite? Eigentlich auch. Vielleicht habe ich was übersehen. Lass mal beim Computer schauen. Ja, finde ich gut. Er kommt in unsere Richtung. Sonst mach doch mal den... Steht irgendwas beim Computer? Zwei. Ich sehe eine Kassette. Geil. Aber da ist er gerade. Die ist gerade beim Computer. in der Nähe. Okay. Warte, wir machen das jetzt ganz easy cheesy. Oh, ich werde verrückt. Warte, hier. Ich habe über viel Energiegetränke. Ja, ja, alles gut. Ich bin jetzt... Ich habe auch wieder was gefunden. Ich habe eins gegloppt für dich. Ja, vielen Dank. Ich trinke kurz. Pass mal auf. Ah, dass wir einfach da hinrennen und die letzten zwei holen. Er ist hier irgendwo in der Nähe. Okay, nice. Okay, renn, 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 renn. Okay, eine ist hier. Ja, genau. Nice. Und jetzt suchen wir die zweite. Wo ist sie? Okay, es ist... Wo ist sie? Wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, hier. Ja, ja. Ist es eine? Ja. Und jetzt? Es läuft was, es läuft was. Ich höre ein... Wir müssen da hin. Oder nicht? Ja, los. Er kommt. Ich bin unterm Tisch. Alter. Was passiert? Kann man normal laufen? Muss man schleichen? Ja. Wenn du weit... Leon. Ja. Wenn du weit... Also, wenn er am anderen Ende ist, kannst du eigentlich laufen. Okay, ich gehe... Er kommt, er kommt, er kommt. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, was du sagst. Laufen, guck, er hat... Ich bin sogar gerannt. Wieso kommst du zu mir? Wieso kommt er zu mir? Was, Digga? Ich schleiche doch. Wo ist er? Wo ist er? Er ist in der Mitte. Er ist genau in der Mitte. Er kommt jetzt auf deine Seite. Ich bin bei dir, Digga. Ja, ja, ja. Okay, ich habe drauf gedrückt. Was ist da? Was macht das? Okay, wir haben es eingelebt. Alter, da leuchtet er irgendwas. Lass da hin. Schnell. Ja, geh da durch. Hä? Ich check's nicht. Hier sind irgendwelche Stimmen oder Radiofrequenzen. Wo ist der Typ? Ich weiß es nicht. Wo ist der Typ, Alter? Ich verstehe es nicht. Wir mussten einfach beide. Alter, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Wir nehmen sie in die Hände hoch und lassen sie einen Daumen nach oben. Wieso sieht die Taschenlampe aus, als wäre sie aus Eis? Laterne. Sonne, Mond und still. Da ist ein Zettel. 94 steht hier. Schau dir mal den Zettel an. 94. 94 und irgendwas mit Treppen müssen wir bei der 94. Stufe vielleicht runterspringen. Das kann sein. Gehen wir mal hoch. Warte, was steht denn da? Zeh mal mit, okay? Du hast dir den Zettel bestimmt fünfmal angeschaut, aber nicht realisiert, weil die ganze Zeit... Eins, zwei, drei. Ah, hier, guck mal, Stockwerk eins. Bis wir zu Stockwerk 94 oder was? Und irgendwas mit dir Jumpscare-mäßig. Hörst du das? Zwei, ja. Freunde, für jeden, für jede Treppenstufe. Ein Like. Ein Like und ein Abo. Was? Und eine Mitgliedschaft. Hörst du das? Diese Geräusche, ja. Wir machen jetzt folgendes, Digga. Ja. Jetzt gehst du vor und dann gehe ich vor. Nee, 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 Bruder. Dann laufe ich wieder nach unten, wenn ich vorgehe. Okay, ich gehe die ersten 10 vor. Nee. Als ob das 94 sind, die wir hoch müssen. Niemals. Geht's hier überhaupt weiter hoch? Ja. Ist noch safe keine 94. Das ist so dumm, Alter. Das ist gar nicht unheimlich. Lass einfach laufen. Endet's hier. Nee, es geht weiter. Was sind das für Stimmen? Weiß ich nicht, Bruder. Ich will's auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Nein? Digga, was ist das? So ein Spinnennetz oder sowas. 10. Fall ja nicht runter, Sascha. Wie, was? Jetzt muss ich vor. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Okay, dann mach ich. Nice. 11. Jetzt bist du wieder 10. Okay, okay. Oha. Okay. Ich renne jetzt. Ich renne jetzt. Digga. Ich hab Angst, dass ich runterfalle. Also wir 94 Stufen hoch müssen. Warte mal, Digga. Nicht, dass du uns was von unten verfolgen. Ja, das dachte ich nämlich die ganze Zeit schon. Das war crazy. Crazy. Okay. Ich schau nach unten, okay? Da oben steht jemand. Halt die Fresse. Okay, ich halte mal die Fresse. Niemals. Nein, sorry. Da kommt wirklich was. Was? Oh, nee. Alter, das sah gerade aus, als wäre so ein weißes, wie so Gespenst oder sowas. Mit so langen Armen. Ich hab schon Paranoia wieder. Wo bist du? Wo bist du, Sascha? Bei 18. Wieso? Oh, okay. Und du? Du rennst. Also ich bin hinter dir. Nee, ich renne. Ich renne. Ich renne es langsamer. Okay. Irgendwie. Hab ich es? Ah, ja. Ah, nee. Nee, nee. Ich hab aber nicht so Skill. Ich hab Angst, dass ich runterfalle. Hör ich irgendwas? Nein, nein. Nach diesem Video wird dir schwindeln. Stimmt. Alter, das ist schon ein bisschen... Das ist einfach nur dumm. Wollen wir springen? Okay. Nein. Bei 94, gell? 94, ja. Als ob ihr echt 94 Level hoch müsst. Also, ähm... Welches Level bist du? Etagen hoch müssen. Wollt auf Stufkraft? 94. Stufkraft. Rennst du? Nee, du? Ja, du bist schneller als ich. Ja. 30. Bin ich gerade hinterher gerannt. Sind es ja nur noch 64. Ich erfordere und rennt jetzt zu ihm. Oder läuft jemand, Digga. Ja, das dachte ich ihm vorhin, aber... Ich hoffe mal nicht. Das Spiel wird immer... Das geht jetzt schon mehr an diesem Psycho-Horror. Ja. Das feuer ich eigentlich gar nicht. Ich auch gar nicht. Wahrscheinlich passiert hier auch gar nichts. Nur am Ende irgendwie so. Ende. Im Jumpscare. Aber es ist die ganze Zeit diese Atmosphäre. Jumpscares gibt es in dem Spiel nicht. Doch schon. Stell dir vor. Wir laufen gerade den Burj Khalifa hoch, Freunde. Der aufzug geht gerade nicht. Burj Khalifa. Ja. Stimmt. Wieso nehmen wir nicht den Aufzug ein? Wieso laufen wir hier überhaupt hoch? Wieso sind wir eigentlich gefangen in solchen Leveln die ganze Zeit? Weil der da unten uns verfolgt. Halten. Schau mal. Alter. Nee, nee. Nee. Wolltest du dich runterschubsen? Lauf weiter. Lauf, Mann. Aber was sind das für Geräusche? Wie kommt man auf so Geräusche? Fick einfach mal in so einem Turm. So was. Was? Was ist mehr weg? Boah. Stell dir vor, du bist Entwickler. Fick einfach mal so ein Geräusch ein. Der hat es selber angesprochen. Wahrscheinlich. Laufen wir hier in unser Verderben eigentlich? Oder bleiben wir hier? Müssen wir hier überhaupt langlaufen? Oder wurden wir geprankt? Nee, ich glaube nicht. 94, gell? 94. Oder 93. Guck mal bitte, ich warte hier. 94. Habe ich Hello gehört? Nee, oder? Nee. Hier ist 94. Schau mal. Was? Wir sind schon da. Oha, Digga. Das ist eine Verarschung, ich glaube. Das ist eine Verarschung. Digga, Digga. Krass, Digga. Ich hätte es nicht gecheckt. Ich habe es auch aus Versehen gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt weiterlaufen, sterben wir wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir springen. Aber was können wir hier machen? Sicher? Nee. Komm mal zu mir einfach mal. Geht hier irgendeine Wand auf oder so? Es hat gerade geruckelt. Als ob was gespawnt. Es ruckelt. Ja, geht schon mal zurück mit seinem Stuhl. Okay, ich spring jetzt. Oder wollen wir hoch? Wo bist du? Ich bin neben dir. Rechts neben dir. Ich frage mich halt, das ist noch nicht die 94. Etage, aber hier steht die 94. Was stand unten drunter? Wollen wir nochmal schauen? Ja, genau. Schau. Unten drunter steht 45. Hä? Und oben drüber steht... Warte, hier muss irgendwo eine Tür sein. War nicht diese... Oder müssen wir wirklich auf 94 hoch? Das ist jetzt eine echt gute... Oder was 93? Ich spring jetzt. Okay. Und wenn du es nicht schaffst, dann gehst du weiter. Okay? Oder willst du springen? Wie soll wir dann da springen? Ich spring. Okay. Bleib du hier. Okay. Okay. Alter, wie lang noch? Langsam möchtest du... Ich spring hinterher, okay? Nein, warte. Tatsächlich, Digga. Ich spring hinterher. Ja, bin ich schon. Es hat geklappt. Echt jetzt? Ja. Da war irgendwas Weißes tatsächlich, ne? Auf den Treppen. Nein, war einfach nur nicht. Oder ich hab mich versehen. Du musst dich versehen. Boah, Alter, ich hab mich grad vor meine Jacke erschrocken. Was ist das hier? Kinder. Es ist schon dunkel hier. Alter, Kinder. Was? Be inside and turn the lights off before the 10 p.m. curfew. 10 p.m.? Ich kenn nur 6 p.m. Was heißt das? Wenn's Nacht wird, müssen wir im Haus sein. Da steht's ja. Sei drin und schalte das Licht vor der Ausgangssperre um 22 Uhr aus. Okay, ich schalte jetzt das Licht aus. Ja, und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt gleich in den Häusern. Wir müssen in den Häusern, ja. Aber was ist, wenn's dunkel ist, dann? Geht das so zack. Und dann kommen plötzlich Kinder, die wir uns verfolgen. Die Sonne ist ja dahin. Ja? Okay, ich vertraue dir mal wieder. Vertraust du mir mal wieder? Mal schauen, ob ich mal wieder draufgehe, wenn ich dir vertraue. Sind wir einfach die Straßen entlang, oder was ist der Plan? Moment, diese Straßen... Ich werd verrückt. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Hier, nimm was. Hast du was? Ich hab was, ich hab was. Ich trinke gerade. Was ist unser Plan, wenn's wirklich so ist, dass das Licht plötzlich ausgeht? Zum Hausrennen? Ja. Okay. Wollen wir so lang weiterlaufen? Komm, wir gehen mal kurz in das Haus hier. Nur so auf Spaß. Einfach zum Schauen, was da so ist. Abgeschlossen. Ah, nee. Ah, nee. Ein Bett, kann man sich da drunter verstecken? Ja, man kann sich da drunter verstecken. Echt jetzt? Was ist oben? Schränke, man kann sich hier drin verstecken. Scheiße. Es wird echt dunkler. Sollen wir einfach mal abwarten? Abgeschlossen, Bruder. Abgeschlossen oben. Ja, komm mal hier runter. Komm mal oben. Hier ist ein Bett und ein Schrank. Alter, hier eine Frage. Sollen wir einfach mal hier warten und schauen, was passiert... Schauen, was passiert, wenn's dunkel ist? Wenn du willst. Oder wir laufen weiter. Aber es wird dunkler, ne? Läuft da was auf der Straße? Oh, nee. Wohin müssen wir denn? Da hinten ist das Schild, ne? Wir müssen nicht nur von Haus zu Haus. Okay, komm, wir gehen zum nächsten Haus. Dunkel, gell? Das ist deine größte Angst. Ja, das ist meine größte Angst. Keine Angst. Ich komme nicht über den Zaun. Zu fett. Okay, nice. Sascha? Ja? Es wird relativ dunkel gerade. Nein, nein. Doch, doch, doch. Nein. Vertrau mir einmal in deinem Leben. Nein. Okay. Wenn wir jetzt draufgehen, dann bist du schuld. Oder? Welches Haus jetzt? Du, ich vertraue dir doch. Wird es echt dunkel? Ja, steht einfach da. Ich werde verrückt. Ich habe kein Trinken mehr. Ja, nimm. Die Sonne geht schnell unter. Die Sonne geht gerade ganz schnell unter. Ich gehe in den Schrank. Komm, komm her. Guck mal, wie schnell sie untergeht. Geh unter das Bett, geh unter das Bett, geh unter das Bett. Die können nicht hier rein. Mhm, klar. Okay, mal schauen. Boah, fuck, Alter. Hörst du was? Es ist ganz schön dunkel hier drin. Wird es auch wieder hell? Die können nicht hier rein. Bist du am Laufen? Ja, ja. Warte doch ab, Digga. Es muss doch auch wieder Tag werden. Ich warte, bis Tag wird. Ich versuche, die Leute zu sehen. Ja. Lichtschalter. Oh, scheiße. Leon, Leon. Was? Ich habe das Licht bei uns ausgemacht. Ich kriege es nicht mehr an. Geh unter das Bett. Bist du tot? Ist irgendwas? Der Lichtschalter ist nicht mehr da. Die Musik wird dunkel. Ich höre was. Die Sonne geht wieder auf. Okay. Boah, Digga. Okay, krass, Alter. Geil. Ich war die ganze Zeit hier drin. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Lass uns direkt weiter. Ja. Hier, nimm das Mandelwasser, was hier runtergerollt ist. Wo? Irgendwo hier liegt es. Scheiße. Ich habe sie gedroppt und dann... Wir sind Blumen. Vielleicht haben die dieses auch getrunken. Was ist mit dem Silo da? Ich bin verrückt. Da hinten liegt es. Ich werde auch verrückt. Da hinten liegt es. Da hinten liegt es. Ich werde verrückt. Ich werde es nicht schaffen. Ich sterbe gerade. Echt? Ich sterbe gerade. Hier, wo ich sterbe. Nein, nein. Du kannst die holen. Nobody knows. Ich versuche, die Sonne zu beobachten. Das geht dann relativ schnell. Wird es dunkel. Okay. Ich gehe ins Silo. Kannst du da überhaupt was machen? Ich gehe ins Silo. Ich glaube, da kannst du dich nicht verstecken. Hast du irgendwas gesehen? Da kommen die safe raus. Ah, das kann natürlich sein, ja. Ne, ich habe tatsächlich nichts gesehen. Was war mit dem Lichtschalter? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe das Hauslicht ausgemacht. Und dann ging es nicht mehr an. Okay. Was meinst du? Habe ich noch Zeit? Ich beobachte die Sonne und gebe dir Bescheid. Ich glaube, du hast nicht mehr allzu viel Zeit. Alter, guck mal. Eins. Ich glaube, die Sonne geht langsam unter. Echt? Oh ja. Die Sonne geht unter. Scheiße. Scheiße. Okay, jetzt kriege ich Angst. Alter, sie geht sehr schnell unter. Ja. Du kannst nicht mehr rennen. Ich komme nicht rüber. Okay, schnell. Geh in irgendeinen Schrank oder so. Nein, nein. Vertraust du mir? Nein, nein, sagst du? Vertraust du mir? Nein, ich vertraue dir nicht. Ja, wir wissen, was hier ist. Kinder. Ist das ein Lichtschalter? Ne, ein Licht im Raum. Da ist nämlich nichts, Digga. Alles nur Verarschung. Hä? Hallo? Kann ich mal raus? Kann ich mal aufmachen? Bestimmt bist du ja halt wirklich... Alter, ich dachte gerade, es wäre ein Kind da vorne. Oh, ich dachte auch gerade, ja. Okay. Wolltest du dich wirklich nicht verstecken? Hörst du das? Ich höre was, ja. Ah, es wird heller. Nach gerade irgendein Clown oder so kommt der. Okay, ich glaube, du kannst safe wieder raus. Nice. Ich nehme noch schnell das Wasser und gehe weiter. Okay. Kann ich das vielleicht fahren? Nee. Okay, weiter, weiter. Ich beobachte weiterhin die Sonne. Alles klar. Ich hoffe heute, dass es nicht random ist, wie schnell die Sonne dann untergeht. Du hast kein Schnelllaufenwasser noch. Wo lagen links oder rechts? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Geradeaus vielleicht. Okay. Die goldene Mitte, Freunde. Das ist immer die richtige Antwort. Guck mal, ein Schloss. Da ist ein Schloss. Da müssen wir safe hin. Schaffst du es noch zu dem Haus? Auf dem Berg? Schon wieder? Oh, ich werde verrückt. Nein, stirbst du jetzt? Nein, nein. Hast du noch zwei? Ja, ja, klar. Ich habe doch gerade eingesetzt. Achso, ich habe es nicht gesehen. Was meinst du? Ich schaue die ganze Zeit auf die Sonne nur. Schaffe ich das noch darunter? Boah, ich... Ja. Ja? 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 Okay, ja. Die Sonne steht rechts von dir. Ich glaube, weiter würde ich nicht mehr gehen. Doch, bis zu dem Haus. Ja? Ja. Ich bin sogar so hart. Ich trinke hier draußen sogar noch einen Gönner. Soll ich noch zum nächsten Haus? Nee. Safe? Ich glaube, es wird dunkel. Musst du wissen. Ja, es wird dunkel. Es wird gerade dunkel. Wo ist der Eingang? Ja. Lass mal die Tür offen stehen. Mal schauen, was passiert. Und dann geh in den Schrank. Und das Bett. Dann kann ich beobachten. Hast du die Tür offen? Ja. Okay, bei mir ist die zu. Echt? Die ist zu? Ja, ja. Die ist zu bei mir. Aber egal. Solange du es nicht bist. Freunde. Alter. Was? Hast du es gesehen? Da reinen Kinder rein. Die sind vor meiner Tür. Da. Ich sehe sie nicht tatsächlich. Ich sehe sie. Okay, okay, okay. Die stehen jetzt in dem Haus. Die haben so Holzschuhe an wie du. Hä? Hallo? Soll ich mal rausgehen? Nein. Du willst sterben. Komm, wir haben es fast geschafft. Du bist bald bei dem Schloss. Hast du noch Energieriegel und so Zeug? Ja. Ich will jetzt nichts drücken. Ja, ja. Warte, bis es hell wird. Und warte dann. noch. Vielleicht rennen sie erst weg. Okay, es wird hell. Sind sie noch da? Ja. Okay, jetzt gehen sie. Ich renne jetzt raus. War das schlau? Ja. Da hinten waren sie gerade, oder? Ich weiß nicht. Wo war das Schloss? Ich habe die... Ich glaube... Hier, gell? Geradeaus, glaube ich, ja. Okay. Okay, gut zu wissen. Wie kommen also die weg? Soll ich vielleicht den Energieriegel essen? Dass du schnell... Dass du mehr rennen kannst. Ja, macht Sinn, oder? Da hinten ist das Schloss. Okay. Was ist denn das für ein weirder Zaun, Alter? Keine Ahnung. Ich gönne mir noch hier Gönner, G. Okay, Freunde, Überstunden für euch. Was lang, Gönner, G? Ja, zwei. Ach, was? Ich habe keinen gesehen davon. Okay, irgendwas verbuggt, aber egal. Okay. Solltest du noch weitergehen? Hast du den Energieriegel ausgerüstet? Ja, schon lange aktiviert. Ach, aktiviert sogar. Achso, aber du kannst nicht mehr rennen. Nee. Solltest du weitergehen als das? Das ist eine gute Frage. Schreib das jetzt in die Kommentare. Stimmt jetzt ab. Da sind keine Türen, oder? Als ob. Das hat auf jeden Fall eine Tür. Bitte habt eine Tür. Okay, ja. Jetzt ist es noch auf. Ja, nice. Okay. Ach, die kommt aus dem Lounge. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Jetzt schnell, Digga. Schließ sie ab und versteck dich trotzdem. Einfach zur Vorsicht. Nein, 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 nein. Oder? Jetzt packts rum und dann versteck dich lieber. Unter dem Bett vielleicht, dass du das siehst. Okay. Hast du es gehört? Ja. Da klopft jemand, Digga. Okay, klopfen, ja? Ich schwöre bei Gott. Oh, Gott, ich bräuchte die Tür auf. Die ist da drin. Echt jetzt? Der ist vor der Tür. Du hast, zum Glück habe ich auf dich gehört. Ja, siehst du mal, vertrauen mir, Bruder. Ich sehe, er ist zwei Leute vor dem Ding. Gar nicht da. Alter. Alter, zum Glück hast du auf dich gehört. Hä? Hä? Geht weg. Alter. Ist gerade schon stark für Kinder. Einfach so die Tür eingebrochen. Das klopft. Wir haben gelernt von dem Letzten. Ich würde aber gerne wissen, wie sie aussehen. Riskiere es nicht. Oh mein Gott. Alter, ich wollte gerade sagen, wie gehst du schon raus? Nee. Ah! Alter. Du hast sie zu dir gerannt gerade? Ja, aber ich bin noch ganz da rein. Okay, die sehen echt scary aus, Alter. Die gehen scary aus. Sind sie weg? Weiß ich nicht. Ich sehe es ja nicht. Digga, die sehen scary aus, Alter. Das ist echt gut. So, die rote Augen? Nee. Da ist das Schloss. Ich trinke noch einen G-Brütt. Ja. Und renne jetzt zu diesem Haus hier. Ja, ja, ja. Da ist gleich ein Seil oder so, mit dem du da hochkannst, zu dem Schloss. Echt? Ich sehe da irgendwas in der Distanz, was so ein bisschen flackert. Da kommen so die Kinder von ganz da hinten. Ein bisschen Angst hast du schon, ne? Ja, klar. Okay, Digga, was jetzt? Was jetzt? Solltest du da hin oder sollst du noch eine Nacht abwarten, bevor du da hinrennst? Ich gehe jetzt mal zu dem Haus. Weil da ist kein Haus mehr, oder? Das ist gleich von der Distanz wie das, wo du gerade warst. Ich beobachte die Sonne. Ich beeile mich. Warte noch einen Zyklus ab. Okay, ich vertraue dir. Oder? Du hast mich schon einmal gerettet. Ein zweites Mal wirst du mich nicht retten. Okay. Hä? Scheiße, jetzt hat das kein Ding. Doch, doch. Okay. Hast du auch gerade gedacht? Du wartest, ja, ja. Du wartest einen Zyklus ab. Ja? Du wartest einen Zyklus ab. Und dann renne ich die Straße lang. Und dann, wenn es wieder hell wird, rennst du da runter und gehst zu diesem... Ich glaube, da ist echt ein Seil oder sowas. Das müsste ja Levelende sein dann, ne? Der genießt die Aussicht. Oh, oh. Es wird dunkel. Jetzt aber schnell, Bruder. Diesmal bleibe ich aber draußen. Nee. Hier rein oder da? Sag schnell. Geh unter das Bett, dann siehst du es. Oder? Kannst du die Tür beobachten besser? Okay. Jetzt scrabben sie dich so unter das Bett, weil sie dich sehen, ne? Ja. Nur wegen dem... Energie. Hier kommt keiner. Interessant. Geh nicht raus. Nein, nein. Geh nicht raus, bitte. Oder? Bleib bitte unter dem Bett. Without Slacks gehe ich raus. Warte einfach. Warte auch lang genug, ne? Bis es wirklich hell ist dann. Nicht, dass du noch einem über den Weg läufst, der gerade vorbeiläuft. Oder? Digga. Ja, es wird hell. Okay. Okay. Okay, jetzt schnell. Jetzt renn da hin. Wenn du irgendwo Kinder siehst, dann meide sie. Jetzt, es kann jetzt sein, dass... Jetzt müsstest du ja genug Zeit haben. Oder alles verkackt. Ja, ein Seil. Ich sehe ein Seil. Eben, eben sage ich doch. Leute, ich werde vor den Kindern flüchten. Mit dem Seil. Der Verdammnis. Schaut sich nochmal um. Okay, nimm das Seil. Nee, ich warte jetzt. Als ob... Schau erstmal, ob du irgendwas mit dem Seil machen kannst. Nicht, dass du hier stehst und alle Kinder rennen dann auf dich zurück. Ich renne jetzt einfach da hin. Digga, nein. Bring es zu Ende. Flüchte einfach. Vielleicht ist es ja noch nicht zu Ende. Du darfst entscheiden. Soll ich das Seil nehmen oder... Ja, geh. Geh. Geh einfach. Oh, da klettert er, Alter. Hä? Der Kletter-Max. Der Kletter-Max. Heißt du, Max mit Namen. Alter. Alter, was? Hallo. Hallo, hallo. Das feierst du, gell? Ich glaube, hier geht es bestimmt von Clones. Alter, guck mal an die Wand. Siehst du die zwei da? Ja. Bist du bereit? Nee. Ich gehe wieder hier auf. Alles geht. Let's go. Leon, du siehst mich in der Schwürfel-Abteilung. Schwürfel? Freunde. Also ich glaube, wenn in einem Level ein Clown kommt, dann hier. Dann hier. Oder nicht? Hast du dich gerade erinnert? Ja. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Erinnerst du dich daran, was in der letzten Folge passiert ist? Ja, klar. In der letzten Folge, Digga, sind wir durch ein Kreislabyrinth gelaufen oder einfach einen Turm hochgelaufen. Dann sind wir runtergesprungen. Dann sind wir gegen eine Wiese aufgekommen mit verschiedenen Häusern. Und da waren Kinder. Ja, okay. Ich sollte nicht zu viel spoilern. Deswegen schaut euch die... Ihr habt es ja eh schon gesehen, oder nicht? Oder falls nicht, dann schaut es jetzt an. Und jetzt kommt es. Schaut euch diese Folge an und lasst ein Like da. Genau, Freunde. Alter, geil. Ich traue mich nicht dahin, tatsächlich. Ja. Wieso springst du? Weil ich mich freu, dass du Freund springst. Ja, wuhu. Weil ich freue mich nochmal bei euch bedanken. Uns freut es nämlich so sehr, dass diese Videos so gut bei euch ankommen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke schön. Deswegen werdet jetzt kostenpflichtiges Kanalmitglied. Kanalmitglied. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt. Alter, den Blog hier kann ich rumschieben. Lol, du weißt, was das bedeutet. Was? Nee. Ich weiß es auch. Stell dir mal hier drauf. Kann ich nicht. Ich bin der Clown-Meister. Ich kann selber nicht da drauf. Der Clown-Meister. Okay, hier. Guck mal. Hier ist ein Block. Was müssen wir hier machen? Hier ist noch ein Block. Du kamst da nicht durch, oder was? Nee, eben. Hier ist ein Rätsel. Guck mal. Hier ist ein Stern drauf. Da ist ein Viereck drauf. Das muss zum Viereck. Ah. Und was ist da drauf? Hier ist ein Stern drauf. Aber hier ist auch ein Stern. Ist bei dir ein Stern mitten im Kreis oder ein Stern? Ein Stern. Okay, weil hier ist ein Stern mit einem Kreis. Aber ich habe auch nur einen Stern. Deswegen kommt das demnach da hinten hin. Geil. Okay. Hier ist... Wollen wir das wirklich lösen? Ein Stern mit einem Kreis. Nee. Eigentlich nicht. Ich will hier... Guck mal, ein Arcade-Automatiker. Hier spiel ich Tetris. Vielleicht spielst du mit jemand ganz anderem. Hörst du das? Nee. Hallo. Hallo. Weißen Sie sich aus? Glaub mir. Boah, das wird ganz schrecklich, glaube ich, heute. Wo sind die nächsten Kisten? Hier drin. Wie macht man das auf? Hier ist eine Kiste. Ah, nice. Ein Kreis. Hier ist ein Kreis. Haben wir einen Kreis? Ja. Hier sind noch Kisten. Ah, das sind alles nur Sterne. Wir brauchen doch nur noch den Kreis, oder? Oder was ist ganz vorne? Äh, ein Stern mit einem Kreis. Ja, überleg mal. Wo hast du den Stern mit dem Kreis? Du hast doch vorhin gesagt, hast du bei dir hinten einen Stern. Digga, hörst du nicht zu? Ich hab gesagt, hast du einen Stern? Ja. Weil ich hab einen Stern ohne Kreis. Dann hast du gesagt, du hast hier auch einen Stern ohne Kreis. Jetzt fehlt uns doch ein Stern mit Kreis. Wahrscheinlich hier vorne. Hier ein Stern mit Kreis. Das kann irgendwie gut zählen, Alter. Du bist echt schlau. Danke, Mann. Kann man dich irgendwie finanziell unterstellen. Ja, indem du eine Kanalmitgliedschaft abschließt. Oh, es geht auf. Alter, was steht da? Da steht jemand, oder? Ja, das ist ein Clown, Digga. Du bist vorn. Hallo. Ich wollt sie fragen. Ups, sie geht. Ergrüßt, ergrüßt. Kannst du uns in Ruhe lassen? Echt? Hello, jetzt wird's zum... Hinter uns ist zugegangen. Halt's Maul. Doch. Nein. Wir kommen nicht mehr raus. Weisen sie sich aus. Das gefällt mir gar nicht, Alter. Weisen sie sich aus. Alter, dreh dem nicht den Rücken zu. Ja, das glaub ich halt echt, ne? Dreh dich mal weg. Kann das sein? Er guckt uns an. Spaß. Ich glaub, wir müssen hier irgendwas triggeln. Digga. Digga, das gefällt mir gar nicht. Ich geh mal ganz kurz ein Haar an. Okay. Bleib hier hinten. Alter, sieht der gruselig aus. Hä? Hast gelbe Zähne? Wird zu viel Anabolika. Alter. Alter. Okay, aber er macht nicht. Das gefällt mir echt nicht. Ja, ja, klar. Aber ich frag mich halt, ob es wirklich so ist, wie du sagst. Ich sag eins. Dass wir da anschauen müssen, oder? Geh da hin und freund dich schon mal mit ihm an. Schau. Hallo. Jetzt packt er uns beide. Hallo. Berühr ihn, berühr ihn, damit du dieses Gefühl... Hallo. Okay. Bleib ruhig länger, ne? Nee. Guck mal, hier ist ein Knopf. Soll ich den mal drücken? Nein. Null, da steht null. Nein. Warum steht da null? Ah, wir können, glaub, dann hier Achterbahn fahren. Bahn fahren? Warum? Warum, ja. Können wir... Guck mal. Oh mein Gott. Was? Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Wo bist du? Sacha? Ah, es ist dunkel. Es ist dunkel. Ich bin bei der Achterbahn. Ich bin bei der Achterbahn. Komm zur Achterbahn, bitte. Hier steht jetzt 10. Ah, 10. Was? 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 Wo? Bist du das da hinten? Er läuft doch. Ich bin bei der Achterbahn. Leon, Leon, wo bist du? Ich bin neben mir. Sascha, 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 Sascha. Da leuchtet Licht. Komm ins Licht. Alter, Alter. Ich hab den gar nicht gesehen. Scheiße. Der hat einen Hammer. Der spawnt, der spawnt, der spawnt. Was soll ich machen? 40, 41, 42. Ich glaube, du hast eine Minute Zeit. Sei vorsichtig. Er schreckt dich. Ich bleib jetzt hier. Ich glaube, der spawnt neben einem und tötet einen. Es macht... Er ist vor mir. Es ist gleich vor mir. Wohin? Wohin soll ich? Was? Ah, 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 ah. Boah, fuck, Alter. Der ist unsichtbar. Ja. Boah, scheiße. Ich will das nicht. Scheiße. Warum? Was müssen wir denn machen? Kann man da also sich gar nicht verstecken? Weiß ich nicht, Alter. Aber vor Clowns hast du in dem Fall nicht so Angst, oder? Ah, guck mal, da ist ein Zettel. Ah. It only attacks. Ja. When you can't see him, watch your back. Also... Ah, er ist wie ein Assassine und sticht dich von hinten ab. Also Jumpscares ohne Ende, Alter. Das heißt, wir brauchen sofort Taschen... Wir brauchen sofort Taschenlampe. Ja, aber warte mal. It only attacks when you can't see him. Watch your back. Weil sobald er dich sieht, äh, die spawnt er. Das heißt, wir müssen eigentlich nur Rücken an Rücken laufen. Okay. Wieso rennst du dann vor mir weg? Weil ich Angst vor dir habe. Vor mir? Wir brauchen Taschenlampen. Suchende Taschenlampen. Sicher? Ja. Weil dann sehen wir ihn schneller und dann kann er gar nichts machen. Hä? Aber ich hab ihn doch angeschaut. Wieso hat er mich dann getötet? Der war hinter dir. Aber der war doch erst vor mir. Ja, und dann ist er despawned und dann ist er dort hingekommen, wo du nichts gesehen hast. Lass lieber schnell irgendwas machen, bevor wir... Können wir hier wirklich nichts machen? Scheinbar nicht. Guck mal hier. Kann man da rein? Oder raus? Bitte? Oh nein, oh nein, oh nein. Es fängt an, oder? Ja, es geht los. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Freunde, die schon. Bleib bei mir, bleib bei mir. Fuck, fuck, fuck. Bleib bei mir. Lass mal Rücken an Rücken. Ja, lass... Fuck. Er ist vor mir. Er ist schon weg. Bleib mit dem Rücken an der Wand. Wo bist du, wo bist du? Ich bin neben dir. Wo bist du? Links oder rechts? Guck du, guck du rechts, ich guck links. Okay. Ah, wir haben dann immer so viel Zeit. Siehst du ihn? Nein. Ich auch nicht. Doch, da hinten war er, glaube ich. Du stehst immer noch... Er kommt, er kommt. Alles gut. Komm, weiter, weiter. Schaust du nach links oder rechts? Ja, ich schau nach rechts. Ich schau hinter uns. Bin leider im Rücken. Okay, hab ihn weggemacht. Was machen wir jetzt? Wir müssen, glaube ich, mit der Achterbahn fahren. Läuft da hinten. Ja, da hinten... Guck mal, er ist verbuggt. Schau mal, da im Licht. Wo bist du? Siehst du ihn? Da im Licht ist er. Er ist weg. Guck wieder bei dir hin. Fuck, fuck, fuck. Ja, ja, ja. Wohin guckst du? Nach hinten. Lass mich vorlaufen. Lass mich vorlaufen. Du darfst nicht... Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich schau rückwärts. Leon, komm mal hier hin. Lass Rücken an Rücken laufen. Hier ist eine Tür offen. Komm mit. Scheiße, ich hab mich verguckt. Oh, er war gerade hier. Wo bist du? Hier, komm her. Komm her. Es da, es da. Lauf mir noch Rücken an Rücken. Wir müssen da hin, Digga. Komm mit. Folg mir. Wo? Es ist grün. Verstehe. Pup, pup. Ah, wir müssen überleben. Guck hinter dir, Digga. Ja, ja, ja. Wir müssen da hin. Okay, Bro. Lass mich da an die Wand. Lass an die Wand. Okay. Lass das solide runterspielen. Du schaust links, ich rechts. Wir müssen aber in die Mitte. Da, er kommt. Ich hab ihn gesehen. Okay, komm mit. Wie, komm mit? Ich seh ja nicht, wo du... Jetzt hier ins Licht. Da ist er. Hab ihn. Hier ist Wasser. Irgendwas. Wir müssen in die Mitte. Düt, düt. Alter, hab ich Paranoia. Warte, irgendwas ist passiert. Du bist tot. Ich hab hier ein Getränk getrunken und bin gestorben. Ich fahr mal damit. Düt, düt. Okay, ich bin in dem Dings drin jetzt. Kannst du fahren? Du hast ein Getränk getrunken und... Nee, das fährt. Das fährt automatisch. Scheiße. Du hast ein Getränk getrunken und bist gestorben. Ja, ich hab's nicht gelesen, was da stand. Hä? Haben wir es geschafft? Als ob wir es geschafft haben. Geil. Was macht so Geräusche? Alter. Alter, der Clown war eigentlich easy. Ich will hier nicht weiter. Die Atmosphäre auch, Alter. Die so... Boah! Was? Was denn? Schaudert mich! Shoutouts an Sascha. Schaudert! Alter. Sascha, Sascha, Sascha. Ja? Wir haben es echt geschafft mit dem Clown, oder ist er jetzt hier auch und bleibt hinter uns? Wo bist du? Ah, hallo. Mineralwasser. Äh, Mandelwasser. Mineral. Mineralwasser. Energieriegel. Nimm du. Alter, es ist so fucking dunkel. Hier, Taschenlampen. Hier ist noch ein Energieriegel bei mir. Hier ist auch irgendein Flaschensaft. Der Ding geht richtig schnell her. Komm mal hierher. Hier, hi. Taschenlampen. Ja. Lampen. Ich schau grad mal, wie ist meine Gesundheit aus. Ich geh glaube ich schneller runter. Ich nehm Energieriegel. Ja. Alter. Was, was ist das? Leon? Leon? Ja, Sascha. Was ist das? Ja, Sascha. Was ist das? Was? Hörst du das Geräusch? Ich will da nicht rein. Hörst du das? Ich bin auf Anabolik. Boah, das gefällt mir gar nicht. Ich hörs. Ich hör Geräusch. Alter, hörst du das? Ja. Was geht das in diesem Spiel? Boah, fuck. Das gefällt mir nicht. Irgendwo ein Zettel wieder. Oh, Junge, Mann. Alter. Da ist was gelaufen. Da ist echt was gelaufen. Renn, renn, renn. Was? Was? Ich renne, ich renne, ich renne. Da ist was gelaufen. Ich schwöre, ja. Mit irgendwie so langen Beinen. Echt jetzt? Ja. Dicke, ohne Witz? Ja. Ich hab's nicht ans. Oder ich hab's mir eingebildet, aber ich bin mir eigentlich sicher. Scheiße. Hörst du das? Ja. Da kommt was. Das sind doch Schritte, oder? Du. Ja, ja. Bleib mal, bleib mal hier, bleib mal hier. Oh, fuck. Das Licht aus. Alter, zack, zack. Oder ist es der Beat? Weiß ich nicht. Ich frag dich auch. Ist es im Takt, oder? Ich weiß es nicht. Der Beat hat nicht wirklich im Takt. Tick, tick. Das macht immer so zwei, ne? Komm jetzt, Bro. Alter, ich will das nicht mehr. Komm, wir gehen mal. Wieso habt ihr noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen? Dann wird's deutlich leichter für mich. Komm einfach mit. Ist das Kokain, oder was ist das hier? Steine? Geht's hier weiter? Nee, okay. Eigentlich ist das nur, da lauf ich langsamer. Oh, ich werd bald verrückt. Du, kurz was dringend. Alter, ja. Man wird hier sehr schnell verrückt. Oh, fuck, jetzt ist es dunkel. Ich bin sehr schnell verrückt. Nach diesem Spiel war ich verrückt. Habe ich mir das nur eingebildet, oder? Also, Digga, hier geht's nicht weiter. So viel wissen wir. Hier ist nichts. Rein, gar nichts. Und es ist so dunkel. Es ist so fucking dunkel, ja. Wird schon gut sein, oder, Leute? Also, wir können nur da lang. Ich lauf jetzt hier gerade aus. Da, wo das Viech langgelaufen ist, gerade. Also, vorhin. Hast du's gehört? Ja. Sollen wir mal hier beobachten, oder? Ja, beobachte du mal. Wo gehst du hin? Beobachte da mal. Ich bin nicht die gute Person, zu beobachten, tatsächlich. Also, ich seh nix gerade. Oh, fuck, Alter. Komm mal hierher. Ich bin da. Was ist denn das für eine Scheiße? Weißt du? Das ist auch so Schiss wie ich, Alter. So fühle ich mich, wenn ich in unserem Büro langlaufe. Und das Licht aus ist. So, jetzt bin ich mutig. Hallo. Sascha, Sascha. Hallo. Sascha, ganz ruhig. Zwei Wege links. Ganz ruhig. Bitte ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bin ruhig. Chill, bitte. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Rechts oder links? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Rechts, rechts. Sie haben rechts geschrieben. Okay, eine Sackgasse. Dieses Video endet so weit. Schaust du links? Schau links. Ich hab da hingeschaut, aber chill mal. Schleich vielleicht auch mal. Ich trau mich nicht so. Hier geht's tatsächlich weiter. Ich frag mich halt, ob das ist. Ich glaub hier ist. Jetzt so, zack. Hier links ging's noch lang. Komm mal her, komm mal her. Hier ist ein Raum. Oh, was? Hier. Oh, lol. Energieriegel und Saft. Ja, Monster, ich komm gleich. Oh, ein Spinn. Kann ich mich hier verstecken? Alter, hier ist es so dunkel. Hier ist es noch dunkler. Energieriegel. Nimm du mal den Saft. Vielleicht. Nimm du ihn. Oh, ich muss mein nächstes Mandelwasser trinken. Jetzt hab ich noch einen Saft. Und da liegt kein Saft. Soll ich ihn nehmen? Dann nimm ihn. Ja, ich hab... Alter, es ist einfach dunkel. Sind das Steps oder ist das der Beat? Ich kann's nicht zuordnen, Digga. Ich kann's auch nicht zuordnen. Was meinst du? Du bist doch Produzent. Sei mal leise. Keine Ahnung, Alter. Hör mal auf den Takt. Als ob der nur zwei Steps macht. Da gibt's keinen Takt. Doch. Das ist der einzige Takt, den ich hör. Wieso haust du deinen Tisch? Ich geb den Takt an. Okay, lass einmal weiter. Das reicht. Warte. Das ist kein Monster. Okay, okay. Du hast recht. Ich hab das nie behauptet. Ihr habt alle recht, Leute. Ich bin immer der, der vor groß läuft. Ich bin der, der, der... Okay. Alter, hier gibt's... Hier gibt's denn so viele Wege. Leon, hör mal. Ja? Das sind mir gerade viel zu viele Wege. Ja. Viele Wege führen nach oben. Komm, gehen wir einfach mal die. Die Stimmung ist angespannt, Alter. Okay, wenn du meinst. Ich trau dir. Ich vertrau dir. Da ist ne Tür. Ah, nee. Jetzt hast du mir gerade Hoffnung gemacht. Da ist ne Tür. Bei Gott. Chill mal. Bitte sei offen, bitte. Bitte. Mach. Ja. Okay. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Sehr schlechtes Zeichen. Das ist, das ist, glaube ich, ein Versteckungsraum. Kann das sein? Ein Frisch, wo man drunter kann? Nee, man kann nicht drunter. Nimm du den Saft. Hier kannst du durchschauen. Wo? Hier, da, durch die Wand. Wo kann ich da durchschauen? Weiß ich nicht. Ich nehm, ich trinke mal einen Saft. Alter, es ist dunkel, ne? Wenn die Taschenlampe nicht an ist. Warum kann man da durchschauen? Jetzt kommt so ein Monster, Digga. Okay, das ist schon hardcore, ey. Das ist jetzt echt schon schlimm. Ja. So, jetzt kommt wieder der Beat. Nee, das war nur... Ich sag dir Zinn des Schritte. Jetzt hör ich grad keine, ne? Hörst du echt... Hörst du grad keine? Doch, jetzt. Ja, doch. Ich glaub, das ist Teil vom Instrumental, was im Hintergrund läuft, oder? Ich bin ehrlich, ich glaub auch. Ich trau mich trotzdem nicht raus. Gehen wir weiter. Hier links oder rechts oder... Ja, links, Sackgasse. Rechts lang? Oder komm, wir vom da. Nee, da. Nein. Geht's hier lang, Digga? Hier ist ein Wasser... Was ist das? Hallo? Wer ist da? Ich habe keine Angst vor deinem Knacken. Was ist das? Hör auf zu knacken. Alter, Mann. Oh ja, Alter. Was ist das? An wem kommt dieser Atem? Was für ein Atem? Lass mich, lass mich, lass mich hier rein. Ich muss wahrscheinlich schleichen, hat er gesagt. Das LIDA-Scanner. Guck mal. Was ist das? Was ist Atem? Also ich weiß schon... Was ist Atem? Was ist das nochmal? Ah, okay, das ist wie Ding. Kannst du dich erinnern? Ja. Da läuft jemand. Ich höre Schritte. Ah, nee, das sind die Schockwellen. Und zwar... Sicher? Das ist so ein Scan-Gerät. Wir sehen jetzt, ob im Umkreis sich... Ah, ja. Ja, was war das? Dieses... Oder was? Es wird schneller. Oder bist du das? Ich, ich... Ich habe jetzt auch ausgerüstet. Ah. Er kommt, er kommt. Ich habe einen roten Punkt gesehen. Ich habe einen roten Punkt gesehen. Ich schwöre auf alles. Drück nicht links-Klick. Okay, wieso? Da kommt dieses Geräusch. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Ja, jetzt, oder? Oh mein Gott, Digga. Das sind so viele rote Punkte. Was? Äh, hallo? Hallo? Guck mal, den Gang raus. Alter, ja. Digga, was... Weiß ich nicht. Muss man den links-klick drücken zum Scannen oder scannt er automatisch? Ich habe... Also ich habe... Ja? Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe einen roten Punkt auf meiner Map gesehen. Ich mache verrückt. ...durchbewegt hat. Okay. Aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Was ist passiert? Das ist wohl ein Mangel in Verstand. Wieso gehst du erst zur Polizei und nicht zu mir? Hier ist ein Saft, hier ist ein Saft. Okay. Nimm ihn dir. Leon, wir machen jetzt folgendes Prinzip. Du bist derjenige mit dem Scanner. Okay. Warte. Flashlights... Roter Punkt. Roter Punkt, er kommt näher. Siehst du das auch auf deinem Scanner? Da ist ein Zettel, Leon. Da steht drauf, Flashlights don't work part here. Was heißt das? Warte, lass ich mal schauen. Flaschnappen funktionieren hier nicht. Richtig? Äh, nach diesem Punkt funktionieren Taschenlampen nicht mehr. Also, roter Punkt, roter Punkt. Ja, du siehst ihn auch, ne? Ich glaube, wir müssen da lang, aber was mit dem Mandelwasser? Nimm das mit. Wo? Da, da stand es drauf. Ich stehe drauf. Okay, Freunde, los geht's. Ah, guck mal. Wenn du links klick machst, kannst du dir diesen... Er kommt, da kommt was, da kommt was, kommt wieder zurück. Kommt wieder zurück. Rot, rot. Hey! Nee, Sascha, nee, Sascha. Wo bist du? Ich bin wieder in dem Raum. Er ist sehr nah. Es wird auch so... Er ist ganz nah. Er kommt näher. Geh weg, geh weg. Lass mich nicht zeigen. Nee, nee, ich bin da weg. Diese Punkte, die du gesehen hast, die roten, mit Linksklick scannst du den Weg, ja? Und dann siehst du den Weg so ein bisschen umrandet. Er ist weg. Er ist... Nein, er ist da. Er ist da. Ich glaube, der macht eine Route und wir müssen bestimmen... Kommt der zu uns? Ich rüst mal kurz eine Taschenlampe aus, ich will was sehen. Ah, ja, okay. Geht halt echt nicht, ne? Doch, doch. Aber ab hier nicht mehr. Verstehe. Das heißt, okay, jetzt habe ich mir... Und wir müssen den Scan machen, damit wir den Weg sehen. Verstehe. Kommst du? Und wahrscheinlich ist es ein Typ, den wir nicht sehen. Oh, fuck. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein, nein. Doch? Nein, nein. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Ich höre doch Schritte, Sascha. Er kommt, er kommt. Alles gut. Er kommt, er kommt. Es macht... Piep, 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 piep. Ich höre, es muss mir jetzt machen. Chill, chill. Ich war verrückt, ich war verrückt. Du hast noch dein Mandelwasser. Boah, wir müssten halt eigentlich da durch, ne? Wie macht's? Piep, piep, piep. Der chillt da halt, ne? Wie macht's? Piep, piep. Warte, wie macht das? Schreibt es in die Kommentare. Okay, piep. Ich habe keine Ahnung. Seltenheit, legendär. Okay, er ist jetzt rechts. Er kommt, ja. Nein, nein. Er ist Rechner. Komm mit. Jetzt kommt er wieder in die Mitte gleich. Ich gehe nach rechts ran. Schnell, schnell, schnell. Okay, der rechte Weg ist der orange Weg. Piep. Okay, er ist rechts. Nee, du, deine Scanner sind... Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Scheiße. Ich werd verrückt, ich werd verrückt, ich werd verrückt. Ich seh dich. Ich komm mal zu dir zu. Bist du hier vorne? Ja. Was ist passiert? Ich muss einen Verstand haben. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wo lang? Wo lang? Nirgends von uns. Wir müssen die ganze Zeit scannen, ne? Damit wir sehen, wo wir langlaufen können. Sackgasse. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Wie ich es geplant habe. Es war zu einfach. Wir laufen jetzt in seine Richtung, ne? Hier geht's nicht lang, Neil. Die Frage ist, was ist er? Ah, du kannst doch gedrückt halten. Ah, nee. Nee. Kommt nirgends her. Ah, ich sterbe. Ich sterbe, weil ich verrückt bin. Was? Doch. Hast du nichts mehr? Ich sterbe, weil ich verrückt bin. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Sag doch was. Ich hab noch was. Ich bin tot. Hä, ich hab's doch vorhin gesagt. Sorry. Okay. Boah, ich kann dir leider nicht helfen, ne? Hat da gerade jemand hell gesagt? Weiß ich nicht. Der chillt hier irgendwo, ne? Das ist auch eine Sackgasse. Tatsächlich. Und hier, von hier kommen wir. Hier geht's weiter. Ist er da? Komm, du schaffst das. Boah, fuck, Alter. Wieso muss es immer so dunkel sein? Echt, willst du mehr? Ja, mach das bitte mit, damit ich auch verstehe. Oh, echt? Oh, echt? Sascha. Echt jetzt? Eigentlich ist gar nicht lustig, Alter. Echt? Echt? Er ist genau hier gegenüber von der Wand. Scheiße. Geh, 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 geh. Er kommt. Scheiße, da ist was. Oh mein Gott. Er ist hinter dir, er ist noch hinter dir. Er kam hier nicht. Er kam hier nicht. Er kam hier nicht. Er ist da. Du kannst nicht, hä? Er geht, er geht, er geht, er geht. Sascha, ganz zurück, ganz zurück, ganz zurück, ganz zurück. Bleib erst mal hier. Bleib erst mal hier und beobachte. Boah, Alter. Boah, Alter, da kam er plötzlich gerannt, gell? Ja, scheiße, aber du musst dort lang, ne? Bleib verrückt. Scheiße, hast du noch was? Ja, ein Energiegegen. Okay, dann iss den. Und dann musst du jetzt schnell machen eigentlich. Okay, du hast recht. Ihr habt alle recht. Bleib in den Kommentaren. Okay, du musst jetzt nach links gleich. Ja, erst. Also, da gibt's einen anderen Weg. Ist er woanders oder ist er dort noch? Bleib, bleib. Soll ich einfach rennen? Nee, er hört das, gell? Ja. Ich werde halt verrückt. Ja. Ich muss hier lang. Ist er da in der Nähe? Ja, er ist direkt da. Da ist er. Ich mach hier lang. Ja. Da ist eine Sackgasse. Echt, ist eine Sackgasse? Oh, scheiße. Bleib. Kommt er näher? Beep, beep. Oh, Mann. Ich hör was. Ich hör was. Ich hör was. Bist du tot? Er sieht mich nicht. Er geht wieder. Die Steps, Alter. Das ist kein Step. Das ist eine Schockwelle vor meinem Gerät. Nee, nee. Doch. Ich bleib verrückt. Ich bleib verrückt. Ich bleib verrückt. Ich muss mich beeilen. Hä? Aber du musst da lang, wo er ist. Ja. Ich glaub, er sieht mich nicht. Wenn ich ganz still bin. Ich glaub, er sieht gar nichts. Und ich darf ihn einfach nicht berühren. Probieren wir. Bevor ich draufgehe, Freunde. Oder vielleicht darfst du auch nicht scannen in seiner Nähe. Wo siehst du? Ich hör ihn. Weißt du? Er kommt. Er sieht mich tatsächlich nicht. Er ist weitergerannt oder so. Ja, er sieht mich nicht. Er hört nichts. Er macht nur... Aber hört er deinen Scanner, frage ich mich. Nee, ich hab heute im Scanner. Digga, wo geht's hier lang? Sehr nice. Ich werd sterben. Scheiße. Nein. Nein, ich bin so weit gekommen. Scheiße. Freunde. Nein, Sascha. Och, Mann, nein. Aber gut zu wissen. Er sieht mich nicht. Wir müssen das ganze Level jetzt von vorne machen. Nein, perfekt. Nein, okay. Alter, ich hab keine Taschenlampe mehr. Brauchen wir nicht für den. Ach, okay. Für den Level. Ein Saft. Was ist ein Saft? Noch ein Saft. Wollen wir kurz zurück? Nee, nee, lieber nicht. Okay, am besten folgst du mir. Ich folge dir einfach, ja. Auf YouTube. So wie ihr uns auf YouTube folgen seid, ja. Ich scanne mal. Alter, jetzt ist meine Linie weiß einfach. Also wir wissen ja, dass wir links... Er ist da. Vertrauen, ja. Okay. Ich weiß, wo er ist. Du darfst wirklich nur nicht rennen. Siehst du es? Diese Steps sind keine Steps. Ist deine Schockwelle. Merkst du es? Nee. Komm, ich sollte mich wahrscheinlich schleifen. Was auch immer, es ist nicht höher. Ich versuch dich zu verfolgen, aber es ist einfach zu dunkel. Okay, hi. Ich seh da so ein grünes Licht. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich scheiße find an dem Game? Was denn? Dass die Texte immer so schnell weg sind. Ah, true. Okay, heiß. Ja, wir müssen jetzt mutig sein. Das ist nur ein Mann, der jetzt sehr, sehr nah ist. Der ist fucking nah. Der ist ganz nah bei mir. Lauf, lauf. Lauf, TV. Fuck, hast du gehört? Der war in mir eigentlich. Ja, er ist da. Er ist da. Alles gut. Er sieht uns nicht. Chill einfach. Er ist direkt bei uns. Warum? Ich weiß nicht. Er ist direkt vor mir. Ja. Er sieht mich nicht. Bist du dumm? Er ist verpackt. Sicher? Ja. Er ist direkt vor mir, aber er kriegt mich nicht. Ja. Okay, er läuft weiter. Er läuft weiter. Er hat sich beruhigt. Ich komm hier nicht raus, weil du vor mir bist. Lol. Wo bist du? Ich bin direkt hinter dir. Ich bin hier in dem Eck. Das ist ein Kuss. Wollen wir warten, bis er wieder kommt und dann wegläuft. Er läuft immer dieselbe Route, oder? Ich weiß. Ich hab dich verloren. Ich bin neben dir. Kommt mit. Wir gehen hier rein. Siehst du mich? Ja, ich seh halt keinen. Geh in irgendein Eck. Geh in irgendein Eck. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Oh, ist der nah. Ist er bei dir, oder? Was macht der? Ja, ich weiß es nicht. Oh, ist der nah. Er ist direkt neben mir. Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken. Oh, Digga. Ich dachte gerade, was ist das? Das bist du. Ja. Du hast doch recht, Digga. Der hört das, wenn wir scannen. Ich glaube auch. Okay, Leon. Wir müssen hier raus. Kommst du? Alter, ich seh dich gar nicht fast. Das ist das Problem. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich gehe auf die andere Seite. Er kommt. Er kommt. Ich glaube, das mit dem Scannen ist richtig, dass er hört. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Okay, jetzt weiter. Nicht scannen, Leon. Nee. Kommt wieder. Kommt wieder. Oh, fuck. Einfach dieser Schatten. Ich lauf weiter. Ich lauf ihm hinterher. Ich glaube, ich seh dich. Alter, der ist direkt neben uns, ne? Okay, jetzt, Leon. Jetzt ist unsere Chance. Großes zu vollbringen. Okay, okay, Sascha. Rechtslang. Boah, sehr nice. Okay, hier ist noch ein Weg. Wir gehen aber geradeaus, okay? Ich hab dich verloren, aber ich versuche... Ah, da hinten bist du. Ah, Digga, du siehst mich doch als grünen Punkt auch. Nein. Nicht? Oder? Doch, das bist du. Ah, echt? Richtig, richtig. Das ist gut zu wissen, natürlich. Ah, nee. Hier lang. Hier rein. Okay. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt sehr schnell. Das Scannen ist halt das, ne? Ich weiß nicht, ob es da handelt. Ah, das wirst du. Piep. Piep. Ich werde verrückt. Ich lauf noch ein Stückchen weiter. Ja. Okay, hier ist eine Sack. Sack hast du, oder? Du musst kurz hier chillen und was? Ja. Alter, spannend, Digga. Es ist spannend, ja. Man sieht halt auch so gar nichts gefühlt. Alter, das ist richtig krass, Mann. Okay. Jetzt bin ich nicht mehr verraten. Leute, in diesem Video seht ihr nur Lichter und Punkte. Piep, piep. Wie sollst du jetzt? Orange? Er kommt. Ja. Erstmal scannen, oder? Von wo kommen wir? Hier links waren wir noch nicht. Okay, dann lass da raus. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein, nein. Piep, piep. Wie soll ich jetzt Orange haben? Ich weiß es auch nicht. Okay, hier ist ein Würfel in der Mitte. Hä, Alter. Ich glaube, ich habe da sowas so schlecht orientiert. Ist hier wieder eine Sackgasse, oder geht es hier weiter? Geht es weiter. Alter, es ist so komisch irgendwie. Es ist sehr komisch. Weil laufen wir nicht im Kreis? Ich weiß es nicht. Irgendwann müssen wir ja zu Ende sein, oder? Ich werde verrückt. Echt? Schon wieder? Ja. Scheiße. Ich habe nur einen Saft. Und jetzt ist hier einfach eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Alles gibt keinen Sinn. Gute Frage, Alter. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Hier geht es nicht mehr weiter. Hier kommen wir, oder? Hier. Nee, hier geht es weiter, glaube ich. Ja, tatsächlich. Hier links geht es weiter. Hä? Wir waren schon am Ende und dabei. Tür, wir haben es nicht gesehen. Wer weiß. Ich laufe mal ein bisschen. Ja? Ja. Was höre ich da? Da, eine Tür, Digga. Ich werde verrückt. Oh mein Gott, komm, schnell. Wir haben es geschafft. Ja, ja, ja. Schnell, schnell, schnell. Ich werde sterben, ich werde sterben. Aber, nee, ich bin tot. Kurz vor der Tür. Aber wir haben es geschafft. Alter, nice, Digga. Boah, Alter. Sehr schön, sehr schön. Was ist das jetzt hier, Alter? Es gefällt mir alles gar nicht. Ich habe das Ding nicht mehr. Was ist das für eine verlassene Bude eigentlich? Das erinnert euch wahrscheinlich an das letzte Devourer-Video, Freunde. Ja, true. Das reicht, lass mich da dahin. Mit dem schwarzen Typ da vorne ist es besser, oder? Nee. Oh, ich werde verrückt. So schnell? Wahrscheinlich, weil du noch nicht gestorben bist. Lass das Level neu starten. Ah, okay. Oder? Ja. Das Spiel ist abgestürzt. Wie wohl? Level neu starten. Spiel abgestürzt. Okay, mein Spiel ist nicht abgestürzt. Tatsächlich, ich starte die ganze Zeit mit so übelst wenig. Ah, richtig schwag. Runter oder hoch? Du entscheidest. Runter. Okay. In den Keller. Perfekt. Mandelwasser und alles. Ah, geil, okay. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Energierige. Du brauchst, warte, hier, nimm noch das Mandelwasser hier. Ein Boot. Nimm das Mandelwasser. Hier ist ein Zettel wieder. Beware of the thing. Scheiße, Alter. Hüte dich vor dem Ding. Als ob wir jetzt über den Ozean rüber müssen mit einem Boot. Da ist noch nichts. Also, können wir jetzt auf das Boot hier? Wahrscheinlich, oder? Kannst du F drücken drauf? Ja. Scheiße. Wir können doch hier lang. Lass mal erst erkunden. Hast du das? Ja. Wo bist du? Ich bin im Haus. Im Haus. Hallo. Wollen wir noch mal kurz nach oben schauen? Ja, safe. Ach, was für schöne Blumen, Sascha. Ja. Solange es noch ein Unterwasservieh ist, ist es gar nicht so gruselig. Exit. Ah, okay. Hier können wir nur da hin. Verstehe. Alles klar. Geil. Nee. Wie wir es schon alles kennen jetzt, gell? Ja, ja. Wir werden immer professioneller. Dafür ein Like verlassen. Brotfressioneller. Und ein Mitglied werden. Wir müssen tatsächlich dieses Haus verlassen. Ja. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Boot nach da hinten zu diesen anderen Häusern und Sachen suchen oder so. Oder mit dem. Guck mal, hier gibt es mehrere Boote. Ja, ist doch egal, welches Boot wahrscheinlich. Wahrscheinlich bricht eins. Und nur eins. Nein, ich denke... Ja, okay, wenn du das sagst. Komm aufs Boot, Matrose. Du musst F drücken. Komm aufs Boot, Matrose. Alter. Geil. Bist du drin? Nee, ich kann da nicht rein. Dann musst du wahrscheinlich... Ja. Oder? Also bei mir steht, dass ich rein kann, aber okay. Dann nehme ich ein anderes Boot. Nein, 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 nein. Boah, lass uns zu dem Haus da vorne. Bei Saucy Springs. Alter, das ist einfach eine schöne Bootstour mit Sascha. Ich ignoriere das Riesenvieh. Nein, ich bin auf einem eigenen Boot. Welches Riesenvieh? Weiß nicht. Hier gibt es gar kein Riesenvieh. Da war nur auf dem Zettel Achtung vor diesem Riesenvieh. Welches denn? Boah, Alter. Wenn es jetzt kommt und so zuschnappt, gell? Meinst du das dahin? Traust du dich einfach so ins Wasser reinzugehen? Nee. Ohne das Boot? Du? Ich glaube, safe, dann kommt das. Nee, ich traue mich auch nicht. Lass kurz mal hier chillen. Was höre ich da? Okay. Du bist ausgestiegen. Hinter dir! Nee, nee, nee. Zack. Wo bist du? Lol, guck mal. Ich bin hier auf dem Dach, Digga. Wo bist du? Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Boah. Boah, Alter. Guck mal, hier überfiel. Energy Bar, Mandelwasser. Alter, wer hat uns das hier hingestellt? Und hier noch mehr. Kann man hier ins Haus? Ah, hier noch mehr. Ja, hier ist auch noch mehr. Take it. Das heißt, es ist eine lange Reise wahrscheinlich. Ich esse gerade mal was. Ich bin im Wasser. Okay. Ich trinke auch mal noch eine Flasche. Das Ding immer noch. Geil. Wie geil. Nicht so geil. Okay, lass weiter. Folgst du mir? Ich folge dir, wenn ich sehe, wo du lang gehst. Warte, ich überhole dich. Okay, jetzt gehst du wieder vor. Ja, ich warte hier. Ja, ich glaube auch. Ich sehe dich nicht, ne? Ja, du wirst mich nicht sehen. Wieso schiebst du mich weg? Komm, wir gehen mal zu dem Linken raus. Du hast dich echt weggeschoben. Aus Versehen. Alter, ich dachte gerade, da steht ein Vieh auf einem Wasser. Auf einem Wasser. Freut mich. Okay. Ich bin jetzt losgefahren. Heute spielen wir Wrath. Ja. Wieso? Euch gefällt es ja, die Horror-Videos nicht? Wieso? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir sind jetzt in einem Level, wo wir mit Booten zu Häusern fahren, die mitten im Meer irgendwo sind. Das macht doch keinen Sinn. Hier rein? Nee, das macht keinen Sinn. Da kommst du erstens, glaube ich, schwer wieder raus. Zweitens, was soll da drin sein? Okay, ja. Fahren wir einfach weiter. Ich bin geentert, gekentert. Da hinten ist das nächste Dach. Ich fahr da mal hin. Okay, okay. Oder ich schwimm da mal hin. Fahren ist schon richtig, oder? Boot fahren? Ich hab irgendwie Angst. Da hinten ist irgendwie so ein Aussichtsturm oder sowas. Echt? Wenn wir links schauen, ja. Leon? Ja? Die Musik ist mit Nebeling. Ja, ja, ja. Leon? 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 Ja? Das ist der Teil. Komm, schnell, komm, schnell. Da ist ein Viech. Da war ein Viech im Wasser. Wo, wo, wo? Vor dir, glaube ich, oder? Ich schwöre. Anni, das war dein Paddel. Das war dein Paddel. Leon? Leon? Ja? Ja? Ja, Matt. Da hinten ist das Dach. Nur noch ein Stück. Wir haben es gleich geschafft. Schnell, schnell. Ich bin hinter dir. Okay, gut. Keine Angst, das ist nur Nebel. Okay. Okay, steig aus. Die Musik, Alter. Steig aus. Steig aus. Wo bist du? Warte, warte, warte. Ich bin erst hier. Komm raus, komm raus. Ich will nicht ins Wasser. Ich bin im Wasser. Okay. Okay, mit meiner Gesundheit sieht es noch recht gut aus. Wenn du in die Richtung schaust und dann ein bisschen weiter links, da war so ein Aussichtsturm oder sowas. Vielleicht müssen wir da hin. Die Musik ist auf. Die Musik, Alter. Wohin gehen wir jetzt? Ich sehe fast nichts. Ja, zu diesem Aussichtsturm, denke ich mal, oder? Oder wollen wir zu diesem Haus hier? Guck mal hier. Hier ist ein Haus. Wollen wir dort hin? Echt? Wollen wir schwimmen? Ich sehe es gar nicht. Oder hier? Wollen wir schwimmen? Ja? Folgt mir mal. Von Haus zu Haus, okay. Es ist echt eine bedrückende Atmosphäre die ganze Zeit. Wo bist du? Siehst du mich? Nee. Echt nicht? Ich bin am Haus so lang. Dort, wie gesagt. Wo? Ja. Okay, ich gehe da jetzt einfach hin. Okay, alles klar. Dann gehe ich woanders lang. Nein, nein, warte, warte, warte. Ich weiß ja nicht, wo du lang bist. Lass zum Haus zurück. Okay, ich bin beim Dach immer noch. Okay, ich komme. Ich weiß nicht, wo du bist. Was war das? Hörst du das? Keine Ahnung. Schiffstampfer. Ich bin jetzt... Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Warte doch einfach. Du bist einfach losgefahren. Warte doch einfach mal. Ich fahre jetzt im Kreis. Hier bin ich. Hi. Hä? Hier. Ja, hallo. Jetzt komm auf die andere Seite. Bist du hier rumgefahren? Ja. Ja, du Schlaubold, Alter. Ich kann doch nur nach vorne schauen. Wie soll ich denn da wissen, dass du hinter mir irgendwas machst? Digga, da kommt ein Boot. Da ist... Da ist ein... Nee, das... Ist das ein Boot? Siehst du diese Lichter da? Oder ein Leuchturm? Ist das ein Leuchturm oder ein Boot? Lass zum Leuchturm. Lass zum Leuchturm. Oder ist das unser Untergang? Achso, das kann natürlich auch sein. Das ist so ein Scan. Hi. Hallo. Geh in dein Boot rein. Sonst fühle ich mich verarscht. Lass mich kurz ausschwenken. Wenden. Ja, da. Der Leuchtturm. Da wieder hin. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, Aua. Aua, die Bauerdi. Nach links, nach links, nach links, nach links. Guck, ich wollte zu dem Haus hier. Aber okay. Ja, an dem Haus müssen wir links dran vorbei. Ja, mach ich. Siehst du mich? Sieht es mit deiner Gesundheit aus? Aber kann wir nicht sehen. Siehst du mich? Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Let's go. Ja, davor. Ist das unser Untergang jetzt? Wollen wir noch rechts zu dem Haus? Nee, lass direkt dahin. Sicher? Da ist doch mal ein Dach. Lass da kurz aufs Dach. Dach lass. Lach, lach. Lack, Mann. Lass kurz so ein bisschen gucken, was man hier sehen kann. Ich mag diese Dächer nicht. Warum? Da kann nichts passieren. Weil ich im Wasser bin. Da ist das Vieh. Da ist das Vieh. Da ist das Vieh. Warst du? Da ist das Vieh. Da ist das Vieh. Okay. Holt uns ab. Bitte. Hier ist nichts. Wie sieht deine Gesundheit aus? Schau mal, wie schnell das kommt. Weil ich im Wasser war, kam es, oder wie? Was war das? Hörst du das? Ich hör's. Soll ich mal ganz kurz ins Wasser an? Nein, nein, nein. Guck's dir an, guck's dir an. Da war nix. Hör auf. Lass einfach auf safe da hinten. Hörst du's? Hörst du's? Ja, ich hab's gehört, ja. Guck, guck. Da, da hinten war's. Ich hör's, ich hör's. Da hinten war was. Soll ich's nochmal machen? Das Bild... Nein. Nein. Lass einfach zu dem Safe-Punkt. Hast du deine Gesundheit angeschaut? Nee. Ich trinke mal noch was. Du musst ja eh wenden erst. Leon? Ja. Ich fühl mich dir nicht sicher. Denkst du ich? Ich fühl mich grad wie bei Dragon Ball Z von gestern. Ja, wir kommen. Das ist wahrscheinlich ein C-Zo. Schleiß, ich bin gekentert. Wie gekentert? Ich bin auf dem Dach. Aber es geht, es geht, es geht. Lass dich abholen? Glaub ich. Nee, es geht. Okay, es geht. Okay, ich warte hier. Ich bin da, ich bin da. Mach nochmal, bitte. Ah, da, da, da ist er. Ich seh ihn. Ah, links. Ja? Jetzt ist da jemand, der uns einfach abschlachtet. Wer weiß, Alter, könnte halt echt sein. Da ist noch weiteres. Scheiße. Was? Du warst im Wasser, ne? Ja. Aber hier ist es nicht mehr so. Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht mehr nebelig. Hier ist ein Steg. Als ob wir ins Wasser müssen. Schau mal. Nein, Sascha. Was? Das ist ganz schlimm für Leute, die Talasphobie haben. Talas. Glaube ich, so heißt es. Ich schätze, wir müssen mit diesem Käfig ins Wasser. Also, nochmal. Du musst jetzt mit dem Käfig ins Wasser. Wir beide. Taucherhelm. Ja. Scheiße. Guck mich an. Alter. Boah, wie das aussieht. Hallo, mein Freund. Scheiße, was du da? Das ist so ein Käfig, der ins Wasser geht, wo dann Haie drumherum schwimmen. Scheiße, Alter. Was machen wir? Wieso ist der so halber offen? Weiß ich nicht. Alter, guck mal da. Alter, guck mal da. Da ist so ein Fiss. Boah, Digger. Alles gut. Da kann nichts passieren. Wissen. Der Käfig ist kaputt. Wo bist du? Ich bin hier unten. Wo bist du? Ich bin, wo bist du? Ich bin unten. Ich gehe auf, auf, ah da, hallo, hallo. Warum sind wir jetzt so unter Wasser? Weiß ich nicht. Und warum schwimmt da ein Viech über uns rum? Wohin müssen wir? Keine Ahnung, Bruder. Wie du schwimmst, Alter? Schau mal, schau mal. Gehst du mir, glaube ich, sicher. Okay, guck mal, wie ich schwimme. Okay, Gäste. Wo bist du? Wunderlich. Sollen wir wieder hoch oder? Warum sollten wir auch runter? Was macht das für einen Sinn? Keine Ahnung, Alter. Und wer geht freiwillig da? Irgendwas müssen wir hier finden. Nee, du hast recht. Ich gehe wieder. Siehst du mich? Ja, ich bin bei dir. Ich bin direkt hinter dir. Wir müssen safe irgendwas finden. Aber was? Keine Ahnung. Wir spawnen alles neu, so als ob wir hier nicht sein sollen. Ja, ja, ja. Ich gehe nochmal kurz zum Käfig zurück. Okay. Wenn ich ihn überhaupt finde. Ich glaube, der war hier nicht. Der war weiter links. Echt? Ja, ich folge dir aber mal. Okay. Auf YouTube, Freunde. Geil. So wie ihr uns auf YouTube folgen solltet. Ist das? Vielleicht müssen wir auch in irgend so Höhlen rein oder so. Was passiert, wenn wir jetzt die ganze Zeit gerade ausschwimmen? Wahrscheinlich kommt irgendwann eine Wand. Ja, stimmt. Wie weit ist das Level? Das wäre interessant zu wissen. Oder respawnt da einfach alles. Oder kommt das Viech und tönt uns. Das kann halt auch sein. Soll ich mal den Helm absetzen? Nein. Das geht auch nicht. Ah ja, tatsächlich eine Wand. Wande. Oder? Oder bin ich dumm? Ah, ja, ja, ja. Wollen wir da mal hoch? Man kann ja hier hoch. Meinst du? Ich denke, wir müssen irgendwas unten suchen halt. Ich glaube auch. Warum sind wir sonst nach unten gegangen? Gute Frage. Okay, hier geht es nicht weiter. Man kommt hier gar nicht. Sorry. Okay, Digga. Das wieder zurück. Ja. Sehr bedrückend, oder? Ja. Diese Atmosphäre. Lass mal vielleicht schauen, ob wir an den Steinen irgendwas finden. Ja. Also ob da Höhlen sind oder so, wo wir rein können. Also schön weit runter. Ja. So wie bei Grafen. Alter, wie alles hier spawnen. Hast du das gehört? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei mir. Hörst du das auch? Ja, der Sound gefällt mir gar nicht. Da hinten ist unser Käfig. Ja? Wo? Ja, geradeaus. Hier müssen wir safe irgendwas machen. Ja, der muss doch irgendwas stehen, oder? Ne. Da ist nichts. Warum ist hier nichts? Warte, ist hier eine Hülle? Ne. Ist nur... Was ist mit diesem großen... Also hier ist dieser Bogen, ne? Hier muss doch safe irgendwas sein. Denk ich auch. Denk ich auch. Hier sind Algen. Alge. Alge. Algeriansauce. Algensauce. Ne, ist ja jetzt nichts, was hier sein könnte. Sonst lass uns doch mal in eine Richtung nur schwimmen. Vielleicht an dem Stein entlang in eine Richtung. Ich bin jetzt mal auf dem Stein. Ja, ich hab's gesehen. Wieso gehst du da hoch? Guck mal, guck. Vielleicht ist es hier. Ob da was ist, meinst du? Aber sieht nicht danach aus. Nicht aus. Lass uns mal in die Richtung hier gehen. Warte, ich bin über dir. Lass mal hier so in die Richtung. Ja. Vielleicht an dieser Steinformation entlang. Ich weiß halt nicht, was wir suchen. Ich weiß es auch nicht. Müssen wir sterben vielleicht sogar. Hier geht's wieder hoch. Ah, okay. Also hier wird's wahrscheinlich nicht richtig sein. Das müssen wir hier machen. Das macht alles keinen Sinn. Wir müssen ja irgendwas finden bestimmt. Aber was? Keine Ahnung. Und warum? Warum sind wir hier überhaupt? Ja, sonst ist jemand beantwortet. Hallo. Ist hier jemand? Wollen wir mal wieder nach oben? Ne, lass noch weiterschauen, oder? Ja, okay. Wo ist denn dieser Fels? Ah, hier. Links. Was ist hier mit dem großen Stein? Ich schwimm mal zu diesem großen Stein. Ja, hier ist was, Digga. Was, wo? Ah, unser Käfig. Alter. Hier geht's dann wieder hoch. Macht überhaupt keinen Sinn. Bro, was suchen wir hier? Ich weiß es nicht. Ich hab dich auch verloren, tatsächlich. Ich schwimm jetzt einfach mal hoch. Mal schauen, was passiert. Lebst du doch? Tatsächlich, ja. Ah, lol, Alter. Da ist einfach eine unsichtbare Wand. Hier ist ein Stein, der sieht anders aus als andere. Sieht doch ein bisschen aus wie so ein Monster eigentlich. So ein Drache. Wo? Ich kann es dir nicht beschreiben. Ich bin einfach weitergeschwommen. Ich bin mit dem großen Stein. Ich bin mit dem Käfig. Sieht aus wie ein Matsch. Matsch. Mit der anderen Seite auf jeden Fall. Hä? Hier ist doch gar keine Erklärung oder so, gell? Ne. Nichts. Und du konntest nicht nach oben schwimmen, weil da war eine Wand. Ja. Okay. Oh. Alter. Ich bin jetzt im Käfig. Also, soll ich auch mal wieder zum Käfig kommen? Ich muss mal zum Käfig. Wenn ich ihn finde. Ich muss mal im Käfig. Warte, ich glaube, ich gehe in Richtung Käfig gerade. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr ermutet, was es sein könnte. Gibt uns nicht die Lösung, sondern gibt uns einen Tipp. Was müssen wir hier machen im Wasser? Weil wir haben echt gerade keine Ahnung. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne den Daumen nach oben da. Loll, Digga. Ich bin in der Höhle. Was? Ich bin in der Höhle, Digga. Ich bin mein Käfig. Ich bin in der Höhle. Ich kann weiter runter, Bro. Geh. 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 Ich kann dir aber jetzt gerade gar nicht. Soll ich gehen? Ja. Also, geh in die Höhle. Ja, ich bin jetzt über weit unten. Okay, nice. Das ist so eine Höhle, Digga. Das wird wahrscheinlich... Ich habe es geschafft, Bro. Das wird richtig sein, oder? Ja, und jetzt was mit mir? Jetzt habe ich Black Screen? Ja. Schaust du mir gerade zu? Ich sehe nichts. Ich höre. Ich habe es schwimmen. Ich mache hier. Go live. Siehst du das? Ja. Okay. War das am Rand, so wie hier irgendwie? Geh mal zurück zum Käfig. Ja. Es war nicht weit weg vom Käfig, wie wir es vermutet haben. Nicht weit weg. Sondern sehr weit. Und hier irgendwie rein. Wie sieht der so aus, der Stein? Geh mal rechts. Hier. Rechts. Rechts. Ja. Kannst du da rein? Hier. Ja. Das Licht. Runter. Ja. Ja, das ist es. Das ist es. Echt? Ja. Ich komme nicht durch. Da musst du hin, Digga. Genau die Lichter habe ich gesehen. Ich komme nicht durch. Geh mal hoch. Bin zu fett. Geh mal hoch über den Stein. Und dann runter. Genau. Hier rein? Ja. Da musst du runter. Ah, nice. Okay, ja. Nice, nice. Und jetzt folgt dem Weg. Das kannst du allein. Mach ich, mach ich, mach ich. Alter. So geile Grafik. Geil. Geil, Alter. Nice, Alter. Wir haben es doch noch geschafft. Wir brauchen eure Tipps nicht. Genau. Schreib. Nimm den Tipp zurück. Alter. Wieso wird das so schlimm, eigentlich? Weißen Sie. Hab ich. Was heißt Smack? Alter, ein Drehraut. Smack? Hallo? Da kommen wir nicht mehr raus. Guck mal. Oh, es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Okay. Okay. Also, Alter. Boah, Scheiße. Boah, okay, Digga. Bist du tot? Ja. Ich liebe noch. Ich hab nicht erwartet. Ich hab nicht erwartet. Ich geh wieder raus. Also, warte, warte, bevor du rennst. Ja. Geh wieder da rein. Und zwar, in den Kommentaren hab ich gehört. Ich hab's gelesen. Gehört, hast du? Ich hab mit einem AI-Plugin die Kommentare gehört. Angehört. Nee, du musst liken, Digga. Dann hört sich das Vieh nicht. Mal schauen, ob's was bringt. Ach ja, mal schauen. Du musst mal wieder das Test auf die Ecke. Direkt links ist es, ne? Da liegst du einfach zerfetzt. Mann, hattest du viel Zeug dabei. Mandelwasser, Digga. Ja, Alter, stimmt. Sammelt das alles ein. Als ob mich das nicht sieht. Es sieht dich nicht. Das hat die Augen zu. Das schläft ja. Ach so. Ich soll einfach vorbeisneaken, sagst du? Du sollst einfach vorbeisneaken. Nee, du nimmst jetzt meine Sachen. Hab schon. Da liegt noch ein Wasser. Rechts. Und grad links neben dir liegt meine Scanner-Kanone. Soll ich die nehmen? Ja, das ist legendär, das Alte. Und ich neke jetzt einfach vorbei. Okay, ich vertraue dir. Vertraue nicht mir, vertraue den Kommentaren. Alter, die hatten recht. Alter. Jetzt gehe ich gleich drauf. Ich sehe es schon kommen. Boah, wieso ist es so eine Höhle? Wieso muss es so dunkel sein? Du hast drei Minuten überlebt. Da ist noch einer. Wo? Da hinten. Ich sehe es nicht. Boah, ich werde verrückt. Echt? Dann trink was. Ja, aber darf ich nicht? Ja, ja, du darfst. Was ist passiert? Ich muss vor einem Mangel an Verstand haben. Ich will auch hier rumlaufen. Soll ich mich töten? Boah, Alter, es ist dunkel. Ich trinke was, okay? Ja, ja. Da vorne ist irgendwas. Was denn? Weiß ich nicht. Finden wir es heraus, oder Sascha? Genau. Nebenbei ist ich Kekse. Die Schokokekse. Gönnen sie dir, Digga. Also da ist ein Viech drin. Wo? Ich gehe einfach mal hier in dieser Höhle hier. Ist da eine Höhle? Hier. Siehst du, wo ich hinleuchte? Ja, auf dem Boden. Hier ist nix. Nee. Geh mal hier rein. Diese Riesenhöhle. Ja. Hölle. Hier auf der rechten Seite ist das Viech, glaube ich. Ja, guck, da ist es an der Wand. Hier sind da leuchtende Pilze. Wieso sieht das aus wie so ein Bossraum? Guck mal, da hängt auch wieder so ein Viech an der Wand. Das sieht aus wie ein Bossraum in den Eldenringen, gell? Ja, ja. Jetzt kommt gleich so ein Riesenviech. So eine Lebensleistung. Ich gehe mal da links lang, weil ich glaube, da bei den Pilzen kann ich nichts finden. Sicher. Soll ich da hin? Nee, nee, nee. Okay, einfach sneaken, ne? Ich mache das gut. Hier ist noch ein Gang. Alter, du lobst es sogar jetzt schon selber. Du bist echt mutiger geworden. Ja, ja. Ja, ich bin krass, bin ich. Soll ich hier lang? Ja, wo lang sonst? Da ging es auch noch lang. Ja, das sehe ich alles nicht, weil wenn du sneakst, leuchtest du nur auf dem Boden. Ach so, okay. Also ich sehe gar nichts. Hab keine Angst. Okay. Oh, lol, da ist irgendwas Helles. Oh, da ist echt ein Viech. Echt? Oh. Links, äh, rechts oben. Rechts oben. Bitte nicht, bitte. Ja, 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 ich sehe es. Und vorne ist auch noch eins. Oh, guck mal, da ist eine helle Tür. Da ist eine Schleuse, Digga. Ja. Oh. Oh. Taschenlampen. Und übelst viel Zeugs. Och. Das ist also ein Spawnort. Ja. Oder bin ich zum Anfang zurückgelaufen? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube auch nicht. Soll ich mich töten, dass wir hier wieder spawnen? Und wenn das funktioniert? Mach mal. Warte, kannst du das Level neu starten? Start mal das Level neu. Ich habe ein bisschen Angst, alleine hier rumzulaufen. Geil, Alter. Start. Hallo. Und wo ist meine Waffe? Äh, meine legendäre? Oh nein. Wie, oh nein. Ah, hier. Doch, hier. Jawohl, Alter. Das ist unser Ziel jetzt, dass wir die immer mitnehmen. Okay, ich lasse mal die Schleuse hier. So, und diesmal spiele ich schlau. Ja? Ja, weil ich habe ein IQ. Ich habe ein IQ. 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 Hast du eine Taschenlampe dabei? Seltenheit, legendär. Oh yeah. Hast du eine Taschenlampe? Ah ja, okay. Schön sneaken, mein Freund. Ich bin eigentlich gar nicht so der Sneaker. Ich bin eher der Snooker-Spieler. Jo, wollen wir mal hier lang, oder? Rechts. Oh, voilà. Ja, okay. Gehen wir erstmal den Gang entlang. Genau. Wieso sind wir so random in der Höhle? Was? Einfach nur Sackgasse. Gar nichts. Ach, krass, Alter. Dass ich mal vorgehe, der gar... Er sneakt nicht. Er rennt einfach an der vorbei. Ja, das hier nicht rein. Da passiert ja nichts. Ach ja. Sicher. Hier ist aber auch nichts. Sascha? Da kann nichts passieren. Komm her. Mach mal ein Foto. Da ist, okay. Warte. Ja, hier geht's weiter. Warte, bleib mal kurz hier. Ich glaub doch nicht. Okay, ich bleib am Anfang. Ich bin jetzt... Nee, das sind nur so Stacheln. Ich setz mal, dass es da weitergeht, wo ich bin. Ich muss kurz meine Nase putzen. Du leuchtest das Vieh direkt an. Schön, dass es wacht. Was bist du für ein Freund? Ein wahrer Freund. So wie ihr. Wenn ihr ein Mitglied werdet, werdet jetzt zum wahren Freund. Ja, und unterstützt uns finanziell. Und mental. Und... Okay. Ich glaub, da wo die Pilze sind, geht's weiter. Aber hier gibt's so viele Gänge. Ja, okay. Wir gehen erst einmal mitten durch. Ja, okay. Wie du's gesagt hast. Das sieht wieder wie ein Bossraum aus. Da oben rechts ist ein Vieh. Ja. Da passiert ja nix. Passiert nix. Alter, das sieht größer aus als normal. Da ist noch ein Vieh links an der Wand. Alter, das sieht riesig aus. Guck mal. Ja. Ich glaub, du hast recht. Da ist nämlich ein Gang zu den Pilzen. Aber das ist ein Sackgast, oder? Was war das? Geh du mal vor. Ja, ich hab auch grad was gehört. Hier geht's weiter. Sicher? Ja. Wieso sind wir hier, Sascha? Was ist unsere Mission? Unsere Mission ist es, zu überleben. Okay. Denkst du, wir schaffen das? Ja. Okay. Aber das geht. Von eins bis zehn, wie angespannt bist du? Vier. Ja, bei mir auch so. Vier, fünf. Das ist jetzt echt nicht schlimm. Solange du keinen Scheiß machst. Oder solange... Ich glaub, wir sind auf der richtigen Fährte. Kein anderes Monster kommt. Oh, eine Seilbrücke. Warum? Eine Seilbrücke. Warum? Die bricht jetzt safe ein, Digga. Ja, das kann gut sein, Alter. Ich glaub, hier können wir springen, oder? Nein, lass mal weiter sneaken. Aha, guck mal. Hier ist noch ein Weg. Guck mal, die Brücke, die wackelt. Guck mal, ich dusche. Echt? Wow. Guck mal hier. Ja. Sollen wir da weiter oder einfach über die Brücke? Nee, nee, wir sollten schon über die Brücke. Ah, guck mal. Da steht was wegen der Brücke. Was? Das ist ein Zettel. Oh. Oh, diese Brücke muss schon seit Jahrhunderten hier stehen. Ich würde sie nicht zu sehr betonen. Okay. Nein, nicht zu viel. Oh, Digga. Ja. Also sie kann leicht einbrechen-mäßig. Oh, Digga. Ich dachte grad, da steht jemand auf der anderen Seite. Okay, warte mal einfach, okay? Jetzt ist es von vier auf sieben bei mir. Ja, ich warte. Boah, Alter. Sieht halt echt so aus, als würde die einbrechen. Boah, Alter. Soll ich mit drauf? Nein, nein, wehe. Also wenn du rüber kannst, kann ich auch rüber einzeln. Ja, komm rüber. Komm rüber. Okay, ich kann rüber. Digga. Geh doch runter. Komm rüber jetzt. Du gehst einfach auch drauf. Wenn ich jetzt wegen dir sterbe, dann hör auf. Lass es. Ja, klar. Du Arzt. Halt's auf, Alter. Du siehst jetzt das ganze Level nochmal durch. Ich hab's überlebt. Oh, Mann. Was, du hast überlebt. Hä? Als ob du mich nur getötet hast. Du Arztloch. Ja, sorry, Alter. Sorry. Was tut mir so leid? Das wolltest du nicht. Auf jeden Fall, ich glaub, das ist ein Ding. Das wolltest du nicht. Das ist ein Ding, Alter. Ich glaub, hier können wir neu starten. Ja, dann starten wir neu. Ich sag, wie du geflogen bist. Mann, ich war fast da. Ja, und ich war halt fast da. Okay, ich starte mal. Kurz, Level 9. Level 9, Level. Jawohl, perfekt. Okay. Moin. Moin. Du hast dich verraten. Ich hab dich verraten? Ja. Warum? Verräter. Komm, wir gehen nochmal zu zweit auf die Brücke. Ja, mach mal. Geh mal vor. Weil sonst verlieren wir unser Item. Oh, nee. Oh, wie schade. Ich hab alles verloren. Ich habe alles verloren. Ich hab jetzt nur noch einen Energieregel dabei. Nicht auf diese Brücke zu zweit. Um 3 Uhr nachts. Da bin ich nur geflogen. Oh, Mann. Ich hatte voll viel Zeug. Jetzt hab ich nichts gehabt. Entschuldigung. Hast du so ein Radio-Dings mitgenommen oder nicht? Nee. Ah, doch. Weil ich hatte es ja noch. Aber für was denn auch? Keine Ahnung. Okay. Vielleicht finden wir noch heraus für was. Zum ersten Mal. Ja? Was war das? Zum ersten Mal. Dass du vorangehst. Jetzt geht er wieder zurück. Was war das, Digga? Das war was? Digga, heute hast du echt Eier. Ich dusche. Heute hast du Eier. Ja? Eier. Zum Frühstück gehabt. Ein Omelette. Ein leckeres Omelette hatte ich heute zum Frühstück. Da ist die Lichter. Da ist das Licht. Da ist die Lichter. Okay, Bro. Hier ist ein Lichtstrahl. Wollen wir da mal hin? Ja, können wir. Hier ist auch irgendwie blau an den Wänden. Ja, so blau, blau. Wie der? Da ist ein Pilzelink. Also folgen wir den Pilzen, oder? Also sind wir auf dem richtigen Pfad. Steht da hinten jemand? Ich glaube schon. Alter, was ist da vorne? Wo? Okay. Folgen wir den Pilzen, oder? Okay, ja. Hallo? Ist hier jemand? Wenn du über die Steine drüber sneakst. Ich hoffe, das bringt nichts. Wir müssen doch hier lang. Okay, gehen wir da lang. Das ist ein großer Ort. Ja. Der Bossraum, Alter. Mit den spitzen Steinen, Digga. Ich schaue mich halt immer um nach... Da hast du noch mehr Pilze, jawohl. Kann man hier rennen? Was meinst du? Ich würde dem nicht trauen. Es könnte um jede Ecke, könnte halt so ein Viech sein, ne? Er rennt erst mal. Alter. Okay, Pilze. Leuchtpilze. Ich will auch Leuchtpilze in meinem Zimmer. Weißt du, wie cool das wäre? Boah, er lacht einfach nur. Wie dumm kann man sein. Alter, riech! So ist hier so weiß und... Digga, da leuchtet doch jemand. Ja, da leuchtet jemand. Renn, 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 renn doch, renn doch ums nicht, du! Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Oh, Digga, ist hinter mir! Sascha! Ja? Ich bin hinter dir. Bro, excuse me! Was machen wir jetzt? Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich geh hier rein, ich geh hier rein. Ich hab ihn abgewehrt. Das ist ein gespannter Level von 4 auf 8. Ja, ja. Hey. Hallo. Ich dachte auch, hä, was leuchtet da? Soll ich mal versuchen, den zu callen? Wer macht nix? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Okay. Denkst du, wenn wir die Tür aufmachen, steht er noch davor? Der macht's einfach. Ich ess'n Riegel. Du bist vorne? Nee, nee. Der leuchtet, er leuchtet doch. Wacht zu! Wieso ist das denn da? Ah, Digga, was ist das denn da? Ah, Digga, was ist das denn da? Mann! Nein! Was ist jetzt der Plan? Entschuldigung. Alter, Digga. Wie geil. Der Plan ist die Brücke runter. Ich weiß es nicht. Wollen wir abwarten? Es gibt nur eine Lösung, Leon. Ja, sag es mir. Wir müssen diese Brücke nutzen. Irgendwie. Aber wir können doch nicht raus. Die eine Seite ist zu. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Warten, bis er weg geht. Ja, wie lang denn? Keine Ahnung. Scan mal. Warst du das? Warst du das? Warst du das? Warst du das? Siehst du irgendwas mit deinem Scan-Gerät? Tatsächlich nicht. Ich glaube, das Scan-Gerät ist so unnötig. Aber es wird legendär. Es war nur fürs eine Level brauchbar. Legendär unnötig. Was machen wir jetzt? Du weißt, was wir jetzt machen. Wir müssen das irgendwie schaffen. Rennen wir einfach vorbei, oder was? Ich trinke jetzt meinen temporären Geschwindigkeitsboost. Er ist weg. Die Frage ist, warum hat er uns auch gehört? Wir haben gesneakt. Das check ich halt gar nicht. Vielleicht hat er uns gesehen eher. Das heißt, wir wissen, wenn eine Taschenlampe da ist, müssen wir eigentlich fliegen. Oder sieht er unsere Taschenlampe? Das kann auch sein. Jetzt gehst du wieder vor, okay? Okay. Ich glaube, da, wo er herkam, ist eigentlich das Level Ende, schätze ich mal. Also in der Richtung. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Die Frage ist, ist der jetzt ein Monster oder ist der wieder der Typ? Ja, stimmt. Die Frage ist auch, ob er einfach als Monster herumläuft und nicht mehr mit der Taschenlampe scheint. So sieht's aus, Digga. Okay, Bruder. Ich habe jetzt folgende Taktik. Ich habe gerade meine Taschenlampe aus, wie man hier unschwell erkennen kann. Aus dem Grund, dass ich so schnell, wie es geht, Lichtkegel identifizieren kann. Jetzt wieder, ah, da vorne. Lichtkegel vorne, vorne, vor uns. Vor uns. Wo? Linke, linke, linker Gang davon. Siehst du es? Ja, ja, ja. Sollen wir zurück? Oder sollen wir beobachten? Guck mal, guck mal. Er kommt näher, er kommt näher, er kommt näher. Er kommt viel schnell näher. Ich werde verrückt. Er kommt, er ist jetzt um die Ecke. Er kommt, das machen wir. Komm mit, folg mir, folg mir, folg mir. Komm mit. Er leuchtet. Er rennt, er rennt. Excuse me. Renn mir hinterher. Ich renne dir hinterher. Oh, er ist rechts, er ist rechts von uns. Er läuft wieder normal. Pass auf. Renn, renn, renn. Er schaut in die andere Richtung. Renn, 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 renn. Okay, er schaut in die andere Richtung. Er ist gerade in die andere Richtung gelaufen. Ist hier noch irgendjemand? Hallo? Bist du das mit dem Licht? Ja, das bin ich, das bin ich. Macht das Licht aus. Wir müssen einfach weiter. Wo lang, wo lang? Da ist noch ein Lichtkegel. Scheiße, renn hier lang. Versteck dich. Hier ist eine Sackgasse. Dunkel. Zu. Ich muss was essen. Versteck dich einfach. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu essen. Kannst du mir das droppen? Ja, komm. Er kommt. Er kommt. Hier, hier, hier. Habt ihr was gedroppt? Hier liegt es. Hier, hier, hier. Okay, nein, scheiße. Ich werde sterben. Nein, bitte nicht. Bitte. Ich werde sterben. Bitte, nein, nein. Okay, ich kann es nicht trinken. Nein, Digga. Warum stirbst du jetzt? Digga, was bist du für ein Freund? Sorry, sorry, Bruder. Also hier sind mehrere von denen. Der Lichtkegel ist da vorne, ne? Aber der andere Typ ist in die andere Richtung gelaufen. Wir waren direkt neben ihm, gell? Aber er ist zum Glück nicht uns hinterher gelaufen, sondern in die andere Richtung. Er kommt, er kommt. Scheiße. Lass dich ja nicht blicken. Lass dich ja nicht blicken, ja? Er kommt, er kommt genau in deine Richtung. Nee, er läuft weiter, er läuft weiter. Ah, okay, die Suche. Wieso machst du das Licht an? Weil ich sehen will, ob er mich sehen kann. Er kommt wieder in die andere Richtung. Pass auf, er leuchtet in die andere Richtung. Halte dich unauffällig. Achtung, da kommt noch einer. Er leuchtet genau in deine Richtung. Er kommt, Esther, Esther. Alter, Alter. 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 Boah. Alter. Okay. Wir haben alles verloren. Nein, nicht deinen epischen... Ich hätte einfach Level neu starten drücken sollen. Egal. Ist halt so. Okay, wissen wir Bescheid. Am besten mitteilen uns auch. Also, sie sehen das Licht nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Sicher. Du hast das Licht direkt angeleuchtet. Er hat mich angeleuchtet. Das war das Problem. Also, der läuft so, der läuft schneller, so und sucht. Sobald er dich mit dem Licht anleuchtet, weiß er, wo du bist. Ja. Das ist gut. Mach mal das Licht aus. Wir brauchen es ja nicht, oder? Okay. Wenn du dich damit besser... Komm hier lang. Oder können wir da lang. Hat Raum hier. Die Frage ist, ob er uns auch hört, wenn wir rennen und so. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nur wenn sie uns anleuchten. Und es sind mehrere. Hier waren wir letztens. Mit diesem Typen. Okay. Okay, ich sehe kein Licht. Wann kommt er? Und was für eine Route drin ist? Was ist hier? Okay, hier sind jetzt mehrere Wege. Was ist das? Oh, ich darf was einfach drauf gehen. Boah, Alter. Ja. XD. Was ist das? Erstmal so Steine, die runterfallen? Scheiße. Lichtkegel. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Wo? Ich weiß es. Bist du das, Sascha? Ja, ja. Ich bin es noch. Noch? Er ist weg. Er ist wieder weg. Ich sehe den Lichtkegel. Er kommt näher. Er kommt näher. Ja, wohin? Er kommt sehr viel näher. Ja. Ich verstecke mich einfach hier. Es wird schon nichts passieren. Ja? Doch. Fuck, ich komme hier nicht mehr hoch. Steck mich hier. Hinter diesen Spitzen, Digga. Ich glaube, das ist Sinn der Sache. Du siehst ihn, oder? Nee, du? Wo bist du eigentlich? Nee. Ich bin zurückgerannt. Ah, lol, Alter. Ich bin hier. Ein bisschen. Ja, ich bin hier festgeklemmt. Kommst du wieder? Ja, ich bin gerade unterwegs zu dir. Scheiße, Digga. Leon, geh wieder weg. Er kommt. Okay. Glaube ich. Oh ja, oh ja. Nein, nein, nein. Hat er dich? Scheiße, ich höre es einfach nur. Junge, das ist ultraschwer. Ja, viel Spaß. Er kommt, er kommt. Oder? Schaffst du es? Das ist echt nicht einfach, das Level, Alter. Aber wie komme ich da vorbei? Oder gibt es einen anderen Weg, wo man die umgehen kann? Stell dir vor, ich habe den Timer nicht gestellt. Oh, scheiße, da ist Licht. Sobald er dich anweist. Scheiße, er ist richtig nah. Da ist er, da ist er. Er kommt zu dir. Scheiße. Er hat dich gesehen. Renn! Ah! Ja, genau, renn, renn. Du bist schneller. Du bist der Teufelsjäger. Du bist schneller. Er ist die Idee, aber du bist Gottfass. Oh, da kommt noch einer. Er hat dich. Oh, was? Alter, was? Hey, greifen die sich jetzt auch an? Excuse me? Oh Mann, wie sollen wir da vorbeikommen? Die sind schneller als wir. Ich habe es nicht erwartet, tatsächlich. Was können wir machen? Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja? Ich glaube, diese Walkie-Talkies sind ein Zeichen dafür, dass wir uns trennen müssen. Weil es gibt sozusagen, ich kann es nicht aufzeichnen, aber stell dir vor, das ist der richtige Weg. Okay? Ja. Ich habe das Gefühl, dass man von links und rechts, dass es drei Wege gibt, die sich dann wieder kreuzen. Und ich glaube, wir müssen uns aufteilen. Und dann? Damit wir doppelte Chance haben, den freien Weg zu finden. Wir sind jetzt immer nach links lang gelaufen. Wir können aber auch von rechts und dann wieder nach links. Weißt du, wie ich meine? Okay, ja. Fühlst du, ahnst du, checkst du? Nee, nicht ganz. Tatsächlich. Hallo? Fühle ich nicht so. Okay, dann bleiben wir zusammen. Was passiert, wenn wir hier lang gehen? Okay, ihr könnt mir so einfach nur im Kreis rennen. Okay, das mache ich jetzt. Den Rest der Folge, Freunde. Lass dein Like da für jeden Kreis, den ich gerannt bin. Also ein. Ist da Licht? Mach mal deins aus. Mach mal deins aus. Da sind die tatsächlich da vorne, ne? Da kommen sie immer. Weißt du, wir können jetzt zum Beispiel hier links und rechts lang. Ja. Wenn wir rechts lang gehen. Wir wollen mal rechts lang. Das Ding ist, wir müssen den Glaub blocken. Aber der ist schneller. Das ist das Problem. Wir müssen eigentlich warten, bis er vorbeigelaufen ist. Ich sehe Licht links. Rechts kommt auch Licht. Links kommt Licht. Links kommt Licht. Echt jetzt? Ja. Wo? Linker Gang. Ah, nee, nee, nee. Doch, doch. Also bei dir jetzt? Kam jetzt. Nein, nein, nein. Vorne. Hier, in dem Gang. Da, wo du gerade drin warst. Da, wo du gerade drin warst. Er kommt zu uns, oder? Sollen wir hier einfach weiter? Freunden, ja. Hinter uns kommt das Licht. Vor uns. Scheiße. Er hat uns noch nicht gesehen. Komm, komm, hier hinter. Hier hinter. Okay, das schon. Ja, verstehe. Das heißt, wir sollten jetzt hier lang, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das sind alle, die gehen ja immer aufs Gleiche, ne? Die campen da und erwarten uns einfach. Wenn wir jetzt hier lang gehen, dann sollten wir eigentlich free sein. Nee, da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. Ja. Er leuchtet in unsere Richtung. Komm, komm. Ich komme nicht durch. Ich auch nicht. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich rechts lang. Er kommt, er kommt, er kommt. Rechts ist Licht. Scheiße, er kommt rechts lang. Ja. Ich bin eingesperrt. Links ist auch Licht. Hä? Ganz rechts und ganz links. Das heißt, es sind zwei. Ja, es sind ja zwei. Scheiße, er leuchtet zu uns. Wohin? Wohin? Scheiße. Ich glaube, er hat das gesehen. Ja, 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 ja. Scheiße, 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 Sascha! Sascha! Boah, Alter, ich habe nicht erwartet, dass der schon da ist. Wollen auch Tschüss sagen. Und dann das. Ich gehe zurück, Sascha. Ich komme nicht raus. Sascha. Ich renne einfach die Brücke runter. Ja, ich auch. Gibt es denn nicht? Es muss doch eigentlich ein Trick geben. Was können wir denn mit den Walkie-Talkies machen? Das verstehe ich nicht. Uns kommunizieren. Das steht dort. Wo? Wenn du drauf gehst, siehst du die Seltenheit. Aus der Ferne. Aber wie denn? Ja, wir haben wahrscheinlich einen Sprachchat aus. Hallo, Sascha. Hallo? Okay. Ah, Digga. Oder können wir die damit locken? Das können wir so machen und dann rennen wir weg. Und dann gehen die in einen. Wollen wir es mal probieren? Können wir. Ich habe das Gefühl, der ist noch da. Ja, wir müssen das probieren. Bitte nicht. Bitte nicht. Sascha. Ich bin jetzt auf. Ich denke, nee. Hallo? Jetzt kommt der so hergerannt. Wieso? Wieso machst du das? Zum Test. Boah, Digga, ich auch. Alter, ich habe mich gerade übel zerschrocken. Okay, ich trinke was. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Ja. Ich habe nur noch Saft und einen Riegel. Weißt du das? Was denn? Hier neben dir, ja. Boah, Digga, jetzt bin ich überschnell. Das heißt, ich könnte sie laufen. Rechtses Licht? Ja. Rechtses Licht gewesen? Ach, wie so rechtses Licht? Immer noch. Wir müssen halt irgendwie dran vorbeikommen. Oh, er hat in unsere Richtung geleuchtet. Rechts. Rechts von uns. Oh, hinter uns, glaube ich. Oder nicht, vor uns. Fuck. Er kommt. Er rennt. Er rennt. Nee, bitte nicht. Scheiße, er hat mich gleich, er hat mich gleich, er hat mich gleich, er hat mich gleich. Oh, ich habe es in die Schleuse geschafft. Lebt er noch, Sascha? Ja, Digga, ich bin weitergerannt. Okay, nice. Ich behalte ihn bei mir, okay? Mach das. So gut es geht. Was? War glaube ich zu früh. Ich habe es glaube ich zu früh gehört. Sehr gut, lenk ihn ab. Ich sehe ihn nicht mehr. Wirklich nicht? Nee. Ich werde, glaube ich, gleich drauf gehen. Er ist nicht mehr hier. Ich werde drauf gehen. Ich werde drauf gehen. Wieso? Bitte sehe mich nicht. Bitte sehe mich nicht. Bitte nicht. Sascha, Sascha, bitte. Bitte nicht. Nein, als ob ich drauf bin. Scheiße. Das sind zwei. Ja, ja, ach echt. Wie oft wollen wir es eigentlich noch wiederholen? Das sind zwei Kanalmitgliedschaften, die uns noch fehlen. Oh, Alter, da ist einer. Wo? Da hinten im Gang steht einer. Einfach, komme ich hier durch? Nee, komme ich nicht, ne? Nee. Bitte dreh dich nicht um. Stark. Du wirst auch bald drauf gehen, oder? Ja. Eigentlich muss einer zwei weglocken. Da ist auch Licht. Oder? Das wäre geil. Ja. Er wird dich sehen. Da bin ich verrennt. Guck mal. Ja, ich sehe es. Excuse me. Nein! Scheiße. Nein! Excuse me. Och, Mann. Okay, Bro. Ich habe jetzt die folgende Lösung. Lösung. Das ist das längste Level. Vertrau mir. Nee, das längste. Vertrau dir. Komm rein. Okay. Wir machen jetzt folgendes. Ich trinke gleich dieses Wasser und den Energieriegel. Okay? Ja. Und du wartest jetzt auf der linken Seite. Ich gehe rechts lang. Lock beide zu mir. Und renn weg. Und dann rennst du durch. Ganz geht. Wenn du beide gleichzeitig findest, ja? Okay. Okay? Okay. Denk mal dran. Ich habe dich immer gemocht. Gemocht. Gemocht, Liffing. Okay. 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 Das geht nur fünf Sekunden oder so. Mein Boost. Okay. Ja. Rechts sehe ich eine Taschenlampe. Der Boost hat nur fünf Sekunden. Oder sowas. Ja. Okay. Geh du links. Geh du links. Ich sehe keine Taschenlampe mehr. Links. Ja. Ich probiere die jetzt von der rechten Seite zu locken. Okay. Wo bist du? Ah, man kann... Ah, okay. Sorry. Man kann es auch trinken, während man rennt. Ah, okay. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Versuch sie zu locken. Genau. Oh, fuck. Bei mir ist Licht. Das ist der erste Dude. Wo bist du jetzt? Der kommt. Wo bist du? Ich bin noch links in diesem linken Gang. Ich glaube, da war einer. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Okay, Digga. Einer rennt mir hinterher. Du hast keine Taschenlampe, ne? Einer rennt mir hinterher. Okay. Wo ist der andere? Ich schlock den auch noch weg. Oh, fuck. Warte. Ja, wo ist der andere? Ich weiß nicht. Der eine kommt zu dir. Nein, der kommt zu mir. Wieso verfolgt er mich? Wieso verfolgt er mich? Alter, ich bin tot. Nein, du meinst, Digga. Scheiße. Ich bin tot. Er hat mich einfach verfolgt, obwohl du der Lockvogel bist. Ich sage doch, die Spiele sind unfair. Wieso sterbe ich eigentlich immer? Es kann doch nicht so schwer sein. Achtung, da ist einer direkt vor dir. Der kann hier aber nicht durch, glaube ich. Guck mal, hier waren wir noch nie. Da ist die Tür, Digga. Da ist Licht, da ist Licht, da ist Licht. Guck mal, da ist die Tür. Ah, ja. Das heißt, ich habe es gleich geschafft. Er läuft in die Richtung. Er ist genau bei der Tür jetzt. Ich habe es gleich geschafft. Außer er läuft jetzt hier lang. Er ist direkt bei der Tür. Was? Er dreht um. Kommt der zu mir? Nee. Da ist noch einer. Kommt von der anderen Richtung. Die sind beide da. Der eine kommt zu dir in den Gang. Ja, ja, ja. Ja, lauf, 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 lauf. Sehr schön. Links von dir, also hinter dir ist auch noch einer, ne? Nein, ist das nicht der Ort, wo ich sterben werde? Nee, nee, nee. Bitte nicht. Hallo. Sascha! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist tot, du bist tot, du bist tot, tot. Okay, aber es ist nicht weit. Rechtslang ist richtig. Es ist nicht weit. Oder wie? Okay. Ich habe eine Idee. Okay? Ja, was ist deine Idee? Gib mir den Saft und das hier und das. Und jetzt folge mir. Folg du mir, okay? Ich kann die Taschenlampe nicht aufnehmen. Scheiße, Digga. Scheiße. Hallo? Ich habe zu früh gedrückt, sorry. Hallo? Ich bin ja allein. Ich komme nicht rein. Hallo? Komm rein. Moin. Okay. Was ist der Plan? Der Plan ist jetzt folgendes. Du folgst mir. Wir gehen den rechten Weg lang. Das ist schwierig. Zeitgleich mein Ausdauer-Drink und Energy-Drink nehmen. Mein Riegel und alles. Und dann werde ich sie weglocken, dass du einfach nur noch zur Tür sprinten musst und zumachen. Probieren wir es. Okay. Tun wir es. Tun wir es. Also hier rechts ist das. Ja. Bist du noch hinter mir? Ich bin hinter mir. Okay, da ist der Typ. Ich renne jetzt einfach rein. Okay? Okay, okay. Okay, er kommt. Lass es mal abhauen. Komm mit. Ich gehe hier in die Ecke. Ich gehe hier in die Ecke. Okay. Geh du in die Ecke und ich lock ihn weg. So machen wir es. Okay? Bist du ready? Und ich renne dann einfach durch. Ich bin ready. Warte, ich esse noch kurz das hier. Ich habe keinen Dingsriegel. Ja, komm. Ich gesehen. Okay. Keine, keine, keine. Okay, ich renne. Ich weiß der andere ist nicht da. Schaust du es? Ich weiß nicht, wie du tust. Ich habe es sogar geschafft zu überleben. Stark. Und? 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 Ich bin drin. Ja, nice. Ich bin drin, aber der andere hat mich gerade angeleuchtet. Geil, Alter. Please. Bitte, bitte, bitte. Wie bitte? Ist das alles richtig, Sascha? Ja? Es gibt ein klitzig. Es gibt ein geiles Problem. Man muss da zu zweit rein. Ich töte mich schnell in der Brücke. Ich glaube, ich bin tot. Nein, nein, ich glaube, ich bin tot. Warum, warum, warum? Red mit mir. Lebst du noch? Ich lebe noch. Das Problem ist, auf der anderen Seite der Schleuse ist auch einer mit einer Taschenlampe. Direkt gewesen gerade. Ja, und was machst du jetzt? Weiß ich nicht, Bruder. Wo bist du? In der Schleuse. Und auf welche Seite ist es offen? Kann ich kommen? Nee. Red mit mir. Der Typ, der Typ, äh, Alter, was? Ja? Der Typ? Welcher Typ? Leon. Ah, okay, okay. Welcher Typ? Sorry, sorry. Ist meine Schleuse offen? Nein. Kannst du sie öffnen? Kann ich auch nicht machen. Bist du gerade am leuchten? Nee. Okay, weil der Typ, okay, ich kann, ich kann sie versuchen zu öffnen. Was? Kann ich sie öffnen, während ich draußen bin? Warte, sag mir. Okay, ich habe sie geöffnet. Okay. Und ich bin auf der anderen Seite. Alles klar. Scheiße, da ist aber, da ist aber Licht. Bei meiner Seite, gell? Ich weiß es nicht, ob bei deiner oder bei meiner oder bei beiden. Also deine Seite wäre jetzt offen von der Schleuse. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Leon? Ich gehe hier noch nicht runter, ja? Ich habe es geschafft. Echt? Bist du hier drin? Hi. Nice, Alter. Oh, geil, Digga. Geil. Okay, sehr schön, sehr schön. Geil. Hallo. Hallo. Und da war jetzt direkt einer. Nee, ich weiß nicht, ob das, guck mal, hier durch die Wand, guck mal, durch die Wand. Hier wird geleuchtet. Oh ja, und hier auch. Aber ich glaube, das ist der Typ von der anderen Seite noch. Aber hier wird auch geleuchtet. Ja? Ja. Kann man diesen Leuchtstab hier nehmen? Willst du entgegenleuchten? Aber wir können jetzt entweder hier, nee, wir können nur hier runter. Ja, das ist der einzige Weg. Also. Let's go, oder? Wieso sind hier rote Leuchtstäbe? Ich leuchte mal. Hier ist nichts, ne, auf der linken Seite. Digga, wir haben es geschafft. Oh. Was? Hier ist eine Leiter nach oben. Warte, lass mal schauen, was hier ist, oder? Ja. Wir haben es level geschafft, Digga. Hier wird man nur runterspringen. Äh, runterfliegen. Also nehmen wir die Leiter. Ja. Wir haben es geschafft. Sicher? Sicher. Wie du kehrt hast, Alter. Geil, Digga, Alter. Ich kann mal nicht hoch. Ich kann mal nicht hoch. Ah, jetzt. Ja. Das war sehr schlau von dir tatsächlich. Wieso sind wir wieder in den Backrooms? Wie in welchem Backrooms? Hallo. Du weißt, was das heißt. Pass uns einfach wieder zurück. Ja, bitte. Alter, das hat gerade richtige Nostalgie-Gefühle, gell? Wie in der ersten Folge. Oh, ich bin wirklich zurückgegangen. Okay, gehen wir wieder hoch. Weißt du? Ich bin jetzt nach oben geklettert. Okay, wir sind wieder in den Backrooms. Wie ganz am Anfang, Freunde. Denk an Jesus. Alter, ja, Mann. Irgendwie finde ich diese Räume am gruseligsten. Alter, das Rot und alles. Ja, 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 ich seh's auch. Sollen wir erstmal hier in die Ecke noch schauen oder lieber dort zu den Räumen? Hier ist ein ganzes Filmset. Okay. Hier ist ein Spind und ein Raum. Und ein Zettel. Ah, der Spind ist abgeschlossen mit... Ach was. ...mit Nomad und... Ich hab Excuse me oder so gehört. Niemals. Doch. Scheiße, Alter. Guck mal, was da steht. Eins, Fragezeichen, zwei. I spinnt. Spind offen. Checkst du das? Eins, zwei, drei. Hä? Das sieht aus, als wäre es irgendwie eine Tischkante. Und dann müssen wir erst links, rechts, dann oben. Das ist der... Oh. Ja? Und dieser Abschnitt, dieser Zaun sieht so aus wie das hier. Guck dir mal den Backroom an. Ja. Das ist noch schlimmer. Schlimmer. Schau dieses Video nicht so um vier Uhr nachts. Ja, Mann. Hä? Ich verstehe den Zettel noch nicht. Das stimmt. Eins, zwei, drei. Spind. Okay. Hier ist auch irgendein Dings. Wir haben keine Brechstange, ne? Weil hier wäre so ein... Wo bist du? Ich bin mal in den Backrooms. Lol. Aha. Beim Filmset oder? Ich bin jetzt bei der... Komm mal. Komm mal zurück. Hier. Hi. Ah. Hi. Buf. Schau mal hier. Ja. Wir sind tatsächlich jetzt im neuen Level. Das ist null. Tür null. Haben wir jetzt geöffnet. Okay. Okay. Sehr geil. Sehr geil. Das heißt, wir müssen rein ins Filmset. Scheinbar. Ich habe ein Excuse Me gehört. Oder ich bilde mir das schon ein. Ja, habe ich das? Ja. Wir suchen nach irgendeinem... Nach diesem roten Knopf suchen wir. Ähm. Hä? Warte, das noch mal. Jetzt leuchtet das. Hä? Hä? Das check ich gar nicht. Das ist irgendwie Kanten oder Ecken oder... Das sage ich noch mal. Steht da was drauf? Jetzt leuchtet das obere. Hä? Hat das was mit dem Zahlencode zu tun? Muss ich mich wieder runterstellen. Jetzt leuchtet wieder das. Was steht da? Ja. Steht gar nichts, oder? Jetzt ist vielleicht die Anzahl von Blitzen so. Wie oft das so zittert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das hat jetzt sechsmal so geflackert. Ja. Und das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Und das andere? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, das macht keinen Sinn. Aber guck mal, das würde Sinn machen mit dem Zettel. Weil wir haben hier eine Seite, hier eine Seite und oben ein Dings. Ja? Stand auf dem Zettel ja auch so drauf. Ja, und was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Ah, mach mal an. Ja. Was? Du musst dich, glaube ich, so dranstellen. Dann siehst du die Objekte. Das Licht reflektiert dann die Objekte. Schau du mal. Objekte? Jetzt schau mal auf das hier. Nee, auf das hier. Auf das hier. So, genau. Guck. Dann gibt es so einen Schatten. Siehst du es? Ich sehe da nichts, ne? Okay. Wenn du was da siehst, dann gib Bescheid. Hä? Aber es muss damit zu tun haben, auf jeden Fall. Ich denke auch. Jetzt schau ich noch mal den Zettel an. Ja, guck. Eins, zwei, drei. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich habe es. Ja? Äh, Kreis, Viereck ist es. Auf jeden Fall. Warte. Wir haben einmal. Ja. Alles gut? Ja. Wir haben einmal ein Kreis. Nee. Wir haben einmal auf jeden Fall ein Viereck. Schau mal. Kreis und. Zack. Jetzt bildet sich hier auf dem ein Kreis ab. Das heißt, das erste ist ein Kreis. Nee, das links hier ist das erste. Das hier ist das erste, ne? Das ist so ein Herz, würde ich sagen. Ich würde sagen, Viereck, Kreis, Pfeil. Falls es sowas gibt. Ich würde sagen, Kreis, Herz, Viereck. Kreis als erstes. Ja. Schau dir noch mal den Zettel an. Sicher. Das erste ist das links, ne? Ja. Kreis dort. Ah, so. Das heißt, was sagst du? Viereck, Kreis und Pfeil, falls es sowas gibt. Viereck, Kreis und Pfeil. Gibt es einen Pfeil? Gibt es was gebracht? Weiß nicht. Ah, ja, ist offen. Echt? Kettensäge. Du bist natürlich wieder der G, Alter. Du hast es geknackt. Natürlich, Digga. Natürlich bin ich der G. Ich muss mal was trinken, sonst werde ich verrückt. Du weißt, was mit dem G passiert. Du bist jetzt die Kettensäge. Ich glaube, du musst halt wirklich hier durch, ne? Aber da will ich gar nicht durch. Alter, das geht halt wirklich. Das gefällt mir nicht, Sascha. Ich will da eigentlich nicht durch. Alter, wie slack. Hallo. Hast du Mandelwasser? Ich bin der Zerstörer. Wieso bist du gestorben, Sascha? Ja? Wieso bist du in den Boden reingeklischt? Wieso bist du tot? Bist du tot? Hast du gerade mit der Kettensäge? Nein, Sascha? Ich höre mich, wie ich die Kettensäge nutze. Ich glaube, du musst neu starten. Du hast auf den Schrank gehauen und bist dann in den Boden reingefallen. Ich habe mich gedreht so irgendwie, gell? Okay, start mal neu. Okay. Hallo. Hallo. Wo ist die Kettensäge? Willst du mal? Nimm mal ein Mandelwasser. Nee, nee, mach du. Leute, jetzt habe ich zwei Kettensägen. Hier, für dich. Ich kann die Sachen nicht nehmen. Nicht? Nee. Kannst du das nehmen? Okay, jetzt mach du mal mit der Kettensäge. Alter, wie es wackelt. Alter. Lass dich hier rein. Ich will dich töten, Alter. Komm her, Mann. Ich würde eigentlich nicht rein. Ich will da eigentlich nicht rein, die Kettensäge. Nein, nein. Jogi, du hältst es mir so. Schau, du hältst es gerade wie es so. Was? Schau mal. Meine Taschenampe ist einfach weg. Ah, da liegt sie. Du hältst es gerade. Halt dich die Kettensäge? Ja, immer noch. Mit Licht. Ach was? Hä? Das sieht so gut. Hä, okay. Mach mal bitte hier mit der Kette. Alter, Mann. Was ist denn das? Hä? Du bist im Boden. Das ist, glaube ich, eine Trap. Soll ich auch mal rein? Warte. Ah, ja. Jetzt sind wir beide. Nee, ich habe neu gestartet. Ach so. Damit wir nicht beide in diese Trap reinfallen. Ich bin auch rein. Komm. Du, du, du. Mach du weiter. Hier, nimm mal ein paar davon. Von den Mandelwassern. Digga, ich habe vier Mandelwasser. Ich habe auch vier Mandelwasser. Alter. Okay, jetzt kommt man. Guck mal. Ich habe die alle gestapelt. Was? Das ist mein Trick. Lol. Okay, was müssen wir jetzt machen? Jetzt habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mandelwasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf habe ich. Lol. Dann werden wir die ganze Zeit neu starten. Ich komme mit. Beobachte mal. Hä? Mann. Digga, ich erschrecke mich jedes Mal von dem Scheiß. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich dachte gerade, ich habe die Aufnahme. Oh, Alter. Du auch? Ja, ich fliege da auch runter. Ich fliege da auch runter, ja. Nein, jetzt haben wir alles verloren. Warum? Weiß ich nicht. Ah, genau deswegen. Warte, wo bist du? Wo bist du? Ich bin in so einem Raum. Ich auch, Digga. Ja, wir müssen uns wieder finden wahrscheinlich. Hörst du das? Ja, ich habe dich klicken gehört. Wo bist du? Wo bist du? Das Licht flackert. Verarsch mich wieder. Nee, aber sag mir, wo du bist. Du verarsch mich. Das ist nichts von mir. Wo bist du? Ich bin beim flackern im Licht. Wo bist du? Safe nicht. Ich schwöre auf alles. Ich bin auch beim flackern im Licht. Verarsch mich. Nein. Du verarsch mich, Digga. Klick mal deine Taschenlampe. Ich höre es. Mach nochmal. Du bist ganz nah. Hör mal. Du bist hier irgendwo. Warte, wir sind auf der anderen Seite. Du bist, glaube ich, hier hinter der Wand. Hallo? Ja, ich glaube auch. Siehst du mich? Nee. Was ist, wenn ich hier durchleuchte? Siehst du hier irgendwas? Durch die Wand? Okay, du bist also hier. Warte hier, okay? Ich komme zu dir. Kannst du überhaupt zu mir kommen? Leon, leise. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendjemand gehört. Ja. Wartest du bitte? Ich glaube, wir... Ja, ich bin genau an der gleichen Stelle die ganze Zeit schon. Ich glaube, wir können aber nicht... Ich mag das aber nicht. Wir können, glaube ich, gar nicht auf unsere Seite. Sicher? Ja. Weil bei mir geht es gar nicht auf die... Weil, da ist ein Pfeil. Warum? Das erinnert mich an was ganz Böses. Warte, Digga. Ich bin, glaube ich, gleich bei dir. Okay. Ich bin fast bei dir. Ich bleibe hier stehen. Aber hier sind keine Zugänge. Also du kannst entweder von da vorne kommen. Nee, du kannst nur von da vorne kommen. Ja. Hier, hi. Hi. Hallo. Hi. Ich habe es doch gewusst. Moin. Alter, komm mal mit. Ich komme zu dir. Digga, das ist diese Atmosphäre mit Nebel. Ja, ja. Das ist schon gerade. Nebel. Digga. Oh, das ist Licht, Alter. Da hinten ist ein Pfeil gewesen. Ja, will ich das? Warte, bitte. Ja. Warte doch. Hier müssen wir rein. So ist es hier wieder so großläufig. Ein weitläufiger Gang. Müssen wir hier wirklich hin. Ja, müssen wir. Sascha, das gefällt mir gar nicht. Freunde. Alle Spannungen 1 bis 10? 11. Ja, Digga, weil wir gerade auch... Das ist der einzige Weg, wo es leid. Ja, so sieht es aus. Ich höre doch was, oder? Sascha, ich will es nicht. Wir schaffen das hier. Hast du ein Pfeil? Acht auf schwarze Gestalten. Ja. Okay, wir müssen hier lang. Sascha. Ja, hier ist auch nichts. Wir sind auf dem richtigen Weg. Zu sterben, oder? Es gibt auch nur einen Weg, ne? Ja. Ich schaue hinter uns. Ich habe nämlich Angst. Hier ist ein Pfeil. Hier sind richtig viele Pfeile, Digga. Scheiße. Hier noch mehr. Scheiße, Scheiße. Alter, ich habe Gänsehaut, obwohl ich die Klamotten an habe. Hä? Hä? Wir haben es geschafft. Leuchtet es hier, sicher? Wir sind hier. Okay, Digga. Pull all the levers and run through the gate, so it can't follow you. Was? Was heißt das? Dass es ihnen nicht folgen kann. Wer folgt uns? Ja. Was soll ich machen? Alle Hebel müssen wir umlegen. Wahrscheinlich sind es vier, so wie auf der Zeichnung hier. And run through the gate. Und dann müssen wir durch das Gate. Ist das hier? Nein. Hier gibt es irgendwo ein Gate wahrscheinlich. Also ab hier wird es krass. Mhm. Und ab. Scheiße. Renn, 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 renn. Da ist er. Ich renne doch, ich renne doch. Ich kann nicht da rennen. Ich schleiche. Ich denke an Jesus, Bro. Bist du tot? Nee, wir haben es geschafft. Es ist weg. Haben wir es abging? Ja. Okay. Wir nehmen diese Taschendampen. Wo ist denn hier die Toilette? Weil ich muss dringend. Hör auf. Ich habe zu viele Sachen, Digga. Wie viele Sachen hast du im Inventar? Jetzt mal no joke. Wie viele? Ja, weil mein ganzes Inventar ist voll. Ich habe ein, zwei, drei. Was? Zehn. Was zehn? Hast du im Inventar? Zehn Sachen habe ich im Inventar. Okay. Ihr, nimm die Kettensäge wie ein Mann. Ich habe schon zwei dabei. Ich auch. Das Walkie-Talkie will ich auch nicht. Eine Taschendampen will ich auch nicht. Das hat mich, Alter. Alter, was? Wieso? Schreibt mir das doch hinterher. Ich weiß nicht. Ich bin tot. Das kam da, glaube ich, durch. Ich höre es. Ich höre es. Nee, alles gut. Doch, es kam doch letztes Mal da durch. Da steht es, Alter. Was geht, Bruder? Wieso hast du Ast-Arme? Bist du Schneemann? Was? Bist du Schneemann? Leute, sei mal weg. Ist despawned? Hab mich getötet, jetzt ist es happy, oder was? Nee? Also wer mich so auslacht, der kommt wieder rein ins Game. Let's go. Was? Was fiel denn hier? Nimm schnell die Taschenlampe. Wir lesen ganz kurz. Ab jetzt beginnt das Video richtig. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Levers. Run through the gate so it can't follow you. Okay, komm mit. Schnell. Die Kettensäge nehme ich noch mit. Schnell. Mach mal die Tür auf. Lass mich rein. Mach mal die Tür auf. Du kannst hier erst rein, wenn die Tür öffnet. Lass offen. Lass offen. Lass offen. Du kannst hier erst da rein. Ah, hier, guck mal. Hier ist ein Lever. Den haben wir letztes Mal übersehen. Und hier haben wir beendet auf diesem Mal. Ja. Guck mal hier, Sachen für dich. Pipi. Alter, geil. Freunde, deswegen holt jetzt eure Getränke und lasst uns Anstoß. Ich habe nur eine Wasserflasche. Okay. Tick, tick, tick. Was heißt das? Tick, 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 Du hast einen von vier Levern aktiviert, schau. Hörst du das? Tick, 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 Alter. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, da kommt was rein. Hey, wo bist du? So, wir sind krank. Sollen wir die Tür offen lassen? Ja, lass sie offen. Damit wir reinrennen können, falls. Brauchen wir hier wirklich Licht? Nee, nicht unbedingt, oder? Also aktuell noch nicht. Da hinten ist es, Digga. Rechts von dir. Oh, Digga, es ist vor mir. Es fließt jetzt eine Stichwände zu beide. Cool gezeichnet. Nein, ich glaube, da hinten ist es. Okay, es läuft, es läuft. Ach, scheiße, Digga. Dieses, tick, 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 tick. Heißt das, dass der Hebel nach einer Zeit wieder oben ist? Oh nein. Das heißt, wir müssen jetzt alle Hebel so... Okay, komm wieder zu mir. Ich sag dir, wo lange es gelaufen ist. Vertraust du mir? Nee, nicht so. Komm mal hierher, komm mal hierher. Ich glaube, da hinten ist es. Nein, vertrau mir, da hinten ist es. Da hinten ist es wirklich. Er hump, Digga, er ist verletzt. Komm mal zu mir! Ich vertrau dir jetzt. Mach Licht aus. Ich hab kein Licht. Komm, schneller, du kannst ruhig... Okay, guck, da hinten ist es. Ganz da hinten. Jetzt nimm die Kettensäge und mach das auf. Weil du bist stärker als ich. Ich guck, ob das Monster kommt. Kommt ihr dann? Es kommt, es kommt, es kommt. Renn, 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 renn. Ich werd... Ich komm nicht rein! Ich komm nicht rein! Ich komm nicht rein! Ja, ich bin drin! So ein Arsch. Wie macht mal Türen zu? Wie macht mal Türen zu? F. F, 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 F. Okay, bin safe. Du krippelarm, Alter. Guck mal, wie es weg humpelt. Humpelt es in meine Richtung? Ich hab es nicht gesehen. Ja, es humpelt in meine Richtung! Ah, es kommt hier nicht rein. Haha, geil. Oh, ich werd wahnsinnig. Okay, wir können die Türen offen lassen. Oh, ich werd wahnsinnig. Wir können die Türen offen lassen. Es kommt nicht rein. Ich glaub dir nicht. Ja, dann glaubt ihr nicht. Das hast du schon öfter gesagt. Weil er sieht mich die ganze Zeit und es dauert. Aber ich hab eine Frage. Ist das der Anfangsort? Sag mir, ist das denn? Ich bin so schade. Leon, warte mal. Wollen wir das richtig leicht schaffen, das Spiel? Hallo, hallo, hallo. Hallo, ich bin hier. Ich kann das hier die ganze Zeit dran halten und du suchst einfach alles. Und ich such. Ich, der Schüsser. Nee, komm, wir machen es schon richtig, Digga. Es humpelt nach da lang. Nach da lang. Komm, jetzt mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Also in meine Richtung, oder? Mach doch einfach mal auf. Ja, sag. Dreh doch mit mir. Mach was Produktives. Gut, rein da, rein da, rein da. Können wir rein, können wir rein? Ja, wir sind drin. Mach so. Es kann nicht rein. Ich trau dir da nicht. Ich trau dir da nicht. Gerade eben, vor 10 Sekunden sagst du, du vertraust mir. Und jetzt vertraust du mir wieder nicht. Da. Ich vertraue dir nie. Was ist hier drin? Nichts. Kein Hebel, nichts. Weiter. Mandelwasser. Ich werde verrückt. Ich nehme Mandelwasser. Oh, guck mal. Ein geiles Zimmer. Was ist passiert? Da ist ein Hebel. Brauchst du was? Ich habe. Hebeltrading. Okay. Ja, gehen wir weiter? Komm mit. Mit Ansage, es wird gleich vor uns erscheinen. Mit Ansage, es ist hinter uns. Lass erst mal links lang, weil das können wir vertrauen. Vertrauen, sagt er. Okay. Ja, mach das auf. Sehr gut. Damit du dich verstecken kannst. Nein, ich bin bei dir. Ich habe die Gönnergy-Dose in der Hand. Bitte geh auf. Bitte geh auf. Bitte geh auf. Bitte geh auf. Wieso geht es nicht auf? Ja. Geil. Okay. Kannst du ruhig offen lassen. Das sind Papiere. Deutsche Pass. Ich lasse es nicht offen, Sascha. Ich vertraue dir nicht. Nimm einen Saft. Und jetzt komm mal. Ich habe mich gerade vor dem Radio erschrocken. Jetzt sind wir hier in dem Raum. Hier können wir nämlich auch... Das fällt mir nicht, Digga. Hier ist auch ein Hebel. Lass mal Billard spielen. Von hier aus können wir beobachten. Ich will Billard spielen. Jetzt ist die Frage, wie lange hebt der Hebel? Digga, wie schnell müssen wir das dann machen? Ich will Billard spielen! Ja, okay. Wir spielen jetzt Billard. Okay. Nimm erstmal den Schokoriegel dabei. Habe ich schon einen. Okay. Hier ist ein Hebel. Ja. Wollen wir mal drücken? Einfach so. Ja, es kostet halt Zeit, aber es bringt eigentlich nichts. Digga, muss mal die Motorsäge aus. Da ist gerade so ein Bug die ganze Zeit. Du läufst hier. Ja, wieso nicht? Jetzt ist es weg. Ist es weg? Ja, es ist weg. Geil. Kann ich das... Nee, man muss es tatsächlich... Man kann es nicht nochmal jetzt runterdrücken. Man muss warten, bis es wieder oben ist, um es runterdrücken zu können. Kommst du. Ja. Bleib damit. Schau, ich zeig es dir. Schau. 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 Das ist zu groß. Komm her. Mach dich vertraut mit dem Kollegen. Nee, 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 nee. Ich trinke was. Es kommt rein. Es kommt rein. Ich habe die Tür zugemacht, Digga. Ja, es hat die Tür aufgemacht. Wie dämlich. Schaut mich an, wer hat sich hier im Gang etwas essen und sagt, wie dämlich, Alter. Okay, wir müssen uns merken, wo die ganzen Sachen sind. Ja, am Anfang, da müssen wir hier hin und hier durch, weil die Stahltür ist verschlossen. Da können wir nicht rein und nicht los. Oder vielleicht machen wir den hier am Anfang. Ja, weil das am längsten geht, gell? Ah, nee. Nee, dann am Ende, oder? Wenn es am längsten geht. Zwei von vier haben wir schon. Komm mal mit. Ah, ich werde wieder wahnsinnig machen. Ja, ich bin auch gerade am Süffel, ne? Süffelis. Okay. Hm, Freunde. Protein-Boss mit dem Code Sascha und Leon C. Ich warte dir bei... Okay, Folge. Diese Folge. Warte hier. Ich check alles ab. Folge. Aye, aye, Captain. Achtung, stehen bleiben. Matrose gesichtet. Matrose gesichtet. Folgen. Ganz ruhig. Weiter, weiter. Schneller, schneller. Da ist der Matrose. Heißt er jetzt Matrose. Hier, öffnen, öffnen, öffnen. Der wird doch kommen, der wird doch kommen. Öffnen, öffnen. Okay. Ich vertraue dir. Vertraue mir. Wenn ich sterbe, super. Ich renne drauf auf das Ding. Und dann? Ist doch egal. Mach auf, mach auf. Super. Du kannst es hier zuhören. Ich hör, was du meinst. Okay. Ich riss dir mal die Lampen aus. Hier ist auch wieder nichts. Doch, ein Gunnergy. Und Waschmaschinen mit Energieriegel. Geben länger mit Kalkon. Okay. Nimm den anderen Energieriegel. Also dieser Raum... Aber warte, du hast gesagt Gunnergy, ne? Ja, willst du es haben? Du hast ein Gunnergy. Ich hab jetzt noch zwei. Ich hab jetzt drei Energie... Ne, vier Energieriegel und zwei Gunnergy's. Ich hab einen Energieriegel und das war's. Danke. Du willst noch eine Tastennampe? Davon hab ich auch zwei. Nee, danke. Okay, also dieser Raum ist komplett unnötig. Ja, wir müssen uns merken, wo wir leben müssen, Alter. Ja. Warte einfach hier, okay? Ich warte einfach, ja. Mache das Level. Okay. Okay, interessant. Interessant, Alter. Sehr interessant. Wo bist du? Auf dem Boden. Mit so einem Schokokeks. Mit weißer Schokolade und schwarzem Keks. Ja, bitte. Fütter mich. Okay, Digga. What the fuck, Alter. Das sah grad komisch aus. Okay. Okay. Wo ist es? Ich bleib hier drin, okay? Da hinten ist es... Folge, du kannst rennen. Es ist weit weg. Da ist noch ein Hebel. Sehr wichtig. Hier ist noch ein Hebel. Ach, der ist random einfach nur gegangen. Okay, und das ist der letzte Hebel. Hier müssen wir raus. Folge, Folge. Ja. Ich wollte deinen Schock. Aufhören mit rennen, weil wir müssen wahrscheinlich gleich rennen. Er ist jetzt hier links lang. Also nicht hier, wo wir jetzt lang gehen. Hier kann man sich einmal verstecken, gut zu wissen. Du kannst übrigens weiter rein, ne? Oh, lol. Wow. Ja. Du hast mich nur jedes Mal extra blockiert. Kann ich bitte raus? Ja. Ich muss hier raus. Okay, jetzt Vorsicht. Scheiße. Hier, aufbrechen. Aufbrechen. Wo? Hier. Keine Angst. Ich will kein Schreien hören. Ich will kein Schreien hören. Ist es offen? Auf, auf, auf. Was ist das hier? Was ist dein Raum, Junge? Alter, guck mal. Warte. Trinkt es nicht. Als ob es so viele Säcke sind. Flüssiger Schmerz. Trinkt es nicht. Das habe ich beim Klauen getrunken und bin gestorben. Flüssiger Schmerz, Alter. Aber du kannst das Gelbe nehmen. Hier ist Gunnergy. Hier, Saft. Ich trinke jetzt flüssiger Schmerz. Nein, bitte nicht. Tu das. Hier stehen ein paar Gunnergy's rum. Ich frage dich. Okay. Also hier ist auch nichts. Außer eine Küche. Flüssiger Schmerz. Müllsäcke. Sieht ja echt aus wie bei dir. Nein. Du hast recht. Leider. Nein. Leute, Leon, das ist wirklich... Bei mir sieht es viel schlimmer aus. Mit den Scherben hier auf dem Boden. Die Teller sind ja noch sauber. Alter. Okay, warte hier. Ich warte hier. Oh, ich werde eh gleich verrückt. Deswegen trinke ich kurz ein Gunnergy. Hast du noch Zeug? Ich esse kurz einen Schokoriegel. Och, lecker. Oh ja. Sieht eigentlich aus wie so ein Marmeladenriegel. Ne? Du? Okay, gut. Ne. Schaust du da auf den Boden? Ich habe meine Taschenlampe getroffen. Okay. Also hier ist auch nichts. Warte hier. Ich glaube, wir sind hier. Ich nehme jetzt flüssigen Schmerz. Nein. Dann muss ich das nicht mehr aushalten. Ich habe meine Orientierung komplett verloren. Von rechts kamen wir. Hier? Ja. Von hier? Ja. Okay. Komm mit. Komm mit. Ich bin doch da. Alter, Digga. Warum ist es so verwinkelt? Das ist der Anfang? Irgendwo hier ist der Anfang links. Bist du dir sicher? Ja. Tatsächlich, Digga. Du hast recht. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die aller last door finden. Last Christmas. Komm mit. Hä? Hier kann man irgendwie rein? Warte mal. Ah, ne. Okay. Ich dachte, da könnte man nach oben. Okay. Das kann halt auch sein in so einem Schacht. Ja, das kann echt sein. Aber wir haben hier noch nicht alles gesehen. Hier zum Beispiel. Waren wir hier schon mal drin? Ja. Da kommen wir gerade her. Mit den Tellern. Okay, folge mir. Hier geradeaus war ich noch nicht. Bleib, 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 bleib. Hier. Komm mit. Ich bleibe. Leise, leise. Was jetzt? Da hinten ist der Typ. Komm mit, folg mir. Hier ist eine Kettensäge. Ah, hier kommen wir her, oder? Oder? Ist das der Anfang? Ja. Gibt es zwei Anfänge. Oder? Ist das der Anfang? Dann muss man hier weit... Ah. Hä? Ich glaube nicht, oder? Doch, doch. Doch, das ist der Anfang. Was war dann das andere? Aber beim anderen sind wir ja gespawnt. Nee, wir sind hier gespawnt. Nee. Du hast recht, stimmt. Du hast tatsächlich recht. Waren wir hier? Nein, Spaß. Ich dachte gerade, Alter. Da geradeaus waren wir noch nicht. Da, da. Ja, super, Leon. Aufbrechen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Was? Echt jetzt? Nein. Alter, ich fang es. Alter, du machst es so staubig. Ich sehe nie, ob es offen ist oder nicht. Ist offen. Ja. Ja, perfekt. Okay, wir haben jetzt alle drei Hebel. Saft, nimm mal hier Gunnergy. Stimmt. Du hast noch einen Gunnergy? Ja. Ich nimm mal den Saft. Ich trinke gerade eins. Super. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Gute Frage. Also hier, wenn wir hier rausgehen können, wäre Premium. Aber geht nicht. Wir teilen uns auf. Weiß ich jetzt nicht. Kannst du dich noch erinnern, wo die ersten zwei sind? Was sind denn die ersten zwei? Die ersten zwei? Also wir haben den einen, der durch den anderen Raum führt. Sollten wir den als... Den sollten wir am vorletzten machen. Das hier ist der zweite, würde ich sagen. Nee, warte. Darf ich mal kurz drücken? Vielleicht haben die auch hier eine Reihenfolge. Weißt du, ich meine? Bei den Lampen. Ich hör dir zu. Ich hätte gesagt, ich mach den ganz am Anfang und den Durchgangsort. Und du machst den und den anderen. Ich weiß aber nicht mal mehr, wo der andere ist. Das ist eben die Sache. Hallo, hallo, hallo. Können Sie uns helfen? Sie da hinten. Kommen Sie zurück, bitte. Nee, bitte nicht. Du darfst gerne hier drücken nehmen, natürlich. Tu dir keinen Zwang an. Guck mal, das ist das erste mit. Keine Angst. Oh, Alter, der ist ja direkt vor uns. Ja, der ist mein Gesicht, hä? Oh, wie geht gerade der Schlock? Oh, oh, hä? Wie? Digga, so unlogisch, Digga. Selber schuld. Selber schuld, Alter. Selber schuld, durch die Wand? Das macht keinen Sinn. Doch, klar. Nimm meine ganzen Sachen und mach's jetzt allein. Allein. Selber schuld, Digga. Mein Kopf sieht einfach raus, Alter. Alter, das ist... Nimm meine Musik. Alter, da drauf. Aber schau mal, Sascha. Ja? Dazu hast du gar nichts gesagt. Das hier ist Nummer eins, so gesehen. Vielleicht müssen wir das auch in Reihenfolge machen. Hm, weil der geht nicht mehr runter, gell? Doch, der geht runter. Okay. Der ist gerade am runtergehen. Oder hochgehen. Ist ja ein Hebel, den man nach unten zieht. Ist der Typ noch da? Hallo? Was machst du jetzt hier? Warten. Auf. Ich wollte, bis der oben ist, damit ich ihn wieder runterziehen kann, damit ich die anderen Hebel ziehen kann. Ja, wenn du das schaffst, hast du Respekt vor mir. Weil ich hab das Gefühl, der ist hier links von mir. Ich bin gespannt, wie das was. Oh, hier kann man auch lang. Gar nicht. Ich mach gar nichts mehr. Komm, komm jetzt. Ich weiß nicht, wo er ist, ist das Problem. Wieso bin ich gestorben, Digga? Jetzt geht das Jahre. Ich werde ja auch sterben, wahrscheinlich. Ich guck dir erstmal den Schalter. Okay. Weißt du, wo die anderen sind? Digga, er weiß einfach alles, Mann. Er rennt hier mit der Kettensäge rum, als wäre es ein Wattestäbchen. Ich hab keine Kettensäge ausgerüstet. Bei mir schon. Das sieht schon witzig aus. Ja, sehr gut. War das schlau? Das ist halt der dritte, ne? Super. Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir nur sagen, das ist sehr gut. Rüste noch Saft aus, dann kannst du nämlich schneller rennen. Den Saft kannst du trinken, während du rennst. Digga, du hast kaum Zeit. Du musst dich beeilen. Ja, er sagt, rüste den Saft aus. Ich hatte jetzt nicht vor, eigentlich den Saft auszurüsten, wenn ich Zeit hab. Entschuldigung. Hast du ihn gerannt? Hast du ihn getrunken? Ja. Das sieht so witzig aus. Hier war nix. Ich hab das Gefühl, der ist hier vorne. Ja, und wo war der letzte Hebel? Ganz am Ende. Und jetzt fehlt noch einer. Ganz am Ende beim Tor, beim Garagentor. Oh, shit. Schaffst du es. Komm, Leon, bitte. Ich glaub an dich. Oh, der ist er. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Durch dich. Gut, gut. Scheiße, Alter. Okay, jetzt schnell. Wo ist er? Ja, jetzt renn einfach durch. Er ist rechts lang. Ja, perfekt. Renn, renn, renn. Du schaffst es. Ich renne, ich renne schon. Ich seh's. Stark. Stark, Digga. Stark. Ja, 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 Digga, du hast es geschafft. Oh mein Gott. Und jetzt den hier. Warum auch immer. Was bringt der? Keine Ahnung. Bruder, was ist das? Du kannst hier rausgucken. Alter, geiler Vorgaben. Läuft hier mit seiner Motorsäge einfach irgendwo lang. Wer kennt's nicht? Ich hab gar keine Motorsäge ausgerüstet. Okay, Digga. Oh nein. Oh nein. Geh da rein. Ich spawne dich dann wieder. Oh, ich spawne. Ein weiterer Aufzug. Geil. Aufzug-Level lieben wir ja. Was muss ich hier drücken? Links ist ein Zettel, Leon. Alter, okay. Was ist? Siehst du den Zettel? Nee. Da ist eine ganze Wand voller Fragezeichen. Und wo ist die Wand voller Fragezeichen? Das frage ich mich auch gerade. Kannst du jetzt eigentlich Level neu starten? Glaubst du? Ich kann das nicht. Das kannst nur du. Soll ich's mal machen? Gute Frage, Alter. Ach, das hat hier mit zu tun wahrscheinlich. Oh, guck mal oben rechts das Rote. Ja, ja. Soll ich mal machen? Ja, oder? Warte, ich hab's Rätsel gelöst. Soll ich's lösen? Oh, ja, löst. Also zweites von rechts, erstes, letztes, mittleres, erstes, warte, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 5, 3, 1, 4. Die Leute feiern dich, Digga. 4, 1, 5, 3, 1, 4, danke. Leon-Abi, hast gelegt. 4, 1, ja. 3. 5, 3, 1, 4, nice. 3, 2, okay. Ich denke, wenn ich mit dem Aufzug runtergefahren bin, kannst du safe spawnen. Wow, bitte, Alter. Alter, der Aufzug sieht richtig luxuriös aus. Och, sehr alt. Oh, die Geräusche gefallen mir nicht. Alter. Ding. Kommt wieder sowas. Hä? Ich bin immer noch nicht da. Ich bin immer noch nicht da. Ich bin immer noch nicht da. Mann. Ja, komm, doch, du bist da. Hä? Hä? Wo sind wir jetzt? Wieder in so einer Höhle. Ja. Was da drüben? Hey. Als ob. Nein, aber das ist doch diese Höhle mit den... Ja, ja. Bist du schon weitergelaufen? Wo bist denn du? Ich bin hier oben. Ich hab halt nichts. Oben? Hier. Unten. Bruder. Hier. Unten. Er sagt oben. Achso. Hallo. Hä? Was ist das für eine... Das war ein geiles Level, Freunde. Wir schaffen jedes Level. Ladepassage. Was höre ich da für eine Geräuschkulisse? Ich höre noch nichts. Sind wir im Wald. Alter, das wäre jetzt geil. Nee. Was war das denn? Üh. Und ich nutze diesen Moment, um euch Danke zu sagen für euren krassen Support. Lol, Alter. Das kommt niemand. Und dann wachen wir plötzlich auf und sind hier. Hörst du das? Oh, wir haben Vollmond, Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einer... Wieso erinnert mich das an die Bauer? Wieso ist das jetzt so schlimm? Wieso ist das? Aber immer diese Anzüge machen es nochmal witzig, gell, irgendwie. Ja, ja. Okay, da ist ein Zettel. Was ist hier? Lock the doors behind you. Warum? Aha. Warum? Aha. Siehst du. Bro, welche Stadt auf dieser Welt hat einfach einen Tunnel, Digga? Und... Es gibt sicher ein paar. Echt? In Bergen? Ja. Alter, was ist das für ein Typ am Baum? Halt die Fresse. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Stimmt nicht, oder? Ja, aber warum? Habst du das Gefühl, wir werden beobachtet, Digga? Ich hab auch das Gefühl. Die letzte Folge, ne, die vorletzte für euch, heißt... Hilfe. Nach diesem Video fühlst du dich beob. Was ist das hier auf dem Boden? Das ist nur Gras, oder? Oh, ich werd verrückt. Komm rein, komm rein, komm rein. Lock the doors behind you, Bruder. Da hinten ist jemand, komm rein. Schließ sie ab, schließ sie ab. Hörst du das? Was? Ja. Oben. Fuck. Hast du Feuer, hast du Feuer? Er ist außen, außen, außen. Nein, ich werd sterben, ich werd sterben. Nein, nein. Ich bin verrückt. Du bist außen. Ich bin verrückt. Ich werd sterben. Scheiße, ich hab keine Zeit mehr. Nein, Digga. Wieso lässt du immer nicht in schlimmsten Situationen... Sascha. ...lässt mich immer alleine, wenn's so... Ist er wirklich draußen? Ich weiß es. Das hört sich so an, als wäre er hinter der Wand, auf die du schaust. Oder oben. Freunde, wieso lässt mich Leon immer alleine? Ich hab auch nicht. Und er hat noch Gunnergy drin, ich check das nicht. Ich... Ich wurde doch verrückt. Und dann bist du reingerannt ins Haus. Ich hab gesagt, ich werd verrückt. Ja. Tatsächlich bist du schuld diesmal. Weil du nicht gewartet hast auf mich. Wirst du wirklich hoch. Ich glaub, das ist die schlechteste Entscheidung, die du machen kannst. Alarm. Ich werd verrückt. Bringt was. Versuch es zu beobachten. Wieso ist hier alles so mit Valhalla, Vintage, Web of Fool? Die Steps kommen wieder näher. Ich hör keiner. Hörst du das aber? Dieses... Ja, das hab ich gehört. Was ist denn das? Hallo? Das ist so still, Digga. Ich würd am liebsten... Ja. Wurd am liebsten was ist Level 9. Das ist ein Fernseher. Pssst. Ich bin nur ein Einbrecher. Warte, du kannst die locken. Du kannst die dort wirklich locken. Schau mal. Da ist so ein Hebel, Dings. Emergency Alert System. The Town Authority has issued an emergency evacuation. Please evacuate to the nearest designed Garantien Center. Pssst. Sei leise. Sonst hören uns die Leute. Ja. Mein Könner, G. Was mein Kumpel trinken hätte können. Aber ich seh noch nichts, aber mich beunruhigen diese Steps tatsächlich, die man gehört hat. Ich glaub, hier ist jemand im Haus, Digga. Ich glaube auch. Und ich bin hier ganz... Ah, fuck. Ich hab's selber aufgehört. Immer schön abschließen. Wenn's geht, das geht nicht. Warst du das? Ja, das warst du, gell? Die Steps. Wünsch dir. Boah, Alter, ist das spannend. Ich glaub, das ist ein richtig heftiges Level. Weil es hat so lang zum Laden gedauert. Ich glaube auch. Guck erst mal in den Rühlschrank. Ja, man, schauen wir, was die zu essen haben. Aber wieso brechen wir auch eigentlich ein? Du kannst die locken. Dass darauf guckt er jetzt. Ja, natürlich. Ich hab doch Phobie. Hast du nicht gesehen? Da läuft die. Ja. Aber das sind andere Steps als vorhin, oder nicht? Draußen. Jetzt kommt wieder diese. Ja. Ich hab das Gefühl, das ist irgendwie über dir oder unter dir, oder so. Das klingt eher nach über dir. Da draußen, Alter. Da draußen ist so ein Riesenviech. Wo klar warst du? Alter, ja. Kein Scheiß. Links. Links ist ein Riesenauge. Oh, Alter. Was ist das? What the fuck, Alter. Hallo? Alter, was war das? Alter, ich dachte, die hab ich versehen. Was waren das für andere Steps? Das frage ich mich auch. Und was macht der? Also, der kann ja safe nicht reinkommen eigentlich, oder? Oder? Alter, er rusht einfach durch. Was ist los mit dir? Ah, mein Kinderzimmer. Oh, das beruhigt mich nicht, Alter. Hier schmache ich YouTube-Videos. Schmach. Leg dich ins Bett. Okay. Kommt wieder das Auge, kommt wieder. Freddy. Ich seh's nicht. Alter, was ist das? Warum kann man die Türen abschließen? Ich glaub, es ist noch jemand im Haus. Ich glaub, dieses Auge ist nicht das. Alter, Dicker. Was ist das denn? Ein Fahrrad. Ein Dreirad. Hier, Kanister, Dinge. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Office. Was? Fire Office? Was steht da? Office. From work. Ah, nee. Unten. Wieso kannst du dich in diesen Räumen verstecken? Und hier ist einfach nichts. Oh, Dicker. Alter, die Tür ist einfach in die andere Richtung aufgegangen. Ich dachte, da wär was. Ich werd verrückt. Dann trink was. Schau mal, ob du in die Schränke rein schauen kannst. Was denn? Ich glaube immer noch, dass hier ist niemand in dem Haus. Aber wir müssen. Was? Hör. Sei mal leise. Okay. Doch, doch, doch. Ja. Ich hab doch irgendwas gehört, oder? Das klingt so, als würde die Treppe hochkommen gerade. Die Tür abgeschlossen. Nein. Oder? Doch. Die ist zu, oder? Jetzt ist sie offen. Okay. Kannst du unter das Bett? Nee. 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 Scheiße, Alter. Geh doch jetzt nicht raus. Rennt einfach raus. Geht nicht mal raus. Er rennt einfach raus. Ich dachte gerade, warum liegt der Blut? Aber du warst jetzt in allen Räumen hier, oder? Wo lang? Sag mir in welches Haus. Das nächste ist schräg gegenüber. Welches? Das hier? Nein, andere Seite. Ich höre ihn. Ja. Okay. Ich frag mich halt. Geißer, neißer, neißer. Ja, bieg da ab. Richtig. Ja, was fragst du dich? Ähm, wieso müssen wir die Türen schließen? Weil er kommt ja nicht rein, wahrscheinlich, oder? Scheiße, Sau. Es sind wahrscheinlich wieder zwei Monster. Kommt doch näher, oder? Wohin soll ich, Leon? Er ist jetzt hier. Entscheide, du. Ich wollte eigentlich das Haus, wo da links von dir ist. Nee, links. 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 Ich werd verholen. Alter, hinter dir. Hier? Egal. Geh einfach rein. Wohin? Wohin? Geh einfach in das Haus. Das, was jetzt links von dir ist. Nicht das. Egal. Ich versteh's einfach nicht. Egal, geh rein. Wenn man es nicht selber spielt, ist es so einfach zu sagen. Scheiße, Digga. Abgeschlossen. Ach, deswegen ist es so... Ich hör was. Nein, ich werd sterben. Ich hab vergessen. Hier läuft jemand. Hallo? Hier ist... Da läuft wirklich jemand. Alter, Alter. Da ist so eine Mumie mit einem Brecheisen in dem Haus. Was ist denn da? Alter, kein Scheiß. Die ist gerade zu dir gelaufen. Also keine Mumie. So eine Fleischgestalt. Einfach ein Mensch ohne Haut. Mensch ohne Haut. Mensch ohne Haut. Mit einem Brecheisen. So heißt es. Video.mp4. Okay, komm her. Am Hof zu laufen? Okay, hier in dem Haus ist es niemand. Glaube ich. Sag's jetzt so. Entschuldigung. Guck mal, da war ich noch nie, oder? Ah, kann sein, ja. Weißt du's? Ich hab auch keine Taschendampe. Bist du das? Ja, ja. Oh, kriegen wir Taschendampen, Digga. Oben vielleicht? Hallo? Mumie? Da war jemand. Bist du versprochen? Versprochen. Okay, ich glaub dir. Ich glaub dir. Ich hab's nämlich nicht mehr gesehen. Die stand dann auf deinem Leichnam drauf. Okay, dieser Augentyp kommt. Das heißt, ich glaube, dieser Typ kommt in verschiedene Häuser rein. Lustiger Schmerz. Das muss ich jetzt trinken, Digga. Wo bist du eigentlich? Ich bin noch unten in der Ecke. Warum? Weil ich Angst habe, weil du die Türen nicht schließt hinter dir. Die ganzen Türen stehen offen. Komm jetzt hoch. Ich hab aber Steps. Ja, das ist das Auge. Ich hab, nee, ich hab aber auch kleine Steps gehört, aber es kann sein, dass du das warst. Das gehört nicht. Okay, ich vertraue dir. Du bist oben jetzt? Ja, moin. Hallo. Willst du einfach flüssigen Schmerz trinken? Ja, bitte. Junge, mach doch auf, Alter! Ja, ist offen. Was ist jetzt der Plan? Wir gehen ins nächste Haus. Ich finde hier leider keine... Hier ist auch gar nichts. Hier ist nichts, Digga. Gönnergy, keine Taschenlampe. Komm, lass uns weiter. Vielleicht in den anderen Häusern, ja. Bist du dabei? Ich bin dabei. Okay, ja. Ja. Wollen wir noch kurz hier gucken? Ich sehe hier halt... Oh, Digga, ich werde wahnsinnig. Ich werde verrückt, ja. Alter, ich bin schockt. Ich trinke kurz das. Alter, es ist hier dunkel, ja? Ach, das ist die Garage. Ah, ist hier irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Verstehe. Hier könnte man auch abschließen. Okay, dann lass uns weiter, oder? Ja. Welches Haus? Ja, wir werden verrückt. Da links, links. Du wirst ja sterben, ja? Ich bin tot, ja. Oh, Digga, das ist echt wild. Ich bin jetzt so tot. Hier, gell, willst du hin? Ja, links, links, links. Ach, scheiße, ich bin tot, ja. Ich bin drin. Okay. Aber du wirst auch sterben, oder? Ah, okay. Ich gehe jetzt nochmal in das Haus. Ja, probier's mal, ob die immer gleich abgeschlossen sind. Ah, ich werde verrückt. Scheiße, scheiße. Abgeschlossen. Okay, heißt das schräg gegenüber, da ist dieser Mumientyp drin? Hier? Ja. Die Tür ist links, du. Ja, ich höre's. Ich höre Steps. Da rechts brennt Licht, oder? Meg. Ah, Meg. I, Meg. Ich werde sterben. Ja, scheiße. Oha, Junge, das ist ja überschwer. Das ist ein riesen... Ach, da ist das Auge, da vorne. Kommt's auf mich zu? Ja, es läuft gerade die Straße entlang. Ja, kommt in deine Richtung. Das ist überschwer. Okay, heißt, wir müssen durch Häuser durch, eigentlich? Ah, guck mal, hier liegen Taschenlampen, Bro. Ach so. Boah. Ja, wir müssen durch Häuser durch. Also, wir wissen ja, das eine Haus hier vor uns bringt jetzt nichts, oder? Okay, dann lass doch direkt weiter. Dann lass doch direkt schon mal... Das hier links ist schon abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. Ist dieser Dude drin? Ist der Typ drin? Wollen wir trotzdem mal reinfächer? Ich hatte ein Zeug. Du willst ihn sehen, ne? Ja. Darf ich einmal? Ja, du darfst einmal. Der kommt von der rechten Seite in der Küche, so gesehen. Da gibt's echt Zeugs. Ah, ich seh. Ja, da steht er. Guck, da läuft er. Als ob der dich nicht sieht, Alter. Ohne Haut, Alter, übergut beschrieben. Okay, da ist richtig viel Gunnergy und so. Du weißt, was das heißt. Also gehst du rein. Ja, ich geh kurz rein. War dein Ernst? Okay, ich renne weg. Bleib hier. Auge kommt, Digga. Ich hör den... Was machen wir jetzt? Wo? Skelett oder Auge? Skelett oder Auge? Wir sind so oder so tot, glaube ich. Ich geh in die Ecke. Wo ist das Auge? Leon? Ja. Ich hab richtig viel Zeugs. Richtig viel Angst. Mach zu. Mach bitte zu. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, er sieht nichts, Digga. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Das Auge kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Komm langsam rein. Ich mach zu. Der Typ sieht nichts, Digga. Was sagst du jetzt? Er hat eine Tür zugemacht. Komm mit. Folge mir. Folge mir. Wieso müssen wir hier in das Haus? Wir müssten das doch gar nicht unser Plan, oder? Er sieht doch was. Er sieht doch was. Jetzt bin ich hier im Haus allein mit ihm. Danke. Ich vertrau dir nie wieder. Jetzt warte. Ich hol dich doch wieder an. Ich vertrau mir. Er sieht nichts. Ich hol dich doch gleich. Warte. Er sieht mich. Ich bin tot. Nein. Schnell, schnell. Hilfe, wo bist du da? Hier, hier, im letzten Haus. Am Anfang. Wo? Links. Hier, halt. Ist er hinter mir? Nee, nee, er kann das Haus nicht verlassen. Okay, komm mal hier rein. Komm hier rein. Hier ist nichts. Ich vertrau dir nicht. Hör mir zu. Es war gut und schlecht zugleich. Nimm das. Trink. Schnell. Ja, trink, trink, trink. So, jetzt gebe ich dir noch das. Danke. Gerne. Tut mir leid für den Jumpscare, den du erleiden musstest. War kein Jumpscare, er ist mir nur hinterher gelaufen. Wo war es das? Insektenspray. Hä, jetzt ist hier ein Energieregel? Okay. Okay, ich trinke hier nochmal kurz einen Saft und dann lass uns zu einem Haus, wo du hin willst. Erst einfach die Straße weiter entlang. Okay, okay. Müssen wir halt vor dem... Ist die Tür zu? Nee, die ist jetzt nicht zu, ne? Nicht schlimm. Nicht schlimm, sagst du. Okay. Welches Haus, Leon? Da waren wir schon, das geht da nicht rein. Lass mal hier das nächste Haus, das links. Okay. Das hier. Ja, das hier. Einfach damit wir alles abgeklappert haben, ja. Vielleicht geht es nicht auf. Nee, geht nicht auf. Nächstes Haus. Lass mal erst den Außenbezirk, so gesehen. Die Randbezirke. Hier sieht es aus, als würde man rein können. Leon? Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Lass weiter. Deswegen müssen wir abschließen. Wir müssen da rein, Digga. Da ist richtig viel Zeugs. Okay, lass weiter. Er sagt, lass weiter. Wieso müssen wir da... Ah, 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 ah! Komm, Ed, lass weiter. Lass weiter. Okay, okay. Da kommt das Auge. Komm, jetzt müssen wir auf gut Glück hier rein. Fuck! Ist zu. Auf gut Glück. Ist zu. Er kommt. Er kommt. Das Auge. Weil die verfolgen alle dich. Ach du, die Mumie. Ja, ja. Die kommen nicht hier. Okay. Wieso verfolgen die mich? Ich werde verrückt. Alles klar, Alter. Alles spielt gegen mich. Hast du. Die Mumie ist weg. Wieso ist die Mumie weg? Er ist wieder da. Komm. Hast du noch einen Saft? Ich habe einen Saft. Trink den Saft. Ich bin tot. Trink, weil ich mich schon entduckt habe. Trink den Saft. Deswegen habe ich mich entduckt. Bin tot. Ich verfolge dich nicht mal. Was ist denn los, Alter? Das heißt, der Typ ist jetzt nicht mehr hier. Cool, Alter. Cool. Wieso? Ich verstehe es nicht. Das ist so unfair. Wieso verfolgen... Ist das... Verstehen die, dass ich viel schreie? Oder das Auge ist direkt vor deiner Tür? Rechts? Die Mumie wird zurückkommen wahrscheinlich, ne? Er schließt einfach die Türen nicht hinter sich. Kann gut sein. Ist mir egal, sagt er. Ich brauche Sachen zum Überleben. Ich sehe schon wieder so ein... Alter, ist das ein großes Haus. Nachgeschoss. Voll geil. Das ist immer gut. Hallo? Er schließt die Türen einfach nicht hinter sich. Ich werde verrückt. Hier ist einfach nichts. Nichts. Ich glaube, du hast recht. Ich muss schnell weiter. Okay. Wenn du jetzt ich wärst, was würdest du jetzt tun? Okay? Raus. 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 Ich werde verrückt. Ich gehe jetzt vielleicht nicht raus. Ja, dann trink was. Das Auge ist da irgendwo. Da ist ein Gunnergy links von dir. Regal. Regal, weiß Regal hinter dir. Ich sehe nichts. Alter, hier. Es ist so dunkel, Digga. Licht. Okay. Die Garage, die ist eh offen. Kannst du raus. Soll ich noch ganz kurz gucken, ob ich was finde? Was denn? Was willst denn du finden? Vielleicht. Ich glaube, wir müssen einfach... Es muss... Diese Häuser sind nur da, damit wir Equipment bekommen. Verstehe. Ich glaube, wir müssen durch das Level durch und irgendwas spezielleres finden. Okay. Ich höre Steps. Geh raus. Wohin? Links. Das letzte Haus in der Ecke. Das hier? Ja. Alter, da ist noch ein Dings. Was? Ah, noch eine Reihe. Noch eine Reihe Häuser. Was ist los? Ich habe kurz meine Taschenlampe ausgerissen. Oh, gemütlich. Geil. Freunde, an einem Kamin. Gemütlich? Einen Saft trinken. Einen Energy. Okay. Ist es wirklich so gemütlich hier? Hier ist es sehr gut. Da ist noch ein Saft. Ist es hier wirklich so gemütlich? Es scheinen viele Leute zu holen. Alter, da ist noch... Oh, Digga. Gut zu wissen, Alter. Das ist ein Haus, was wir uns merken müssen. Höre ich was? Nee. Okay, gut. Dann haben mich wohl meine Ohren getäuscht. Da ist noch eine Tür am Anfang hier. Garage oder was? Ah, okay. Heißt, hier ist niemand drin. Garage. Oh, ein Walkie-Talkie. Ah, braucht kein Mensch. Was sind das für Geräusche in Relay? Das Auge kommt. Ja. Bleib erst mal hier drin, bis das Auge vorbeigelaufen ist. Ich würde halt gerne die andere Reihe noch auschecken am Ende. Wie war der Screamer? Es ging, es ging. Digga, er rennt, er rennt. Er rennt, ja. Warum rennt er? Okay, jetzt nicht mehr. Okay, da ist er. Okay, weiter geht's, oder? Ah. Ja, geh einfach weiter nach links. Da, wo er herkam, so gesehen. Komm ich hier raus? Hier lang? Okay. Das Haus haben wir schon, ne? Ja. Guck mal hier. Was ist da links? Ja. Ah, da müssen wir wahrscheinlich durch. Aber was brauchen wir dafür? Exakt eine Schlüsselkarte. Okay, gut. Scheiße, wo kriege ich die her? Die müssen wir finden wahrscheinlich. War da nicht eine Schlüsselkarte? Wo? Darf ich nochmal ganz kurz? Ja, klar. Du bist am Leben, ich nicht. Das tut mir echt leid. Wie soll ich dich daran hindern? Guck mal, hier, da lagen Dokumente. Wo ist da eine Schlüsselkarte? Eine Schlüsselkarte, schade. Weiß ich muss jetzt durch jedes Haus und nach einer Schlüsselkarte. Dieses Mac-Dings von vorhin. Ja. Finde ich interessant. Wo war das? Hier in der, wenn du hier nach rechts gehen würdest. Aber geh erstmal außen lang. Wieso ist das so abgezäunt, das Haus? Weiß ich nicht. Vielleicht ist, das ist eben dieses Mac-Dings. Scheiße, scheiße. Wieso ist es hier auch? Das ist doch der Typ. Das ist das Haus mit dem Typen drin. Wieso ist es hier offen, Alter? Vielleicht, weil du hier schon mal drin warst. Ah, ich erinnere mich. Alter, du hast echt keine Orientierung. Das ist echt heftig, Digga. Wieso bist du jetzt eigentlich hier lang gerannt, in die Straße? Ich weiß es nicht. Genau von hier kommst du übrigens, von der Straße. Die Häuser haben wir schon abgeklappert auf der Seite. Beruhig dich bitte mal. Ganz ruhig. Du bist nicht aufgeregt. Ich bin ziemlich angesprochen. Roland. Oberschenkelmuskel. Links, rechts. Links, links. Weiter geradeaus. Am Ende der Straße rechts abbiegen. Alles klar. Du hörst dich aber nicht wie eine Frau an. Du bist kein Navi. Am Ende der Straße bitte rechts abbiegen. Okay. Und jetzt? Weiter geradeaus und linkes Haus. Hör erstmal. Abgeschlossen. Okay. Jetzt? Weiter geradeaus. Ich stehe hier gerade im Dunkeln. Ja. Irgendjemand flüstert. Aber egal. Weiter geradeaus. Ja. Mein linkes Haus. Ich glaube, ich werde gleich drauf gehen. Ja, ich höre Steps. Ja, kommt die Treppe runter. Das ist schockt. Keine Angst. Ich habe aber Angst. Bleib doch im Eck, wenn es geht. Er ist über das Sofa geglitscht. Okay. Das ist auch schlau. Jetzt liegt hier eine Schlüsselkarte und alles ist gut. Stell dir vor. Okay. Das wäre krass. Das ist nur ein Buch. Das ist ein Alarm aktiviert. Ich höre die Steps. Alter. Warte. Bleib hier. Bleib hier. Ja. Ich habe das Gefühl, der steht vor deiner Tür. Das ist spannend. Er steht echt vor deiner Tür. Woher warst du? Die Bruchstange. Oh, lol. Das Brucheisen geht durch die Tür. Okay. Bist du bereit? Nein. Ich bin bereit. Der ist noch da. Okay. Dann mach. Dann mach. Sterb. Von mir aus. Ich bin der. Ja. Mach. Willst du auch noch den Satz weiterführen oder? Ich bin der. Du bist einfach der eine. Der geht wieder runter. Wie geht der das? Vielleicht bringt das Insektenspray was? Ach, das war das Geräusch gerade. Jetzt passt du auf. Ich passe auf. Ich passe gut auf. Ich lerne vom Meister. Vielleicht. Krass, Alter. Wohin? Hier weiter, gell? Die Straße lang weiter. Hä? Nee. Das gehört zum Haus. Hier links. Tür links. Direkt links von dir. Da ist jemand drin. Okay, wo hin? Geh einfach. Hier das Haus, okay? Ja, wir machen erstmal die Außen. Scheiße, scheiße. Bist du verrückt? Nein. Scheiße. Auge. Abgeschlossen. Du kommst nicht rein. Ich hab ein Problem. Wo ist es? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist noch weit genug weg. Ich kann mir vorstellen, dass wir etwas bei diesem Mechhaus machen müssen. Da ist ein Schalter außen bei dem Haus. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Da kommt das Auge. Da kommt das Auge. Okay, okay. Okay, okay. Du könntest vielleicht noch weiter nach links rennen jetzt. Fuck. Hä? Wieso bist du tot? Ich weiß es nicht. Ah, vom Verrücktsein. Nee, von dem Vieh. Hä? Nein, oder? Hä? Das ist bei mir ganz woanders lang gelaufen. Das Auge. Okay. Lass mal zu diesem Mech-Ding schauen. Ja, lass es mal. Hier ist noch ein weiterer Speicherpunkt. Wo bist du? Beim Mechhaus. Wo ist das Mechhaus? Digga, du... Du bist hier alleine mit... In der Straße. Gerade gegenüber von dem Haus, wo du reingegangen bist. Warte, 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 warte doch mal. Das ist echt so ein schlechter Rhythmus. Digga, ich bin hier kaputt mit Dingen, einem Zombie in einem Haus. Ja, wieso gehst du auch da rein? Wieso sagst du mir nicht, dass wir da lang gehen? Digga, du hörst mir nicht zu, kann das sein. Ich hab gesagt, komm, lass uns erst da hin. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich werde sowas von drauf gehen. Ich werde drauf gehen wie Minen. Okay, ich versuch das mal zu verstehen hier. Okay. Locked Exits. Ich bin gerade in einem sicheren Ort. Wo bist du? Beim Mechhaus. Beim Mechhaus. Wie komme ich da hin? MEG. Gegenüber von... Das ist das umzäunte Haus. Ich seh dich. Hi. Wo bist du? Ich bin hier am Fenster. Hinter dir. Rechts von dir, das Haus. Anderes rechts? Ja. Genau da, wo du gerade... Ja. Du siehst mich jetzt. Genau hier in dem Fenster. Wo? Ja. Okay, ich seh da niemanden. Aber okay. Dann komm mal raus. Kann ich nicht. Da ist eine Mumie. Hier bin ich. Hi. Ich seh dich tatsächlich nicht. Warte, warte. Aber... Hier. Ah. Nice. Hi. Hallo. Hallo. Hilfe. Leon. Wo bist du da reingerannt? Ja. Weil da gutes Equipment war. Ich hab jetzt drei Gönner-Gees und zwei Saft. Auf der Bank vor dem Mechhaus sind auch Sachen. Okay, ich komm gerade mal raus. Kannst du mir beschreiben, wo die Mumie ist oder so? Ja, ich bin so. Also Sachen, Energieriegel. Ich höre Insekten. Schau dir das mal. Schau dir das mal an. Kannst mit F drauf zugreifen. Das ist wahrscheinlich der Wohnort. Und in den roten Häusern ist irgendwas. Denke ich auch. Das sind wahrscheinlich die Schlüsselkarten. Denke ich auch eben. Jetzt müssen wir nur wissen, wie rum wir das sehen müssen. Ja. Aber ich denke mal, bei diesem Locked-Screen, da sind wir. Da, wo Locked steht, sind wir. Leon. Leon. Ja? Wir müssen schnell hier weg. Vertrau mir. Ich höre Schritte. Komm mit. Folg mir. Da hinten. Ja, ich folge. Scheiße. Komm mit. Folg mir hierher. Es kommt hierher. Er kommt in unsere Richtung. Komm hierher. Wir können einfach hier langlaufen. Komm, wir gehen die Treppe. Einfach. Ich will jetzt steppen. Abgeschlossen. Fuck, ist der nah? Ich hätte gerne jetzt so einen Scanner, Alter, um zu sehen, wo er genau ist. Ich glaube, er läuft weiter. Du bist hinter mir. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Die Sache ist, er kann halt da vorne... Da vorne ist er. Boin, boin. Okay, läuft weiter, oder? Okay, lass zurück zum MAC-Gebäude. Ja. Okay, okay. Jetzt schnell. Führe uns bitte, nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von ihm. Ich lach verrückt. Hier ist ein... Du hast doch Gunnergy eingepackt. Ja, nämlich. Oh, ich werde auch verrückt. Sag mir bitte... Wo die Häuser sind, willst du die ganze Zeit sagen. Genau. Und währenddessen trinke ich ein Gunnergy, in echt. Also wir müssen... Wo ist es, Freunde? Okay, ich weiß wo. Klappern wir... Sollen wir die Häuser, die direkt nebeneinander liegen? Ja. Erstmal? Ja. Oder erst das Anfang? Also... Plant man so einen Halloween-Abend, wenn man nach Süßes oder Sauren fragt? Stimmt, Alter. Nee, ich würde... Okay, okay, ja, okay, okay. Das geht mir ein bisschen lang. Da und dann da, glaube ich. Okay. Zumindest. Folge mir. Ich folge dir. Auf YouTube! Auf YouTube! Ich habe ein bisschen Angst, Digga. Wenn du sagst, wo lang ich laufen soll, laufe ich gern vor. Scheiße, welches von den Häusern ist es? Entweder das oder das links neben dran. Ich glaube, das kleine hier links neben dran. Leon, Leon, komm in irgendeinen raus. Fuck, scheiße. Komm hier rein. Komm, komm. Ich kann nicht mehr rennen. 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 Lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter, lauf weiter. Es ist woanders lang gelaufen. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Hast du noch was für mich? Ja, hier. Habe ich braucht das auch. Aber hier, nimm es. Gib mir den Saft. Schnell. Das nächste Haus, da ist ein markiertes. Das hier. 100 pro? 100 pro. Aber ich habe das Gefühl, da ist jemand drin. Kann man da nicht rein? Doch. Alter, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Alter, was ist das für ein Haus? Der hat sehr viel gelesen. Der ist ein Saft. Der ist sehr gebildet scheinbar. Haben Sie einen Kühlschrank? Ja. Haben Sie auch da was zu essen? Ich muss was trinken. Ich sterbe sonst. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, so geh in den Raum und so was. Aber ich brauche mehr. Wasser. Okay, hier geht's nun. Ich werde auch verrückt. Ich werde auch verrückt. Scheiße, scheiße. Ich werde schnell was suchen. Vielleicht hier. Also hier. Guck mal, ich habe es romantisch gemacht. Alter, was ist das für ein... Alter, was ist das für ein... Gammel-PC... Achso. Ah, ein Headset, Digga. Hier nehmen wir auch. Hier ist Saft, hier ist Saft. Trink ihn, trink ihn. Du stirbst sonst. Nein, das ist der Sterbesaft. Hier ist Gönnergy. Brauchst du? Ah, okay. Hier. Nee, ich habe auch ein Gönnergy. Ich habe auch ein Gönnergy. Trink. Trink du, du trinkst du. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Trink du auch eins. Nein, trink doch auch eins. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Okay, gut. Okay, ich habe es auch geschafft. Hä, bei mir kommt aber die Animation. Hä? 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 Hä, ich habe extra geschaut in mein Inventar und da war ich noch voll. Okay, alles klar, Digga. Und was soll ich jetzt tun? Wieso lachst du meine Leiche aus? Hier muss irgendwas sein. Also das ist ein markiertes Haus. Alter, diese Bilder an der Wand gefallen mir nicht. Hier muss eine Keycard sein. Rücken an der Wand. Was ist da oben auf dem obersten Regal? Bilder. Nein, nicht das Regal. Da ist noch Gönnergy und Dings. Oh, Alter. Wieso hast du das nicht gesehen? Da oben, oben oberstes Regal in dem Schrank. Ist da irgendwas? Über den... Hä? Was höre ich hier knarzen? Mach mal die Tür zu, lieber. Das bin ich. Geh, in den Schrank. Hä? Was soll ich denn jetzt hier? Alter, da ist sicher nichts. Also hier soll irgendeine Keycard sein. Ja, ich kann in den PC, Digga. Security Terminal. Hörst du's? Ja, ich hör's. Das ist mein neuer Beat. Was kannst du da jetzt machen? Irgendwas ausschalten? Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt kann ich es einfach nochmal machen. Tatsächlich nicht. Ah, okay. Okay, es gibt nur eine Möglichkeit. Hörst du's? Ja. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob das was gebracht hat. Ah, stimmt. Und zwar, ich muss zwei Sachen in dieser Folge erwähnen. Das hab ich mir fest vorgenommen. Okay. Du kannst switchen mit zwei und eins, hat jemand geschrieben. Ah. Weil er sieht immer, dass ich hier immer nix so blödsinn mach. Ich kann das einfach so switchen. Das ist mir richtig geil. Und, weil ich den Namen so cool find, wollte ich das einfach erwähnen. Jetzt wird's Zazel. Jetzt wird's Zazel. So heißt jemand in unseren Kommentaren, oder? Okay. Das klingt so irgendwie auf Zazel und Marcel. Zazel, Junge. Zazel und Leon. Okay. Weiter geht's, oder? Ja. Soll ich dir weisen, soll ich dir den Weg weisen? Du sollst mir weisen? Wo das nächste? Weil wenn du auf der anderen Seite, auf der Rückseite rausgehst, ist da das nächste Haus. Hier? Ja. Aber ich möchte ganz kurz zurück, um zu sehen. Um zu checken, ob da das Rote weg ist. Rechts oder links? Links. Zum Terminal wieder, oder? Weil so wie ich das Spiel kenn, und jetzt rechts, gell? Vorsicht, ja. Am Zaun lang. Stell vor, die Figuren würden dich hören. Digga, das wär schlimm. Äh. Okay, ja. So wie du das Spiel kennst? Tatsächlich. Jetzt sind nur noch zwei. Es waren drei. Es funktioniert. So wie ich das Spiel kenn, haben wir nämlich das jetzt gespeichert. Ich könnte mich jetzt töten, aber soll ich es machen? Willst du es probieren? Oder Level neu starten? Soll ich? Oder würdest du mich schnell weisen? Ich kann dich auch weisen. Wie ein Kind, das seine Eltern verloren hat. Okay, Mann. Ich bin hier ganz alleine auf der Straße. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Warum vielleicht doch einfach nur abgestoßen, oder? Geradeaus, rechts. Weiß ich nicht. Kann man weisen? Weiß ich nicht. Jungs, Alter. Also das Haus hier, das große Haus. Kann man weise sein? Mit Eltern? Das sieht nicht gut aus. Da läuft jemand. Hier ist jemand mit einer Brechstange, ja. Ich hör's, ja. Wapp, wir mingen, gong. Das scheint ein recht großes Haus zu sein. Leon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin verweckt. Der ist einfach gespawnt gerade. Oh, Alter. Alter, er kann aber nicht raus. Oh, 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 oh. Ich bin gerade erschrocken. Oh, oh, oh. Wie gespawnt. Ich hab' den nur zugeschaut. Bei mir hat er die Tür nicht aufgemacht, sondern ist einfach durchgeglischt. Kann ich Insekten-Spray nutzen? Der ist, der ist wieder in die Tür rein. Geh da nicht rein. Geh doch. Geh weg, geh weg. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Hä? Kannst du nicht raus, hä? Hä? Wenn du zu nah gehst, stirbst du. Ja, ich weiß, leider. Ja, da steht, Alter. Gibt's denn den Teil? Geh halt hinten rein. In die Mülltonne. Da ist ein Billardtisch. Lol. Alter, geil. Alter, das wär'n geiles Haus. Nee, ist so ne Garage eigentlich. Ich werd' sterben, Bro, wenn ich jetzt nichts bekomm, Alter. Ich muss da rein und irgendwas machen. Ja, aber der steht safe noch da, ne? Ah, der geht da. Was mach' ich jetzt? Okay, ich hab' ne Idee. Er macht wieder auf. Die Tür ist offen, Mann. Er geht die Treppe hoch. Okay, vielleicht findest du hier was. Ich will mal warten. Hier ist... Digga. Scheiße. 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 Mach' die Tür zu. Kannst du sie abschließen? Nee, geht nicht, geht nicht. Ich werd' sterben, ich werd' sterben. Renn hoch, renn hoch. Ich werd' verrückt. Ich bin am sterben. Ich seh' nix mehr. Hinter dir hinter dir war was. Okay, okay. Aber der ist langsam, das heißt... War gefährlich, Alter. Was heißt? Was heißt das? Wir könnten's schaffen. Ist das jetzt gespeichert? Ja. Ja, sind nur noch zwei. Geil. Nimm' ne Taschenlampe, schnapp' dir das Gunnergy hier, was ich dir hingedroppt hab' und auf zum nächsten Haus. Okay. Lass' doch mal zu dem Haus, wo ich grad' alles geschafft hab', weil da waren auch noch Mandelwasser und Gunnergy. Nur ganz kurzes holen, okay? Wie, wo du grad' alles mit dem Computer? Genau. Okay. Das hier. Ja. Ja. Geh mal vor. Da ist schon nix drin, außer wir. Okay, bitte. Einer hat doch in die Kommentare geschrieben, wir sollen ganz schnell immer alles sammeln, Saft und so, und dann einfach Ding, das Spiel neu starten. Jawohl, perfekt. So cheaten. Insekten spray. Lol, hier ist ein Walkie-Talkie, einfach im Regal. Energieriegel. Oh, ein flüssiger Schmerz, den trinke ich jetzt. Okay, dann lass' mal in das Haus, wo der Typ gerade war, oder? Ich denke mal, wir müssen die ganzen Computer finden. Lass' das machen. Du hast recht. Wo gehst du lang? Ich bin draußen aus dem Haus. Ja, hier ist noch das Haus, das andere. Ich folg' dir. Hallo. Auf YouTube. Nein. Freunde. Okay. Es ist leichter, über die Straße zu gehen, mit einem Kanal-Mitgliedschafts-Abonnement von Sascha und Leon. Ja. Ja, Bruder, es wird immer schlechter. Pass auf, da ist der Typ drin jetzt, ne? Der kann aber nicht raus, merkt ihr das? Ich hab' ne Idee. Dann bleib' ich mal draußen. Geh du. Er kommt, er kommt, er kommt! Hm? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Gibt's irgendeinen anderen Eingang? Ich beobachte dich mal, okay? Es gibt keinen anderen Eingang. Okay, ich hab' ne Idee. Ja, er geht. Er bleibt stehen. Was ist deine Idee? Meine Idee ist, ich lock' ihn in den Garten und du rennst so lang hoch. Okay? Ist das ne gute Idee? Ja, der geht doch eh wieder auf mich. Warte, ich trinke mein Wasser. Jetzt pass' auf. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Warte hier, warte hier. Ich warte. Alter, ich bin schon wieder so angespannt. Hey! Okay, komm rein, komm rein. Er ist oben, er ist oben. Wir müssen halt nach oben, glaub' ich. Komm, komm, komm her. Er hat mich gesehen, okay. Geh, 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 geh. Ich lock' ihn jetzt hier rein. Hey! Ich hab' Angst vor dem Auge, was hier draußen... Ja, ja. Okay, Leon, ich lock' ihn. Okay, ich renn hoch. Digga, er ist richtig schnell. Hast du ein Zimmer? Ich bin oben, ich bin oben. Okay, ich geh einfach wieder raus. Wie, was? Wieso gehst du raus? Ich lock' ihn noch. Und ich? Hast du was, hast du was oben? Er steht jetzt an der Tür. Ich hab'n Computer, ich hab'n Computer. Mach's schnell, mach's schnell. Okay. Das Auge kommt, ich hab'n richtig fettes Problem. Beep, 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 ich hab' nicht abgeschlossen. Leon? Beep, 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 beep. Ich geh, ich muss hier weg. Beep, 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 security terminal. Ja, geh. Ich höre ihn. Bitte, bitte schaff es, bevor ich sterbe. Ich bin wieder in unserem Haus. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wo bist du? In dem Haus. Ich hab mich eingesperrt im Zimmer. Okay. Ich lock' ihn wieder an die Tür. Ich hol' dich da raus. Okay? Ich werd' verrückt. Ich hol' dich da raus. Ich trink was. Ja, hol' mich da raus, bitte. Oh, fuck, Alter. Keine Angst. Ich zitter. Angst. Ich zitter. Okay, ich sag' dir, ich sag' dir, wenn du runterkommen kannst. Hey, Skelett. Aber er ist doch am... Hier, komm mal her. Hey, wohin läufst du? Läuft er hoch? Ja, er kommt ganz schnell zu dir. Er ist bei meiner Tür. Er ist direkt vor meiner Tür. Ich seh' den Sprecheisen, Alter. Okay, Bro. Ich wollt' grad die Tür aufmachen. Ich bin jetzt auch hier drin. Geh' doch, bitte. Hey, hey, okay, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Komm' raus, komm' raus, komm' raus. Okay, ich vertrau' dir. Geh' in den Garten, geh' in den Garten. Vertrau' mir, geh' in den Garten. Schnell, schnell, schnell. Er steht jetzt vor der Tür. In den Garten. Gut, gut, er hat dich nicht gesehen. Du dummer mit ohne Haut, hä? Wie ist es ohne Haut? Okay. Ich hoffe, er kommt nicht zu mir. Nein, nein, er geht nicht in den Garten. Sag' mir, wenn er weg ist. Er kommt in den Garten. Nein, oder? Nein, nein. Er läuft weiter. Du kannst jetzt einfach durchrennen. Vertrau' er kann nicht weiterlaufen. Ja, jetzt. Tür ist zu. Ich renne. Sehr nice. Okay, wo ist das nächste Haus? Okay. Folge mir. Eine Nachtaktion. Okay, ne, geh' vielleicht lieber vor. Ich hab' Angst. Wo denn? Wohin? Alter, geradeaus, geradeaus. Ganz alles gerade. Ich werd' verrückt. Ich werd' verrückt. Ich werd' verrückt. Noch nicht. Aber ich hab' kein Material. Ja, ich auch. Geradeaus. Ja? Komm, wir machen das noch schnell. Geradeaus. Alter, woher weißt du das alles? Ja? Weil ich mir die Karte angeschaut hab' geradeaus. Ich hab' die Karte nicht mal mehr im Kopf. Ja? Ja? Hier lang. Ja? Ja? Wieso läufst du vor? Stimmt, geh' du vor. Ja? Oh! Nein, ich werd' sterben! Ich werd' sterben! Wo lang? Wo lang? Sag mir, wo lang? Geradeaus und links, das Haus. Okay. Also, das Anfangshaus eigentlich. Ich bin tot. Du hast dich grad bestimmt gefragt, was ich hier mach'. Ja. Ich weiß auch. Hä? Also, entweder das Haus, oder das links davon. Warte mal. Oh, scheiße, ich bin auch gleich tot! Ja, scheiße, komm schon. Nein, zu, zu. Nee, geht nicht. Dann ist das andere Haus. Scheiße. Ich werd' sterben! Sterben! Nein! Sterben! Sterben! Nein, Sascha! Einfach gegen ne Wand gesprungen und aufgesplittet. Hallo? Hier, ein Gunnergy für dich? Ein Gunnergy? Ja, das war's. Ja, danke. Und let's go! Ja, ich hör' Steps, aber das ist der Typ im Haus, glaub' ich. Boah, ich dachte grad' auf dem Dach steht jemand. Hahaha! Boah, ich hab' grad' Angst! Was? Geiler Typ! Dum, 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 dum. Geiler Typ, dum, dum, dum. Also, das Haus hier jetzt gleich. Ja. In dem auf jeden Fall jemand drin ist. Wo ist das Auge? Alter, das ist ein riesen Haus. Das ist wirklich riesig. Lass' mal kurz horchen. Okay, da läuft jemand schon oben. Ich hab' ihn nicht, ich hab' ihn gesehen. Und? Oben? Ja. Die Tür ist zu, Digga! Komisch. Nee, sie ist offen. Hä? Echt? Du warst einfach nur zu blöd. Du hast zweimal gedrückt wahrscheinlich. Ich bleib' mal draußen. Komm schnell. Komm schnell. Ich beobachte die Treppe, okay? Komm. Ich trau' mich nicht. Komm jetzt. Ich trau' mich nicht. Komm, komm aufs Klo. Wo bist du lang? Aufs Klo. Er kommt, er kommt, er kommt die Treppe runter. Ich komm' sicher nicht aufs Klo. Komm hier, komm hier. Komm hier. Okay, schließ' ab. Geht nicht. Aber hier können wir... Geht nicht? Hier geht's. Geht nicht. Du musst jetzt bitte hier gucken, ob er kommt. Ich guck' weiter. Ja. Hier ist ein Gunnergy. Dieses Knarzen macht mich. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er ist nicht die Treppen runtergekommen. Noch nicht. Hoffe ich zumindest. Junge, hier gibt's so viel Räume. Ja. Ich denke mal, der Raum ist oben. Nein, Sascha. Scheiße. Er kommt! Nee, das bist du! Boah, Alter! Boah, ich dachte grad, er rennt voll. Voll die Treppe runter. Voll in meine Richtung. Alter! Boah, Alter! Komm mal kurz hier rein. Komm mal bitte hier. Ja, okay. Okay, komm. Komm in die Toilette. Komm mit mir aufs Klo. Ja, ja. Ich scheiße mich gleich ein, Alter. Ich hab zwei Gunnergy und ich hab genug Zeugs. Ich hab das Gefühl, er kommt. Geht doch gar nicht. Das ist das Auge. Ah ne, der Typ. Der Auge. Der Auge. Ich war ein Bruder. Okay, wir haben jetzt folgenden Plan. Ich lock ihn runter und du gehst hoch und hackst wieder. Okay? Wieso? Wieso immer ich? Okay, dann lockst du ihn jetzt. Nee, okay. Das will ich auch nicht. Warte mal, warte mal. Mach noch nicht auf. Ja, eben. Ich hab das Gefühl, der... Alter, der ist direkt vor der Tür. Safe. Ich mach jetzt auf. Nein. Ich hab das Gefühl, wenn man diesen Schalter betätigt, ja? Wenn man den betätigt, dann hört er das. Hab ich das Gefühl. Und kommt genau zu der Tür. Leon, wir wissen, was wir jetzt tun müssen. Let's go. Nein, warte. Warte doch! Freiheit für alle! Freiheit für alle! Ich trau dem nicht. Leon? Freiheit für alle. Wo bist du? Wer bist du? Da ist er. Hä? Laufst du oben hier lang? Ich will auch da hoch. Sascha, du schaffst es. Soll ich da jetzt ganz alleine hoch? Ich bin im Bad eingeschlossen. Er kommt, er kommt, er kommt. Okay, er steht vor der Haustür. Haustür? Ja, jetzt! Geh schnell rein! Lauf durch! Lauf durch! Hinter seinem Rücken! Okay, jetzt nicht! Bleib drin! Warte, warte. Ich lock ihn. Ich lock ihn wieder. Hey! Aber ich komm da doch nicht vorbei! Jetzt! Jetzt! Wie denn? Er wird sich oben drehen! Nein, nein, wird er nicht! Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Scheiße! Nein! Was? Warum hat er dich? Warum läufst du dich einfach weiter? Warum hat er mich? Warum hat er mich? Ich lauf zwei Millimeter an ihm vorbei. Warum hat er dich? Warum läufst du dich einfach weiter? Oh. Sag mir doch, dass es eine andere Treppe gibt. Ja. Woher weißt du das? Hä? Du bist der Katz! Alter! Boah! Alter! Okay! Du schaust mir jetzt zu! Wie? Sag mir! Stimmt, Alter! Sorry! Ich war die ganze Zeit im Bad! Es war meine Schuld! Ja? Wie immer! Nochmal! Okay! Nimm du! Ja genau! Okay, let's go! Let's go! Ich höre Fritte! Alter, geil! Komm, das schaffen wir doch! Ja eben! Ich hab ein bisschen Schiss vor dem Auge tatsächlich! Wohin rennst du? Ich weiß es nicht! Das ist leider das Haus, gell? Ja! Schon wieder vergessen, oder? Hallo? Er ist oben! Hier kommt er eh nie hin! Ah doch, kommt er! Wo bist du? Ich bin bei dir! Ich sneeke nur! Okay! Anstatt zu rennen! Warum? Weil du das immer machst! Das machst du auch! Okay! Wie machen wir das jetzt? Wie? Soll ich's doch mal machen und du nimmst die andere Treppe! Ja, können wir machen! Das ist ein guter Trick! Lass mich erst scouten, wo die überhaupt genau ist! Ah, hier! Okay! Okay! Leon! Das wird Zeit! Ne doch nicht! Ist er bei dir! Vielleicht kommt da auch die andere Treppe runter! Das kann sein! Er ist jetzt auf jeden Fall nach rechts gelaufen! Alter! Ich guck mal! Bre! Ich hoffe, das sind die einzigen zwei Treppen im Haus! Weil sonst... Boah, es schaudert mich wieder! Ich glaube, ich sehe einen Schatten! Ich hab einen Schatten gesehen! Bei meiner Treppe, glaube ich! Ich hab's geschafft! Mit mir? Ja, ja! Er kommt schnell! Er ist vor meiner Tür, Bro! Hä? Kommst du nicht rein, weil ich abgeschlossen hab! Abges... Ich rufe jetzt in die Polizei! Ich geh unten ins Bad in die Tür! Alter, wie das aussieht, Digga! Fuck, ey! Wieso gehst du runter? Ist er unten? Naja... Er guckt jetzt die ganz... Leon! Mhm! Komm mal! Die Treppe hoch! Geh mal zum Hauseingang! Hauseingang! Eingang! Vertrau mir! Vertrau mir! Geh zum Hauseingang! Geh zum Hauseingang! Geh zum Hauseingang! Kann ich nicht! Kann ich nicht! Warum nicht? Der Typ draußen ist da! Der kann da nicht rein! Geh zum Hauseingang! Hä? Ich werde verrückt! Ich werde verrückt! Also geh einfach an den Hauseingang! Ja, aber das Auge läuft da rum gerade! Du bleibst in der... Geh einfach an die Vordertür! Und bleib aber in der Wohnung! Verstehst du mich? Jetzt verstehe ich dich, wenn du dich ausdrückst! Siehst du die Treppe! Okay! Gleich! Ich seh sie ja! Wie wieder zurück! Ja, okay! Du kannst wieder hin! Du siehst sie! Ich seh die Treppe! Geh die Treppe hoch! Hey! Bleib hier! Hallo! Ich geh die Treppe jetzt hoch! Geh zurück! Okay! Geh die Treppe wieder hoch! Geh die Treppe schnell hoch! Schnell! Schnell! Rennen! Und dann? Links lang! Von dir aus gesehen! Hier rein! Bei dir! Nein! Links lang! Guck mal was links ist! Weil die Mumie ist rechts! Er kommt! Er kommt! Bitte! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Scheiße! Ich vertraue dir nie wieder! Was kann ich jetzt dafür? Dass du nach rechts lang gehst! Hey! Das ist links! Was willst du eigentlich? Warte mal! Du bist hier reingegangen oder? Ja! Wenn du von der Treppe hochkommst ist es rechts! Alter! Verstehst du was ich mein? Jetzt weiß ich was du meinst! Dann sag doch wenn du von der Treppe aus nach oben läufst! Dann lauf links lang! Hab ich! Ich habe mich umgedreht, die Treppe runter geschaut und dann hast du gesagt Jetzt lauf links! Das wusste ich ja nicht, dass du die Treppe runter schaust! Ich dachte du wobachtest mich! Mann wie denn? Ich bin hier eingesperrt! Warte schlau! Ich glaube er hört die Türen! Das ist das Problem! Mach zu! Mach zu! Kannst du auch noch zu machen! Ich will jetzt einfach nur noch an den Computer! Boah! Alter! Ich dachte gerade! Bruder! Da ist er! Die Tür ist zu oder? Die Linke! Ich bin verrückt! Da ist er mit der Brechstange! Was mache ich jetzt? Hinter dir ist auch kein Computer oder so! Ne leider nicht! Bei meiner Leiche liegt glaube ich noch was zu trinken! Wo ist denn der Raum mit dem Computer hier? Der steht immer noch da! Ich kann hier jetzt gar nichts machen! Wegen dem! Ja! Geh so nah dran, dass es durch die Wand klippt! Klippt! Okay Bruder! Jetzt pass mal auf! Ja! Speedrun! Okay! Ich werde sterben! Das ist der Moment wo alle sterben! Jetzt pass auf! Er ist weg! Er ist weg! Er ist weggegangen! Jetzt wird der Gejäger zum... Ja? Was? Gejäger! Ha! Abgeschlossen! Boah! Boah! Wie schnell er plötzlich gesteppt ist! Hallo! Lass das Auge! Ja! Alles klar! Alter! Wir türen dir doch so langsam zu! Ja? Tut mir leid! Das ist schwer! Eigentlich nicht! Doch schon! Lass das genau nochmal so machen! Nur diesmal musst du verstehen, dass... Also dass ich nochmal draufgehe! Lass das gehen! Verstehst du? Ja! Wo bist du? Schon beim Haus! Wo ist das? Wieso lässt du mich immer allein? Nein oder? Wieso lässt du mich immer allein? Wir sind da zehnmal gefühlt schon hingegangen! Hallo! Hier! 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 Ah! Nein! Wie du... Alter! Hast du das mal geprüft eigentlich beim Arzt? Was... Was soll ich denn dem sagen? Hallo! Ich hab einen niedrigen IQ! Können Sie mir helfen? Kannst du das überprüfen? Ich hab einen Dachschaden! Okay jetzt wieder ernst, Digga! Da ist er! Genau da! Also rechts lang ist falsch, ne? Ja! Also da wo er jetzt ist, ist richtig! Du musst links lang! Geh du schon mal in die Toilette hier unten? Geh duschen! Ich geh duschen! Er kommt, er kommt, er kommt! Okay Bro! Kannst du zur anderen... Verstehst du mich? Weiter! Zur anderen Treppe! Zur anderen Treppe! Jetzt nicht mehr! Bitte! Okay! Gunnergy getrunken! Wieso hab ich Insektenspray gefunden? Man, nur ein Insekt... Sinn! Macht Sinn! Okay! Warte, warte! Ich kann's noch schaffen! Vielleicht wenn ich ein bisschen an der Tür ruckel, kommt er zu mir! Ich glaub ich schaff's! Sehr gut! Ja! Ich bin beim Computer! Nein! Schließ dich ein! Schließ dich ein! Ich hab mich eingeschlossen! Sehr schön! Ich hacke! Ja! Aber ich hab so niedrige Kuh! Was soll ich denn tun? Ich versteh das alles nicht! Das ist echt schlimm, aber diese Orientierungslosigkeit! Okay, alles gehackt Leon! Wir haben's geschafft! Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie... Noch sind wir nicht aus dem Haus draußen! Alter, ich hab so viel Zeugs bekommen! Wieso rennt der? Oh! Er ist vor meiner Tür! Du bist oben? Er ist vor deiner Tür? Ja! Also ich kann raus! Jaja, du bist safe! Du hast natürlich wieder die gute Glücklich-Karte! Ich muss gar nix machen, Karte! Draußen! Du bist der Theoretiker und ich bin der Praktiker! Was? Scheiße! Das Auge kommt! Ja, ich hör was, was mir nicht gefällt! Hey, der Typ steht jetzt halt die ganzen... Ah! Er rennt zu mir! Das Auge rennt zu mir! Als ob du jetzt drauf gehst, Digga! Sascha! Sascha! Die Tür fürs Mac ist offen! Okay, warte, ich komm! Ich komm! Ich weiß doch nicht mal, wie ich da zurückkomm! Scheiße! Ich muss dich ja abholen! Bist du draußen? Nee, ich bin immer noch oben eingesperrt! Ich konnte nicht warten, das Auge war da! Das tut mir leid! Boah, das Haus gefällt mir gar nicht! Ich hab's geschafft, Bro! Wohin? Wohin? Hilfe! Okay, ich versuch dich abzuholen! Ich bin jetzt vor... Siehst du mein Licht? Ja! Da hinten! Komm zum Licht! Hallo! Hi! Ich weiß nicht, wo das Auge lang ist! Es ist da lang! Nach da lang! Okay, guck, das Tor ist offen! Okay, was heißt das für uns? Guck mal! Bevor wir weitergehen! Nimm mal hier! Das und das! Alter, krass! Und das! Alter, was? Wie viel Zeit hast denn du? Jetzt hast du nix mehr! Ich mach hier mal zu! Oh, ich werd grad verrückt! Nice! Privatgebäude! Mech-Gelände! Schnell, komm hier rein, Digga! Das Mech... Warte, warte, warte! Das Auge kommt! Mech-Auge! Guck mal! Ich muss was trinken! Boah, das gefällt mir nicht! Das Auge ist wirklich da! Alter, da ist so ein Pfeil! Wie in den Backrooms! Komm rein! Herzlich willkommen! Wieso leuchtet das hier rot? Guck mal! Komm mal rein und guck mal oben links an die Wand! Ah, ja! Herzlich willkommen! Komm! Nimm mal hier für dich Gönner-G und so! Digga, wie tiefer entspannt du hier durchläufst, ja? Da ist ein Zettel! Ah, Daily News! Breaking News! Daily oder Breaking? Alter, hier hat jemand Lasagne gemacht! Lasagne! Lasagne! Ich mag die Stimmung hier nicht! Wollen wir! Hier ist ein Radio! Was wollen wir? Da wo der Pfeil ist! Guck mal, wieso leuchtet... Bist du das? Das bin ich, der leuchtet hier! Oh, ich werd verrückt! Ich werd verrückt! Guck mal, da draußen leuchtet was! Ah, das bist du! Leon, hast du das? Ja, Sascha! Das sind keine Steps! Das ist ein Radio! Ah, ja! Lala! Lala! Lass mal dort wo der Pfeil ist, oder? Ja, du hast recht. Oder? Ja! Er rennt einfach! In den Keller also willst du! Haha! Nee, will ich nicht! Komm, wir gucken mal kurz was hier oben so rot leuchtet! Alter, das ganze Zimmer ist rot! Ja eben! Warum ist das? Hörst du das auch? Mach zu! Hier ist die Lampe rot! Hier ist die Lampe rot! Hä? Ah, das ist einfach nur ne rote Lampe! Wow! Ja, aber warum? Ich auch! Müssen wir uns hier irgendwas merken in dem Zimmer? Ne, oder? Ich glaub nicht! Da ist ein Bild von einer Brücke. Wollen wir in den Keller? Hi. Was ist hier? Alter, es schaudert mich schon wieder. Shoutout. Oh, Alter. Geiles Zimmer, oder? Oh, weiß ich jetzt nicht, Bruder. Würdest du hier gerne schlafen? Nein, das sieht ein bisschen sehr unheimlich aus. Ja, du hast schon recht. An jeder Seite könnte man sterben, sterben. Okay, lass uns gehen. In den Keller, sagst du. Alter, die Atmosphäre. Hat verrückt. Level geschafft. Geil. Alter, okay. Alter, Digga. Guck mal da lang. Scheiße. Da müssen wir auch lang. Da müssen wir auch lang. Nein, nicht schon wieder so. Alter, sowas feier ich null. Ich schneide nie wieder diese Videos nachts alleine hier. Ich renne durch. Alter, es ist hier stockdunkel. Ich muss was trinken. Die Taschenlampe hilft mir. Boah, Alter. Boah, ich dachte gerade, ich habe was ganz anderes gehört. Du machst das schon. Hä? Guck mal, komm mal mit. Nein, warte kurz. Ich muss doch mich noch ausrüsten hier. Ich bin gerade am Essen und am Trinken. Man sieht es halt noch nicht. Boah, diese Atmosphäre. Hör ich was? Glaubst du? So, jetzt. Okay. Guck mal. Ab hier sieht man gar nichts. Chill. Schleich. Digga, was passiert hier? Ah, hä? Falsche Richtung? Ne, ne. Wir haben es schon nächstes Level. Ah, nice. Oder? Ne, du hast recht. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Wir mussten durch die Tür da. Ah, lol. Oder? Kann sein. Ja, stimmt. Loi, guck mal, von hier sieht man nichts. Wir spawnen auch in die Richtung. Was für eine Area? Restricted. Also für Unbefugte verboten. Perfekt. Hallo, ich bin der Praktikant. Was sind das für Säcke? Was ist das hier für ein Raum? Heute ist mein erster Praktikumstag. Guck mal, hier muss man irgendwie so... Guck mal, da ist ein Zettel. Hier, knowing how to deal. Halt, halt. Guck mal. Der labert. Guck mal, hier. Hier wird was erklärt, Sascha. Leon? Safety Shower? Leon. Ja? Das Ding hat eine Administratorkarte und wird uns töten. Verstehst du das? Du brauchst die Brechstange. Halt hier. Hä? The platform should add on me close to show everyone's safety. Safety. Ja, das ist in Weitem. Wasser ist das. Okay, wir müssen irgendwelche Items finden, die wir da reinpacken. Okay. Ich glaub, ich hab's. Wir müssen uns duschen. Ich will aber nicht duschen. Ich kann es hier hinschieben. Achtung. Ja, ja, ja. Aber du musst es erst machen, wenn ich hier in dem Dings drin bin. Er hat einfach den Instructions nicht zu. Du hast das wahrscheinlich verbuggt. Kann man das zurückschieben? Oh, ist auf. Du hast verbuggt. Warum? Was müssen wir machen? Du hast nicht zugeschaut, ne? Du hast das Instructions. In dem Video nicht geschaut. Ich bin wieder in der IQ, Mann. Du hast keine Sorgen. Ich helfe dir, dummer Schien. Man muss hier eigentlich drinstehen. Dann klappen diese zu wie so ein Käfig. Die Wände klappen nach oben. Dann muss man diesen Schauer hier nehmen. Scheißgelaber. Ja? Dann holt man diese Schauer und dann macht man sie dran und dann... Ja, stell dich mal in die Mitte. Ich versuch's trotzdem. Ich glaub, das können wir erst machen, wenn wir hier diese Lampen angemacht haben. Weil das ist damit verbunden. Und die Schauer kann man wahrscheinlich dann erst anmachen. Mit Strom. Ja. Ja. Also wir kommen nicht drum rum. Merkt ihr einfach? That thing has an Administrator-Card. That can't get us anywhere. Hide here. Es kann uns überall kriegen. Nein. Die Administrator-Karte kann uns überall hinbringen. Da ist das. Oh. Und wie kriegen wir die? Stimmt. Wir müssen die ja von ihm holen, ne? Hallo? Steps. Steps. Und zwar heftig. Renn, 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 renn. Da war irgend so ein Alien-Ding am... Boah. Ich schrocken wegen der Tür hinter uns. Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen, sagst du. Ja, schlag auf die Dusche. Vielleicht müssen wir den niederknüppeln. Wir brauchen den... Sascha? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Sascha, wo bist du? Links lang. Rechts lang. Da kommt Gift raus. Warum? Wo bist du? Noch im Anfang des Gebiet. Warum? Ich trau mich hier nicht raus. Okay, hier ein Spind. Ich bin safe. Ich nicht. Okay, komm mal zu mir. Gibt's da noch einen anderen Spind? Oder will ich dein Lockvogel wieder? Wenn du links gehst, an der Wand sind Spinde. Komm jetzt. Aber er ist doch rechts, oder nicht? Komm jetzt. Guck hinter diesen Spinde. Ah, okay. Zwei Stück. Und hier ist auch einer. Okay, lass weiter hier lang. Einer ist da nur. Ich hör Steps. Und ein Atmen. Versteck dich. Okay. Ist er da, oder? Okay, lass mal kurz ein Atmen. Er kann einfach Türen öffnen. Er ist weg. Sicher. Er kommt, er kommt. Allein kommt's. Ah, das ist wieder so einer. Wie so einer? Boah, Alter. Boah. Genauso so einer, Digga. Okay, ich seh ihn ganz genau. Scheiß, Alter. Können wir den niederknüppeln? Hat der ne Keycard? Ja, am Hals hast du sie gesehen. War das so eine rotleuchtende? Okay, okay. Dann hab ich sie gesehen. Er hat so einen richtig dicken Iceberg am Hals. Iceberg. Ein richtig dicken Iceberg. Wieso willst du die Leute niederknüppeln eigentlich? Ich wollte auch grad rausgehen. Du redest ja gar nicht, Alter. Ich wär so draufgegangen. Ich probier's jetzt, den niederzuknüppeln, okay? Okay. Soll ich zuschauen? Ich bleib in meinem Spend. Ich hab Angst. Kannst du safe nicht machen? Die Animation startet doch, bevor du... Wahrscheinlich müssen wir den in irgendeine Falle oder so locken. Kann das sein? Kannst du mal aufhören? Okay. Ja, sorry. Ich verfolge grad irgendeinen Typ mit einer Brechstange, der keine Haut hat und du redest nicht. Wie ist es so, wenn der Gejagte zum Jäger wird? Du hast keine Ahnung. Der ist halt viel schneller als ich. Jetzt liegst du gerade hinter ihm, oder? Ja, ich komm nicht hinterher. Dass du dich das traust, Alter, hinter dem herzulaufen. Ich hab Probleme. Ich hab Probleme mit mir selber. Was ist im Spiel? Ich hör dich da nur rennen und an meinem... Kommt einfach einer so von links hergerannt, Alter. Ich hab Probleme. Alter, wie schnell du rausgehst. Okay, mach das. Ich bleib hier seelenruhig in meinem Spend. Wie das immer aussieht, Alter. Ich werd sterben, Bro. Nein, nein, was? Ich bin tot. Viel Spaß. Scheiße. Nein, Digga. Bist du nicht in Spend gekommen? Nee, es war zu knapp. Er läuft. Geh nicht raus. Ja, hab ich nicht vor. Ich hör ihn ganz nah. Geh links lang. Du kannst jetzt schon raus und sneaken. Sneaken aber, weil er hört's. Aber du hast recht, man kann ihn nicht umknüppeln, glaub ich. Du kannst raus. Start mal das Level neu. Du kannst raus. Gut, gut, sehr gut, Leon. Schaust du hinter mir? Ja. Weiter, 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 weiter. Er kann jetzt gleich von rechts kommen, deswegen geh links lang. Hier. Ja. Exit. Geh links lang. Hallo. Okay, das ist wie so ein Rundgang. Er kann auch von rechts jetzt kommen. Das ist gut. Nee, alles gut. Geh mal da rein. Kannst du da rein? Gut. Schau mal, was da so ist. Okay, nice. Und ein Ventilatorschacht. Kannst du da rein? Mit dem Brech? Nee, mit der Brechstange, ja. Okay, weiter. Hat's da nicht gerade rot geleuchtet? Sascha. Ich hab Angst. Ich weiß. Soll ich mal schauen, ob ich so hoch und so ein Dings kann? Nee, ich kann nix machen. Okay. Hallo. Sonst hol meine Brechstange. Die liegt ganz am Anfang. Oh, Müll. Was für Müll. Und wieder Spindel. Liegt da was auf dem Tisch? Nee. Nee. Okay, dann musst du zurück. Das ist einfach nur ein... Ich hab grad ne... Was? Ich versteck dich dann kurz hier. Ich hab so ne Schiebetür gehört. Ich nicht. Ich hab Angst. Komm raus. Wenn du das sagst. Sascha. Nein. Tut's leid. Willst du das Level neu starten? Kannst du den Weg schauen? Ich muss weiter gucken. Ja, da ist nix. Hier lauft da lang, ja. Hier lang. Ja. Bruder. Das ist ein Krankenhaus, oder? Ich will's gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Das, was wir gerade gesehen... Da ist die direkt vor mir. Wie, was ist? Ich hab ihn nicht gesehen. Okay, Bro. Ist das einer nur? Das ist nur einer, ja. Was mach ich jetzt? Du musst da lang. Du musst warten, bis er wieder rechts langläuft. Und dann gehst du links rein. Da, wo er jetzt reingeht. Da ist wieder so ne Schiebetür. Genau. Jetzt läuft der da lang. Und jetzt lauf schon mal vor. Und jetzt musst du da links rein, wo er drin war. Weil da muss... Lauf langsam. Mach gemütlich. Mach heute chilligen. Du hast so hart gearbeitet. Mach heute chilligen. Wo ist hier bitte ne Tür? Ja. Weiter, 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 weiter. Da kommt, da kommt, da kommt. Ich hör einen Schatten. Ich hab einen Schatten gesehen. Ich geh langsam rückwärts. Ah! Ah! Lass mich rein! Lass mich doch rein! Oh! Du bist direkt vor mir dran. Wie ist das denn die Karte? Ja. Dicker. Die Karte. Das ist zu lang gebraucht. Du hast gesagt, mach den chilligen. War das nicht chillig? Das ist alles andere als chillig. Okay, Leon. Komm. Wir brauchen dieses Brecheisen, weil dann könnten wir durch die Wand da durch. Dann geh, geh. Geh durch die Tür. Erst links lang. Jetzt, du kannst mir vertrauen. Lauf. Also ganz normal gehen. Renn. Genau, gehen. Gerade aus. Da. Ja, ja. Nee, nee, nicht da. Oder soll ich einfach da lang? Ja. Wenn er jetzt nicht da ist. Rechts lang. Ja. Links. Was ist da? Da warst du auch noch nicht. Oh. Alter, alter, was? Ist der Computer oben? Hier kann er von jeder... Oh, ne Brechstange. Äh, hier kann er von jeder Seite rein. Rechts liegt ne Brechstange. Brecheisen. Ich kann nicht an den Computer. Da hast du ein Getränk. Kannst du das trinken? Nee. Ah, Mandelkonzentrat. Doch. Oh, geil, Digga. Das ist wahrscheinlich stärker als das andere. Geh aus der Ecke raus. Ich hab's Gefühl, der kann hier halt jeden Moment reinkommen, weil hier überall solche Türen sind. Und da ist eine Leiche in der Mitte. Siehst du den? Ja, ich sehe ihn. Kannst du an die Computer toren? Was? Ob du an die Computer ran kannst? Nein, hab ich schon gesagt. Okay. Du weißt, was jetzt zu tun ist. Ich operiere den. Nein. Soll ich da nicht hin? Geh wieder. Ja, okay. Guck mal was. Ist die Tür offen? Hörst du's? Alles gut. Er hat sich nicht gesehen. Ich dachte, geh weiter. Wie, was? Geh weiter, Alter. Der ist da vorne gerade gewesen. Der ist immer noch dran vorbeigelaufen. Die Türen haben einen automatischen Aufmachsensor. Soll ich nicht zu dem? Was ist das mit dem, Alter? Okay, du bist am Arsch. Ah, weißt du? Sorry, Digga. Was? Bruder, hilf mir doch. Ich bin jetzt wieder da. Jetzt glaube ich, bist du wieder voll am Arsch. Oh ja, du bist am Arsch. Lass uns das jetzt mal mit der Dusche probieren. Okay. Ich glaube aber immer noch, dass es nicht geht. Entity stands hier. Müssen wir den hierher locken? Alter. Ja, okay. Never mind. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Kann der hier rein? Ja, ja. Er steht da. Er hat mich. Danke, dass du mich immer opferst. Jetzt geht er raus und wird selber zum Opfer. Soll ich neu starten? Nee, jetzt machst du mal. Okay. Meine Leiche. Willst du die Tür noch öfter öffnen eigentlich? Ich bin auf deiner Seite, gell? Davon sehe ich nicht so viel. Wenn du dir in meine Fresse rein lockst. Also im mittleren Raum konnte man nicht viel machen. Dann geh mal dorthin, wo wir waren. So links lang, dann rechts lang, dann geradeaus. Da ist er, da hinten. Und schlag mal das durch jetzt mit dem Brecheisen. Nice. Und auf der anderen Seite kannst du es auch durchschlagen. Weil da kannst du dann beobachten, wenn er nach rechts läuft wieder. Ohne, dass er dich direkt bekommt. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, Bruder. Ganz ruhig. Ich hoffe halt, dass er sich nicht umentscheidet. Ich versuche mitzuhelfen. Ich sehe ihn nicht. Okay, sehr schön. Da ist Mandelkonzentrat und hier sind irgendwie 20.000 Schränke. Und mehr nicht. Die Tür ist immer noch offen. Ja, ich weiß. Ich mache die Türen zu oft auf und zu für dich. Okay, und jetzt? Was jetzt? Das sieht auch nicht so gut. Das sieht geil aus. Nee, da willst du, glaube ich, gar nicht rein. Platsch. Kannst du irgendwas hier machen? Das war den Typen schlagen. Ich glaube aber nicht, oder? Nee, da kommst du auch gar nicht durch. Also, solltest du wahrscheinlich nicht. Was heißt das jetzt? Gibt es noch irgendeinen anderen Weg? Aha, das ist jetzt auch ein Abstellraum. Und nichts hier. Sehr kurios. Vielleicht, wir müssen irgendwie an seine Karte kommen, oder nicht? Ich glaube tatsächlich auch. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ich höre Steps. Er ist hier. Ja, was glaubst du? Er ist links, also solltest du auch da lang gehen, oder? Was glaubst du? Ich glaube... Hier ist wieder das Startgebiet. Ja, ich glaube, ich muss ihn hier reinbringen. Das dachte ich auch, aber er stand schon da drauf. Das hat ihn nicht beeinflusst. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Das macht schon Sinn, oder? Was hat dieses Ding dir gesagt? Du hast mir die ganze Zeit reingeredet. Deswegen konnte ich mich nicht ganz konzentrieren. Aber da stand... Also, da wurde abgebildet, dass einer wie wir in der Mitte steht von diesem Käfig. Der Käfig dann hochklappt. Und dann jemand anderes muss die Dusche aktivieren. Was dann passiert? Keine Ahnung. Okay. Ja, Steps, da gibt es noch Räume, die wir nicht abgeklappert haben. Wo? Wo, was? Ah, du... Das war eine Frage. Oder gibt es noch Räume, die wir noch nicht abgeklappert haben? Der ist da, Sascha. Oh, wie knapp, Alter. Was hier hinter der Wand? Das ist dein Untergang. Gut, so. Zum Glück bist du nicht raus. Das ist nur noch eine Idee. Das Einzige, was ich denke, ist, vielleicht haben wir irgendeinen Raum übersehen oder so. Okay, lass uns doch mal kurz alles ablaufen. Und falls das nicht funktioniert, versuche ich ihn da reinzulocken, okay? Okay. So, hier ist nur dieser Raum. Dieser Raum war ja dieser... Genau, ja, okay. Mit Konzentrieren. Ah, nice. Was passiert, wenn du das nimmst? Ist dann vielleicht irgendwas anders? Ach so, ich kann das nicht nehmen. Warte mal. Müssen wir das einfügen in diese Dinge oder so? Wo ist der? First Steps. Oder bist du das? Okay. First Steps. Ich beobachte. Oh, okay. Versuch mal ins Anfangs, also rechts jetzt lang zu gehen. So ungeduldig. Du ungeduldig. Kannst du das da einfügen bei diesen roten Dingern? Ja. Ah, das heißt, wir müssen vier Mandelsaft konzentraten. Und ich weiß, wo das letzte ist. Und dann... Was, schon drei? Ja, natürlich, Mann. Was, drei, Alter, krass. Das passt auch. Und dann können wir die Dusche aktivieren. Und dann machen wir das mit der Dusche. Okay. Dann kommt er da rein und dann kriegen wir die Keykarten. Wir können weiter. Das, der... Ich werde sterben. Scheiße. Ja. Scheiße. Schade, schade. Er kommt da rein oder wir kommen da rein? Wir müssen es ausprobieren. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, wo die letzte ist. Folge mir. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich random, oder? Wenn du sneaks, hörst du seine Steps besser. Geh, ihn spinnt. Er kommt dir. Oh, du wirst sterben. Du wirst sterben. Ich bin tot. Ich bin tot. Zack. Und voll auf die Fresse, Alter. Echt? In der Zeit, Freunde, nutze ich die Gelegenheit und suche das letzte Mandelwater-Konzentrat. Hab's gefunden? Stark. Musst nur noch überleben. Weißt du, wo lange er gelaufen ist? Nee. Das ist rechts neben dir ein Spind. Da ist er. Alter. Okay, komm. Das machen wir jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, der arme Leon. Okay. Geh erstmal selber rein, oder? Passiert nix. Oder doch? Stimmt, da lieg ich ja. Passiert nix. Erstmal schlagen. Oder müssen wir zu zweit sein dafür? Also dieser Hebel, dieser rote Hebel, den musst du da betätigen können. Du hast recht. Ich probier's mal, dass er kommt. Ja, probier ihn mal reinzulocken. Ich schau rechts von dir, okay. Er wird hier sein. Scheiße. Hey! Schon ein bisschen. Der ist an der Wand da hinten lang gegangen, ne? Hat er mich gesehen? Nicht in den Raum. Der ist nicht in dem Raum. Ah, lol. Der ist hier lang. Ah, lol. Bist du? Okay. Hallo! Ich würde nicht zu nah, aber ich glaube, der ist recht schnell, ne? Ich warte, dass er mich so sieht. Je nachdem, wo er jetzt langläuft, kannst du auch ihn von der anderen Seite... Okay, er kommt in... Er sieht dich, oder? Ja. Ja. Ich schau hinter dir. Ja, er kommt. Jetzt wird's spannend, Leon. Hoffentlich funktioniert's. Safe, oder? Safe. Ha-ha! Ja! Ha-ha! Ha-ha! Pass mal auf, du bist verreckt! Boah! Ha-ha-ha! Alter! Boah! Alter, wie krank! Wie geil. Ist er tot? Ist er ein Mensch? Lol! Hä? Hä? Bro! Hallo! Hast ihm die Keycard abgezogen. Ja. Weißt du das, Leon? Weißen sie sich auch? Nee. Ich bin tot, Sascha! Ja, und jetzt? Gute Frage. Du hast eine Keycard. Aber ich weiß nicht, wofür. Vielleicht hier in dem Mittelraum. Ich habe die Keycard. Ich bin der mit der Keycard. Ich komme jeden Abend auf die Keycard. Okay. Krass, Alter. Cooles Achievement. Hä? Wohlang? Ah! Ich weiß, wohlang. Wir müssen wieder aus dem Keller raus. Und dann? Wir müssen wieder ins andere Level. Und dann? Den Keller hoch. Und da ist doch ganz am Ende von der Stadt ist doch so was, wo wir eine Keycard einsetzen mussten. Mann, sind wir dumm. Alter, was ein Level. Zum Glück hast du den High-EQ-Player dabei, Alter. Und zum Glück hast du den Practicable-Player dabei. Practicable. Können beide nur kein Deutsch oder Englisch. Ein Praxistyp. Ja. Hallo. Hallo. Okay, komm mit. Okay. Lass den Praktiker ran. Okay. Das ist die falsche Seite. Egal. Wir haben nicht mal Taschenlampe. Weißt du, wo die Keycard ist? Nee. Ich weiß nur, was den Auge kommt. Ich weiß es, wo es ist. Hier sind Taschenlampe hier vorne. Beeil dich, da kommen Augen. Augen? Wo kommt das Auge von? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gehört. Wir müssen hier eigentlich lang. Ja? Ja. Das ist da vorne, das Auge. Das läuft da weiter. Du kannst weiter. Das kann da gar nicht weiter, glaube ich. Doch, doch, ist schon. Meinst du, mein Auge täuscht mich? Ja, Herr Praktiker. Da vorne ist irgendwo das Gate. Links? Nein, geradeaus. Geradeaus. Am Ende, da vorne. Da vorne. Ich weiß auch. Okay, nice, nice. Wir haben es gleich geschafft. Bitte. Yeah, boy. Yeah, boy. Okay, komm. Setz die Keycard ein. Ich kann nichts mehr. Sascha, bitte. Setz doch die Keycard ein. Wir haben unseren Kollegen da liegen gelassen. Egal. Okay, los. Danger, keep out. Einfach auf. Route 66. Okay. Route 6. Was ist das für eine bedrückende? Oh. Route 66, freundlich. Und ja, jetzt feiern wir straßenfest mit allen Freunden. Mann, haben wir wenig Freunde. Okay. Ich nehme mal hier einen Mantel. Wenigstens hat uns Monty ein bisschen Gunnergy hingestellt. Sponsor. Ich habe ein bisschen Schiss. Was ist Schiss, ne? Sag mir, verwasst du? Alter, wieso hast du eine Brechstange? Ein Brecheisen. Ich bin der Brecher. Okay, lass uns weiter. Ja, sicher. Müssen wir durch das Feld hier durch? Nein, nein. Okay. Hörst du das? Ja. Warte, ich muss ein bisschen lauter machen, weil ich trage gerade eine Moncler-Mütze. Alter. Alter. Der ist nur durchgerannt. Hat der auch keine Moncler? Hat der auch eine Moncler-Mütze? Alter, was war das jetzt? Boah, Alter. Boah, das ist ein wahrer Freund. Boah, der hat mich nicht gerechnet. Wo ist die Party? Ist die da? Alter, man kann hier. Digger. Man kann halt echt durch. Das ist gar nicht witzig. Das war keine... Boah, Alter. Hab ich mich erschrocken? Alter. Boah, war das immer ganz witzig. Boah, ich muss er da drauf klarkommen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Hinterher! Renn! Renn! Er nimmt hinterher! Ich schwör bei Gott! Wenn ich lüge, bin ich ein Idiot! Renn! Du bist Rainer! Renn! Ich kann nicht mehr rennen! Fuck, hat mich! Er hat dich! Will, bringt er dich? Er nimmt mich mit! Er nimmt mich mit! Wieso rennst du nicht? Ich bin tot. Alter. Wieso rennst du nicht, Digger? Ich konnte nicht mehr rennen! Du bist... Alter! Boah, mein Gott, Alter. Ich bin erschrocken. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Ich konnte nicht mehr rennen. Okay, lass schnell hier weg. Ich bin wieder in die Stadt. Alter, ich habe alles verloren. Meine Brechstange. Nein, nicht die Brechstange. Alter, Digger. Was machen wir denn? Ich weiß es nicht. Lass durchrennen. Ja? Wir haben Saft. Hast du Saft? Ich habe keinen... Ich habe nur... Ich habe einen Energieriegel. Okay. Ich esse den, okay? Ja. Scheiße. Ich gucke hinter... Guck du hinter uns. Ich gucke vor uns. Jetzt kommt er direkt zwischen uns. Wir haben keinen... Renn, renn. Renn, renn. Ja, ich sehe ihn. Alles gut. Alles gut. Renn einfach weiter. Scheiße. Wir müssen einfach nur die Straße lang. Er ist schon weg. Der ist zu langsam. Der kommt bestimmt hier von links und rechts oder so. Ich renne schnell. Er kommt. Er kommt, Digger. Er kommt. Er kommt. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich trinke jetzt mein Wasser und bin überschnell. Ciao. Okay, ich renne wieder. Ich bin schneller als jeder. Scheiße. Digga, er verfolgt uns. Er läuft fixer. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Renn einfach. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ja, was? Ich renne. Kann ich hier rennen? Mach weiter, Digger. Jetzt konnte ich rennen. Okay, guck mal nach hinten. Guck mal bitte nach hinten. Da hinten kommt irgendwas vorne. Ein Gebäude oder so. Renn weiter. Renn weiter. Renn weiter. Ja, ja, ja. Eine Scheune, Digger. Mitten in dem. Sehr gut. Noch schlimmer als alles. Dieser ist bestimmt so ein Bauer. Das ist ein rotes Licht rechts von uns, aber egal. Das ist nur eine Sonne. Da eine Karotte, Digger. Hier, Gönner, G. Gönner, G. Okay, ja. Ich nehme alles mit. Hey. Und ich gebe dir dann. Hallo. Komm mit. Hier, nimm noch mehr. Hier. Schnell. Ah, ja, ja. Schnell. Okay, das sollte den... Leon, Leon. Windmühlen, the lights will point towards the way out. Schalten Sie die Windmühlen ein, die Lichter zeigen auf den Ausgang. Guck mal auf den Boden. Hier. Ist das hier scheiße? Hier. Ah. Alter, Digger. Was war das für ein Typ, Mann? Keine Ahnung, Alter. Der hat uns einfach gegrabt. Der will nicht, dass wir hier sind. Das ist wahrscheinlich der Bauer. Gott, der Bauer. Ich weiß ja nicht, was ist das da hinten? Was ist das für ein Bauer? Ach, ist das ein Labyrinth oder was? Der kommt, der kommt, der kommt. Spaß, echt jetzt? Das ist ein Labyrinth. Halt's Maul. Das sieht so aus, oder? Nein. Labyrinth. Wir müssen hier... Hier ist ein Walkie-Talkies. Ja. Vier Stück. Ich glaube, hier geht's weiter, denke ich mal. Ich denke auch. Pass bitte auf dich auf. Wir müssen was anschalten? Warte, ich schau nochmal auf den Zettel, okay? Okay. Windmühlen anschalten, okay. Und Lichter werden dann zum Ausgang zeigen. Wo bist du? Ach, ich sehe deinen Kopf da hinten, glaube ich. Hä? Hä, wo bist du? Muuu. 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 Hallo. Ich bin Rindfleisch. Wieso kriegen wir hier so viel Zeug? Schau mal, hier ist noch mehr. Oh, kann ich den Saft nehmen und du nimmst das Gönnert? Ja, ja. Da ist noch eine. Ne, nehm ruhig, ich hab genug, glaube ich. Hier ist noch was. Ja. Das ist der... Entschuldigung. Oder? Schreiten Sie die Windmühlen ein, die Lichterzeiger... Nee, das ist... Nee, das ist die andere Seite. Noll, du hast recht. Ich bin doch nicht so los. Ach was, wir müssen ins Feld. Meinst du echt? Ja. Ah, hier, gell? Ja. Nein! Doch. Nein! Ich will das auch nicht. Ich nehm die Karotte jetzt. Hier liegt noch mehr Energy und so Zeugs. Hier nimm den Riegel. Ja, wieso kriegen wir so viel Energy, Alter? Hier ist noch ein Zettel, Digga. Turn. Okay. Da steht wieder dasselbe. Sorry. Okay. Ja, alles gut. Ich putze kurz meine Nase und dann geht's Lars. Wer ist jetzt Lars? Ich putze meine Nase und dann holen wir Lars. Lars. Okay. Hallo Lars. Energieriegel und Saft sind das gleiche, oder? Nee. Ah, Ausdauerschub. Energieriegel, damit kannst du länger rennen. Mit einem Saft kannst du schneller rennen. Und ich renne jetzt einfach hier rein. Okay, Leon, komm. Okay. Wir müssen, wir müssen. Was müssen wir machen? Alter, wir müssen durchs Feld. Kannst du mir kurz erklären? Ich höre dir jetzt genau zu. Mein ganzer Fokus liegt auf dir. Hallo, mein Freund. Wir müssen Windmühlen finden und diese anschalten. Das ist unser Ziel. Und dann werden die uns ein Licht. Und dann sind wir bei den Ebenen. Dann werden sie uns... Keine Ahnung. Also Windmühlen sind groß. Dann werden die wahrscheinlich... Ja, ich schätze mal da, wo es da rot blinkt, da hinten, oder rot ist... Das ist doch die Sonne. ...ist eine Windmühle. Okay, lass da hin, lass da hin. Ich will das nicht. Boah, Alter. Alter, Alter, das ist krank. Fuck, ich denke die ganze Zeit, dass irgendwas links von dir steht. Hör auf. Einfach weiter, einfach weiter. Renn, renn, renn. Ja, du hast recht, Digga. Du bist Gott. Ich bin Gott. Hallo. Ich bin Gott. Ich bin leider nicht unverwundbar wie Gott. Hinter uns. Nein, Spaß. Echt? Nein, nein, alles gut. Okay, okay, okay. Wie schalten wir die an? Okay. Wie kommen wir hier rein? Okay. Wo bist du? Was machst du? Ich bin bei der... Ich schalte sie an. Ja, mach. Habe ich sie angeschaltet jetzt? Ne, sie bewegt sich nicht. Stopp. Es ist grün. Ja, es ist grün. Tatsächlich. Auto-Alert. Wir müssen zum nächsten Ding. Guck mal. Guck mal hoch. Oben. Grün. Und da ist das nächste rote Licht. Da hinten. Das heißt, wir müssen wieder zum Rumpen. Da. Du weißt, was das heißt. Wir sterben. Nur wahre Freunde überleben. Sterben nicht. Ich mag hier nicht geradeaus gehen. Aber wir müssen, oder? Komm mit. Ich mach das für dich. Oh mein Scheiße, Bro. What the fuck, Alter. What the fuck? Digga, was ist mit dir? Komm hier rein. Wohin? Wo bist du? Ich bin hier im Graf. Komm mit. Komm mit. Der geht auf dich, Digga. Der geht auf dich. Scheiße, der geht auf mich. Warum gehst du auf mich? Fuck. Warum? Ich komm nicht. Was willst du? Ich komm hier nicht weiter. Ich trink Gehnergy. Bro, wir haben uns getrennt. Scheiße, ich komm hier auch nicht weiter. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin am Zaun. Irgendwo an einem Zaun. Ich komm weiter. Wo bist du, Bro? Ich glaube, ich bin gleich tot. Nein, Bro. Hör mir zu. Hör mir zu. Ich renne an einem Zaun. Ich bin am Fluss. Ich bin am Fluss, Bruder. Scheiße, ich komm hier nicht durch, Digga. Hier sind überall Zäune. Ja, same. Okay, hier ist der Gang. Wie geht's weiter? Wo bist du? Also nicht du, sondern dieser Dude. Ist der andere Typ noch bei dem... Wo bist du? Erklär mir, wo du bist. Ich bin jetzt bei der nächsten... Ich bin beim nächsten Windrad. Ach was. Ja. Schon? Ja, ich mach's dir schnell an. Ja, da ist ein Spawnpunkt, Digga. Hier ist so viel Zeugs. Wichtig und richtig. Ich will das nicht, Alter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen. Ich bin einfach weggerannt. Kommt zum grünen Licht. Oder soll ich's zu Ende spielen? Spiel ruhig zu Ende. Da ist das letzte. Ich seh das letzte Windrad. Alter, ich bin wieder bei... Scheiße, ich bin wieder am Zaun. Ich höre eine Motorsäge. Sorry, Digga. Wo schreist du, wie die Leib? Alles gut. Alles gut. Was willst du von mir? Hä? Alter, Digga, der ist bei mir. Der macht ernst, Alter. Der macht ernst. Komm her, ich bin schneller. Du hast die zweite schon angeschaltet, ne? Bro. Oh mein Gott, der rennt mir hinterher, Digga. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss schnell rennen. Ja. Ich kann mich grad nicht so konzentrieren. Ja, alles gut. Mir rennt grad so ein Typ mit der Kettensäge hinter. Hauptsache, du überlebst. Ich komm hier nicht raus. Bitte, 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 bitte. Ich seh halt auch nicht den nächsten Punkt, ist das Problem. Ah, doch, ich seh ihn. Bro, ich bin glaub da. Ich bin kurz auf... Ja, ich bin da. Oh, nice, nice, nice. Ich renne auch in die Richtung. Der blä mit der Kettensäge mich töten. Ich bin da. Okay. Hab's geschafft. Oh, du hast grün gemacht, ja? Ja, jetzt kommt gleich der blä mit der Kettensäge wieder und dann... Da ist noch ein rotes. Wo, wo? Ich seh's. Ich esse schnell das Ding, weil da kommt... Wo? Okay, treffen wir uns da? Treffen wir uns da? Ja, ich probier da hinzukommen, ja? Ich renne sofort weiter, weil... Alter, ich glaub ich... Ich hab keinen Energieriegel mehr. Scheiße. Nein, Digga. So komm ich hier nicht durch. Ich bin in der Sackgasse. Yes. Ja. Ich hör die Kettensäge. Waller? Waller. Ich bin im See. Bruder, ich bin... Ich bin da fast. Ich bin fast da. Digga, ich bin in dem... Ich hab's geschafft, Leon. Ich bin da. Soll ich's anmachen? Nice, nice, nice. Mach's an, mach's an. Mach's an? Mach's an. Okay, an. Und jetzt? Noch eins, Digga. Alter, was? Wie viele noch, Alter? Digga, ich dachte, es sind so drei Stück und es war's. Last. Nein, Spaß. Last. Okay, Bro. Ich nehm schnell das Zeug und renn weiter. Wie komm ich da hin, Alter? Hier sind überall Zäune. Nein, Digga. Doch, Digga. Ich kann mich nicht verlieren. Dich nicht verlieren? Hier sind überall Zäune. Warum? Okay, Bro. Ich renn schon zum nächsten. Ja. Alter, Digga. Ich schreie hier wie ein Mädchen. Digga, hier sind halt echt überall Zäune. Ich komm da nicht hin. Und ich komm nicht... Jeden Zaun ist ne Lücke. Die musst du suchen. Du kannst durch jeden Zaun durch... Ich bin beim nächsten. Okay. Soll ich's anmachen? Ich bin jetzt bei einem von denen auf jeden Fall. Rot? Das war das vorletzte. Also, ich bin jetzt beim roten. Okay, ja. Ich mach's an. Digga, Alter. Okay. Ich bin jetzt hier bei so einer Solaranlage. Ich warte hier auf dich. Sehr gut, sehr gut. Da steht was. Arcade. Ah, lol. Ich bin jetzt auf nem Parkplatz. Okay. Hallo? Hallo? Da ist ne Spielhalle. Alter, geil. Soll ich da hin oder auf dich warten? Warte vielleicht. Ich komm da nicht hin. Sicher? Ja, sicher. Ja, du weißt halt nicht welches, gell? Ja, es ist alles grün und ich glaub grad eins nach dem anderen. Sonst startet neu oder nee. Ich glaub noch nicht, noch nicht. Ich geh jetzt hier in die Spielhalle. Okay, geh rein, ja. Ah, weißt du was? Was denn? Du musst sterben. Töte dich mal. Wie denn? Wie denn, ja. Okay, wir müssen kurz warten. Weil ich bin jetzt da, wo das nächste Level kommt. Genau. Ah, okay, okay, nice. Oh, Digga. Ich komm halt hier echt nicht weiter, ne? Also ich komm hier nicht weiter. Eigentlich bin ich ja hier sicher. Ich bin wieder im Startgebiet. Ich bin alles abgelaufen. Soll ich mal über Discord dir helfen? Hallo, Leon? Nein, geht schon. Hallo. Ich warte einfach, bis ich sterbe. Zeig mal über Discord. Lauf da lang. Grün. Ich will zu grün. Jetzt sterbe ich so, weil ich nicht aufpasse. Ja, Alter, das kann halt echt sein. Ja, super. So, jetzt bist du hier. Jetzt geh zum nächsten Grünlicht, was du siehst. Ja. Und geh hier. Welches? Ah, fuck, ja. Dann geh hier lang, ja? Und jetzt geh links. Ja, geh zu dem. Ich guck mal ganz kurz bei mir nicht, dass ich verrecke. Das ist ein Zaun, ja, ja. Okay, ja, ich hab noch genug. Ja. So, nice. Jetzt bist du auch bei dem See. Jetzt geh links lang. Links. Links. Und jetzt ist da irgendwo eine Lücke. Weiter, 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 weiter. Da ist die Lücke. Und jetzt gehst du wieder, jetzt gehst du zu rechts. Hier lang? Nein, 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 rechts. Geh zu dem, wo ich dir gesagt hab. Ja. Hier. Super. So, und jetzt geh zu. Danke, Sascha. Schau mal, ob hier was ist. Energies oder so. Da links. Und trink den Saft und alles. Und renn sofort weiter. Renn weiter, weil der Typ kommt sonst. Vertrau mir. Esst es nebenbei und lauf da lang. Und zu dem. Genau. Super. Genau. Ich verstehe diese Energieriegel nicht. Jetzt kannst du einfach länger sprinten. Ja, geht ja nicht. Super, super, super. Links, links. Geh links. Links. Links, links, links. Okay, rechts. Also folg dem Zaun rechts lang. Ja. Ja. Weiter, 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 weiter. Schön, schön machst du das. Weiter, 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 weiter. Und da lang, ja. Da kannst du durch. Super. Okay. Ich guck nochmal kurz bei mir. Ja. Ich trink mal kurz was, weil ich hab nur noch die Hälfte. Ja, ja, mach das, mach das. Okay. Jetzt hier oder dein. Wo, 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 wo sagt der Gang? Gibt's da einen Weg? Nee, gibt's nicht. Von hier komm ich. Von hier kommst du. Dann geh einfach mal zu dem, zu dem Rechten, würde ich sagen. Ja. Okay. Super, machst du das? Ja, sehr gut. Über den See kannst du laufen. Platsch, platsch. Ich hab Angst. Weiter, weiter, jetzt kommt gleich ein Zaun. Genau, rechts lang. Probierst du von der rechten Seite. Alter, ist hier verwuchert. Okay, links lang. Den Zaun. Nee, nee, nee. Folg dem Zaun links lang. Okay. Ich hab so Angst. Nein, nein, nein. Ich hab so Angst. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Super. Ja. Weiter. Kann ich bitte rennen, danke. Okay, warum geht's da nicht weiter? Okay, dann geh mal zu dem anderen. Ah, ist es der? Warst du da schon? Weiß ich nicht. Geh mal hin. Wir brauchen Orientierung. Nee, da warst du noch nicht, gell? Nimm das Zeug, was da liegt. Glaube ich. Ja. Ah, nee, das hab ich doch schon genommen. Fuck. Oder? Scheiße. Aber hier lang geht's ja auch gar nicht. Also hier ist kein Licht oder so. Geh links, geh da lang. Hier? Und links, halt dich links und folg diesem Licht, ja. Ich hoffe, das ist richtig. Das wär krass, Alter. Weil's gleich nicht richtig ist, dann warten wir einfach, bis du drauf gehst. Genau, rechts lang. Also bis du... Wie viel hab ich denn? Ah, okay. Dauert nicht mehr allzu lang, denke ich, bis ich draufgehe. Ah, lol, du hast es geschafft, Bro. Das war wie random, hä? Geil, Digga. Lauf da lang und dann treffen wir uns in der Arcade-Halle, genau. Arcade, Bruder, Arcade. Lass mal ein bisschen zocken. Ein paar Horrorspiele. Ich seh dich. Das sieht gar nicht gut aus. Hi. Komm hier rein. Ah, hallo. Ich bin der Türsteher dieses Arcade-More-Etablisse-Mores. Arcade-More. Hallo? Nice, Alter. Gigi. Alter, endlich geschafft. Alter. Ja, Mann, seh ich genauso. Hier feiern wir unser vierjähriges Kanal-Jubiläum. Was ist hier? Was sind das für Poster, Alter? Guck hier, da waren wir in unserem ersten Jahr. Das war unser erstes Jahr. Links bin ich, rechts bist du. Das ist unser erstes Jahr, wo wir fast aufgegeben haben. Nee, links bist du wegen deiner Montclair-Mütze. Schau. Was, wo? Hier, da haben wir fast aufgegeben. Dann haben wir weitergemacht. Ja. Und da bist du mit deiner New York-Jankies-Cap. Ja. Oder? Die hast du früher getragen. Sind das eigentlich die gleichen Poster? Nein. Nicht? Nein, ich hatte andere Caps. Okay, lass mal reingehen. Okay, ja. Morgen. Alter, sieht das rustikal aus. Alter, das Licht auch. Rustikale Pizza. Press Start. Press Start. Ich will spielen. Das gefällt mir nicht, Bruder. Ich trink gerade was. Geil. Geil. Ich will spielen. Wer will mit mir spielen? Platsch, platsch, platsch. Wieso ist da vorne wie so ein Folterstuhl? Oder ist das? Alter, ja. Volker. Nee, oder? Die Lampen hier sind auch rot. Oder so Sachen rausholen. Alter, lass mal ein paar Körbe werfen. Ja, okay. Alter! Bisschen! Ja, Mann! Bisschen air-hockey! Scheiße, das nicht geht. Beine drücken! Hier geht's. Wir müssen hier wahrscheinlich Geld wechseln. Ich cheate jetzt in dem Spiel. Geld wechseln. Geil. Geil. Ja. Geld wechseln. Komm mit, hier ist eine Tür. Ich soll das Geld mitnehmen. Alter, der sieht echt aus wie deinem Stuhl. Du bist so verlassen hier eigentlich. Wieso? So niedrig und hässlich, oder was? So ein Stuhl hast. So schreit ich meine Videos. Alter! Mit Lenkrad. Guck mal, hier ein Zettel, Digga. Ich glaube, wir müssen hier in den Aufzug. The code should be somewhere around here. Around. Verstehst du? Elevator. Ja. Was für ein Code? Wir müssen wahrscheinlich hier ein Code eingeben bei den Zahlen. Wo sind hier Zahlen? Vom Elevator. Ah ja, Tatsache. Da, wo immer Zahlen sind in dem Aufzug. Ich gehe in den Aufzug und lasse mich irgendwo hin teleportieren. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Weil ich mich auswählen kann. Sorry. Ja. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Die Points. Ich glaube, wir müssen irgendwo hier... Continue. Ten. 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 Okay, nee, vergiss. Wir müssen hier einen Code suchen. Ja. Der Code sollte irgendwo hier sein. Lol, die übersetzen es sogar für mich auf 9. Läufst du gerade? Ich laufe. Hörst du das? Bim. 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 Ja, und wo soll der Code sein? Vielleicht bei deiner Mutter zu Hause? Im Mülleimer? Alter, wie bist du so ehrenlos aufgewachsen? Tut mir leid. Deine Mutter ist eine sehr liebe. Der tut gar nichts leid. Aber die nervt mich. Ich sag's. Weil die mich die ganze Zeit voll spammt mit... Deine Mutter? Deine Mutter. Digga, hör mal. Vielleicht läuft jetzt was rum. Die Amosphäre ist halt geil in dem Spiel. Zurückgegangen sind. Around hier. Wo sind hier... Ja, aber hier sind keine Zahlen mehr. Von den Lampen? Ja. Das hab ich vorhin schon gesagt. Das interessiert mich aber nicht, was du mir... Ach so. Weil mir die roten Lampen auch aufgefallen sind. Ich suche Code. Ich suche Code. In dieser Folge suchst du Code. Code. Around. Around. Ich glaube mal, dass wir die Zahlen hier wirklich nutzen müssen. Diese 10 und so. Es sind überall 10, Digga. Das macht doch gar keinen Sinn. Oder meinst du einfach 10? Komm mal rein. Ach so. 1 und 0. Das kann natürlich sein. Aber es gibt's eine 0? Da steht doch 39, ne? Oben im Aufzug. Warte, was steht denn auf dem Zettel? Elevator. Somewhere around here. Also wir haben 10. Wir haben aber auch hier hinten bei den Basketballmaschinen noch was anderes, ne? Oder bei diesen Ballmaschinen. Da ist 7 und 3, 7, 0. Und hier ist noch 1. Und hier ist noch eine 2. Bei Air Hockey. 7, 0. Aber es gibt keine 0. Ich glaube, du bist die 0, die fehlt. Jetzt kommen wir so nicht weiter, gell? Erstes Level. Sonst zu dumm für das Spiel geworden. Ich war doch immer der Codemaster eigentlich. Da bist du bei... 39. 3, 7, 0, 7. Double D, Double D, Double D. Double D. Da hinten ist jemand. Nee. Och. Lügner. Was machst du da, Dirk? 3, 7. Bim, bim, bim. Und Codelöser. Hä? Wie läuft's? 7, 3... Scheiße. Was schweißt du? Cod und so. Codelöser. Weißt du, was ich denke? 7, 3, 7. Ich denke, hier steht ja Around. Ja. Und Around heißt irgendwie so rundherum. Vielleicht an der Wand irgendwie. Vielleicht hier an diesem Around. Warte, ich schau mal. Ja. Hier ist auch eine Dings-Up. Der Cod sollte hier irgendwo sein. Vielleicht auch hier. Also das müsste eigentlich das Spiel, also der Raum hier sein, denke ich. Hier. Around hier ist in der Nähe. Hier. Ja. Kommst du auf eine Lösung, wenn du das noch mehr wiederholst? Elevator hier. Elevate. Eins. Nicht eine Marke. Elevator. Ja, Elevate. One Dollar auf Five Dollar Bills. Vielleicht müssen wir auch die Münzen zählen. Elevate. Eins, zwei. Warte, da stand irgendwas. Ticket. Gewicht. Gewicht. Ich kann Tickets aufheben. Echt? Ja. Warum machst du das? Geh mal weg. Spaß bleibt da. Ich habe Tickets aufgehoben. Wieso habe ich Tickets aufgehoben? Da steht immer der gleiche Code, Digga. Gib den ein. 9, 3, 1. Bin ich der Coinmaster auf dem Ticket, Digga? Komm rein. Natürlich bin ich der Boss in diesem Spiel. Alter, du bist der Coinmaster. Warte. Dann gib mal ein. Okay, bereit. 9, 3, 1. Coinmaster. Warte, Digga. Und dann muss man das... Nee, nee, warte. Stopp, stopp, stopp. Jetzt musst du es neu eingeben. Du musst drei Zahlen eingeben. Der Code hat sich jetzt resettet. Jetzt 9, 3, 1. Der Coinmaster. Der Coinmaster. Was hast du gedrückt zum Resetten? Du musst einfach drei eingeben. Es waren zwei. Sicherheits... Sicherheits... Schlafzimmer. Okay, wir sind also sicher. Das hört sich gut an. However, hat er gesagt. Sicherheitstipps. Gefahr! Was? Okay. Vielen Dank. Was war das? Was war das? Wie bei Leafy Company, Digga. Alter, wie du aussiehst. Roten und gelben Lichter zeigen an. Ich fühle dich nicht gut, Digga. Nee, keine Gefahr. Grünes Licht keine Gefahr, rotes und gelbes Licht schlecht. Ah, guck mal, da ist ein Film. Ach so. Wir hören uns zu, wir hätten auch schauen können, Alter. Aber wir sind halt lieber die Podcast-Hörer. Heute auch, Sascha. Und du? Das war jetzt dein English-Listening. Boah, Alter. Das war dein English-Listening. Was haben wir jetzt gelernt, Sascha? Nee. Auf was müssen wir achten? Auf rotes und gelbes Licht. Absperrbänder nicht übertreten. Und Energie! Ja, was passiert, wenn man die Absperrbänder übertritt? Man fliegt, oder? Aber ich will doch fliegen. Ja, auf die nächste Ebene. Ich kann es nicht aufnehmen. Ich habe alles aufgenommen. Ich kann es nicht aufnehmen. Aber ich so viele Tickets habe. Tickets habe. Hier, Bro. Ich gebe dir mal ein paar Sachen. Alter, du scheißt die aus. Geil. Genau. Und es gibt manchmal... Türen schießen sich. Eine Sache gab es noch, dass es irgendwie Power-Sachen gab. Also so Power-Outlets oder so. Für die man auf die zweite Ebene aber muss scheinbar. Also irgendwie, wenn irgendwie Strom ist, den man ausmachen muss. Alter. Hier sind auf jeden Fall ein paar Zettel. Dixi-Klo. Warte, komm mal her. Hier ist eine Karte. The doors are locked from below. Alter, you are here. Guck mal, wenn du hier im F drauf drückst. Oha. Guck mal, da hinten ist da. Jetzt müssen wir erstmal zu eins. Oh oh. Da, wo du gerade lang rennst. Schau mal. The doors are locked from below. Don't like the light. Okay? Wenn ich das Gesicht schon sehe. Kennen Sie eigentlich Kiesjaw? Wussten Sie? Wussten Sie, dass Kiesjaw... Alter, ich habe mich gerade vor dir erschrocken. Wussten Sie? Ja. Wollen wir hier lang? Was ist hier eigentlich in der Toilette? Alter. Alter. Digga, was war das, Mann? Was war das? Ja, ich betone. Das war wie so eine Echse irgendwie. Junge, Alter, habe ich mich erschrocken. Bruder. Das steht doch Stopp. Wieso gehst du da lang? Alter. Da kam so eine riesige Echse raus. Soll ich auch mal hin? Ja? Nee. Da ist deine Taschenlampe. Pass auf, pass auf. Oh fuck, Alter. Okay. Oh, Alter. Ich dachte nicht, dass die so schnell kommt. Alter. Vor allem, die hat auch Augen im Mund irgendwie. Alter. Hallo, da sind wir wieder. Boah, habe ich gerade erschrocken. Ich habe nicht gedacht, dass die so schnell kommen. Jetzt haben wir aber keine Taschenlampe mehr, oder? Echt? Tatsächlich? Das ist dumm. Nee, da liegt doch alles. Achso. Das ist dumm. Nein, das ist dumm. Aber müssen wir ausrüsten, ne? Main Hand. Bist du? Ich bin kacken. Na, gelette. Okay, ja, dann müssen wir wohl hier lang in dem Fall. Kann man hier hin? Ja, da steht ja auch eins. Hallo. Nein, da kommst du ja auf die zweite Ebene. Wie komme ich auf die zweite Ebene? Ja, wahrscheinlich. Ah ja, guck da, da sind so Glitches im Boden. Ist einfach nur, ja? Ah, ja. Ist einfach nur ein Beispiel. Warte mal, guck mal hier auf die Karte. Hier ist ein Hebel. Das sind verschiedene Nummern. Wir müssen wahrscheinlich erstmal zur Nummer eins, oder? Ja. Denke ich mal. Also hier, hier geradeaus und dann links. Und hier kommen Smilers, Digga. Dann macht er die Taschenlampe an. Links, hab ich gesagt. Links. Links. Rechts. Was ist da vorne? Ich glaube, vielleicht geht das Licht aus. Ich glaube auch. Da ist so eine Markierung, wo man auf keinen Fall hin soll, oder? Nee, da ist eine Ampel. Grün. Ist grün. Grünes Licht ist gut. Das heißt, wir sollen da rein? Gelbes Licht ist nicht gut. Rotes Licht ist nicht gut. Boah, kein Plan, Digga. Ich denke schon, oder? Probier mal, ob die aufgehen. Da ist nichts. Hallo? Und da rechts lang? Boah, ja, man kann gar nicht lang sprinten, Digga. Nee, nee, nee. Die haben das Spiel schlechter gerechnet. Damit du nicht die ganze Zeit rumsprintest. Da kommen wir zurück. Ah, nee. Da kommen wir zurück. Ich dachte, nee, dann ist eins weiter, oder? Mensch. Ehrenlos. Hier, glaube ich, könnten wir auch lang. Waren wir hier schon? Ist hier irgendwas? Höre ich hier? Hier? Ja. Oh, ja. Wo bist du? Längst von dir, wenn du weiter gehst. Hallo? Ah, lol. Sollten wir hier sein? Hier ist nochmal ein grünes Licht. Alter, hier sind ganz viele Ampeln. Alter. Ich glaube, wir müssen. Ja, lass mal in die Etage. Okay? Alter. Scheiße, Digga. Es ist rot. Rotes Licht. Da ist ein Smiler. Da ist ein Smiler. Ja, ja. Nur anleuchten. Weg. Weg. Geh doch weg. Okay, geht weg. Okay, sei vorsichtig. Ah, da ist ein Smiler. Oh, fuck. Komm mal zu mir. Da kam ein Smiler gerade um die Ecke. Komm hierher. Ja, die können auch hinter uns kommen. Guck hinter dir. Guck hinter dir. Ja, ich schaue hinter uns. Warum ist denn da Toiletten auf dem... Da hinten in der Becke? Boah, Digga. Hier ist was? Okay, ich drück. Ja, drück, drück. Ich kann nichts drücken. Das ist verkehrt rum. Der Raum ist verkehrt rum. Pass auf, Digga. Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso sind hier Toiletten? Wieso sind hier so viele Smiler? Smiler. Leiler. Leiler. Also hier kam ein Smiler raus und hier kam ein Smiler raus. Da hinten ist einer. Wollen wir da lang? Ja. Da hinten ist einer. Wollen wir da lang? Da ist noch einer. Zwei. Zwei. Alter, wie lang ist das? Oh, oh. Alter, der war ganz nah bei mir. Links ums Eck, Digga. Boah, ich habe mich gerade von mir erschrocken. Okay, du guckst hinten. Was ist unser Plan? Okay, okay. Schnell, komm mit. Komm mit. Da kommt einer. Da kommen ganz viele, Digga. Alter, das sind super viele. Oh, fuck, Digga. Die kommen, die kommen, die kommen. Sollen wir da rein? Wollen wir hier rein? Okay, ich gehe jetzt einfach hier rein. Okay, ich gehe auch rein. Hallo? Was war das, Digga? Weiß ich nicht, Bruder. Gelb, Gelb. Gelb ist nicht gut. Rot ist auch nicht gut. Aber manchmal muss man in Gelb und Rot, gell? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich verstehe das Konzept noch nicht ganz. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich glaube, wir müssen irgendeine Türen finden und so, gell? Ja, ja, genau. Da ist wieder grün. War das nicht gerade gelb? Das war doch gerade gelb? Ja, das war gerade gelb. Das war das, wo wir gesehen haben. Sicher? Ich bin wieder drin. Scheiße, ich bin auch drin. Wahrscheinlich, wenn da Monster in der Nähe sind, dann leuchtet es gelb. Ah, die sehen uns nicht, die Smiler. Doch, doch. Safe. Nee, guck hinter uns, gell? Ja, ich schau hinter uns. Ja, ja. Ja, kleiner. Hier ist einer. Weg. Wo sind wir? Komm mit. Da kommt, oh, da kommen ein paar. Okay. Guck hinter uns, gell? Komm hier rein? Hinter uns. Ja, da sind zwei. Toll, oder? Hier ist eine Tür. Okay. Ich bin drin. Was war das? Weiß ich nicht. Was ist das? Und das? Weiß ich nicht. Mach zu. Mach zu. Okay, und jetzt? Digga, die Räume sind einfach verkehrt herum. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendeine Tür finden, ne? Ein Licht ist ausgegangen. Was sind das für Geräusche, Digga? Das Licht ist ausgegangen da oben, links. Jetzt wieder an. Okay, lass weiter, oder? Okay. Guck du nach rechts. Okay, okay, ist nichts. Folgt mir. Hier könnten wir halt wieder rein. Ah! Was? Digga, da hinten rennt jemand, Digga. Da ist so ein Typ. So ein anderer, wie du. Echt jetzt? Guck mal da hinten. Alter, scheiße, ja. Scheiße, ja. Was? 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 Guck hinter uns. Alter, war ganz weiler, richtig lang. Ganz nah, Digga. Ja, ja, ja. Folgt mir. Guck hinter. Digga, guck hinter uns, sagte. Folgt, folgt. Folgt nicht. Wahrscheinlich ist der Typ die gelbe Ampel. Weißt du, was ich meine? Folgen. Okay, okay, ich mach zu. Hier ist nix. Mein Leben. Hier, dieser, kann man da echt nix machen mit? Wie kann man doch irgendwas mitmachen können? Nee. Weil es hieß irgendwas von wegen Strom oder so? Höh, Licht ist aus. Ah, aber ich kann nichts machen, Digga. Ich kann hier nichts machen. Nee, man kann echt nichts machen. Der ist ein roter Knopf. Der macht nix, ne? Hallo, Leon. Hallo. Okay, lass weiter. Was machen wir, wenn dieser Typ kommt? Dann springen wir in diese Gebäude rein. Boah. Alles gut. Da sind ein paar. Digga, wie viele hier doch sind. Oh. Da ist der Typ. Wo? Der Typ kommt. Echt? Der Typ ist da. Kommt der? Wo ist der? Der ist... Er rennt auf mich zu. Ich spring rein. Wo bist du? Ich bin reingesprungen. Warum? Auf die zweite Ebene. Scheiße, Digga. Das war unser Plan. Wieso, wie, warum? Wir kommen halt viel weiter weg. Okay, Bro, ich bin im nächsten Raum. Mit ganz vielen Parkschildern. Push and pee. Push and pee. Ja, und was soll man hier machen? Okay, du bist da reingerannt? Ich komme. Ah! 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 Hat er dich? Hat er dich? Ah! Scheiße, hier ist gelb. Wie, du musst ihn mal alleine lässt. Hä? Wie, alleine? Aha, tatsächlich, Digga. Wir haben doch noch gesagt. Du hast gerade auf grün geswitcht. Wahrscheinlich, wenn der Typ in der Nähe ist, dann ist es gelb. Ja. Korrekt. Viel Spaß. Das heißt, wir dürfen da nicht runter. Nee, du hast viel Spaß, Digga. Ich töd dich jetzt. Nein, du spielst das weiter. Nein. Und dann machen wir das Ganze wieder. Nein, nein, Leon. Doch, doch. Oh, doch. Exe. Nein! Wer? Exe. Wer? Wer? Exe. Wer? Exe. Hey! Exe. Das darfst du nicht. Jetzt spiel es weiter allein. Komm, geh wieder weiter. Doors are locked from below. Ah, the doors are locked from below. Wieso tötest du dich? Wolltest zusammen machen, mein Freund. Weil du Angst hast? Ja. Schreib Angst in die Kommentare. Angst hast du. Digga, so Angst hattest du noch nie. So Angst hattet ihr noch nie. Ich mag das Fehler nicht. Du nimmst sogar erst die Taschenlampe. Natürlich. Und dann essen, Digga. Was ist mit dir falsch? Weil verrückt werde ich sowieso. Ich glaube, ich habe das Konzept verstanden, Sascha. Okay, dann folge ich jetzt dir. Nee, du gehst trotzdem vor. Wir müssen die Türen von unten öffnen. Wieso bin ich immer deine Marionette? Von unten? Hör mir doch zu. Wir müssen die Türen von unten öffnen und offen stehen lassen. Nee. Und dann bleiben sie hier oben auch offen. Aha! Oder? Korrekt. Deswegen sind die Räume auch falsch rum. Wir gehen in die Ampel, machen Türen auf und gehen dann wieder nach oben. Rot. Geil. Vielleicht nicht jetzt. Such mir da. Jetzt ist gelb. Jetzt ist grün. Okay, wenn du meinst. Jetzt ist gelb. Der läuft doch da rum. Jetzt ist wieder rot. Da war nichts da hinten. Gelb? Ich will... Das ist wie du grün. Hier ist eine Ampel. Gelb? Da ist eine Ampel grün. Rein! Komm! Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Sicher? Okay, ich trau dir. Da ist der Typ. Da ist der Typ. Folgt mir einfach sofort. Folgt dir? Scheiße. Wir müssen Türen öffnen. Da hinten ist er. Er sieht uns nicht. Komm, hier lang. Das sind auch die Smiler. Sehr schön. Nicht rennen. Alles ist gut. Solange du willst. Wir müssen jetzt die Türen öffnen und offen lassen einfach. Ich glaube, hier finden wir nichts in den Räumen. Weiß ich nicht, Bruder. Da könnten wir auf die andere Ebene wieder zurück. Sozusagen. Und testen, ob die Theorie stimmt. Die wird stimmen. Okay. Da hast du wieder ein Checkpoint. Guck mal rechts, ein Smiler. Ja, ja, ja. Er ist weg. Wo ist der Typ? Da sind Smiler vor dir. Irgendwo hier war er, ist das Problem, ne? Eine Tür? Nur eine Tür? Ich öffne sie schnell. Oh, Alter, hier sind ein paar Smiler. Da ist der Typ. Renn hier rein! Renn rein, renn. Okay, ich bin drin. Okay, ich bin drin. Okay, okay. So, wo war die Tür jetzt? Sie war hier. Wo war? Da war sie also. Ich weiß es nicht, Digga. Ich denke mal, dass sie genau da liegt, wo wir auch waren, oder? Liegen. Ah. Ah, ja, tatsächlich. Lol. Ah, und jetzt kann man hier. Fuck! Aus, oder was? Was muss ich hier machen? Da ist jetzt grün, jetzt rot. Das ist grün, jetzt rot. Warte mal. Machst du gerade irgendwas, oder? Ja, mach mal deine Taschenlampe aus. Du blendest. Ich sehe gar nichts. Du Blender. Du hast einen grünen Bereich. Ich habe es jetzt im grünen Bereich. Oder muss ich es einfach? Was machst du? Das bewegt sich hin und her. Komisch. Geh du mal dran. Siehst du was? Hä? Siehst du was? Schau. Ja. Siehst du es? Was denn? Das bewegt sich so hin und her. Und du kannst es stoppen. Ah, und dann in diesem Bereich stoppen einfach. Ich denke es mal. Oben die Lampen, wenn ich drangehe, läuft dann die Lampen hier oben grün, oder nicht? Ah, okay. Machen wir es in den Bereich rein, oder? Ich habe es im Bereich drin. Echt? Bei mir war das auf der 10. Bei mir ist es jetzt nicht im Bereich drin. Bei mir ist es jetzt im Bereich. Okay. Was machen wir dann? Ich weiß es nicht. Komisch, gell? Jetzt ist es bei mir auch im Bereich. Welcher Bereich? Okay, gehen wir hier rein. Sicher? Ja. Ah, jetzt sind wir in dem Raum. Ah, das führt uns immer in den Raum dann. Scheiße, scheiße, wir werden so drauf gehen. Ah, scheiße, scheiße. Ah, nein, schweiße. Alter, ehrenlos. Ehrenlos. Er lacht erst mal. Mein Kopf, Digga. Boah, shit, siehst du das? Aber du lebst noch? Ja, ich sehe es. Er lacht. Digga, der hat ein anderes Geräusch. Aber guck mal, der Kasten hier ist jetzt trotzdem rot. Er lacht nicht einfach aus. Guck mal, dein Kopf. Geil. Ja, was meinst du? Der Kasten in dem Raum ist immer noch rot. Irgendwas scheint mir falsch gemacht zu haben, glaube ich. Oder? Ich kann es dir nicht sagen. Oder ist der bei dir nicht mehr rot? Er ist tatsächlich rot. Und was steht da auf der Anzeige drauf? Nichts. Einfach ein Pfeil in irgendeine Richtung. Aber es ist halt verkehrt rum. Stimmt. Junge, du hängst. Da kommt ein Smiler. Scheiße, Licht, Licht. Wie viele Smiler hier sind. Links noch ein Smiler. Direkt um die Ecke. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir ein Smiler. Soll ich töten mich jetzt? Ja. Nee, wir ziehen das durch, oder? Warte, wenn hier eine Tür ist, dann müssen... Okay. Was heißen diese Verkehrsschilder, Sascha? Grün. Jetzt ist grün. Ah, okay. Das heißt, der andere Kasten war falsch. Nee, das war auch in dem Bereich. Ja, aber die Lampen hat nicht grün geleuchtet. Sonst probier du es nochmal. Das ist nicht da. Vorne, rechts. Nächster, rechts. Nächster. Ausfahrt. Rechts abbiegen. Oh, jetzt ist gelb. Ja, hier ist das Ding noch rot. Jetzt grün. Okay, perfekt. Vielleicht lachs an dir, weil du in Störungen bin. Danke, Alter. Danke. Vielleicht lachs an dir, sagt er erst mal. Bier. Aber was hast du jetzt anders gemacht? Einfach bei dir in dem Bereich gemacht, oder? Ja. Okay. Und es kam auch ein Geräusch. Also das Prinzip haben wir verstanden. Sind jetzt alle Sachen offen, oder was? Ja, weil ich bin Gott. Ach so. Gottdamn. Grün, Alter. Ich bin der Grün, Mann. Okay. Waren das schon? Wie viele Lichter sollten wir anmachen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Weiß ich nicht mehr. Ich rede gar nicht mehr. Ich rede gar nicht mehr. Ich rede gar nicht mehr. Aber teste erst mal die andere Tür. Welche? Die da? Die dort, ja. Ob die aufgeht vielleicht? Und wenn nicht, Ampel rein und... Aha, ja. Ah, geil. Es speichert also, wirklich. Die haben wir nämlich unten mal geöffnet. Ah, das ist der Toilettenraum. Ja, ja, ja. Den, den wir als erstes geöffnet haben. Nice. Das heißt, du musst hier gleich bei der Ampel runter und dann... Und dann hier hin, gell? Und dann hinter dich, so mäßig. Da, wo du gerade hinschaust, ja. Dahin, gell? Ja, ja. Du führst mich in Versuchung. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist der Typ da? Da ist ein Dings. Was mach ich jetzt? Smiler, keine Ahnung. Überlebt. Alter, der Typ, renn, renn. Ja, geh rein. Okay, okay, sehr schön. Sehr schön. Ach du, gelb. Okay. Okay, Digga. Hier rechts war die Tür, oder? Ja, genau. Da am Ende. Okay, eigentlich müsstest du hier rein, aber such mal sonst noch weiter, wenn der Typ gerade da am rumlaufen ist. Das ist, glaube ich, die letzte Tür, Digga. Was sagst du jetzt? Hier, gell? Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Wo? Wo? Nee, aber... Wo? Das war die richtige Richtung, aber das sieht anders aus als dort. Da ist sie. Ist sie? Öffnen. Das ist die Toilettentür. Ich glaube, das ist die richtige. Jetzt muss ich nur irgendwie hier rauskommen. Ohne getötet zu werden. Das ist Smiler. Ja, hier kannst du raus. Okay, check mal, ob die geht. Falsche Richtung. Jetzt links. Dann rechts. Achso, weil du außer Atem bist. Fuck. Nee, siehst du. Vielleicht müssen wir uns erst mal umschauen. Nach einem Gang, der ähnlich aussieht oder so, wenn du da runter gehst. Siehst du? Siehst du? Scheiße, Mann. Alles muss ich wieder alleine machen. Boah, keine Ahnung. Das sieht nicht gleich aus wie oben. Ich schau hinter dir, okay? Türen schließen sich. Wenn du dich so viel drehst, dann kann ich dich hinter dir schauen. Okay, aber, ja. Smiler. Smiler. Ich glaube, da links geht es wieder runter, oder? Die letzte Tür. Wo ist die letzte Tür? Ja, stell dir vor, da ist direkt hier. Die letzte Tür sein. Scheiße. Da ist er. Er ist da. Er hat mich nicht gesehen, oder? Er wird dich gleich... Ja, da hatte ich ihn immer noch nicht gesehen, hä? Komisch, gell? Hinter dir ist eine Tür. Ah, die ist aber schon offen. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bist du wieder hier, ja. Warte, jetzt nutze ich kurz Zeit, um... Ja. Geil, noch eins, Digga. Ich hab alles geschafft. Alter, stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht, dass das die Türen ja sind. Du bist die Theorie und ich bin die Praxis. Ja. Ich weiß nicht, wie stolz ich darauf sein sollte. Warum? Es ist ohne Theorie keine Praxis. Ohne Praxis keine Theorie. Ja, stimmt. Ohne Praxis ist die ganze Theorie nichts. Für einen Arsch. Wie Toilettenpapier. Das ist ein Smiler. Links oder rechts? Rechts würde ich sagen. Ah, da war gerade ein Smiler. Zwei. Digga, was ist das? Die ist offen. Ich hab Angst. Ja. Zu Recht, Digga. Ich verstehe, wo ich bin. Da waren wir nämlich gerade. Ah, hier war er gerade, ne? Genau. Okay, hier haben wir alles abgeklappert. Das hier ist wie so der Hauptraum, hab ich das Gefühl. Oh, rechts und rechts. Ah, Smiler. Hat es immer noch gespeichert? Der Typ kam gerade. Okay. Hallo. Hat es immer noch gespeichert? Hallo. Ja, hat es. Geil. Hallo. Das ist geil an dem Spiel, gell? Ja. Ja? Dass es den Fortschritt speichert. Ja? Gefällt euch das auch, Freunde? Dann schreibt jetzt in die Kommentare. Was ist, wenn wir einfach zum Exit rennen? Das geht nicht. Komm jetzt. Du musst heute auch schon was machen. Er kann ja nur einen von uns grabben. Hallo. Also die letzte Tür war hier hinten irgendwo, ne? Die war schon offen. Ja. Was ist? Ah. Der Typ bei mir. Alter, ich dachte gerade, das ist irgendwie so. Okay, lass hier rein, oder? Sicher? Sicher. Müssen wir hier nicht. Die Tür hatten wir schon, ne? Wann kommst du? Da bin ich. Okay, rein. Kann nur nicht mehr rennen. Egal. Okay. Hallo. Da hinten sind ganz viele Smiler. Vielleicht müssen wir da lang. Ja, da müssen wir bestimmt lang. Da ist auch ein Smiler hinter uns. Du checkst hinter uns ab? Okay, ja. Okay, danke, Leon. Aber ich weiß halt nicht, wo wir hinlaufen dann. Wir stehen Rücken an Rücken. Tun wir das? Ich bin tot. Ah, geil. Ja, perfekt. Alles klar, Digga. Rücken an Rücken. Dann stirbt er erst mal. Jetzt seht ihr, was die Theorie in der Praxis tut. Ah! Da war ne Tür. Da war ne Tür. Da war ne Tür. Da war ne Tür. Das war sie wahrscheinlich, Digga. Ja, das war sie. Wahrscheinlich. Kurz davor gestorben. Egal. Nein, nein. Alter, so. Junge, Mann. Was kannst du eigentlich? Bro, ich bin doch auch gestorben. Ja, eben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch heute. Ende. Beendet so die Folge. Okay. Okay, Bro. Das heißt, eigentlich müssen wir einfach nur denselben Weg wieder hin. Wieder hin. Wir haben die Tür hier geöffnet. Hier. Aus Spaß. Warum rennst du weg von mir? Ich dachte, du wärst schon da. Okay, rein da. Okay, grün. Haupttraum. Och, Digga. Und dann gleich hier lang. Hier lang, ja. Okay. Dann hier bin ich gestorben. Wohin bist du dann gegangen? Rechts, gell? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hier, oder? Nee, nee, nee. Ich glaub nicht. Warte, ich weiß wo, ich weiß wo. Ja, wo lang? Alles zurück. Ah, da ist ein Smiler. Ja, wo lang? Hier rechts, hier rechts. Warte, warte. Digga, ich dachte, du bist mein Rücken. Tot, danke. Ich bin tot wegen dir. Aber es ist schon grün, oder? Ja. Nee, gelb. Ist es gelb? Ist es grün? Ich bin tot. Ich bin tot wegen dir. Du rennst einfach weg. Da ist der Typ. Ich renne da jetzt rein. Wie ist das aus? Okay. Okay, jetzt muss ich ganz kurz, wo bin ich jetzt hier? Rechts, du musst da rechts rein. Hinter dir? Ah, warte. Nein. Doch. Nee, nee, ist richtig. Ja, ist richtig. Hier kommt gleich die Ampel. Okay. Und dann hier geradeaus. Wieso bist du so passiv-aggressiv? Weil wir da gerade waren. Ja. Ja. Worn, Digga. Das ist die Tür. Nee, ist abgeschlossen. Ah, musst du wieder rein. Ich töte mich jetzt. Ich töte mich jetzt und dann gehen wir zusammen wieder rein. Bro, ich bewege dich gestorben. Wieso wegen mir? Du hast gefragt, wo wir lang sind. Und da habe ich gesagt, nee, hier. Ja, du hast recht. Normalerweise folgst du mir immer. Auch auf TikTok. Zum Glück isst du keine TikToks. Sind alle leer. Sehr nice. Da waren wir. Das ist der Toilettenraum, oder? Ja. Nee. Oh, der sieht neu. Nee, der ist grün. Nee, der ist grün. Jetzt sterbe ich. Hoffentlich. Danke. Da ist der Typ. Wo? Hm? Oh, Alter. Ich habe es schon lange gesehen. Lach doch nicht. Lach doch nicht. Da hinten ist eine Taschenlampe. Die leuchtet. Ist doch irgendwo der Typ. Hinter dir! Was? Okay, Bro. Da ist der Typ. Ich bin jetzt auf deiner Seite. Geh doch weg. Hinter dir ist nichts. Ich gucke hinter dir. Hinter mir ist nichts. Da war gerade einer. Ja, ja, ja. Ich gucke jetzt wirklich hinter dir. Der Typ ist recht. Oh, wie schnell ist das Ding? Das ist schon offen. Ja, das ist in der Falle. Eine Wühlmaus. Alter, manche sind richtig schnell. Wenn sie mich sehen. Hinter dir! Oh! Ich dachte, du hast meinen Rücken. Irgendjher bin ich gestorben. Tut mir leid. Entschuldigung. Oh. Es klingelt. Komm, das schaffen wir jetzt noch. Ja. Pringles. Er nimmt nur eine Sache zum Essen mit. Normal bin ich das nicht gewohnt. Hallo. Hallo. Okay. Hallo. Ja, das ist die letzte Tür. Aber wie kommen wir da hin? Folg mir. Ich weiß wie. Geh einen anderen Weg. Der kürze ist. Wo bist du? Bei der Ampel. Wo bist du? Hast du die erste verlaufen? Ah, da bist du. Okay. Gehen wir rein, oder? Oder ist es die falsche Ampel, in die wir reingehen? Hinter mir. Hier lang. Okay. Ich trau dir. Hauptraum. Und jetzt? Wo war es? Okay. Nice. Er geht auf dich. Ich renne weg. Er sagt einfach nichts. Ich wusste nicht, ich hab's auch nicht gesehen. Okay. Oh, hier. Hier. Oder? Nee, PP habe ich schon. PP? Pushten B. Was ist hier? Nichts. Oh. Kleiner. Kleiner. Da war es so noch gerade. Der Raum sieht nicht gleich aus wie der oben, oder? Ist ganz anders. Hier vielleicht? Rot. Tatsache. Ja, geil. Ich muss nur noch raus. Ohne zu sterben. Oh, Lord. Das schaffst du, Sascha. Push in P. Bukati. Bukati. Scheiße. Scheiße. Direkt vorm Ziel. Was mach ich jetzt? Renn. Nein, falsche Richtung. Fuck. Ich hab eine Energieriegel. Das ist zwar schlecht. Hier ist eine Sackgasse. Der kommt erst direkt hinter dir. Alles gut. Okay. Ich zeige die Skill. Guter Skill. Jetzt zeige ich Skill. Aber die Tür ist offen. Hoffentlich. Nein. Was? Die ist nicht offen. Woher weißt du das, Digga? Wahrscheinlich müssen wir sie noch öffnen. Wir müssen es doch noch grün machen. Nee, sie ist nicht offen. Siehst du das, wie ich das esse? Was denn? Hast du es gesehen? Nee, hab ich nicht, hab ich nicht, leider. Das sollten sie mal noch einfügen, dass man sieht, wenn der andere... Animation, ja. Darf ich sie öffnen? Ja. Was sagst du? Ja oder nein? Ja. Ja. Das ist 2, 2, 2, 2, 4? Jawohl. Alter, wieso ist hier so Farbe? Geschafft. Nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch an dem Monster vorbei. Warum verfolgst du mich? Warum nicht? Okay, geil. Hi. Hallo, Kollege. Das hier ist jetzt der finale Hebel, der gedrückt werden muss. Und ihr habt kräftig den Daumen nach oben gedrückt. Und das sollt ihr auch wieder tun. So heftig, wie ich jetzt den Hebel drücke. Oh, krass, wie heftig. Ah, jetzt kommt ein Gate davon. Haha, was ist los? Warte mal. Renn, renn, renn. Ah. Er hat sich noch gegrabt. Scheiße. Verstehe. Soll ich probieren? Ich will dabei sein. Ja, okay, dann nicht. Dann töte ich mich auch. Hallo, wer ist denn der? Ah. Ehrenmann, Digga. Das sieht aus... Wie du, wenn du aufstehst morgen. Wenn du aufstehst morgen. Lass, nimm, nimm hier mit. Nimm, nimm. Nimm essen. Danke. Sag ich bitter nötig. Bitter. Okay, okay, Bro. Jetzt hat Bitter-Schokolade. Ich drück. Ich drück. Okay, du drückst. Was, wer? Du drückst. Okay, let's go. Renn, 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 renn. Ich bin auch drin. Ja, wir haben es geschafft. Es geht noch die Busser. Geil. Scheiße, Mann. Hotbar. Was, Hotbar? Digga, sind wir schon wieder in so einem Hotel? Alter, guck mal, wie viel Trinken es hier gibt. Alter, lass mal erstmal bisschen drauf. Was war das, Digga? Der Aufzug ist abgestürzt. Alter, was? Alter, da geht es aber tief runter. Ich spring mal. Hatte hier die ganze Bar voll. Weißt du, was das bedeutet? Weil hier so viel Saft ist. Wir müssen rennen. Obwohl, hier ist eigentlich alles. Was ist das für Mucke, Digga? Ich habe hier einen Zettel gefunden beim Plattenspieler. Und was steht da, Digga? Da sind so Punkte markiert. Drei, eins, zwei, drei. Da klopft es. Es klopft, Bruder. Ich schwöre bei Gott, es hat gerade geklopft. Schau mal die Musik aus. Kann ich nicht. Wo bist du? Ja? Nee, nee, mach nicht auf, mach nicht auf, Bruder. Man kann auch nicht öffnen. Bist du hier einfach gefangen? Aha, wir müssen wahrscheinlich den Code knacken. Was habe ich gesagt? Drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, drei, sieben, fünf, zwei. Es klopft wieder. Was war das? Drei, sieben, fünf, zwei. Ich glaube, hier kann ich was eingeben, oder? Warte, ich komme auch mal hinter den Dresen. Soll ich machen? Ja, mach. Drei, sieben, fünf, zwei. Drei, sieben, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei. Soll ich es wirklich machen? Ja, mach, mach. Okay. Es ist offen. Die Tür ist offen. Das hat doch gerade geklopft. Ich höre irgendeine... Scheiße. Meinst du echt? Ja. Ich traue mich hier nicht raus. Ist das Bier? Ich bin hier, hinter dem Dresen. Wollen Sie ein Bier? Alter, Digga. Wird's gar nicht wissen, was da ist. Boah, scheiße, Alter. Warum hat das geklopft? La, 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 la. Boah, fuck. Das geht nix auf. Ich will da nicht lang, Sascha. La, 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 la. Ah, ah, lol. Das ist schon ein... Wahrscheinlich spawnen wir jetzt hier, oder? In so einem Gang. Wahrscheinlich. Ach, das war wieder so ein Zwischenlevel, wie du gesagt hast. Oh, fuck, Alter. Du hattest recht. Damit herzlich willkommen. Ich will hier nicht sein. Exit. Zum Exit. Links ist der Exit, steht da. Hier. Aber scheint nicht richtig zu sein. Hallo? La, 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 la. La, 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 la. Das ist verschlossen. Das ist pink. Das ist eine Druckplatte, Digga. Was höre ich hier? Hier, guck mal, hier. Warte mal, hier ist ein Zettel, Digga. Guck mal, wenn ich auf die Druckplatte gehe, geht das Tor da ganz hinten auf. Schau. Ah, ja. Guck mal hier. Follow the blue light, steht da. Folge dem blauen Licht. Bleib mal auf dem Ding. Ah, lol. Einer muss draufbleiben. Ist es offen bei dir? Ja. Bei mir ist es nicht offen. Okay, Digga. Kam da ein blaues Licht? Was war das? Ich habe noch kein blaues Licht gesehen. Follow the blue light. Folge dem blauen Licht. Und was mache ich jetzt hier? Bin jetzt eingesperrt. Warte, bleib mal drauf. Ich komme wieder. Das ist echt eine gute Frage, Digga. In dem... Wahrscheinlich musst du... Das heißt, alleine kann man das gar nicht? Mach mal auf. Ich gehe mich mal kurz da hinten erkundigen. Schau mal, ob es da ein blaues Licht oder so gibt. Ich frage mal nach bei der Rezeption. Ich komme gleich wieder. Okay. Irgendwo ein blaues Licht? Hallo? Ah, ja, hier ist ein Hebel. Umlegen. Was war das, Leon? Jetzt geht bei mir eine Tür auf. Leon! 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 Nein! Nein! Spür mich nicht ein! Renn! 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 Ähm, ich leb noch. Bist du weitergerannt? Ne. Er hängt hier. Renn! An die Bunke. Nö, so richtig. Wir haben alles verloren, Digga. Scheiße. Okay, verstehe. Okay, also. Ich habe keine Taschen. Du drückst den Hebel. Du drückst den Hebel. Und dann kann ich hier weiter. Jetzt drückst du mal den Hebel. Okay, alles klar, Digga. Die Tür hat sich hier geöffnet. Ja, sobald du den Hebel umlegst, musst du auch sofort losrennen. Du drückst den Hebel. Du drückst den Hebel. Wahrscheinlich, ja. Komm, du bist immer noch am Ende. Ich seh dich. Du musst weiterlaufen. Ich will hier nicht lang. Ich seh den Hebel. Siehst du den Hebel? Und dann muss ich rennen. Ich drücke den Hebel. Komm, schnell, komm, schnell. Und renne schnell zu dir. Sag mir, wenn du das Tor... Ich renne und renne. Nein, du hast mich einschmerzt. Sorry, sorry. Er kommt, er kommt. Ah, ich bin tot. Renn, renn weiter. Du hast mich wirklich eingesperrt. Tut mir leid, Digga. Kommt er? Ich hätte dir gesagt, wenn ich... Oh, Digga. Boah, Alter, die Türen öffnen sich. Ah, du musst rennen. Ah, das ist wieder so ein L-Level. Blaues Licht, blaues Licht, blaues Licht, blaues Licht. Folge dem blauen Licht. Alter, die Musik. Digga, wie chaotisch. Er kommt. Geh doch weiter irgendwie. Er kann aber nicht ins Blau... Was sagst du jetzt? Wieso rennst du raus? Geh doch weiter. Es ist hier safe. Guck mal. Ich hab eine Kettensäge. Ich glaub nicht, dass es safe ist. Du musst ihm alle seine Arme abschneiden. Was steht denn da auf dem Zettel? Welcher Zettel? Gibt er dir? Das ist ein Fluchtplan. Geh hier mal raus. Oh fuck, es geht weiter. Alter, die Musik. Wo ist er? Geh aber nichts hin. Komm her, komm her. Zack, zack. Geht das? Nee, du bist doch. Ich hab ganz kurz gedacht, dass es funktioniert. Ach, scheiße. Ah, wir sind hier. Hi. Was müssen wir jetzt machen? Hallo. In den Exit rein. Und dann? Ich seh halt gar nichts, Digga. Keine Ahnung, Bruder. Es ist halt dunkel. Ah, hier. Ich muss die Tür aufbrechen. Hier. Komm. Schnell. Er kommt. Er kommt. Es ist offen. Schnell durch. Wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Es geht nicht zu. Hier. Ah, hinter mir. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Alter, der schnell. Schnell. So schnell. Schnell. Hier. Scheiße. Ah. Nein. Komm her. Ah, scheiße. Ah, da ins Loch rein. Das Problem ist, ich wollte durch, aber diese Kasten haben sich zusammengeschoben, dass ich nicht durchkam. Ja, ja, ja. Merk dir, falls du es schaffst, ganz am Ende, rechts lang. Okay. Bereit? Ich bin bereit. Mach, 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 mach. Mach es. Zack, nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Es ist offen. Schnell. Schnell. Achtung, die Türen öffnen sich. Ich komme jetzt weiter. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Weiter, weiter, geradeaus. Okay. Ja, genau. Da ist Licht. Jetzt rechts lang, rechts, rechts. Rechts lang. Okay. Hier rein. Wow, Digga, ey. Und jetzt? Und weiter. Oh, Scheiße. Da. 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 Ich bin tot. Alter, das ist spannend. Ich hab' gewonnen. Ich weiße, Exit. Exit. Renn, Renn. Ich rein, ich rein. Ist er hinter mir? Äh, ne, du hast Zeit. Alles gut. Wohin? Weiter runter? Weiß ich nicht. Okay, Digga, er ist hinter dir. Okay. Er ist direkt hinter dir. Oh, ist der da? Renn, Renn. Er ist immer da, Digga. Boah, Digga. Er ist so da. Er ist so da. Du verarschst mich. Ich verarschst dir. Das ist blaues Licht. Nein, das geht nicht. Ich hab's dir noch gesagt. Er ist hinter dir. Alter, der war richtig hinter dir. Alter, diese Musik, Alter. Digga, das war grad ein Prank. Da war blaues Licht. Ich wollte rein und die Tür schließt sich einfach von mir. Bevor wir da durchgehen, ich wollte dir was sagen. Ich könntest nicht in so Techno-Clubs. Digga, ich bin da voll... Mit der Musik. Hier rumrennen und schreien. Digga, ist hinter dir! Okay, mach schnell. Mach schnell. Schnell! Beeil dich. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Renn, 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 renn. Böp! 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 Und jetzt? Und dann hier links? Ich bin jetzt n anderen Weg lang gelohnt. Okay, mach das mal. Da ist ein Ding gekommen, Digga, ein Smiler, ich bin tot. Okay. Ich kann mich da nicht orientieren. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich geh mal hier ran. Nee, es geht nicht hier ran. Thomas, es muss da reingehen. Smiler hinter dir! Boah, scheiße. Scheiße. Die haben halt keine Taschen da. Alter, ja. Das ist ein heftiges Level, Digga. Das ist ja überheftig, Mann. Okay, jetzt machst du das mal mit der Kettensäge. Oder soll ich's machen? Alles klar, Digga, dann mach ich's. Okay. Mach auf, mach auf. Mach auf. Ich bin dran. Mach auf, zweimal reicht. Okay, mach auf. Er kommt, er kommt. Mach doch auf. Ist offen, ist offen, ist offen. Sag mir doch, dass es zweimal reicht. Scheiße, man kommt hier nicht lang. Ach doch. Ich hör das. Renn, 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 Bruder, renn. Renn, renn, renn. Ja, Mann, der macht. Und jetzt, wo lang? Weiter, grad aus. Weiter, grad aus. Okay, ich folge dir. Dä, dä, dä. Digga, ich kenne es nicht mehr. Dä, dä, dä. Bist du gut dabei, Bro. Renn mit der Kettensäge. Dä, 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 dä. Scheiße, falsch Richtung. Schlopp, er kommt. Ja, ja, ich glaube auch. Aber was ist jetzt? Was ist jetzt hier? Ich weiß es nicht, Bro. Da ist blaues Licht, aber das war falsch. Ich renne hier lang. Er ist, glaub, direkt hinter uns. Die andere Richtung. Ich bin tot. Alter, er war hinter uns. Er ist hinter dir. Ja, ich hab's richtig geschafft. Hast du's geschafft? Hast du's geschafft? Bäh, bäh, bäh. Ich hab's geschafft. Okay, gut, Digga. Gut, Digga. Hey, Kleiner. Ich wollte ihn doch nicht heraus. Okay. Okay. Und jetzt? Abgeschlossen. Fluchtplan. Wahrscheinlich da geht's weiter. Guck mal. Ja, geil. Wir brauchen wieder eine Kette. Die Musik, Digga. Das hättest du auch produzieren können. Weil Zig ein Escape-the-Backrooms-Mitarbeiter sieht. Leon ist Produzent und er würde gerne für euch produzieren. Ohne Witz. Gönnt ihm, Hack. Okay, ich mag das hier nicht. Auch atmosphärische Filmmusik kann er machen. Die hier zu passen würde, meinst du? Trap. Hier ein Beispiel. Spaß. Ich mach jetzt keine Filmmusik. Wie ist es dann? Oh, Alter, ich dachte grad, die Tür ist aufgegangen. Einfach so. Bist du in einem Krankenhaus, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube. Ja, sieht so aus. Hä? Nee, ist ein Hotel. Das muss ein Hotel sein. Guck mal, hier sind solche Dinger für Koffer. Nun, wir haben kein Licht, wir haben nichts. A, B, C. Kein Heft. Keine Ordnung, kein Licht. Aha, guck mal. Ah, hier, guck mal. Hier ist ein Zettel. Wir können irgendwelche... Schau mal, hier draußen steht this way. Was meinst du? Entschuldigung. Ah, wir können Sachen verschieben. Verschieben, ja. Siehst du, was da steht draußen? Ja, ja. Aber es ist so dunkel. Ich seh kaum was. Ich würde die Gamma gern wieder ein bisschen höher machen. Ohne... Ah, auf dem Zettel von diesen TV-Kästen steht scheinbar wahrscheinlich A, B oder C und wir müssen es hier hinschieben, oder? Denke ich mal. Wo bist du? Hier hin? Ah. Ignoriert mich einfach. Wahrscheinlich müssen wir hier rein, oder? Hier ist ein Aufzug. Ich will das nicht. Alter, wie schnell. Drei? Hallo? Hilfe? Hör, mein Spiel hängt. Ja. Irgendwas ist komisch. Boah, die Tür geht auf. Ich höre. Jetzt war der Aufzug, den ich gehörte. Jetzt sind wir hier draußen. TV. TV. Aber da stirbt man doch, Digga. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, da wird uns jemand verarscht. Aha, jetzt sind wir wieder hier. Kannst du dich noch erinnern? Aber weiter oben. Ja? Alter, nee. Alter, die Mucke, Digga. Hier ist reserviert. Hier ist reserviert. Hallo? Boah, die Atmosphäre, Bruder. Das können die gut, gell? Da ist eine Tür, die wir übersehen haben. Boah, Digga. Ich mache, glaube ich, eins heller, Digga. Das ist sehr dunkel. Ja, true. Ich mache auch mal eins heller. Schon besser. Okay. Oh, wieder so. Da sind Augen, da sind Augen am Fenster. Ja, ja. Komm mal rein, Digga. Da hast du auch ein Bild. Digga. Was ist jetzt mit dem Typen, der da am Fenster ist? Ah, Mann, grab dich. Natürlich, natürlich grabt er dich. Was würde er denn sonst machen, Sascha? Du lernst dich auch sagen. Ich will doch erst mal reden mit ihm. Guck mal, wie er... Ja, ich weiß. Soll ich auch zu ihm hin? Nein, geh mal durch die Tür. Er klopft. Geil gemacht, Alter. Nee. Nimm wenigstens das Trinken von mir mit. Ja, dass ich sterbe, meinst du? Okay, ich hole mir das Trinken. Nein. Oh, ne Taschenlampe, Bro. Alter, geil. Wieso kann ich nicht klingeln? Wollte ich auch grad probieren. Wieso hab ich keine Taschenlampe? Dachte ich, kommt jetzt die Frage. Das ist mir schon bewusst, weil du mir immer alles wegnimmst. Alter, deine Geschwindigkeit war grad Double Time. Das ist schon bewusst. Leon, Leon, Double Time. Ja. Leon, das ist Double Time. Wollte ich mal... Okay. Ich ist Rapper. Ich wollte grad deinen Nachnamen droppen, aber... Was ist da links eigentlich? Können wir da auch lang bei der Tür? Nee, da sind wir lang. Hier waren wir nicht. Auf der Seite. Dann gehen wir mal hier lang. Du hast ja die Taschenlampe, mein Freund. Geschlossen. Offen. Da ist TV. Oh, schau mal das Bild, Digga. Das macht mir irgendwie Angst. Hat so eine bedrückende... Ja. Glaubst du, da ist jemand? Ja, ich glaube, ja. Lass mal den Fernseher mitnehmen. Ah, hier ist ein Fernseher. Ja. Zimmer Service. Hat jemand einen Fernseher? Wo geht's zum Aufzug? Schieben. Ich seh nichts. Das ist einfach nur ein riesen Klotz in meinem Gesicht. Schieben. Ja, genau. Ja. Schön. Ja. Das ist Fernseher A. Sicher, dass du den Fernseher hier reinmachen soll? Nee. Aber da steht TV hier rein. Soll ich mal machen? Soll ich das mal machen? Ja. Okay, er geht rein. Aha. Können wir den jetzt nach unten bestellen oder so? Gute Frage, Bro. Wollen wir nochmal runter? Ja, lass mal runter, ja, um zu schauen, was passiert. Weisen Sie sich aus. Ist er jetzt hier links? Tatsächlich, ja. Sie können diesen Fernseher nicht mit einem Gegenstand in der Hand nehmen. Ich hab schon, ich kümmere mich drum. Bist du der Fernsehtechniker? Ja. Euer Fernsehtechniker. Wir haben einen Fernseher bestellt. Alter, wie du schiefst. Das Fernseher A. Hat der denn noch HDMI? Oh, S. Alter, was macht der? Der zeigt ein Symbol, guck mal. Okay. This way. Okay, da hat sich noch nichts geändert. Dann gehen wir wieder auf den zweiten Stock oder dritten Stock, ne? Hallo. Hallo. So verkümmert in der Ecke von dem Aufzug. Was, würdest du da einsteigen, wenn da jemand so sitzt? Nee, so nicht. In so einem gelben Anzug fahren. War er nochmal hier lang? Ja, oder? Da waren wir nicht gerade, oder? Doch. Na doch, da kamen wir her, ne? Ja, okay. Glaubst du, hier gibt's auch Monster? Monster? Also hier haben wir den Tipp. Oh, oh, guck mal, Digga, was ist das? Es verfolgt mich, das ist eine Spinne. Oh, Alter, was? Die gibt dir eine Kopfnuss. Bist du tot also in dem Fall? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Guck mal. Gibt's hier auch Monster? Da ist einer an der, Achtung, am Fenster, am Fenster. Ich weiß. Der klopft. Am Fenster ist ein Monster und diese komische Spinne, Digga. Was war das, Digga? Hast du sie auch gesehen? Ja, ja, ich hab sie gerade, die läuft gerade an meinem Fenster vorbei. Äh, an meiner Tür. Tür. So, wir trinken jetzt ein Glas Pipi. Wodka. Achso. Wodka. Wo ist sie lang gerannt? Wird's gar nicht wissen, Digga. Okay. Hier ist kein Fernseher. Also sie ist weiter nach da. Da ist das Monster wieder am Fenster. Der beobachtet dich, Digga. Irgendwann bricht der da rein. Alter. Das ist einfach so scheiße. Der ist noch mehr spooky. Würdest du in deinem Hotel schlafen, wenn der... Wo einer die ganze Zeit mir zu schon... Ja, genau. Nein. Kommt, sie kommt, sie kommt. Alter, ja. Aber dafür zahlst du nur 50 Cent die Nacht. Nee. Aber hast du lieber 100 Euro die Nacht. Nee. Du? Du kannst ja einfach zumachen. Alles klar, Digga. Schreibt's in die Kommentare, würdet ihr das machen. Alter, da steht sie ja. Was für ein Vieh. Ist die in einem Zimmer drin? Was für ein Prachtexemplar. Achso. Okay. Ist im Bad irgendwas eigentlich mal, oder? Ja, war nett. Ist es einfach nur Design? Willst du da wirklich lang? Ja, ja. Ja, beeil dich bitte. Da ist wieder der Typ. Auch kein Fernseher. Der einzige Fernseher, den wir jetzt gerade gefunden haben, war Fernseher A. Aber es gibt ja auch nur drei. Ganz ruhig, Sascha. Da ist nur ein komischer Typ am Fenster. Mit roten Augen. Sie kommt wieder. Ja, lass sie vorbeigehen. Und dann durchrennen. Weil du musst da links lang irgendwie. Sie sitzt direkt vor meiner Tür. Geh nicht zu nah an die Tür. Nachher grabt die dich da durch oder so. Jetzt ist sie rechts. Aber sie ist nicht weit. Sie kommt. Sie kommt. Boah, sie ist schnell. Boah, die ist überschnell, Digga. Boah, Junge. Der Typ. Digga, okay. Was hat der gerade gemacht? Der hat sich nach unten gelegt. Ja, ja. Wenn du weg gehst, der kommt ja immer von unten. Dann öffnen sich die Vorhänge. Wo ist sie? Ich höre sie irgendwie. Hast du sie gesehen? Nee, aber ich höre sie. Ich glaube von rechts. Unser Ziel ist es, Fernseher zu finden. Die Sache ist, wir müssen mit dem Fernseher auch irgendwie zurück, oder nicht? Oh, Digga. Der Typ, Digga. Lasst uns doch in Ruhe. Ich muss mit dem Fernseher zurück, Alter. Das habe ich gar nicht beachtet. Der ist Fernseherverkäufer. Ja. Sie könnte halt auch links von dir sein, aber ich weiß es nicht. Was würdest du machen? Warten, gell? Ich würde links lang gehen, glaube ich. Ich würde schlafen gehen, im Bett, im Hotelzimmer. Gute Idee. Ich schlafe. Ja, ja, gell? Ja, 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 kleiner. Aber geil gemacht. Ich hoffe nur, dass er nicht irgendwann, dass es ihm zu langweilig ist und er dann einfach einbricht und dann reinkommt, was ich brauche. Dass man gar nicht campen kann, gell? Ja. Der will rein. Mhm. Rechts ist clear. Scheiße. Abgeschlossen. Ich habe so das Gefühl, ich werde gleich sterben. Ich glaube, das ist ein Rundgang. Ich glaube auch. Kein Fernseher. Aber auch kein Typ. Alter. Digga. Der Typ wieder? Ja. Eine Taschenlampe für Leon. Ja, ich bin tot. Ich weiß. Digga, das ist Sound. Ja, ja. Okay. Da ist ein Fernseher. Ja, Mann. Wir müssen noch zwei finden. Einen Schokoriegel. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe auch richtig Angst, Digga. Das ist halt das Blöde. Du kannst nicht um die Ecke schauen, wirklich. Also ich kann es tatsächlich auch nicht. Digga, aber ich bin gerade erschrocken, Alter. Fernseher einfach. Das ist der C-Fernseher schon, okay? Ich kann ihn nicht bedienen. Ja, du brauchst aus der Hand was legen, ja? Die Taschenlampe wahrscheinlich. Scheiße. Tür ist zu. Hinderte Steuerung. Ja, du kannst entweder, du kannst nur eine Richtung machen. Du kannst nicht zwei Richtungen gleichzeitig. Äh, sie kommt. Ist sie nach links gelaufen oder nach rechts? Nach links. Nach rechts, oder? Ich glaube, da links musst du lang... Wie bewegt man sich? Nach links. Einfach nur, du kannst entweder oder machen. Entweder nach vorne oder zur Seite. Scheiße. Ist sie nicht hier lang gelaufen? Nee, nee, ganz sicher. Okay, wenn du das sagst. Da ist ein Raum. Wir sind gleich da. Ich glaube auch. Hier öffnen und dann geradeaus, oder? Ja, da liege ich, Alter. Das heißt, du warst einmal rundherum. Aber wir haben nur zwei Fernseher gefunden. Die anderen sind da bestimmt noch. In den letzten paar Räumen dort. Ja, ich hoffe. Nice. Dann schieb ihn erstmal... Ja, herr. Oh, Alter, okay. Ganz schön spannend, Digga. Das ist nicht anspruchsvoll, aber trotzdem ultra spannend. Also man versteht gleich, was der Entwickler von dir will. Ja, das stimmt. Und gut ist. Ja, schieb den Fernseher zum C-Slot. Da ist ein C dran. Wir spielen das Spiel gar nicht zusammen. Das Spiel ist eigentlich dringend. Einzelspieler. Hä? Du bist da an einem... Du nimmst die schwierigste Route. Du schaust einfach nur zu. Ja, ja. Okay, nice. Okay, Digga. Okay. Das ist noch der letzte, B. Wie Berta. Wie Dicke Berta. Ja. Donated 50 Euro. Dicke Berta donated 50 Euro. Hier lang? Links lang. Digga. Ja, wir müssen mal ein Level zusammen schaffen. Da sind nämlich noch Räume. Ja. Alle Türen sind wieder zu. Okay. Hier ist nichts. Wo ist dann der letzte Mal? Ich glaube, hier warst du auch noch nicht. Bitte sei der Fernseher da drin. Hä? Ich glaube, bei der anderen warst du auch noch nicht. Gegenüber. Alter. Alter, hab ich mich erschrocken. Der Typ, der Typ. Insanity. Achso. Oh. Vielleicht hier im Bad. Bitte. Nein. Hä? Warum nicht? Haben wir eine Tür übersehen? Ich muss kurz meinen Saft trinken. Ja, ja. Mach das. Weil ich hab kein Ding mehr. Ich muss alles mit Saft auffüllen. Du hast gern Almond Water. Ja. Almond Wasser. Kein Gönner G. Ne, wie haben wir es eigentlich? Ja, Gönner G. Haben wir es? Gönner G. Von Gonte. Von Gonte. Stimmt. Von Gonte. Gönner G von Gonte. G. 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 Hier war ich schon, gell? Weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich nicht. Ich hab jetzt eher auf die Monster geachtet, als auf die Räume. Hier musst du eigentlich schon gewesen sein, oder? Ja, was heißt das jetzt? Dass wir einen Raum über den haben. Ja, aber welche, Digga? Geh nochmal da lang. Eigentlich kannst du ja ganz schnell öffnen und da ist nichts drin. Die war abgeschlossen. Vielleicht ist die Tür offen jetzt, ja? Warum ist die abgeschlossen? Weiß ich nicht. Scheiße. Da ist das Ding, oder? Ich glaub, ich glaub auch. Ist es da? Steht es da? Ja. Ja, das ist da. Alter, scary, scary lady. Hallo. Alter, Typ wieder am Fenster, Digga. Die zwei Türen hat sich auch noch nicht. Ah, Digga, da ist ein ganzer... Fuck. Schnell, schnell. Scheiße. Die kann, glaub, eh nicht rein. Bruder. Da war ein ganzer wie so ein Konferenzraum, ne? Wo wir ja noch gar nichts gemacht hatten, glaub ich. Oh, Digga. Sie kommt. Scheiße. Sie kommt. Ich hab ein Problem. Sie kommt. Du hast ein ganz großes Problem hinter dir. Sie steht direkt da, Digga. Oh no. Du musst die Tür schließen. Was sind das für Räume, Digga? Junge, die hat ein Skullhead. Ja, ja. Die gibt dir auch ein Headbutt damit. Also so ein... Stimmt, die hat mich ja noch nie gekriegt. Ja. Hier muss doch eigentlich ein Fernseher irgendwo drin sein. Oder ein Screamer. Jetzt hat er Angst. Also noch zwei Türen. Sie kommt wieder. Sie rennt. Sie rennt. Mach zu. Okay, okay. Okay, okay. Weiter. Der steht hier durch die Tür. Du hast mich anvisiert. Ja, ja, ja. Alter. Sie geht links lang, okay. Sie kommt. Sie kommt. Boah, Digga. Jetzt dachte ich kurz, sie kommt rein. Sie ist richtig schnell. Jetzt dachte ich... Warte doch ein bisschen länger vielleicht. Bis sie wirklich wegläuft. Mäßig. Warte doch ein bisschen länger. Nee, es geht nur ums Umdrehen und so. Und so. Aber hier ist auch kein Fernseher. Nichts. Warum? Ja, dann gehen wir mal den Gang entlang weiter. Aber ein Schlüssel oder so war auch nicht, gell? Für die eine Tür. Stimmt, wir sollten mal alles... Da kommt sie. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Äh. Du willst es echt riskieren, ne? Bleib erst so stehen. Er lacht. Er findet es aber gar nicht mit. Mir wäre es, wenn du ein bisschen länger noch wartest. Was trauen wir? Nee, sie kommt. Warte doch einfach ein bisschen länger. Ja, bitte, Sascha. Ich warte. Nicht nah dran gehen. Alter. Ja, alles gut. Ja. Was soll passieren? Schon zehnmal ist es an so Situationen gestorben. Du lernst das aus. Ich hasse warten einfach. Ich würde halt schauen, wo lang sie geht, ne? Eigentlich. Aber halt trotzdem hier warten in Distanz. Warte. Warte. Ich weiß, dass dein Finger zuckt. Warte, bitte. Warte. Warte doch. Digga. Wenn du jetzt drauf gehst, dann bist du selber schon. Okie-talkie. Der Typ. Oder haben wir irgendwas in den Zimmern übersehen? Ja. Wenn du jetzt drauf gehst, bist du selber schuld, sage ich doch. Wieso sollte ich drauf gehen? Ok. Jetzt ist es blöd. Sie ist links von dir, glaube ich, ne? Ich glaube rechts, ja. Ich sage, du bist in meinem Team. Ich bin in deinem Team. Du machst nur negative... Ich will nur nicht, dass du stirbst, Sascha. Verstehst du nicht? Verstehst du es nicht? Ich will nicht, dass du stirbst. Verstehst du es nicht? Digga. Gleich sind wir durch alle Räume wieder durch. Aber dann wissen wir wenigstens, dass wir vielleicht woanders suchen müssen. Vielleicht hat er den letzten Fernseher, der Typ am Fenster. Das kann hier nicht sein. Vielleicht. Vielleicht haben wir einen Raum irgendwo in der Ecke. Alter, sie kommt. Siehst du? Ich hasse es, dass du es herausforderst. Guck um. Was soll denn passieren, Digga? Ja, okay. Das nennt man Selbstvertrauen. Oh nein. Alles klar. Dreht sich um, bestimmt. Da ist eine Tür in der Ecke. Oh ja. Stell dir vor, auch abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt einen Rundgang gemacht und alle Türen sind abgeschlossen. Also zwei Stück gibt es, aber die sind abgeschlossen. War das schon so? Das war ich, oder? Ah ja, stimmt. Das macht keinen Sinn. Ja, und jetzt? Und jetzt? Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Ich bin die Lösung. Das war auch, drei Türen sind abgeschlossen. Okay. Da ist sie. Das war knapp, gell? Das war knapp, ja. Ich glaube, ich glaube was anderes. Was glaubst du? Ich glaube, wir müssen runter. Runter, ja. Dort irgendwie weiter suchen. Suchen, ja. Bin ich ganz deiner Meinung, Leon. Okay. Wie viele Level haben wir jetzt schon durch? Schon drei oder vier? Ist das zweite oder ist es das dritte? Ich weiß halt nicht, weil es als Level zählt. Was ist mit dem anderen Aufzug? Habe ich gerade gedrückt. Geht leider nicht. Woher meinst du, ich stelle mich einfach nur so hervor und überlege? Ja, so sah es gerade aus, nämlich. Was ist das? Ah. Was ist das? Der Fernseher. Exit, steht da. Aber da können wir dann wahrscheinlich raus. Dann such mal hier bei den Türen. 0, 1, 1. Ne, auch nicht. Auch nicht. Da. Jetzt geht es also auf. Ah, ne, das ist nur ein Ding. Hier kommen wir hierher. Ach so. Schade. Da geht es zurück ins andere Level. Davor ist alles... Lol, du bist wieder da. Hallo. Hallo. Okay, perfekt. Geil. Die Fernseher sind auch noch gespeichert. Und ich habe alle meine Sachen. Ah, das ist also der Cheat. Ja, die Fernseher sind gespeichert. Ja. Nice, Digga. Ja, aber immer noch nicht nice, dass wir den letzten Fernseher nicht haben. Wo könnte der sein? Sein. Da steht doch This Way auch, ne? Nimm mal ein paar Sachen, Digga. Du hast noch gar nichts. Wo bist du? Hier. Ah, hier. Da, ein Wasser. Danke. Äh, wo steht This Way? Draußen, wenn du aus dem Fenster schaust. Aber ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, wenn wir fertig sind. Dann öffnet sich diese Tür. Wahrscheinlich, ja. Wir müssen wieder hochleeren. Es gibt keine andere Lösung. Irgendwas haben wir oben übersehen. Ja. Oder können wir auch runter? Du drückst immer nach oben, ne? Probieren wir. Tschüss. Weil da stand ja This Way und das war unten. Ich glaube aber nicht. Siehst du? Ja. Aber die Idee war gar nicht mal so schlecht. Ja, hätte ja sein können. Stell mich jetzt nicht so schlecht dar. Siehst du? Siehst du? Siehst du echt, wie oft ich das rausdrücke? Sag mal, siehst du es? Und nichts passiert. Weißt du, warum? Warum? Aber guck mal, das ist nicht die gleiche... Das macht gar keinen Sinn. Wir sind... Das ist... Das steht ja nicht This Way. Wir sind auf dem... Auf einem... Anderen Abteil. Level höher. Aber das ist nicht die gleiche Kulisse. Naja, Spieleentwickler. Hast du wieder Sachen wiederverwertet, also. Jetzt guck mal, hier eine Taschenlampe für dich. Ja? Und da ist ein Energieriegel, aber würde ich nicht nehmen, weil der Typ ist da. Der Typ da ist. Da ist ein Wasser für dich drin. Geil, Alter. Walkie-Talkie. Hier, Gunnergy und Riegel für dich. Ich gehe in die nächste. Gunnergy, Riegel für dich? Ja. Ich gehe einfach schon mal in die nächste. Der Gunnergy, Riegel. Gunnergy und Riegel. Weißt du, du nimmst die rechte Seite und nicht die linke. Können wir. Können wir das so machen. Können wir machen. Schau dich um nach einem Fernseher. Da ist die Spinne, glaube ich. Jo, jo. Sie hat mich gesehen. Flüchte. Du, 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 du. Ja, ja. Sie ist stehen geblieben, oder? Hä? Wo bist du? Wo ist sie? Da hinten. Kommt sie? Ich weiß nicht. Nee. Das ist die Tür, die geschlossen ist, oder? Da bei dir. Leider, ja. Hä? Vielleicht müssen wir halt echt einen Schlüssel oder so finden. Okay, sie kommt. Nee, sie hat mich noch nicht gesehen. Okay, sie geht wieder. Schlüssel finden. Ja, aber wo und wie? Wo und wie? In jedem von diesen Räumen ist ja so ein Schrank auch, ne? Stimmt. Warte, ich gehe mal hier auf die linke Seite und schaue da nochmal nach. Okay, die Schubladen kann man nicht öffnen auf jeden Fall. Da kann es nicht drin sein. Warte, ich rüste mal die Taschenlampe aus, dann sehe ich das besser. Die Spinne ist da. Patrouilliert momentan immer denselben Weg. Okay. Weil du bist hier eigentlich safe hinten. Du kannst dich eigentlich austoben. Okay. Digga, die läuft hier die ganze Zeit hin und her. Aber übelst komisch, man. Als ob sie falsch programmiert wurde. Wir sind nämlich Spieleentwickler, Freunde. Okay, sie kommt, Digga. Also, sie ist noch nicht bei dir? Noch nicht. Sie geht wieder in die andere Richtung. Du bist safe. Okay, sehr gut. Schön, ja? Das ist natürlich immer sehr schön, ja. Okay, ich habe keine Schlüsse gesehen jetzt hier. Ganz am Anfang auch nicht. Ich bin jetzt bei der Reserviert Area. Da schaue ich mal kurz noch nach. Dann gehe ich den Gang wieder entlang. Nee, auch keine Schlüsse. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin hier. Ich liebe deine Beschreibungen. Ich bin in einem Raum bei Table Reserved. Wo bist du? Hier bin ich. Hi. Hallo. Pass auf, die Spinne kommt gleich. Okay. Tick, tick, tick. Sie kommt, sie kommt. Okay, bleib hier drin in dem Raum. Sie geht wieder weiter weg. Folgt mir. Sie kommt ganz schnell. Geh in den Raum rein. Okay, okay, alles klar. Alter. Wo ist dieser Schlüssel? Also, wenn es überhaupt ein Schlüssel ist, ne? Ja. Das ist jetzt die einzige mögliche Erklärung, die ich irgendwie noch habe. Sie kommt wieder. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin, sagt er. Oder wir müssen irgendwas mit dem Typen draußen machen. Nein. Wobei du recht haben könntest. Warum sollte der denn sonst nichts machen und nur klopfen? Scheiß, ich werde verrückt. Ich muss was trinken. Spinne. 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 Er findet es noch witzig, Digga. Wie ich mein Leben für dich riskiere. Für mich? Spaß. Wer? Was lässt du dich trennen? Spaß. Okay, Spinne, Spinne. Was war das? Spinne. Spinne. Die ist direkt vor meiner Tür jetzt. Spinne? Spinne. Spinne. Ich schaue den Typen die ganze Zeit an, aber der macht halt nichts anderes außer klopfen mal. Wenn du hingehst, zieht er nicht raus. Wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern früher wahrscheinlich. Aber warum kommt der nur manchmal? Nur bei gewissen Räumen ist er da. Wie sollst du die Spinne jetzt auf der anderen Seite? Spinne? Ja, Spinne. Digga, ich höre sie die ganze Zeit herumkrabbeln hier. Okay, Digga, ich bin jetzt bei den kleinen Räumen. Ich schaue mich da nochmal um. Weißt du, welche ich meine? Ja, ja. Moin. Pass auf, die Spinne ist links von dir. Ja, kommt zu dir. Oder bleib du da und sag mir, wenn sie kommt, weil sie kommt jetzt. Du hast sie hergelockt. Ja, perfekt. Wie auf dich zukommt. Die läuft so wie so ein Dulli. Ja, so wie du. Wie so ein Gummimensch. Aber die ist richtig schnell, gell? Ja, und irgendwie gemein. Gefährlich. Guck sie dir doch mal an. Halb Spinne, halb Totenkopf, Digga. Jetzt rennt sie einfach random. Ja, lass sie doch rennen. Bist du da drinnen in dem Raum? Nee. Boah, die rennt einfach random. Ich bin in so einem kleinen Raum. Jetzt kommt sie zu mir. Achso. Boah, Alter. Die ist ganz schön schnell unterwegs, Digga. Ich habe sie nur von der Seite zu dir rennen sehen. Ich trinke kurz, Gönner. Wo ist der letzte Fernseher? Wo ist der letzte Fernseher? Willst du noch einmal in der genau gleichen Tonlage sagen? Nicht? Okay, dann halt nicht. Wo ist der letzte? Komm nicht raus. Die Spinne backt da rum. Okay. Was backt sie denn? Welchen Kuchen? Welche Schwarzwälder Kirschtorte backt sie denn? Die teleportiert sich und zittert. Irgendwas ist da ganz komisch. Irgendwas ist da ganz schief gelaufen. Ohne Witz, Digga. Das ist kein Hate. Das ist ein Fucken. Was ist denn da passiert? Entwickler. Liebes Entwickler. Vielleicht ist in der Entwicklung der Spinne auch was passiert. Ich dachte jetzt eher, du sagst, vielleicht ist in der Entwicklung der Fernseher einfach weggemacht wurde. Achso. Aus Versehen. Sie kommt. Sie kommt. Warum? Weiß ich nicht. Frag sie, wenn du so gern mit ihr reden möchtest. Nein, weil du sie immer herlockst. Digga. Die schaut mich durch die Wand an. Am Bein. Achso. Danke. Hier ist halt nichts, Digga. Ja. Hä? Sag's mir doch. Okay. Ja, die Spinne. Ja, ja. Ja, und jetzt? Hä? Was wir jetzt noch machen können, ist halt den Gang entlang wieder. Also nicht den, wo wir herkamen, sondern einfach weiter. Die Räume noch nach Schlüsseln durchsuchen vielleicht. Ja. Scheiße. Ja, sie kommt, oder? Boah. Alter, ja. Boah. Sie hat mich, Digga. Echt? Ja. Bist du an der Tür stehen geblieben? Ja. Ich hab sie offen gelassen. Achso. Sie kommt da also nicht durch. Warum? Hallo? Ich schmier mit meinem Butterbrot in der Zeit, okay? Okay. Echt? Nee. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Bin gar nicht da. Du kannst bei mir noch Sachen holen. Ja, aber wofür? Ich hab genug Zeugs, glaub ich, oder? Oder du gehst wieder kurz hoch oder runter und gehst wieder ins andere Level und wieder in das und dann bin ich wieder da. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Alter. Das war schon. Wieso? Wieso hast du drei Taschenlammung? Und der eine leuchtet einfach noch. Siehst du das? Nee, das seh ich nicht. Die, die hier in der Luft hängt. Ich glaub an dich. Du schaffst es. Oh ja, geil. Ja, genau. Genau. Wo ist der letzte Fernseher? Wo ist der letzte? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Das ist kein Fernseher. Ein Schokoriegel. Die Spinne. Ja. Spinne! Die Spinne! Die ist auch kein Schlüssel im Schrank. Ja, ja. Was hängt da? Ich will da nicht rangehen. Ist sie jetzt links von mir oder rechts von mir? Also, wenn ich rausgehe. So kann ich es gut hören, Sascha. Zack, tot. Mach doch zu. Du magst gar nicht, wenn die Türen offen sind, gell? Hä? Du bist doch dran gestorben. Ja, das war ein Fuck, so. Natürlich mag ich das nicht. Das war ein Fuck. Ich schwör. Die Zuschauer werden es dir bezeugen. Wann? So sprichst du tatsächlich auch richtig. So sprichst du? Ich hätte gerne einen Rennpool. Du sprichst du ihn wirklich? Und eines siehst du. Was schmeckt gut? Sascha? Was schmeckt gut eigentlich? So verhalte ich mich im Real Life. Kann ich jetzt raus hier endlich? Was schmeckt gut? Sascha? Was würdest du mir empfehlen? Was würdest du mir empfehlen? Was würdest du dir die? Mann. Boah, ich tue juckt euch. Ey, ich tue gleich drei. Boah, Alter. Der hätte ich jetzt Bock drauf. Äh. Hä? Das ist ein anderes Bart, oder? Bart. Bart P. Nimm Bart D. M. Bart P. Bart Simpson. Bart Bart Simpson. Ich dachte gerade, er hätte etwas geklipzert. Okay. Da kommt er wieder. Ich bin jetzt deine Unterstützung. Oh, stirb. Du schaffst es eh nicht. Danke für die Unterstützung. Spaß. Für die sinnvolle Unterstützung. Ich hab sonst auch das Gefühl, dass es bestimmt auf dem Nachttisch was liegen könnte. Walkie talkie. Ja, aber ich schau auch auf den Nachttischen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich hab schon geschaut, ob man an die Schubladen gehen kann, aber kann man nicht. Kann gehen. Lass mich in Ruhe, Mann. Meinst du mich oder den Typen? Dich. Den Typen. Ich mein dich. Ich mein immer dich. Da. Wo? Ein Gabel und ein Messer. Ne, ein Löffel. Wie in jedem Raum, meinst du? Jeden Raum. Jeden Raum. Wie du es gesagt hast, such mir überhaupt einen Schlüssel. Also, fassen wir zusammen. Wir haben einen Rundgang. Ne. Ja, wir sind komplett durchgegangen. Ja, fassen wir zusammen. Rundgang mit einer Etage. Wenn du jetzt da langläufst, da ist nichts. Hier ist nichts. Ja. Hier waren wir, haben wir alles abgecheckt. Das heißt, der Fernseher muss unten sein. Unten sein. Oder hier drin. Geht's noch höher vielleicht? Vielleicht geht's auch noch weiter runter. Ja, vielleicht. Vielleicht waren das auch schon neun Level. Vielleicht. Hol dich mal wieder, okay? Okay. Die Tür haben wir noch nicht probiert. Die waren alle abgeschlossen. Ne, die hier nicht. Vielleicht ist da draußen auf der Straße der Fernseher. Vielleicht. Leit, 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 leit. Hallo Sascha. Hallo Leon. Und hallo Freund. Ja, hier waren wir noch nie. Hier könnten wir, ja. Aber das ist safe. Vielleicht finden wir irgendwas beim Dings. Bei diesem Raum hier, links. Ja, bestimmt. Da haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr geschaut. Vielleicht irgendwas, was wir öffnen können oder so? Ja, ja. Wir konnten doch ein Gate zum Beispiel öffnen. Weißt du noch in dem Ein-Level? Ja. Du konntest recht dann. Ja, ja. Gate Excel. Soll ich das Gate nochmal öffnen? Ich glaube, das ist schon das letzte Level, Digga. Du bist das letzte. Oh, nein. Leon, komm mal. Oh. Oh, wie schade ist das denn, Sascha? Komm mal. Bin ja schon unterwegs. Wo bist du eingesperrt? 188. Von deinem Raum, wo du herkommst, schräg links. Ah, links. Bin rechts lang gegangen. Ich kann nicht mehr rennen. Warte bitte einen Moment. Ich bagge. Alter. Das ist so eine Stimme, als würdest du mich voll verarschen. Ich schwör's dir, Digga. Komm mal. Guck mal, wie ich bagge. Guck. Siehst du's? Ja, ja. Nein. Wir müssen da rein. Komm. Ja, so. Hast du einen Fernseher gefunden? Nee. Steht der hier einfach irgendwo rum? Nee. Können wir irgendwas in dem Fernseher selber machen? Die Fitnesstrainer B-Lizenz. Okay. So. Schiebst du mich rum, Sascha? Wir müssen das jetzt mal ganz logisch machen. Ich erinnere mich einfach komplett. Nein. Doch. Was? Schiebst du mich rum, Sascha? Geht nicht. Was? Wir haben hier noch einen dritten Aufzug. Den wir nicht. Warum ist hier noch ein dritter Aufzug? Und wir haben, wo ist der Zettel, wo draufsteht, wir müssen Sachen schieben? Hier. Da, am Anfang. Okay, verstehe. B, B, B. B fehlt uns. B fehlt. B fehlt. Hier sind aber auch irgendwie so Pfeile, die, aber das ist nur markiert, oder? Das ist B. Wieso ist B mittig? B ist mittig. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Freunde! Schreibt in die Kommentare eine Idee, wenn ihr eine Idee habt. Wo bist du? Wo bist du? Ich will dich sehen. Nicht nur du wirst mich sehen. Auch die Spinne will mich sehen. Ach so. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin beim Elevator. Ich bin jetzt bei den ganzen Türen mit den Miniräumen. Mit den Miniröcken. Alter, die Türen mit den Miniröcken. Was sind das eigentlich? Da müsste ich am Ende des Ganges stehen. Dumme Türen, Alter. Also, was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Sag mir, was der Sinn ist. Vielleicht ist der echten... Oh, Alter. Ich habe einfach gerade die Spinne gesehen, wie sie in deine Richtung rennt. Ich habe es einmal verbracht. Ja, okay. Ich habe es einmal paradox. Komm rein zu mir. Ich bin paradox. Okay, ich renne auf die Spinne zu, okay? Nein. Wie, du rennst auf die Spinne? Da ist sie. Na los, hol mich! Hä? Hol mich! Alter, wie sie sich getötet hat. Hallo. Hallo, mein Freund. Alter, ich dachte gerade, da steht jemand. Nee, hoffentlich nicht. So, Freunde und Leon, dein Freund. Freunde und Leon? Ja! Ja, wir kommen zu Escape the Backrooms. Ja, hoffentlich sind wir diesmal nicht so verzweifelt und finden die Fernseher. Ah, guck mal, zwei stehen schon. Den einen Fernseher. Den einen Fernseher. Welches ist der ganze Spielstand verpackt? Vielleicht ist die, ja, wollte ich gerade sagen. Also. Seid ihr bereit für eine neue Folge Fernseher suchen für 45 Minuten? Und wir suchen jetzt den verlorenen Fernseher für Gertrud. Gertrud, ja, die hat einen Fernseher bestellt. Wo ist denn die Fernbedienung? Ein Röhrenfernseher. Was? Die, die, die. Aufzüge? Nein. Was denn? Die, die Taschenlampe. Rede. Ach so. Ah, ich hab sie in der Hand. Okay. Ach, das ist natürlich schlau. Ich hab natürlich wieder gar nichts. Guck mal, drei. Drei. Zwei. Eins. Los! I. Spaß. I. Ja, da ist doch nichts. Da ist nichts. I. Ich habe, ich habe. Alter. I. I. Wie bist du denn los? I. Komm rein. Warte, hier muss doch eine Taschenlampe nicht sein. Warte, ich helfe dir jetzt. Ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster, Digger. I. 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 Ich renne vor mir weg. Wenn du jetzt ins andere Level wieder reingrennst. Ah, okay, warte. Das war ziemlich knapp gerade. Okay. Sag nur Mitarbeiter. Okay. Ich gehe auf die dritte Ebene. Sieht voll so aus, als würdest du auf mich schießen. Ich schieße dich. Ab. 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 Mit Abel und Ei. Nee. Okay. Was ist jetzt unser Plan? Wie jedes Mal. In der letzten Folge haben wir verzweifelt den letzten Fernseher gesucht. Und das machen wir jetzt wieder. Ja. Da hast du recht. Wir haben uns ein bisschen erkundigt, wie man Fernseher findet. Tatsächlich soll der einfach hier sein. Ja. Also wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben ihn einfach nur zehnmal übersehen, was ich nicht glaube. Was war das? Wahrscheinlich die Spinne. Wer läuft hier? Hallo? Die ist abgeschlossen. Warum? Scheiße. Oh, da ist die Spinne. Sie rennt. Ich bin raus hier. Lalalala. Kommt die da durch? Nein, nein. Ich habe zugemacht. Schaut nur der Kopf. Achso. Mach nicht auf. Mach nicht auf. Alles klar. Ich gehe auf die andere Seite. Komm mit. Tschüss. Wir bleiben jetzt zusammen. Okay, okay. Wie meine Augenbrauen. Lauf mal nicht. Lauf mal nicht. Ah, dass du das mal sagst. Ich mache jetzt mal den Sascha. Oh. Oh, hallo. Oh, wer bist du denn? Lass uns in Ruhe. Ja, dreh dich um. Komm, dann geh da hin in die andere. Jetzt rennt es hier, Alter. Echt? Ich weiß nicht, du rennst schon hier. Ja, geh da hin. Nee, geh du vor, bitte. Willst du echt auf die Seite? Okay. Ich will meine Ruhe. Ich dachte, du machst die Tür jetzt zu. Nee, zu spät. Zu spät. Die Spinne jetzt kommt und wird tot. Zumindest einer von uns. Hallo. Freut mich. Wie das aussieht. Guck mal mich an. Jetzt ist da der Fernseher drin. Nee. Ich gehe in die nächste. Nee, ich habe es doch gesehen. Der Typ an dem Fenster ist wieder da. Aber kein Fernseher. Keiner? Keiner. Wie es jetzt hier rauskommt. Gute Frage. Ja, stimmt. Scheiße. Bitte Fernseher. Digga, ich sage dir, wir haben ein Problem. Ich spinne. Probleme haben wir. Bleib drin, bleib im Raum. Okay, ich bleib im Raum. Boah, Digga. Boah, okay. Ich habe sie gerade an meinem Raum entlang. einen langen Sneakensehen, Digga. Nebenbei trinke ich wieder mein Orangengetränk. Solange es nicht mehr die Milch ist, von der du erstickst. Solange kein Zuschauer schreibt, das ist... Ihhh. 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 Weil die schreiben alle, Sascha trinkt mehr Proteine. Mehr Proteine? Also Fisch. Ich habe hier noch einen Protein-Brownie mit 23 Gramm. Okay. Irgendwann müssen wir Werbung machen für so Proteinsachen. Ist die Spinne weg? Oh ne, sie ist nicht weg. Oh ne, sie ist nicht weg. Boah, never mind, Alter. Ich mache den Raum auf und sie ist einfach direkt davor. Ich gehe einfach auf Toilette. Vielleicht ist da der Fernseher drin. Alter, Alter. Alter, habe ich mich erschrocken gerade. Boah, du Arschloch. Boah. Vielleicht ist da der Fernseher drin. Boah, 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 boah. Das fand ich gerade nicht so lustig, tatsächlich. Immer noch kein Fernseher. Ja, hallo. Das habe ich jetzt erwartet. Ich habe erst geschaut, ob man im Spiegel dich sieht, aber... Okay, geht duschen, okay? Komm nicht rein. Komm nicht rein. Ich will nicht nackt sehen. Spannan. Spannan. Ich muss kurz was trinken. Warte, ich hack mich hier durch. Ihr wollt uns nackt sehen? Ich brauche einen neuen Bürostuhl. Und jetzt auf unseren Onlyfans. Geht einfach die ganze Zeit automatisch runter, weil ich zu schwer bin. Achso, du bist zu fett geworden, glaube ich. Liegt nicht am Stuhl. Nein, der ist einfach alt. Ja, ja. Red's dir ein. Ich kann dir nur den Stuhl empfehlen von Ikea. Ich wieg weniger als du. Hier 10 Prozent. Ja, das ist klar. Ist auch nicht schwer. Obwohl ich. Also ich schon, aber... Nein. Oh, Alter. Oh, ich bin verrückt. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Von den Smilern. Ich ess mal, ihr was. Oh, Scheiße. Oh, Gott, die Spinne. Oh. Ah, nein. Bist du tot? Nein. Doch. Oh, nein. Scheiße. Ich google nebenbei. Mach das mal. Wie findet man den Fernseher? Ich trau mich hier nicht raus. Wasser aus Dimetal. Wo ist denn die Spinne eigentlich? Kann ich hier raus, ohne zu sterben? Nee, alles klar. Da ist die Spinne. Die Frage hat sich gerade beantwortet. Wie heißt das Level? Keine Ahnung, wie das Level heißt. Keine Ahnung. Hotel, Hotel irgendwas. Hotel Terror. Wie heißt das Spiel? Escaped in Backrooms. Ah, Level? Ich weiß es nicht. Level Hotel. Alter, da liegst du einfach. Zum Glück habe ich jetzt eine Taschenlampe. Ein paar Schokoriegel. Ja. Lecker. Lecker. Level 5 ist das? Wo ist denn die Spinne? Oh, da ist sie. Wenn man vom Teufel redet, Digga. Oder von der Spinne. Ayip. Selim Lidl. Keine Ahnung, warum ihr das immer noch in die Kommentare schreibt, Freunde. Ja, helft uns doch mal. Nein, warum ihr das immer noch schreibt. Eure Schuld. Ach so. Wir sind im Lidl. Wir betonen das nicht mal mehr. Ja. Aber trotzdem seid ihr so. Ja. Das war so ein eingängiges Event in Lidl. Wenn ich sagt, like das Video, dann like keiner. Dann macht ihr das nicht. Weil ich einmal sage, wir sind im Lidl. Wir sind plötzlich alle im Lidl. Niemand hat hier zu sagen. Ich bin wieder hier unten. Hä, was höre ich hier? Lauf, lauf, lauf. Fernseher. Ja, ich hole dich wieder, okay? Ja. Sehr nice. Alter, der Stuhl triggert mich. Trigger? Wie ich nach unten fliege. Bist du wieder da? Ah ja. Ist es die richtige Richtung? Kommst du. Hörst du es? Ja, Mann. Draußen ist gerade jemand richtig am Ausrasten mit seinem Auto. Okay. Da sind wir wieder. Willst du deine Taschenlampe wieder haben? Ah ja. Okay. Hier. Oh, ich muss unbedingt was trinken. In real life? Das auch. Trink jetzt. Hast du noch irgendwas für mich zum Trinken? In real life? Nee, hier. Danke. Super. Perfekt. Komm. Kommst du? Ja, ich musste noch was trinken gerade. Man sieht es ja leider nicht. Komm. Ja, ich bin noch da. Komm zu Sascha. Komm zu Papa. Geil. Geil. Das Büro, Digga. Über der Tuning-Messe. Digga. Gehen wir mal da rein. Okay. Die dicke Anna. Die Tür ist zu, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob die Schlüsse oder so gefunden haben. Wieso ist die immer auf unserer Seite eigentlich? Kein Fernseher? Natürlich! Wie jedes Mal. Hast du einen Fernseher? Kein Fernseher. Kein Fernseher. Natürlich! Komm, Digga. Das darf doch nicht sein. Jetzt. Jetzt. Jetzt habe ich den Fernseher. Echt? Nee. Aber ich rede es mir ein, bis es klappt. Jetzt. 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 Und? Nee, gar nichts, Digga. Wirklich? Ich dachte gerade, du wärst... Da ist er, Digga! Mein Gott! Ich wusste es! Gesetz der Anziehung, Freunde! Ja! Ich wollte es auch sagen, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Okay, wie machen wir das? Alter, der Fernseher. Ich hole ihn. Okay. Ich gucke mich um. Ja, Mann, wenn jetzt die Spinne... Wir können diesen Fernseher... Warte, stopp. Was steht da? Ich warte mal ganz kurz. Ich kann den nicht nehmen, weil ich einen Schokoriegel habe. Hol ihn, hol ihn. Ich muss ihn erst essen. Lass mich doch erst essen. Hol ihn. Warte, warte, da ist die Spinne. Die Spinne ist da. Warte, sie geht wieder. Ja, hol, hol, hol und folg mir. Sehr gut. Oh mein Gott, Alter! Ist sie das? Nein, nein. Ich freue mich gerade einfach nur an. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich sag's doch, Alter. Wir müssen nur dran gehen. Gesetz der Anziehung. Ja? Ich sagte, wenn sie kommt... Okay, sie hat uns nicht gesehen. Okay. Sie kommt, sie kommt jetzt. Echt jetzt? Oh, okay. Ich lock sie. Nee, hör doch. Ich bin richtig langsam. Hör auf. Hör auf. Genau deswegen lockst du sie, gell? Dass du schön die Juwelen ernten kannst. Oder wie auch immer das Sprichwort. Ja, ja. Sufebären. Die braunen Bären. Johannesbären. Ja. Komm, komm. Ja, ich kann nicht schneller als so. Ich habe einen fetten Pferd jetzt zu schleppen. Ja, so klinge ich, Alter. Alalala. Alalala. Wie Ollum wollte ich sein? Wie Gollum? Wie Gollum? So, Fernseher im Kühlschrank wollte ich sagen. Alter, heute sind wir durch, Digga. Wir haben es geschafft, Mann. Oh ja, du. Geh weg von mir. Guck mich nie wieder so an. Darf ich? Ja. Ich kann nichts machen, weil ich habe zu viele Sachen. Du darfst, Digga. Du hast die Ehre. Der Fernsehschlepper, Digga. Währenddessen trinken wir. Schreibt es in die Kommentare. Geh doch weg, Mann. Geh du doch weg. Ich sehe ja nichts. Du bist doch wieder ein Mitarbeiter. Geh doch weg, Mann. Hey, ich bin hier Kunde, okay? Das ist der Fernseher für G... 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 Gertrud. Gut, ja, meine ich ja. So, ab in die Position. So, was passiert jetzt? Wir können hier lang. Oh, die Tür ist offen. Wir haben es geschafft, Alter. Endlich, Digga. Es ging jetzt schneller, als ich erwartet hatte. Ich habe irgendeine... This way. Schöße. Alter, die Spinne. Komm her, schnell springen! Hier runter, hier runter! Ich bin runtergesprungen. Ich auch. Hä? Was ist passiert? Es lebt? Jawohl. Sind wir gestorben oder lebt? Alter, die Spinne kam gerade aus der Decke. Ich habe es gesehen. Digga, wieso sind wir hier in einem Pool? Hör doch mal auf, Mann! Wieso kann uns auch jeder beobachten? Ah! Wieso ist das Haus... Guck mich an! Ja, und jetzt? Ja, hier unten durch, oder? Boah, Alter, ich mag es nicht. Boah, Digga, guck mal! Ist ganz schön nebelig. Sieht auch irgendwie schön aus. Hör mal, die Steps! So wie du. Das ist ein Schlauchboot! Wo? Hä? Guck mal, hier ist so ein Ring. Guck mal da durch, ne? Das ist einfach ein Ball. Ah, du meinst... Ja, 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 Entschuldigung. So ein Rettungsring. Alter, das haben wir gemietet für 11.000 Euro? Alter! Oh, Digga, da ist ein Rettungsring. Nee, das ist jetzt ein Schlauchboot. Oh mein Gott, jetzt passiert was. That stuff will infect you if you walk inside it. Was für's Stuff? Das Zeug wird dich infizieren, wenn du es betrittst. Ja, und wie kommen wir da hin? Hui! Oh, schnell, schnell, bitte, bitte. Oh, ich bin drin. Komm rein, bist du drin? Ja, du bist jetzt der Chef. Also mit F kannst du einsteigen, ne? Ja, ich bin drin. Okay. Okay, wir schauen jetzt leer unseren... Nee, geh du rein. Nein, alles gut, Digga. Geh du vorne, bitte. Wie geht man? F. Ich setz mich hinten. Da hinten ist viel geiler. So ist besser. Komm, wenn du... Nee, Digga, ich hab keinen Bock, dass da vorne irgendwas auf mich zukommt. Musst du wissen. Ah, wie schön ist das. Schaust du mir beim Rudern zu? Ich schau dir beim Rudern zu. Können wir hier hoch? Wahrscheinlich, oder? Wir müssen, glaub ich, sogar. Guck mal. Ja, kann gut sein. Kamikaze. Trau dem... Was ist da vorne? Da vorne können wir ja eh nicht durch, oder? Ah, doch. Okay. Na gut. Tatsächlich. Wie das aussieht. Wie langsam. Okay, passiert nichts. Wie langsam du mal... Man da hochklettert. Unheimlich. Ja. Da sind richtig viele Ventile. Lauf vor. Wohin geht's hier? Ich kletter vor, okay. Hier geht's weiter, guck mal. Hier geht's... Alter, wo geht's denn hier lang? Boah, ich wär fast ins Wasser gefallen. Was war das? Ich bin am Rennen. Guck mal, hier. Aber sollen wir nicht da oben hin? Ah, ich weiß schon, was wir machen müssen. Guck mal. Da hinten ist das Wasser. Und wir müssen jetzt das Wasser zum Steigen bringen. Damit wir hier weiter können. Ah, schlau, Digga. Ja, ja. Ja, ja. Und noch Wassermechaniker. Ach so. Nee, das ist farb. Was war das? Ich. Warum machst du das? Da war grad eine Spinne vor meiner Nase. Ja, wieso pustest du denn? Damit sie weggeht. Okay. Alter, guck mal hier. Oh, nee, da will ich nicht hoch. Lass mal unten bleiben vielleicht. Sascha, ich bleib hier unten. Komm mal, bitte. Ich dreh an den Ventilen, okay? Vielleicht jetzt. Nee. Schau mal, schau mal. Schau mal, wo ich bin. Warte, warte. Wo bist denn du? Geh mal zum Boot. Zum Boot. Sehe ich dich von hier? Scheiße, okay, warte. Ich hab's gleich. Da, du siehst mich schon. Alter. Hi. Na los, spring ins Wasser. Hallo, du. Hallo, du. Soll ich springen? Okay. Trau dich. Scheiße. Alter, richtiger Parcours. Warte, lass mich erst hochklettern, bevor du das aktivierst. Ah. Ja, danke. So, mach die Ventile auf. Alles klar. Mein Freund. Hast du schon? Ja, okay. Und jetzt? Passiert nichts. Das hinterste hab ich noch nicht. Das hab ich schon. Hallo? Das kann man grad alle wieder. Das passiert nichts. Bis wir in der richtigen Reihenfolge das machen. Das kann gut sein, Digga. Ah nee, guck mal, die gehen alle wieder aus. Ja, vielleicht wegen der falschen Reihenfolge, wie du sagst. Das kann gut sein. Und was ist hier? Ja, hier ist nix. Okay. Darf ich noch mal kurz alle probieren? Haben wir irgendwo Hinweise? Ganz schnell. Ja klar, natürlich, natürlich. Geht doch. Ah, okay. Ich mach einfach zu langsam. Oh, Digga, wie ist predikteter? Hä? Ja? Du bist einfach zu schlau. Ja, und jetzt, Digga, wie kommen wir da ins Wasser, ohne zu sterben? Also, ja? Komm mit, spring. Hui. Alter, warte kurz. Ich kann nicht so krass springen wie du. Okay. Alter, siehst du, du bist... Da hinten kommt jemand. Du bist zwar älter als ich... Nee, niemals. Okay. Ich hatte kurz Angst. Okay, und jetzt müssen wir hier weiter. Ja. Alter. Ich bin aber nicht viel älter. Ein Jahr. Zwei Jahre fast. Was? Ein Jahr und ein Monat? Alter, jetzt kommt der Wasserfall. Alter, ja! Schnell liken! Oh, scheiße! Ich hab die Kontrolle verloren! Scheiße! Boah, Alter, wieso sind wir so schnell gewesen? Und jetzt? Und jetzt? Weißt du was? Hinter dir? Nee, nee. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich seh nur, dass rechts von uns so eine Leiter ist. Ja, dann gehen wir mal zur Leiter, okay? Echt? Ja. Aber da ist doch nichts, oder? Okay, wenn du meinst... Guck mal, hier ist auch eine Leiter auf der anderen Seite. Und da ist ein Wasserfall in die entgegengesetzte Richtung. Geht nicht, oder? Nee. Warum nicht? Okay, egal. Dann lass zu einer anderen Leiter vielleicht. Ich bleib einfach drauf stehen. Ich setz mich nicht hin. Doch. Oder soll ich einfach mal in den Wasserfall da fahren? Weiß ich nicht, Bruder. Mensch, was? Was haben die Backrooms eigentlich mit diesen Schwimmhallen? Ich verstehe das nicht. Was ist? Ich weiß es selber nicht. Du hast schon weg, oder? Ich kann hier keine Antwort. Hier geht es auch nicht hoch. Hä? Warte, lass mich mal. Warte mal, ja? Bleib du mal da und ich gehe ein bisschen weinstecken im Bus. Ja, nee. Ja, geht doch. Alles gut. Oh, ich dachte, ich fall ins Wasser. Okay. Okay, check mal ab, was da ist. Alter, hier geht es noch weiter hoch. Okay, hier sind so Leitern. Scheiße. Hier geht es noch weiter hoch. Hier geht es noch weiter hoch. Oder wollen wir erstmal da hinten schauen? Meinst du da, wo es ganz dunkel ist? Nee, ja doch. Nee, lass da nicht den Fleisch. Guck mal. Da sind da so ein Screamer, ne? Oh, es gefällt mir nicht. Ich gehe weg hier. Hier ist nichts. 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 Ich gehe weg hier, Digga. Lass lieber die Leitern hier hoch. Geh du vor, bitte. Tatsächlich, auf der anderen Seite wäre gar nichts gewesen. Ich finde es immer noch lustig, wie langsam das aussieht. Ja? Ich muss schnell hier hoch. Ich werde verfolgt. Alter, Digga. Ja? Ich wollte mich verstecken. Nee. Fang mich. Nee. Fang mich. Ich heff dich. Okay. Okay. Aber hier ist nichts. Wahrscheinlich müssen wir wieder Ventile suchen, um über diesen anderen Wasserfall rüberzukommen. Oder wir müssen hier reinspringen. Eins von drei. Oh, ja. Hier ist eine Leiter, Digga. Oh, nee, Digga. Es ist da so dunkel. In welches gehen wir rein? Oh, nee, Digga. Ich will das nicht. Müssen wir das vielleicht? Ich springe hier runter. Müssen wir das überhaupt? Weiß ich nicht. Ich nenne jetzt die goldene Mitte. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Okay? Okay, alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ja? Neu? Einfach in die Dunkelheit, Digga. Ja? Was passiert bei dir? Ich höre dich klicken da unten. Bei mir passiert nichts. Ich bin immer noch hier oben. Ich laufe gerade runter. Irgendwas passiert, Digga. Ich schlug gleich ins Klima. Soll ich auch runterkommen? Also, ja, mach mal. Gleiche Leiter? Ja? Okay. Ah, ja, jetzt. Es lädt. Ah. Ah, okay. Ich dachte schon. Alter, was? Wir sind im Unterhallen, nicht im Hallenbad, sondern im Kellerbad. Alter, guck mal die Rutsche, wie dreckig die auch aussieht. Alter, wie du. Alter. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das? Fuck, Alter. Ich weiß es nicht. Komm mal hier zu den Rutschen. Ja. Scheiße, renn, renn. Oh, was ist das denn? Ren die Rutsch noch. Rutsch. Bitte. Es kommt doch hoch. Scheiße, scheiße, es kommt. Alter, es kann einfach nur hoch. Nicht zu dir. Scheiße, mir kann es zu dir aber nicht. Aber es ist natürlich... Warte, lockst du vorne hin? Okay, ich bin da. Was ist das, Digga? Weiß ich nicht, Bruder. Ah, das ist das Viech, was uns verfolgt hat. In diesen Exit-Räumen. Weißt du noch? Stimmt, ja. Oder? Ja, und jetzt? Wo ist es? Unter uns. Da, da ist es. Guck, da, da. Ah, ja. Und jetzt? Was ist unser Plan? Sind wir sicher? Alter, guck es dir an, Digga. Das will da durch, aber es passt nicht. Hä, bist du fett, hä? Zu fett? Deinen tausender Arm, Digga. Was willst du machen, hä? Du kommst hier nicht hoch? Ja, hast du Hunger? Wieso ist deine Fresse so weit offen? Sorry. Okay. Sorry, ich bin gerade... Ich bin gerade... Ich bin gerade... Was ist das? Ich bin sehr sicher hier oben. Was? Kamer auf? Oh. Das ist doch nicht das einzige Monster. Ich weiß es nicht, Bruder. Hallo. Willst du mich grabben mit deinen Armen, hä? Zu kurze Arme. Okay, sag mir mal, ob es kommt, wenn ich jetzt mal runtergehe. Kommt es? Nee, ist immer noch bei der Tür. Ist es an mich gepiekt? Nee, es ist sehr verwirrt sieht es aus gerade. Ist es jetzt gepiekt? Gepiekt? Nee. Ist es immer noch an der Tür? Sicher? Sicher? Ja, jetzt kommt es näher. Okay, ist es wieder an der Tür. Ich gehe wieder. Wieder an der Tür. Es ist an der Tür. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir sitzen jetzt hier. Keine Ahnung. Beobachte. Vielleicht müssen wir uns verstecken, dass es geht. Das läuft immer nur gegen Wände. Keine Ahnung, Bruder. Es scheint nicht das intelligenteste Viech zu sein. Was ist denn unsere Aufgabe hier? Lass mal überlegen. Unsere Intelligenzbest hier. Guck mal, hier ist ein Schalter. Hier ist ein Riesenloch in der Mitte. Und hier ist ein Schalter. Ah, guck mal, aber das ist grün, oder? Vielleicht müssen wir es da reinloggen. Nee. Wo ist ein Schalter? Da hinten bei diesen Säulen mit dem Ober. Ah ja, ja. Und hier ist der Weg. Ich würde gerne zu dem Weg hier. Komm, wir versuchen es. Alter. Was? Wo ist das Viech? Da. Folgt ne. Es kommt, es kommt, es kommt. Es geht um die Dings rum. Echt jetzt? Um den Pool vorne. Da vorne ist es beim Schalter. Ah, okay. Es hat uns verloren. Warte. Lauf, das nicht triggern, nicht triggern. Ja, ja, ja. Wir sind gar nicht da. Was? Ah, jetzt geht es da lang, wo wir hinwollen. Das ist gut. Lass mal vielleicht zu dem Schalter und schauen, was da ist, oder? Oder hier in den Raum. Kommen wir hier irgendwie hoch? Komm, komm hier lang. Wenn es jetzt kommt, dann sind wir hier tot. Hier kannst du eh nicht rein. Guck mal. Okay, ja. Du schwimmst? Warte mal, warte mal. Ist das vielleicht Giftwasser, Digga? Wahrscheinlich, oder? Wenn er jetzt kommt, sind wir am Arsch. Dann sind wir tot, ja. Geh du mal zum Schalter. Ich gucke, ob er kommt. Und lock ihn dann, wenn er kommt, weg. Okay? Abgemacht? Ja, aber ich glaube, der kann nur außen rumlaufen. Also der kommt eher zu mir. Hier sind Taschenlampen beim Schalter. Okay, und sonst so? Turn them to fill the tank. Drehen, um den Tank zu füllen. Dann füll ihn, füll ihn. Ja, hier sind aber keine... Kletter die Leiter hoch, Leon. Ging nicht, ging nicht. Ja, kommt der? Nein, nein. Da steht ein Zettel, das ist kein Ding, sondern das ist ein Zettel gewesen. Da stand dran, dass wir diese Ventile drehen sollen, um den Tank hier zu füllen. Das ist scheinbar ein Tank, wo ich gerade war. Und die Ventile sind wahrscheinlich da hinten irgendwo. Wahrscheinlich. Okay, kommst du? Ich komme. Aber die Ventile sind nicht das Einzige, was da hinten ist. Ich weiß ja. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich habe meine Mutter. Was, deine Mutter? Ist das deine Mutter? Nein, du weißt, wie ich das gemeint habe. Nee. Eigentlich nicht, Digga. Wenn es da ist, könnten wir eigentlich drüber springen. Alter, es geht wieder zurück. Hey! Mama, nein! Mama! Alter. Das ist ein Reflex von mir. Ja, dann kommt es wahrscheinlich auf uns zu. Wieso hängst du im Boden fest da? War echt krass. Es wird immer lauter. Dieses... Ja, ja. Ich dräng kurz in den Tänk. Alter, das ist ein Labyrinth hier. Nein, oder? Doch. Komm mit. Folg mir, folg mir sofort. Ja. Folg mir. Nicht rennen. Ja, ja. Dass du das mal sagst, Digga. Hier können wir nämlich chillen. Hier kommt es nicht hin. Bist du dir sicher? Sicher, Digga. Sehr sicher. Okay. Wenn es nicht durch diese Tür... Digga! Lauf mal ein bisschen weiter rein. Ja. Okay. Hier rein. Lauf weiter. Also bin ich vorne eigentlich? Du sagst mir jetzt, ob es da ist. Achso, okay. Ne, und ich gucke hier. Und sobald es wieder in unseren Raum läuft, können wir weiter gucken. Hier ist ein zweiter Raum, glaube ich. Siehst du es? Ne, ich sehe es nicht. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Siehst du ihn? Ne. Ich trinke kurz was. Okay. Wasser. Hast du es gelesen, Digga? Was denn? Das ganze Spiel programmiert anscheinend nur eine Person. Habe ich gelesen, ja. Aber wenn das stimmt, dann ist es krass. Weil die Level sind echt gut durchdacht. Und auch wenig verbuggt. Ich tue nun auf wenig. Hier ist einfach nur ein Raum. Hier ist das Viecher aber nicht. Ja? Ja, ich bin gerade in den Raum reingegangen. Ich trau mich. Geht du jetzt erst. Kann ich irgendwie... Kannst du irgendwie... Nein, schieb mich doch nicht in den Raum. Weiter, weiter. Hier, das sind Ventile, Digga. Da, gerade da, gerade da. Ich hör's. Ich hör's. Geh weg. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Digga, lass mich rein. Da kommt nichts. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ja, ja, du gehst jetzt da. Geh da hin jetzt. Geh da hin. Geh da jetzt rein. Wenn ich sterbe, dann bist du tot. Du wirst nicht sterben. Du wärst schon lang wieder zurück. Hallo? Dreh, 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 dreh. Nee, ich hab's nicht. Ich dreh. Es dreht's. Schnell, schnell. Oh, ich werd wahnsinnig. Es geht nicht schneller. Es geht nicht schneller. Der dreht automatisch irgendwie gerade. Okay, ist fertig. Gut, komm rein. Lass mich jetzt rein. Ja, ja, alles gut. Alter, ich verzeih dir das nie. Warum, Digga? Ja, tatsächlich. Hast du's? Ja. Ein Ventil haben wir. Benzin. Wahrscheinlich sind's drei Ventile, oder? Weil da waren so drei Schläuche bei dem Tank obendran. Korrekt. Korrekt. Weiß es. Geh doch mal in den Raum. Weiß es nicht. Geh jetzt in den Raum. Schieb dich jetzt in den Raum. Kommt man da nirgends mehr rein. Bleib du mal hier. Lass mich mal hier durch. Nö. Geh mal ins Eck. Ja. Scheiße. Und jetzt warte du hier. Ja, dass ich wieder als erstes hier reinkomme. Und ich geh mal. Jetzt warte mal hier. Geh erkunden. Ich beobachte hier. Okay. Aber wo ist das Viech hin? Eben. Das muss doch irgendwo hier sein eigentlich. Siehst du mich? Nee. Ah, jetzt. Komm. Warte, warte hier. Hier ist kein Ventil, ne? Geht's hier noch weiter? Ja, was? Bleib doch da. Bleib da vorne. Das ist das, was du mir nie verzichten. Was? Bro, warte mal kurz. Okay. Kommst du? Nee. Ich trau mich nicht. Nö, nö. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, 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 okay. Es geht weg. Scheiße. Bist du tot? Ja. Ich leb noch. Tone auf noch. Renn, renn, es ist hinter dir. Scheiße, es ist hinter mir, oder? Renn schneller. Scheiße, ich kann nicht schneller rennen. Leute, was ist das denn? Keine Ahnung, Pilzwunderland, Digga. Wir sind bei Mario. Ich geh hier rein. Ich geh hier rein. Es ist direkt hinter dir. Ah, fuck, es hat mich. Da hast du aber ein Ding, ein Ventil. Sehr gut. Wir waren im Königreich des Pilzes. Ja? Also, es kann doch da rein. Alles klar, Digga. Oh, wo ist das denn jetzt? Da vorne sind Taschenlampen. Wo? Hier, beim Käfig. Hat es gespeichert, ist die Frage. Ich denke schon, oder? Wir gucken gleich mal. Kommst du? Ich bin da. Okay, also müssen wir links lang. Wieso rennst du da schon wieder rein? Achso, zum Schauen. Ja, wo war das Pilzwunderland? Jetzt sind wir auf der falschen Seite. Du musst einfach hier geradeaus und dann rechts im Prinzip. Ja, es geht nicht mehr. Okay, nice. Da vorne rechts. Da, wo das Ding herkam, meinst du? Wahrscheinlich, ja. Hier ist das Pilzwunderland. Können wir uns irgendwo verstecken? Gib mir Rückenbeckung, okay? Ich probier's. Oh, es kommt! Es kommt! Scheiße! Es ist da! Ah, scheiße! Es verfolgt mich aber! Ich werde sterben. Ich werde sterben. Okay, du kannst nicht abbrechen. Ah, es hat mich. Es hat mich. Scheiße. Also, ich bin in die Anfangsrichtung zurückgelaufen. Also, links von dir ist es. Es ist da. Es ist da. Es ist da. Ah! Sackgattel! Scheiße! Schnell! Ist es hinter mir? Ja, ist direkt hinter dir. Ich mach einfach. Ich bin gar nicht da. Scheiße, okay. Es grabt dich. Okay, scheiße, Bruder. Was kriegen wir hin? Vielleicht nur noch der. Wir wissen es nicht. Sicher. Guck mal, der Tank füllt sich. Guck mal, der Tank hat sich gefüllt, ja. Siehst du? Siehst du? Grün im Zeug irgendwie. Siehst du? Aber es ist die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Vertrau. Okay. Wir müssen jetzt direkt links im Prinzip. Kommt. Es kommt, oder? Ist es da? Leon, ich schlenke es ab. Geh du ins Wunderland. Geh! Geh! Oh, Alter, es ist direkt hinter dir. Geh! Geh! Geh ins Wunderland. Geh doch ins Wunderland. Ich gehe. Ich bin unterwegs. Ins Wunderland. Ja, ich schlenke es ab. Es kommt die Rutsche nicht hoch. Ins Pilzkönigreich. Ja. Okay. Ich bin beim Ventil. Ich dreh es, okay? Es ist wieder bei mir in dem Ding. Ja, dreh. Es ist bei mir. Es ist bei dir immer noch. Okay, gut, gut, gut. Ja, ja, Kleiner. Ja, ja, Kleiner. Längs ab. Längs ab. Ja, ja. Ventil ist gedreht. Ja, es füllt sich. Es füllt sich. Voll oder muss ich weiter? Ja, ist voll. Ja, okay, ein Viertel noch. Aber es sind halt noch drei. Ich gehe mal weiter. Ich gehe weiter. Hier ist noch ein Ventil. Nice. Ich habe ein Ventil gefunden. Es ist immer noch da. Ich dreh es, ich dreh es, ich dreh es. Ja, ja, Kleiner. Okay. Ich hoffe, das ist das einzige Monster, was hier rumrennt, Digga. Ich höre irgendwas. Das gefällt mir nicht. Ist es immer noch bei dir? Ventil ist gedreht. Ja, jetzt ist voll. Jetzt ist voll. Ist voll? Ja. Soll ich zurückkommen? Und was müssen wir jetzt machen? Vielleicht zum Tank irgendwas machen? Vielleicht auch einfach in... Ist das Viech immer noch bei dir? Ja, ja, es ist immer noch da. An der Tür, weiß, da im Eck. Ah, ja. Ist die jetzt offen vielleicht? Ja, die war ja schon immer offen, die Tür. Ah, stimmt. Ist das Wasser nicht mehr grün? Doch, ist grün. Geh du mal zum Tank. Oder findest du da noch was? Ich weiß, das Viech kommt. Das Viech kommt. Oder hast du da noch was? Da war nichts mehr, da war nichts mehr. Sicher? Da war nichts mehr. Ja, ich bin bis zum Ende gelaufen. Ich gehe zum Tank, lenk du es ab. Wo ist es denn? Es kommt zu mir. Ich sehe es nicht. Bleib da, wo du bist, okay? Okay, okay. Es kommt. Es kommt. Sag doch, dass es geht. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin aber viel cleverer, weil ich kann einfach springen. Stimmt, das kann ich drüber. Ja, geil, das kann ich drüber. Aber können wir mit der Rutsche einfach da runterrutschen vielleicht jetzt? Keine Ahnung, Bruder. Ich habe alle Ventile gedreht. Was steht da? Kannst du nochmal hingehen und gucken, was da steht? Warum lachst du? Das Monster. Ah, da gehe ich ran. Wo ist es? Unter mir. Oh, da vorne ist es. Oh, es haut ab. Super. Okay, guck mal. Geh hin und guck. Leucht es mal nicht an. Vielleicht kommt es dann zu uns. Ich leuchte es direkt an. Turn them to fill the tank. Drehen Sie sie, um den Tank zu füllen. Der Tank ist voll. Ist voll. Und jetzt? Keine Ahnung. Wir können entweder jetzt mal versuchen, die Rutsche runterzurutschen, aber hier ist so grünes Wasser. Ich glaube, da sterben wir drin. Oder wir gehen einfach hier lang und das Wasser ist gesäubert, aber das ist auch grün. Schau mal. Okay. Ist das sicher? Weiß ich nicht. Komm auch mal rein. Hallo. Aber man kann auch schnell schwimmen. Warum kann man das? Das ist ein Labyrinth, Digga. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Ah, da in der Ecke. Hier, halt. Komm mit. Immer links lang. Das Wasser ist grün. Das gefällt mir eigentlich. Aber wir kriegen kein Damage und nichts passiert. Oh, guck mal hier. Oh. Aha. Hä, ich glaube, hier war ich bei einem Ventil tatsächlich. Echt? Ja. Oh, das ist tiefes Wasser. Oh, man kann auch schwimmen. Geil. Boah, ich trau mich das nicht. Das ist jetzt wieder ganz schlimm für Leute mit Thalassophobie. Oder Thalassophobie. War das das Ventil? Ja. Wie komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Hilfe. Ah, hier ist eine Treppe. Das war das Ventil, ja. Hä? Und hier war sicher nichts mehr. Von dort komme ich ja. Von hier kam ich. Und da bin ich wieder zurückgegangen. Ganz sicher? Ja. Ja, okay. Dann komm mal mit. Wir können auch gerne den Weg entlang gehen. Wieso ist denn das Wasser grün? Wofür haben wir die Ventile gemacht? Müssen wir hier runtertauchen vielleicht? Vielleicht finden wir hier irgendwas im Wasser unten. Ich gehe jetzt immer links nach. Digga, das grüne Wasser, das gefällt mir nicht. Hier ist eine Lü... Ne, Sack, hast du? Kannst du vorbei? Ja, nee. Okay, dann muss ich wohl. Wie immer, Digga. Geh mal links nach. Geiler Arsch. Oh, Entschuldigung. Danke, Digga. Wie lange tonierst du noch für? Gar nicht. Einfach viel essen. Oh, geil. Sind wir wieder am Anfang, ne? So ein Schleckermulchen. Oh, ja, ich bin ein richtiges Schleckermulchen. Soll ich dich mal vernaschen? Nein, danke. Ich bin Veganer. Das so? Das sind wir als gerade durch oder nicht? Oder ist hier mal anders? Also hier ist einfach nichts. Aber wir haben den Tanten geschaffen. Wir schaffen die Level einfach nicht. Auspassung. Gleiches. Gar nix. Kannst du hier einfach runterschwimmen vielleicht? Alter, wieso bin ich dein Versuchskaninchen? Ich glaube, hier kann man einfach runterschwimmen. Kann das sein? Komm mal runter. Soll ich? Ja, komm mal runter. Okay, hallo. Ah, hier geht's nur bis hin. Ja, super. Vielleicht in einem großen Raum. Glaubst du? Let's real talk. Real talk, Digga. Ich komme hier nicht mehr raus. Wir sind gefangen. In Askarbahn. Hier ist eine Treppe, da kommst du raus. Das macht doch null Sinn. Füll den Tank. Wofür könnte der Tank denn sein? Ah, ja klar, Digga. Was denn? Komm mal mit. Okay. Das ist, glaube ich, nur so ein Zwischenlevel und wir müssen wieder hoch. Und dann können wir weiter mit dem Boot fahren. Ah, Digga, sind wir dumm. Ich gehe auf die andere Leiter. Dann geh doch. Drück die Leiter hoch. Ja. Hallo. Stimmt, Alter. Ich habe das ganz vergessen. Ja. Digga, hä? Alter, du bist heute Big Brain. Weil man nicht mehr laufen kann. Hallo, Freunde. Okay, okay. Alter, okay. Fahren wir hier weiter. Alter, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Haben das Drecks Wasser durchsucht, um dann zu merken, dass wir einfach weiter können. Alter, guck mal. Sind da Tore oder wie? Ein riesiger Wasserfall. Alter, wie in der letzten Folge. Ne, wahrscheinlich müssen wir wieder Ventile öffnen, oder? Und dann hier wieder weiter. Weiter, weiter. Ich kletter an der Leiter. Weiter. Alter. Bist du Rapper? Alter, guck mal, wie viele Ventile. Boah, Alter. Ich glaube, du musst auf die andere Seite. Ja? Geh mal. Echt? Ja? Hui. Ah, scheiße, scheiße. Ich bin tot. Nein. Alter, wie du da liegst. Wie ein Schöner. Sag's nicht. Ja, und wie komm ich jetzt rüber? Gar nicht. Doch. Nee, du hast mich einfach gebatet, Digga. Jetzt bin ich tot. Ja, toll. Und jemand muss mir helfen. Nee, mir ist, dir ist nicht mehr zu helfen. Ach ja? Wieso ist da so dunkel? Weil du nicht mehr da bist? Wieso ist da ein Zettel? Ist da ein Zettel? Nee. Wieso ist da hell an deinen Füßen? Wenigstens rede ich in dieser Folge. Wenigstens leb ich. Okay, so kommst du auf die andere Seite. In dieser Folge, in dieser Folge, in dieser Folge. Okay. Ja, toll, Digga. Und jetzt? Ich brauch dich. Dann hättest du mich nicht runterschmeißen sollen. Du hast mich nicht... Ah, guck mal, hast du doch geklappt? Ah, ich brauch dich gar nicht. Scheiße. Jetzt schau mal den Auerbacher an. Oh, ja, aber du kriegst ihn. Der Auerbacher. Okay, dann fahr ich mal alleine weiter. Lol, ich kann dir nicht zuschauen. Meine Kamera hängt jetzt einfach hier fest. Sascha fährt in die Ferne. Nein, Sascha, geh nicht. Warte, ich tu deine Kamera resetten. Ah, geil. Ja, perfekt. Jetzt bin ich bei dir. Okay, nice. Willst du deine Leiche sehen? Deinen Leichennamen? Nee. Geh einfach weiter. Was ist in der letzten Folge passiert? Du kannst ja mal währenddessen ich Boot fahre erzählen. Ja, erzählen. Ja. Unsere Bootsfahrgeschichten. Okay, letzte Folge sind wir hier reingekommen in den Pool. Und uns hat dieses Monster verfolgt mit diesen ganz vielen Armen, falls du dich erinnerst. Und wir waren im Pilzkönigreich. Oh ja. Von Peach. Wir haben Ventile geöffnet, um dann hier weiterzufahren. Um Level-Ups zu finden. Wie unser heutiger Sponsor. Level-Up. Level-Up. Alter, weißt du, wie geil. Okay. Nee, weiß ich nicht. Weil keiner will mit uns Videos aufnehmen. Niemand will uns. Niemand will uns. Keiner will mit uns Videos aufnehmen, Freunde. Ja, schreibt mal Leute an, mit denen ihr uns zusammen sehen wollt. Wir müssen mal einen raiden. Alter, da geht's runter. Da, wo du bist. Unter dir ist so ein Loch. Alter. Wir müssen einen raiden. Ja. Ja. Okay. Wir müssen einen raiden, mit dem wir mal ein Video aufnehmen müssen. Auf Insta. Deswegen folgt uns auf Insta. Und schreibt die Leute an, mit denen ihr uns sehen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare von denen. Spampt einfach. Macht mal ein Video mit Sascha und Leon. Nervt. Nervt so richtig. Das ist richtig, das ist richtig hart. Schreibt die an, weil das zu schräg ist. Unlogisch. Unlogisch. Dieses Spiel ist unlogisch. Okay, das ist ein Gang. Das ist wirklich so. Unlogisch. Da kannst du runter. Alter. Willkommen zurück. Nee. Willkommen zurück im Unter. Alter, ich bin wirklich da. Da hast du eine Leiter, Digga. Nee. Schon wieder so ein Tank. Okay. Schon wieder so ein Tank wie letzte Folge. Aber das sieht gruseliger aus als letzte Folge. Das ist ein Jump'n'Run. Oh. Ich hab das Gefühl, da kommt was raus aus diesem... Mensch, Spaß. Ja, das gefällt einfach. Oh, scheiße, ich sterbe. Was? Zurecht. Zurecht. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Du darfst das Wasser nicht berühren. Ja, werde ich auch nicht. Guck, ich bin krass. Okay, mach weiter. Hier ist ein Ventil. Hinten, scheiße. Echt jetzt? Echt jetzt? Nein. Ich hab mich grad weggeduckt, weil ich Angst hatte, dass ich einen Screamer bekomme. Warte, ich höre Steps. Okay, nichts. Sehr nice. Weiter geht's, weiter geht's. Da ist ein Pilz. Du hast wieder das Pilz gekürzt. Mario, level up. Freunde. Unser heutiger Sponsor. Boah, ich trau mich da nicht hin. Du traust dich. Wo soll ich das? Ich höre was. Komm, geh weiter da hin. Da könnte ich halt auch durch, da unten, ne? Kannst du das schon? Ja. Sind grad verreckt. Ja, aber doch nicht wegen dem Wasser, sondern wegen dem Wasser hier. Alter, das ist Blutin. Okay, zum Pilz. Einfach geradeaus. Also nicht da rechts rein, nicht links rein, sondern geradeaus. Da ist ein Viech. Ich hab grad Arme gesehen. Ich hab grad Arme gesehen, ich schwöre. Doch. Nein. Geh doch nicht ins Giftwasser. Digga, leck mich nicht ab. Leck mich doch nicht ab. Ich bin, ich hab überlebt. Echt? Okay, du bist doch kein Trottel. Entschuldigung. Wo ist das Viech? Wo ist das Viech? Das hat sich gesehen und hat gedacht. Silger, der steht jetzt eh. Ein Tank, denkst du schon. Okay. Okay, geh durch die Röhre, wie Mario. Stimmt. Das ist ne Hommage an das Pilzkönigreich, wirklich. Da seh ich halt nix. Alter. Hallo. Ich glaub, in die Mitte darf ich nicht mehr. Das ist ein Ventil? Ja, ja. So ist es. Da ist das Viech. Wo? Wo? Da, im Tunnel. Es kommt, es kommt, es kommt. Scheiße. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ich renne hier lang. Ja, ja, super. Die Treppe hoch. Ja, ja, super. Es ist weit weg. Wunderbar, Leon. Sehr gut gemacht. Kommst du da durch jetzt, ist die Frage? Nee. Jetzt kommst du da raus, gell? Nee. Soll ich das Jump'n'Run wieder machen, jetzt, wo es da unten ist? Bote Idee. Ich glaub an mich. Das Ventil hab ich nicht, das Ventil hab ich nicht geöffnet. Egal, das kam zu spät. Jetzt darf ich nur nicht drauf gehen. Digga, dein Kopf liegt da. Das ist die Trophäe. Soll ich die mitnehmen? Siehst du, du bist der Pro. Pro-Gamer. Das Ventil hab ich geöffnet. Ja. Jetzt geh mal in den rechten Raum. Hier rein. Ja. Sehr gut. Alter, wie dünn ist das denn? Ich bin... Achtung, sei vorsichtig. Soll ich hier rein? Ja, ja. Oder? Oder? Das Ventil. Ja, dann... Ja, okay. Oh! Was ist? Weg! Schnell weg! Da war das Viech! Es kommt, es kommt! Es ist hinter dir. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Bitte, 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 bitte. Ich spring da hin. Nein, 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 nicht ins Wasser. Weiter, weiter, renn! Nee, es kommt hier nicht runter. Boah, mein Herz, Bruder. Schlau. Ich kann's noch nicht sehen. Jetzt geh wieder unten lang. Ja, aber es wird doch jetzt auch unten sein, Digga. Das kennt mich ab. Ich glaub, die Räume sind alle verbunsen. Glaubst du, es liegt in der Natur wie ein Picknicker? Ja. Das liegt. Guter Satz, Digga. Es kommt doch jetzt wieder hier aus der Röhre, oder? Ja. Siehst du? Ich hab recht. Es kommt, es kommt. Ich renne, ich renne, ich renne. Warte, warte. Kannst du es noch weiter locken? Nee, es kommt hier nicht weiter. Weißt, dass du es hierher lockst und dann gehst du hoch. Ah, verstehe. Aber geht es jetzt da weg, wenn es jetzt in die andere Richtung geht, nämlich? Es geht da hin. Ja, weil dann läuft es doch in eine Richtung, dann kann ich hier das Ventil öffnen. Dann sneak schon mal hin. Super. Was ist das für ein Sneaken? Sneakst du? Wieso? Ich sneake, ja. Bei mir stehst du und läufst so ganz langsam. Jetzt besser? Nee. Okay. Naja, mich stört's nicht. Aber die Zuschauer. Okay, ich hoffe einfach, dass es nicht kommt und mach das Ventil. Ich werd's dir sagen, wenn was kommt. Siehst du, kannst du hinter mich sehen? Ja, ich seh's direkt. Okay. Das Viech, oder? Ich geh wieder in den Hauptraum, sobald ich das Ventil hab, weil das dauert echt lang. Okay, ich hab das Ventil. Perfekt. Ist das Viech da? Alles gut. Nix da. Nix da. Machst du? Ich schau, ob das Viech kommt oder nicht. Sneak mal, sneak mal. Aha, es liegt da so an der Taschenlampe. Wenn du sie anhast und dann sneakst. Oh, es kommt. Echt? Es kommt. Oh ja. Kommt das jetzt? Warte. Ja, es kommt. Ja, ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Ich bin tot. Scheiße. Scheiße, Mann. Kommt das jetzt? Warte. Ja, wenigstens bist du jetzt auch wieder da. Ja, eben. Und zwei Ventile haben wir jetzt geschafft. Sehr, sehr nice. Aber das waren die einfachsten Ventile. Hast du ne Taschenlampe? Ich hab ne Taschenlampe. Sollen wir jetzt Jump'n'Run machen oder auf der anderen Seite hoch? Lass auf der anderen Seite hoch. Komm, du schaffst es. Ja, okay. Komm, diesmal schaffst du's. Sprint einfach. Mit Sprinten? Ja, natürlich. Okay, das sieht so unsicher aus. In Minecraft Jump'n'Runs bist du deutlich besser als hier, Digga. Okay. Die Sache ist, es könnte jetzt da um die Ecke kommen. Wir können auch hier runterspringen, wenn es hier hochkommt, oder? Sascha, wo bist du? Hier unten beim Rad. Ah. Warum? Es kommt. Echt? Es kommt. Ich spring hier runter. Wo ist es? Es ist bei dem Anfangsraum jetzt. Ich dreh einfach am Rad. Das tust du sowieso. Wie ein? Ach, egal. Okay, ich habe es aus dem Sichtfeld verloren. Aber jetzt können wir es wenigstens gekonnt ablenken. Ich glaube, es kommt in deine Richtung. Kann das sein? Hast du es hinter mir? Jupp. Scheiße. Okay. Überlebst du es? Wohin? Wohin? Irgendwo runter. Okay, ich spring jetzt hier einfach hin. Okay. Wo auch immer du bist. Wo bist du? Im Hauptraum, im Anfangsraum. Ich bin jetzt da beim allerersten Rad. Ah, auf der zweiten Ebene. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Scheiße. Oh, nach Jump'n'Run. Bei dir? Meinst du? Nee, ich weiß nicht, wo es kommt. Du bist beim Jump'n'Run, meinst du? Ja. Nee. Nee. Hi. Achtung. Renn, 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 renn. Okay, ich gehe hier hoch. Kommt es? Ja. Es ist hinter dir? Oh, es geht wieder. Nee, Lügner. Das ist doch da vorne. Da vorne war es gerade. Es war gerade um die Ecke. Nee, Lügner. Komm jetzt. Okay, ich komme auf deine Seite. Eins habe ich schon. Wir brauchen nur noch... Nur noch eins. Eins, glaube ich. Sehr nice. Ich dachte gerade, du willst dich blockieren. Nein, niemals, Leo. Wo ist das letzte? Wahrscheinlich im Pilzkönigreich, da, wo es jetzt gerade hinläuft. Wir können hier runter springen, wenn es... Ja, genau, da war ich. Da bin ich runter gejumpt. Okay. Bist du jetzt schon gerade runter? Nee, ich bin noch hier. Achso, ich habe dich nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, das ist hier... Ja, da ist es. Okay, spring hier runter. Ich gehe hier vorne lang. Ich weiß nicht, ob es hier lang kann. Es kommt von da. Letztes Mal, als ich gekommen bin, kam es von hier. Wir sollten andersrum. Ja, klingt nach einem Plan. Warte, ich lenke es ab. Geh du schon mal weiter. Ich lenke es ab. Okay. Kommt es überhaupt oder nicht? Ich sage dir, wenn es kommt. Scheiße. Was ist? Ich habe kein Jumpen mehr. Ich habe kein Sprinten mehr. Okay, jetzt Jump and Run, King. So. Sag es mir, wenn es kommt. Also es scheint nicht bei dir zu sein, oder? Ah, von hier aus kann man auch im Pilzparadies. Hi. Ja, eben. Guck mal. Wir müssen da irgendwo hin. Gieß du es? Aber irgendwo ist es hier. Es war gerade hier. Es war gerade hier. Es läuft in deine Richtung. Okay, dann lock ich es raus aus dem Pilzparadies. Ja, bitte. Oder lock du es weg. Nee, ich lock es weg. Der, der es als erstes sieht. Okay. Wahrscheinlich kommt es gerade in deine Richtung. Okay, es kommt zu mir. Okay. Es kommt. Okay, ich gehe runter. Ja. Wo ist hier das Ventil? Wo ist das Ventil? Hier ist ein Ventil. Komm schon. Scheiße, das ist schon gedrückt. Das war das eine. Hast du es weggelockt? Ja. Ist es immer noch gelockt? Ja. Nee. Ich sehe das letzte Ventil nicht. Es kommt jetzt. Was? Nee. Zu mir, oder was? Wahrscheinlich. Das weiß nur Gott. Ja, scheiße. Das hast du schon gemacht. Ja, es wird uns jetzt gleich umbringen. Es kommt, es kommt, es kommt. Es hat mich gesehen, es hat mich gesehen. Geh hier hoch. Ja? Ja. Hä, wo ist das letzte? Oder ist es schon voll? Es kann auch sein, dass du die ganze Zeit... Ah, es ist, glaube ich, voll, oder? Echt? Schau mal. Es kommt, es kommt. Spring. 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 Ich bin wieder festhängen. Ja, guck. Ja, lol, Alter. Voll unnötig. Zum Glück hast du es gesagt. Okay. Okay, geil, Alter. Jetzt sind wir jetzt wieder am Leben, beide. Traust du nicht, da runter zu springen? Echt nicht? Ich schau jetzt. Okay. Alter, geht sogar noch. Wir machen 360 dabei. Soll ich? Ja. Und wo ist unser Boot? Da, in die Richtung. Wo? Ja. Und was ist dann hier? Das war einfach so ein Becken. Ah, dann. Keine Ahnung. Unser Boot ist in der Richtung. Da durch. Aber ich weiß nicht, ob ich hier runter springen sollte. Also springe ich doch vom Becken. Vielleicht ist das Becken wirklich fürs Runterspringen. Okay. Hui. Ich lebe. Jetzt schau mich an. Aua, Pagat. Alter, das war sogar ein... 720. Ja, Wadda, Waddu. Hier ist unser Boot irgendwo. Alter. Außer es wurde weggespült. Bist du nicht von Sascha und Sascha und Leon? Sascha und Sascha und Leon. Da ist unser Boot. Hä? Ja, das ist runtergegangen, das Wasser. Scheinbar. Interessant. Also gehen wir jetzt hier lang. Scheinbar. 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 Okay. Loll, guck mal. Das Wasser sieht ganz komisch hier aus. Wo denn? Links von uns. Links von uns, ja. Ah, das ist auch so ein Wasser, wo wir sterben würden. Echt? Da sind so wie so Algen drin, ja. Genau, da bist du gestorben. Vielleicht, weil du gegen den Pfosten umfährst. Ich glaub, das war das Problem. Okay, hier sind irgendwelche Löcher. Löcher. Das ist so hell. Dann gehen wir zum Hellen. Da ist ne Leiter rechts. Okay, okay. Aber. Kein Problem. Aber. Kein Problem. Kein Problem. Aber. Kein Problem. Okay, ich hoffe mal, dass wir hier richtig sind. Bin ich ja. La, 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 la. Dick, er hofft mich zu blockieren. Links oder rechts? Links. Geh mir links. Ist kürzer, gell? Ich glaub, da ist falsch. Ich glaub, wir müssen einfach da links lang. Du vor, bitte. Alter. Warum links? Sag mir. Weil links ist immer richtig. Hä, okay. Es scheint nicht richtig zu sein. Falscher hatten beide Tote. Ne, es scheint nicht richtig gewesen zu sein. Da konnten wir nicht noch irgendwo anders lang, ne? Ne, wir sind hier hergekommen. Da sieht's richtig aus. Das ist Geländer. Folgen Sie mir. Ich folge Ihnen auf YouTube. Echt? Ja? Nice. Ich kenne nämlich Ihren Kanal. Ich werd auf den Barsang gesprochen. Kenn ich dich nicht. Ich kenn dich nicht. Was sind das? Duschen? Oder sieht's so komisch aus? Da ist eine andere Leiter, wo es runter geht. Auf der anderen Seite. Da hinten ist auch noch ein Weg. Ah, so eine Leiter, wo man wieder hier hochkommt. Interessant. Oh. Interessant. Oh, es lädt. Ne, nicht schon wieder. Oh, ne. Oh, ne. Alter, Digga. Oh, ne. Nicht schon wieder Bademeisterspielen. Hallo. Oh, da war's doch grad. Wo? Oder? Ich hab da einen Schatten gesehen. Ja, da ist es grad an uns vorbeigelaufen. Digga, hatten wir Glück. Ich beobachte es gerade. Okay. Ich dreh schon am ersten Rad. Okay, sehr gut, Alter. Ich seh's nicht mehr. Ich seh's jetzt nicht mehr. Ich geh mal in eine andere Richtung. Okay. Vielleicht find ich hier was. Ich seh das zweite Rad. Ich hab aber Angst. Ich seh ein weiteres Rad, wo das Monster, glaub ich, nicht hin kann. Alter, bei mir auch. Scheiße. Außer ich verkack den Jump'n'Run natürlich. So, okay. Ich bin am zweiten Rad. Ich dreh am Rad. Alter, da hab ich schon drei Räder. Drei Rad. Drei Rad. Drei Rad. Drei Rad. Das ist schon geschafft, Digga. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen noch eins, oder? Letztes Mal haben wir auch noch drei gebraucht. Verstehen? Ich hoffe, ich geh nicht drauf. Verstehen? Verstehen Sie's? Ich bin gleich beim Tank, dann kann ich schauen. Nope. Alter, der ist nicht mal zur Hefte gefüllt. Als ob. Ich glaube, hier gibt's, hier gibt's, glaube ich, mehr als drei Räder. Drei Rad. Hallo. Alter, was? Monster gesehen, da unten. Ich glaube, das ist schon lange her. Es könnte überall sein. Ich komm mit dir mit. Ich glaube, das Wasser geht, oder? Soll ich's ausprobieren? Hier ist ein Rad. Hier ist ein Rad. Dreh am Rad. Ich guck hier. Ich halt hier Ausschau. Also, wenn du es siehst, bin ich tot. Es kommt. Es kommt. Ich schwöre. Scheiße, ich bin tot. Ich bin so tot. Es hat mich. Es hat mich. Es wird mich auch haben. Nein. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Du kannst doch abbrechen, Digga. Ich check dich nicht. Es ist direkt hinter dir. Okay, okay. Ich renne. Du kannst mit F abbrechen. Boah, fuck. Ich renne. Ich renne. Es ist so da. Ich habe mich gerade umgedreht. Und da sehe ich es einfach immer im Gesicht, Digga. Kann man abbrechen? Ja, mit F. Ich wollte es dir nur nicht sagen. Gut zu wissen. Hä, wieso gehe ich wieder die Leiter hoch? Bin auch so an die Leiter gekommen gerade. Jetzt hast du einen Bug. Jetzt muss ich mit hoch. Scheiße. Jetzt flöpst du unendlich. Okay, komm. Lala. Mann. Okay, wieder runter. Lala. Lala. Also, wir haben schon drei. Nee, vier haben wir jetzt sogar. Ja? Das heißt, jetzt nur noch weitere vier. Nur noch. Folgt mir. Ich folge dir. Das haben wir jetzt gedreht, ne? Das kam von da. Okay. Das heißt, wir gehen. Da ist es. Da ist es. Ja. Da müssen wir aber langen. Okay. Also, wir könnten da jetzt durch, ne? Das ist gedreht. Ich schau nochmal. Wo bist du? Ja, ist gedreht. Ich bin bei dir. Okay. Da ist es wahrscheinlich jetzt gerade lang. Ich hoffe, dass es uns jetzt nicht entgegenkommt. Alter, was ist denn hier los? Ausschau holen von hier. Ausschau holen. Da ist eine Tür, wo wir durch könnten. Nur eine Tür. Hier ist kein Rad. Einfach ein komischer Raum. Ja. Dass es so eng ist, ne? Hier muss irgendwo ein Rad sein, bestimmt. Ja, hier ist eins. Okay. Warte du hier? Okay. Ich gehe auf den Ausschaupunkt. Alles klar. Weil es kann ja von keiner anderen Seite kommen eigentlich, oder? Ich gehe nicht auf den Ausschaupunkt. Ich bleibe in der Nähe von dir. Danke. Okay. Habs. Okay, geil. Kannst rauskommen. Moin. Okay. Das ist wohl hier so außenrum am besten. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück. Da lang. Geh du fort. Okay, gute Idee. Das Problem ist, wenn ich schreie, rennst du sofort zurück, okay? Ja, okay. Tue ich sowieso. Höchst. Links oder rechts? Rechts, okay. Und hier links sind wir im Anfangsgebiet. Okay. Der Tank ist fast voll. Noch zwei oder drei. Da hinten ist es. Da waren wir noch nicht. Da, wo es ist. Ich glaube, es hat uns gesehen. Scheiße. Es hat uns gesehen. Wohin? Renn. Renn. Scheiße, eigentlich ist es hier dumm. Weil da gibt es nur eine... Was ist der Plan? Es hat uns schon verloren. Einfach ruhig sein. Okay. Sei einfach ruhig. Nein, nein. Einfach beruhigen. Da haben wir alles abgeschlossen. Ich kann nicht aufhören, sich zu bewegen. Da ist es wie ich... Wir müssen da hin. Es ist gerade nach links in irgendeinen Raum gegangen. Okay, dann komm mit. Also links fast am Ende. Ja, ich seh's. Da kommst du wieder raus. Es kommt zu uns. Ich geh hier nochmal lang. Ich lock's raus und du gehst dann da rein, okay? Hallo, hier. Okay, es kommt dir hinterher. Renn du weiter. Renn weiter. Es kommt mir hinterher. Renn rein. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Es kommt. Es kommt. Ich bin im Pool. Es kommt. Okay, okay. Ich renne rein. Okay, ich renne rein. Ich renne rein. Ja, es ist hinter mir. Es ist Sana. Renn rein. Renn rein, Leon. Bitte. Renn rein. Renn rein. Ich bin drin, ja. Okay, ich geh hier rechts lang. Was ist hier? Was ist hier? Hier ist ein Ventil. Ich mach's, okay? Ich hab Probleme. Bist du in dem Raum mit der Aussichtsblattung? Soll ich dir sagen, was mein Problem ist? Was denn? Ich bin im Wasser und ich komm hier... Ah doch, ich komm raus. Es ist weg. Scheiße. Schon länger. Ich hab ein Ventil gedreht. Ich trau mich nicht in den Anfangsraum. Also in den großen Raum, wo ich grad reingerannt bin. Du musst. Es könnte das letzte Ventil gewesen sein. Bist du beim Anfangsort? Fast. Okay. Aber ich bin faster. Okay, ich bin beim Anfangsort. Es fehlt noch was. Es fehlt noch ein Ventil. Ich seh's, ich seh's. Genau da, wo es grad lang geht, ist, glaub ich, der letzte Weg. Wo bist du? Beim großen Raum, beim großen Raum. Okay. Es ist grad links reingegangen. Und du bist rechts? Ich bin hier, ja. Da kommt's. Es kommt. Geh ins Wasser. Warte, lenk du's ab oder soll ich's ablenken? Lenk du's ab, lenk, lenk. Okay. Aber das Problem ist... Okay. Ja, renn einfach. Komm bitte nicht. Es kommt mir hinterher. Ich versuch's abzulenken. Hier ist nichts, Digga. Ich hör's, ich hör's. Es ist ein bisschen schneller. Es hat mich. Es hat mich. Echt? Scheiße. Ja. Ich glaub, du bist einen Raum zu spät rein. Und jetzt? Geh ins Wasser. Weißt du, dass ich verstehe? Ja, warum bist du nicht ins Wasser gegangen? Weil ich's ja vor dir ablenken wollte. Wo ist es? Es ist links hinten. Hinten im Raum. Da, wo du herkommst. Da geradeaus. Ah, beim Pilz. Genau. Genau. Da ist es. Siehst du's? Okay. Du musst hier in den Raum, glaub ich. Okay. Ich schau hinter dich. Ich glaub, ich hör's. Aber egal. Siehst du's? Nee, ich seh's nicht. Ah, so ein geiles Gefühl. Es ist da. Es ist direkt hinter dir. Okay. Aber es läuft vorbei. 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 Okay. Okay. Es ist auf der rechten Seite. Du könntest rennen und in den Pool rein vielleicht. Besser ist, langsam zu laufen, glaub ich. Versuch, um die Ecke zu schauen. Ich seh's nicht. Okay, okay. Ich glaub, es ist im Anfangs-Klut. Es ist auf jeden Fall da langgelaufen. Hast du's geschafft. Lass mal ne Runde schwimmen, oder? Oh, geil. Jetzt gehst du so drauf. Da muss es halt irgendwo sein, ist das Problem gerade. Leo. Da, wo du hin musst. Ja. Aber geh ohne mich weiter. Ich hab mich geopfert, damit du's schaffst. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, Alter. Ja, Mann. Hi. Hallo, mein Freund. Nice. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder? Können wir hier runter einfach, oder? Wo ist unser Boot? Unser Boot ist da. Wo wir nichts tun. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Mich verfolgt jemand. Schnell, weisen Sie sich aus. Okay. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber egal. Wo ist unser Boot? Ich weiß nicht, Digga. Ist sehr komisch, gell? Ah, ich glaub, wir haben's geschafft. Haben wir? Was ist geschehen? Hä? Ja. Mein Herz? Sind wir hier richtig? Dann können wir in der anderen Richtung weiter. Soll ich auch runterkommen? Nee, nee. Bleib du mal lieber da. Okay. Oh ja, ich bin hier im Riesenhallenbad. Ich glaub, hier ist richtig. Okay, dann komm ich. Hui. Hui, ui, ui, ui. Guck mal hier. Alter. Alter, guck mal. Das ist eine Wasserrutsche. Das sind nicht nur eine. Das sind mehrere. Alter, wie geil. Gucken wir auf so ein Ding drauf? Weiß ich nicht. Was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht. Das sind verschiedenfarbige Rutschen. Nee, geht leider nicht. Oh, ich weiß was. Hier, die Treppe. Die in der Mitte. Die Wendeltreppe. Ja, und dann ins Grüne wahrscheinlich. Wenn wir jetzt sterben. Vielleicht. Ist da ein Schlauchboot da vorne? Alter, wehe. Niemals. Was sind da? Ah, das sind ganz viele von diesen Ringen. Was war dein Lieblingslevel generell in Escape the Backrooms? Oh, gute Frage. Ich hab ne klare Antwort. Lieblingslevel. Ich fand das Clownlevel interessant. Oh ja, stimmt. Also das mit dem, wo der weg geht? Boah, was war dein Lieblingslevel? Das mit den Kindern, Digga. Das hab ich so... Alter, okay. Das hab ich richtig... Das müssen wir uns entscheiden. Ja, wahrscheinlich... Boah, Bruder. Das kann alles sein. Mit Gelb kommen wir aus dem Fenster. Mit Grün gehen wir weiter rein. Wo führt Rot hin? Ja, guck hier. Hier vorne. Das geht aus dem Fenster. Rot führt auch weiter rein eigentlich. Blau auch irgendwie in der Wand. Vielleicht Gelb. Dann lass uns... Nimm du Gelb. Okay. Scheiße, warte kurz. Ich bin rein. Okay, bist runtergefallen. Ah, was? Wo bist du? In Gelb. Okay. Warte. Es passiert nix. Also demnach was richtig. Ich warte. Dann geh ich auch in Gelb. Ja, geh mal auch rein. Wie komm ich da rein? Einfach reinrennen. Geht nicht. Wie geht nicht? Geht nicht. Es backt einfach. Ich geh mal in Blau. Ja, Blau geht. Okay. Dann wirst du in Blau rein vielleicht. Nee, nee. Ich bin 100%... Was meinst du? Clowns gefallen dir? Ach nee. Alter. Guck mal, die... Alter, wie viele Bälle. Alter, warum willst du eigentlich... Wieso hab ich nur von Clowns geredet? Oh, wieder die Dinger, Digga. Nee, oder? Oh, nee. You must be this tall to ride. Das ist bestimmt der Erfinder. Wer hat das gesungen? Da sind verschiedene Höhen. Nimm mal ein paar Getränke mit. Kann man? Nee. Ah, hier. Und was sind wir für die Höhen? Welche Rutsche sollen wir? Schau mal, bin ich so groß? Bin ich... Passt das? Loll, guck mal, ich spiel Automat. Alter. Guck mal. Ja, ich komm zu dir. Was ist das? Wer kriegt die Spritze? Jetzt Achtung. Zack. Ja? Passiert nix. Da gibt's ja gar nichts zu gewinnen. Ah, guck mal, hier ist ein Zettel. Each area has a key to put in here. Ah. Aha. Wir müssen also neun Keys... Guck mal, die Musik. Guck mal, Ballons. Ah, nee. Ich weiß, vier Keys. Die anderen sind ja grau. Einen gelben, einen blauen, einen roten und einen grünen Key. Okay. Und die muss man dann hier irgendwie reinmachen in die Maschine. Wo bist du? Ah, okay. Wir sind größer als das hier. Ist das richtig? Boah, wieso schreit der so? Ne, ne, ne. Hast du gehört? Ja. Oh, Digga. Was? Hier ist stockdunkel, Alter. Boah, scheiße. Wahrscheinlich kommen wir da in Level, oder? Hoffe ich. Wir kriegen gleich einen Screamer. Puh. Okay. Also es sind vier Level, die wir noch machen müssen. Vier Level. So gesehen, hier drin. Oh, nee, Alter. Keep, keep clear. Okay. Da bei dem Schrank vorne steht, dass wir da nicht rein sollen. Digga, einfach so ein Kindergartenzimmer. Bei dem Schrank, Digga? Das ist ne Tür? Ah, Tür, ja. Es sind hier verschiedene Türen. Nur die hier ist offen. Da ist ein Zeckel, oder? Die hab ich früher immer schon Klimmzüge gemacht. Oh, ja. Alter, damals schon krass. Boah, Digga, die Musik ist anders laut. Ich mach's mal leiser. These things control the entire Level. Wir müssen Dynamit auf irgendwie so Augen werfen. Ist sie laut? Hier ist Dynamit. Wieso schreit der so? Oder? Bei mir geht's. Ja, warte, stopp. Nimm das Feuerwerk mit. Hier ist Feuerwerk. Und wir müssen das auf so Augen werfen. Schau. Firework. Ich nehm mal zwei Stück mit. Okay, interessant. Soll ich jetzt die Tür aufsprengen? Nee. Ich glaub, da sind so Augen. Die ist abgeschlossen. Okay, alles klar, Digga. Oh, hier noch mehr Feuerwerk. Ach so. Ich mach mal hier die Tür auf. Oh, shit. Eins vermasselt, Digga. Wie der schreit, ja. Bei mir geht's von der Lautstärke. Sonst machst du das Spiel einfach generell leiser. Hab ich. Sonst hört man mich wieder nicht. Wie im neuesten Video. Spaß. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Scheiße. Das ist nur für so Augen. Wenn wir Augen sehen. Okay. Du kommst da nicht rein, sagst du? Vielleicht aufsprengen. Sicher? Sicher. Da steht doch. Wir müssen das gegen diese... Throw it at them. Wenn du Augen siehst vielleicht irgendwie. Ah, okay. Also hab ich schon so viel verböllert. Verbraucht, ja. Ja, aber was müssen wir hier machen? Was ist mit den... Ich trau mich nicht, die unterschiedlich bunten Türen zu öffnen. Kann man die aufmachen? Ähm, nee. Okay. Ich check's nicht. Siehst du hier irgendwo Augen? Alter, die Musik. Ja, hier ist ein Auge. Ah, ja. Werf's dagegen. Okay. Hey! Es ist wahrscheinlich dunkel. Ich bin tot. Bist tot. Wieso bist du tot? Ist es jetzt dunkel? Nee. Ja, es ist zu, das Auge. Es ist zu. Ah, Dicker. Wieso bist du tot? Wahrscheinlich, weil du nicht weggegangen bist. Ich hab noch drei Stück. Perfekt. Weißt du, du musst hier nur Augen suchen in dem Raum. Okay. Wo sind noch Augen? Drei Stück sind's. Eins hast du jetzt getroffen, ne? Welches jetzt? Kannst du jetzt die Tür öffnen? Soll ich mal machen? Ja? Jawoll. Nice. Fuck it, Bruder. Ich will, dass du wieder da bist eigentlich. Ja, ja. Jetzt entspanne ich mich auch mal. Wir sind hier Tische. Zum Verstecken. Tische waren doch immer zum Verstecken, oder? Hallo? Nimm mal das Dynamit oben drauf und geh weiter. Das Dynamit? Ah, Feuerwerk. Das heißt, Bro. Alter, die Musik, die macht mich so... Die ist ganz schön interessant auf jeden Fall. Soll ich mal hier hoch? Kannst du da hoch? Nope. Halt die Augen offen. Nach Augen. Nach Augen. Nach Augen. Ah! 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 Scheiße! Scheiße, Alter! Boah, fuck, Digga. Ich glaube, aus Reflex habe ich das Feuerwerk gezündet. Scheiße, Alter! Ich habe schon gehört, dass die kommen, weil der Scratch kam und dann... man hört das nicht mal hört. Das ist nicht lustig, Digga. Alter, warte ich. Ah, es ist schon offen. Ja. Ich bin wieder tot. Ich dachte gerade, du hast dich wieder gesprengt. Okay, nimm hier noch zwei Stück mit. Okay. Okay, also die kommen aus der Tür raus, Alter. Sonst sollten wir vielleicht nicht hier lang. Glaubst du? Da ist, über der Tür ist ein Auge. Das ist voll der Babe, Digga. Sie kommen. Scheiße. Wo ist sie denn nur dir hinterher? Oh, Alter, einfach vier Stück. Ah! Bist du tot? Ja. Bist du tot? Du? Nee. Ah, das Auge darf dich nicht sehen. Das ist das. Guck jetzt, wenn es sich... Hab ich auch schon probiert. Achtung! Scheiße, was mache ich jetzt? Es sind nur zwei. Nur. Sie rennen dir hinterher. Nice. Sehr nice. Gut gelegt. Ja, und was mache ich denn jetzt? Guck mal, ob die Tür hier offen ist. Okay. Nee. Jetzt geh in den Schrank. Schön. Schön. Geh wieder raus. Warum? Wie schaffen wir das? Nur zu zweit, Digga. Einer muss die Typen ablenken und der andere muss werfen. Sie kommen. Sie kommen. Sie gehen. Warum kommen und gehen die? Kannst du Ballons kaputt machen? Sie kommen wieder, oder? Sie gehen wieder. Nee. Okay, dann ist das einfach nur ein Mechanismus vielleicht. Vielleicht kann ich einfach kurz warten, bis sie kommen. Bleibt mal genau so. Ja. Sie kommen. Und jetzt, wenn sie wieder gehen, gehst du direkt hin und machst es kaputt. Sehr gut. Sehr gut. Schnell. Hau ab, hau ab. Und rüste dich aus. Ja. Sehr gut. Du machst es gut. Okay. Geht doch. Ja, ja, die gehen. Jetzt direkt hinterher. Sehr schön. Direkt ans Auge. Ja. Nice. Jetzt ist die Tür offen. Und jetzt ist die Tür offen. Okay, alles klar. Ist sie offen? Wieso muss ich her? Sie ist offen. Ich geh wieder hier runter. Die kommen, die kommen. Ja, ja. Ich bin unter dem Tisch. Okay, jetzt weiter rein. Weiter. Schnell bevor die kommen. Jetzt krieg ich gleich wieder einen Streamer. Türen zu. Sehr nice. Sehr nice. Nächstes Auge ist da oben rechts. Hast du noch Dynamit? Ja. Ich hab Dynamit. Da kommen welche raus, okay. Jetzt direkt. Wo? Ah, da. Hau ab, hau ab. Und dann nimm das Dynamit. Okay, warte. Chill kurz. Sehr gut. Die kommen nur da raus. Oder kommen sie auch aus einer anderen Richtung. Das ist gut, Digga. Du bist echt gut. Danke, danke. Jetzt aber. Fuck. Easy, chill. Dynamit, Dynamit. Wir haben Zeit. Alter, nee. Jetzt, jetzt. Sehr nice. Geh ruhig näher hin. Alter, renn doch. Nice, nice. Sehr nice. Ich geh trotzdem mal runter. Nimm das Dynamit. Okay. Jetzt siehst du die rechte Tür. Gerade neben dir. Ja. Guck mal, ob die offen ist. Die hier? Oder nicht die große blaue am Ende? Geh da rein, geh da rein. Stopp. Langsam. Verlangsam. Hier rein, echt? Ja, ja, ja. Und nicht da in die letzte. Okay. Und jetzt? Ich komm hier nicht runter. Doch, hier. Wo ist ein Auge? Ganz am Ende. So muss ich das alleine machen? Wie sollst du die Tür noch? Okay, geh da hin. Siehst du's? Da, war's kaputt. Besser aim. Kein Call of Duty hier. Ich hab noch einen. Eigentlich easy, Digga. Sie haben die Tür zugemacht für mich. Let's go, let's go. Geh ruhig näher hin. Du hast Zeit, Digga. Nice. Oder? Okay. Und jetzt geh auf die gegenüberliegende Tür von hier aus gesehen. Okay. Okay. Ich muss wieder raus. Raus und einfach geradeaus. Ich brauch aber Feuerwerk. Echt? Warte, ich warte noch einen. Ich warte noch einen Zyklus. Okay. Hallo. Jetzt. Sehr nice. Warte noch einen Zyklus. Ja. What? What? Why are you here? Oh, die kommen da raus. Okay. Jetzt mach mal da auf. Geht das? Ja. Die kommen doch da raus. Geh da gleich hin. Jetzt geht da hin. Geh da hin. Schnell. Okay. Alles klar. Guck mal, ob hier ein Auge irgendwo ist. Keep clear. Über mir. Du bist tot? Ich bin tot. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, ich hab's wirklich nicht mit Absicht gemacht. Einfach aus, weil ich Panik hatte, dass die gleich wieder aus der Ecke kommen. Hallo Sascha. Hallo. Okay. Das müsst ihr ja gespeichert haben. Ja, ja. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können gleich durchs nächste... Geradeaus durch. Ja. Was machst du? Hallo. Ich hab Angst. Komm. Was ist der Plan? Direkt zu rennen. Okay. Okay. Oh. Ich bin unter dem Tisch. Okay. Jetzt weiter. Okay, okay. Ich mach die Tür zu. Nein, scheiße. Wir können einfach nur einzeln unter dem Tisch. Ich muss den linken Tisch nehmen. Bitte, 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 bitte. Oh, oh, oh. Okay. Sie kommen. Okay, sie sind bei mir. Oh, okay. Komm weiter. Okay. Können wir durch die einzelne Tür? Geh du, geh du hier rein in den Ding und ich geh hier. Ich glaub das ist weiter, das ist weiter Level. Okay. Oh, sie kommen zu dir, Alter. Okay. Komm mit, weiter Level. Weiter Level. Lass das Auge. Scheiße. Bleib da, wo du bist. Okay. Habs. Ich bin hier, wo ich bin. Okay, sie kommen wieder. Komm mit. Geh, geh, geh an den Tisch. Ja, bin unter dem Tisch. Ja, sehr nice. Und jetzt beobacht. Auge hier hab ich schon. Da oben ist noch eins. Siehst du's? Da kommen sie raus, Alter. Siehst du's? Da stehen fünf Stück oder so. Ja, oben, ja. Keep clear. Kümmerst du dich drum? Okay. Oh, das ist mit Jump'n'Run. So einer an der Tür hast du schon. Scheiße, ich bin irgendwo runtergefallen. Sie kommen. Einer rennt. Einer rennt ihr hinterher. Okay, sie sind wieder zurück. Kommst du irgendwie wieder da raus oder lebst du noch? Rede mit mir. Oh fuck. Ich hab mich fast selber getötet. Ach du, sie kommen? Ja, ja. Die kommen durch den Pool irgendwie? Okay. Du hast ein Trampolin. Hui. Ich seh dich gar nicht. Scheiße, ich krieg's nicht kaputt. Soll ich auch mal kommen? Sind da Tische oder nicht? Ja, das sind genügend Tische. Komm ruhig. Kann ich jetzt kommen oder? Warte, ich warte noch einen Zyklus ab. Weil die Tür öffnet sich manchmal und manchmal nicht. Wo du das erste Auge gekillt hast. Einer kommt zu dir. Okay, ich komm zu dir, okay? Okay. Scheiße, ich komm hier nicht hoch. Ah, hier. Scheiße, ich bin glaube ich so tot. Ich krieg's nicht hin. Nein, scheiße. Da hast du noch Tische. Schnell. Ich komm nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin einfach am Trampolin hängen geblieben. Dann springt er lieber erstmal in seinen Tod, Digga. Ich hab genug Feuerwerk. Geh lieber unter den Tisch. Schnell. Boah. Boah, Alter. Boah. Was ist das da? Aha. Ich glaub du musst aufs Trampolin, um nach oben zu kommen. Easy, gewonnen. Gewonnen. Okay. Und wo geht's hier weiter? Jetzt hier geht's weiter. Hallo. Wie die Tür einfach nur offen steht. Okay. Okay, nächstes Level. Komm. Da ist ein Tisch direkt. Und Schlüssel. Kommst du hier weiter? Okay. Geh unter den Tisch, bitte. Und dann? Was? Wo kommen wir? Hä? Wo kommen wir weiter? Das war's. Genau. In den Anfang. Du traust dich was, Digga. Okay. Da bleibt einfach gar nicht drauf. Ja, ich glaub's. Ich hoffe, wir haben's geschafft. Okay. Wenn du das sagst. Dann muss das stimmen, oder? Ja, ja. Da kommst du nicht hoch? Ich glaub, da kommst du auch nicht hoch. Ich glaub, du musst das Trampolin nutzen, um rüber zu kommen. Hui. Hui. Vielleicht renn doch von dem Block da aufs Zu. Okay, so geht's auch. Du rennst einfach durch, oder was? Ja. Ohne dich zu verstecken, okay. Weil wir haben nur noch vier Sekunden, Mann. Alter. Sekunden, Mann. Ich glaub, wir haben's geschafft. Eins von den vier. Eins. Jetzt musst du den Schlüssel dort in diese Maschine reinpacken. An der du vorhin gespielt hast. Nice, Digga. Okay. Hi. Jetzt packe ich den Schlüssel hier rein. Hallo. Ja? Geht's? Hui. Alter. Hat's geklappt? Ich hab keinen Schlüssel. Ah ja, jetzt ist er hier. Zack. Zack. Nice. Und jetzt? Er ist einfach weg? Er ist unten drin. Weiß nicht. Warte, lass mich mal hin. Scheinbar ist das richtig, oder? Okay. Denk ich mal. Nicht, dass er jetzt verloren ist und wir müssen's nochmal machen. Das kann sein. Ah, guck mal, es ist eh geclosed. Wir haben's abgeschlossen. Schau mal. Ah, ja. Sehr nice. Komm, wir gehen noch kurz ins nächste Level, damit wir nur einen kleinen Vorgeschmack haben, was uns in der nächsten Folge erwartet. Wahrscheinlich genau das gleiche. Lass uns hier hin. Hier müssen wir die Höhe haben. Warte, ich nehm noch die Taschenlampe mit. Bin ja gestorben. Oha, guck mal, wir können nicht mal mehr raus. Wir müssen das Level jetzt schaffen. Wir müssen jetzt. Ahhhh. Ab ins Dunkle. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was wird uns hier erwarten? Alter, was war das? Alter, Disco. Ich geh direkt unter den Tisch. Wenn ihr Bock habt. Ich hab Angst. Auf ne Disco mit Sascha und Jörn. Dann schreibst du in die Kommentare. Die Disco unter den Tisch, Leon. Hier bin ich. Die Disco unter den Tisch. Hi. Hallo. Ich hab by the way auf Insta Werbung bekommen für nen Timer. Und der sah so cool aus, dass ich mir den überlege zu kaufen. Kaufen? Ja. Für 30 Euro. So ne Stopp-Uhr. So übelst geil, Digga. So richtig geil aus. So ein Timer halt. Zum hinstellen einfach. Alter. Ach stimmt, wir sind ja hier. Sogar magnetisch. Alter. Mit dem Code Sascha und Leon bekommt ihr 10% Rabatt vom Timer. Was? Ich bin tot. Ja. Entschuldigung. Du hast einfach ein Feuer weg in mein Gesicht. Ah. Das tut mir irgendwie nicht leid. Der Schlappe gehört jetzt mir. Alter. Weißt du, wie du aussiehst? Wie denn? Egal. Wie Ketchup. Nein. Wie so ein Klumpen. So ein... Ja. Ja, ja, Bro. Ja, ja, ich weiß schon. Das hast du schon in nem anderen Spiel erwähnt. Ja, ja, Bro. Ja, ja, Kleiner. Ja, ja, Kleiner. Machen wir mal ein bisschen Party ohne mich? Ja, ja, Kleiner, ja. Ja. Das ist eine Bowlingbahn. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah, ja. Vielleicht nicht sterben. Aber ich damit... Ja, ja. Jetzt kommt so ein Streamer. Kannst du hier Bälle reinwerfen? Ne, das sind keine. In der letzten Folge... Ja. Waren wir glaub noch... Das Winigolf. Sorry. Ich hab mich grad gerissen. Das ist ein Monster. Sorry. Nein, ein Winigolf. Ja. Was haben wir gemacht? Waren wir da schon da drin? Wir sind durch den Pool. Ja. Wir sind durch den Pool gegangen. Und durch die Untergrundbäder. Ja, genau. Und... Mit dem Monster mit den vielen Händen. Ja. Und dann sind wir hier in die erste Tür gegangen, wo wir eine Rutsche runtergerutscht sind, glaub ich, ne? Genau. Und da mussten wir so Dynamit an Augen werfen. So sieht das aus. Und das müssen wir jetzt weiterhin machen. Und hier gibt's insgesamt vier Level. Wir sind jetzt bei Level zwei. Genau. Match the correct color. Oh je. Und ich bin tot. Thumbs up on the video. Freunde, das wird ein 70 Minuten Video. And subscribe Sasha and Leon. Ah. Impossible to see without subscription. Du weißt schon, dass es auch in Deutsch unten steht, ne? Ah. Echt? Oh. Wenn du mit F das öffnest. Oh. Ich hab grad auf den Boden geguckt. Nein. Ah ja. Finde die richtige Farbe und das richtige Symbol oben mit den... Ah, das geht aber weg. Deswegen. Das wird geschehen. Leuchtstäben. Nimm einen Ersatz mit. Ohne ihn kann man nichts sehen. Nochmal. Finde die richtige Farbe und das richtige Symbol oben mit den Leuchtstäben. Ja. Leuchtstäbe. Ah, okay. Jetzt muss ich Leuchtstäbe suchen. Scheinbar. Aber ich will doch mitmachen. Soll ich schnell das Level verlassen? Ja. Ja? Ja. Selber schuld. Wenn man vom Böller steht. Was liegt da auf dem Tisch? Du hast mich damit abgeworfen. Was ist da auf dem Tisch? Leuchtstäbe, oder? Ja. Da steht... Auf dem Boden. Auf dem Boden. Kommentiert genau das. Ha. 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 Was meinst du? Ha. Ha. Hey, hier ist unten. Wir sind ja schon ganz unten. Ha. 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 Du sagst nicht mal ha ha, du machst einfach so. Ha. Ha. Ich mach Ha. Ah, einfach lang. Guck mal hier. Lies mal vor. Nee, das reicht jetzt. Hier ist ein Leuchtstäbe. Ich hab so das Gefühl, ich werde verfolgt. Ja, ich glaub auch. Hast du verschiedene Farben von Leuchtstäben? Die sahen nämlich gelb aus. Ja, ich hab verschiedene Farben. Grün, gelb und rot hast du ja. Weißt du, was witzig ist? Ich hab mir letztens ein YouTube-Video angeguckt von dem Game, aber ich hab mich nicht spoilern gelacht. Nee, Digga, da hat jemand einen Speedrun gemacht. Der hat das ganze Game von Anfang an bis hier, ich glaub in einer Stunde und 13 Minuten durchgespielt. Und wir brauchen pro Level eine Stunde und 13 Minuten. Ah, die kannst du einsetzen jetzt? Willst du mich lieber holen, damit du es verstehst? Libanon. Entschuldigung. Jetzt liegt er auf dem Boden. Ah, jetzt leuchtet hier was. Warte mal. Ah, das muss ich doch auch machen. Finde die richtige Farbe und das kriegst du so oben mit den Leuchtstäben. In einen Ersatz mit Oni kann man nichts sehen. Kannst du nicht da oben Leuchtstab reinmachen? Ja, äh, das liegt ja hinter dir. Das scheint nicht so zu funktionieren, wie du es willst. Warte, 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 ich krieg das hin. Ja, ja. Ich hol dich gleich, einen Moment. Ja, ja, die Musik. Keine Ahnung, Alter. Hol mich einfach. Okay, aber du löst es auch nicht. Doch, ich löse es. Du stirbst davor. Okay. Komm, nimm noch, äh, hier, ein paar Sachen mit. Oh, zum Beispiel den Böller. Nimm ihn in die Hand. Mandelwasser. Noch mehr Mandelwasser. Kommst du? Energierige. Du hast gesagt, ich soll Sachen mitnehmen. Speedrun, komm. Speedrun, ja. Wie man schneller durchs Tor kommt. Okay. Okay. Speedrun. Okay, ich, ich. Jetzt liegen die Dinger hier immer noch. Hast du es nicht schon fünfmal gelesen, hä? Bist du dumm? Ja, was heißt denn upstairs? Bist du dumm? Was heißt upstairs, mein Freund? Sag mal, ob du dumm bist. Nein, ich habe es nicht fünfmal gelesen. Ich habe es nämlich noch nie gelesen. Das ist dunkel und da. Weil ich gestorben bin. Ja, warum bist du denn gestorben, hä? Weil du mich abgeworfen hast. Aha. So, mein Freund. Ich habe keine Taschenlampe. Digga. Digga, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe jetzt, ich habe gerade... Wie schaffst du es nicht, weil die ganzen Treppen hoch. Ey, ich war gerade im Inventar. Gott, ich hol dich. Und habe so eine Flasche ausgerüstet, die ist jetzt auf meiner Maus. Du bist die Flasche. Spaß, ich hol dich. Komm. Es ist verbuggt bei mir. Es ist verbuggt. Es ist verbuggt. Ich hatte so eine Flasche in der Hand die ganze Zeit. Obwohl ich tot war. Digga, nicht dein Ernst. Spaß. Es reicht jetzt. Okay, okay, okay. Lass mich noch die Taschenlampe in den. Ja. Ich habe nichts in der Hand. Ich traue mich nicht mehr rein. Ich habe nichts in der Hand. Komm jetzt. Komm, komm. Lass mich in Ruhe. Ich mache nichts, versprochen. Ah, jetzt sind wir eingesperrt. Ich töte uns einfach beide. Alter. Okay, schafft Leon jetzt diesmal die Treppen nach oben? Digga. Okay. Wenn es nicht irgend dir... Ich töte dich einfach zuerst. Warte, ich brauche Leuchtstäbe. Warum? Weil wir die oben brauchen. Alle? Ah, damit man was sieht. Ja. Aber wir müssen auch... Also es hieß, wir müssen ein Spare mitnehmen. Dann nehme ich mal zwei von jeder Farbe mit. Oh. Und oben müssen wir die irgendwo einsetzen. Auf dem Zettel, den du vorhin zehnmal gelesen hast, statt Popstairs. Also oben. Ja, ich habe es ja vorgelesen und du hast mir nicht den Tipp gegeben. Weil du einfach kein Englisch kannst, Bruder. Nein. Weil du mir einfach nicht helfen willst. Wirst du mir jetzt besser da stehen? Ich habe noch mehr Leuchtstäbe gefunden. Kommen doch erstmal die Treppen hoch. Wie viele von den Feuerwerken hast du eigentlich? Nicht mehr viele. Nicht mehr viele? Es reicht eins, um mich zu töten. Als ob ich das jetzt nicht mitnehmen kann. Digga. Was war das? Was warst du? Wie denn? Wie denn? Wehe, du tötest mich jetzt. Ich schwöre, ich töte dich nicht. Ich töte dich nicht. Wenn, dann schreibt dir ehrenlos in die Kommentare. Da patrouillieren so Leute. Ja, komm doch mal die Treppen hoch. Ich trau mich nicht neben dir. Du bist viel schlimmer als die Monster. Ja, okay. Dann gehst du diesmal vor. Nein. Nee. Komm, komm. Nee, nee, nee. Ich warte hier unten. Das waren nicht die tausend Likes. Komm, ich warte hier unten. Ich bin ja schlimmer. Also, ich bin auf der Treppe. Ich glaube, die Türen haben verschiedene Farben, oder? Ja. Müssen wir bei dem Blauen vielleicht die blaue... Nee, das sind... Nee. Die sind alle blau. Der ist rechts lang gelaufen. Okay, also sollten wir dann nicht lang. Oh, das ist echt... Licht bringt hier nichts. Ah. Das Licht geht hier aus, deswegen. No Glow-Stäbe. In dem Fall. Du kannst den Leuchtstab aus dem Boden legen, um zu beleuchten. Achtung, er kommt von links. Okay. Hörst du ihn oder siehst du ihn? Nee, ich sehe ihn. Er kommt jetzt gleich. Achtung. Das ist das Verhalten. Ich sehe seinen Ballon. Okay, er geht wieder weg. Komm mit. Seinen Ballon? Okay. Sollen wir durch so eine Tür? Okay. Alter. Komm, schnell, schnell rein. Ich kriege ich trotzdem, okay. Okay. Soll ich zumachen? Ja. Ist zu. Kann man die Ballons platzen lassen? Ich gehe unter den Tisch, okay? Okay. Lass erst mal überlegen. Aha, hier kann man wieder hell mit der Taschenlampe machen. Hell. Scheiße, Digga. Hast du mir irgendwas? Was denn? Saft oder Gönnergy? Nachdem du mich so oft umgebracht hast. Bitte. Okay, hier. Schau mich doch an. Ja, da liegt es doch unter mir. Da. Danke. Da. Ich dachte schon, du sagst so. Da liegt es doch. Ha! Nein, ich habe noch zwei Mandelwasser, weil ich mein ganzes Inventar voll mit diesen Leuchtstäben habe. Okay, sehr nice. Brauchst du noch eins? Oh, nee, nee, passt. Falls ich sterben sollte, melde ich mich. Alter. Wie in der Schule. Was ist denn das für ein Raum? Wolltest du bitte die Gartenschein? Ah, guck mal da. Das leuchtet. Was? Das Symbol. Aha. Wir müssen hier wahrscheinlich einen Leuchtstab hinpacken. Den grünen, oder? Ich glaube, oder? Warte, ich gehe mal raus. Ja, gehe mal raus. Wenn ich hier hingehe, in welcher Farbe leuchtet es? Mach mal deine Taschenlampe aus. Es leuchtet gerade. Ja, aber in welcher Farbe? Ich glaube, blau. Ja? Blau oder grün? Für mich sieht es aus nach grün. Naja, dann leg mal grün hin. Unten stehen die Symbole, ne? Oder ich lege beides hin. Oder beides. Oder es leuchtet grün, wenn ich grün nehme. Nee, das scheint nicht richtig zu sein, oder? Mach mal blau. Das geht weg. Also, wenn ich grün nehme, geht das Symbol an der Wand weg. Und bei blau? Aha. Leuchtet es. Das, dann ist es blau. Und bei gelb leuchtet es ab. Nicht. Dann geht es weg. Und rot. Dann wird es blau sein. Okay. Kannst du... Hallo? Du hast mich eingesperrt. Kommst du nicht mehr raus, oder wie? Doch, doch. Ich wollte nur rückwärts laufen und dann... Okay. Leuchtet es jetzt weiter? Ja, es leuchtet. Gehen wir weiter. Okay, ich mache mal die Tür zu hier. Heißt, eins haben wir. Boah, ich trau mich nicht raus. Beobacht du mal, ich gehe unter den Tisch. Ist er da? Nee, nee. Kann ich raus? Ja. Wo lang? Hier, hier. Das ist rechts lang, glaube ich, ne? Da ist eine offene Tür. Ja, da bin ich drin, ja. Kurz zum Chillen. Aber hier ist nichts. Okay, das ist nur zum Verstecken. Hier sind viele Türen, Dinger. Hier ist irgendein schlimmer Raum. Mit so einem Monster. Da steht Fun. Fun. Okay. Wo bist du? Ich bin noch in dem anderen Raum. Kommst du? Sicher? Sollen wir nicht die Räume am Anfang schon mal abklappern? Welche? Da waren ganz am Anfang noch welche. Meinst du da, wo es stockdunkel ist? Nee, in dem Anfangsraum. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein! Ja, du bist doch drin. Alter, du hast mich blockiert. Ich konnte nicht reingehen. Nein, auf Twitter, Dinger. Nein. Komm mit. Also wenn wir jetzt rechts lang gehen im Prinzip. Ja. Ganz am Anfang waren doch noch Räume. Oder Türen zumindest. Meinst du die? Ja, zum Beispiel. Oder links gab es auch noch eine. Das ist eine grüne Tür gewesen. Dinger, Dinger. Was? Keine Ahnung. Tischkicker! Ja. Ja, Mann. Was ist hier so dunkel? Ich weiß es auch nicht. Okay, also hier ist nichts. Da rechts gibt es noch eine Tür, ne? Wo ist dieser Typ? Scheiße. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Hä? Okay. Ich trau mich nicht aus. Okay, ich ran. Müssen wir echt in die Dunkelheit vielleicht. Ich schau mal, was unten jetzt ist. Ob da irgendwas aktiviert ist. Ja. Das blaue Symbol ist aktiviert. Dann lass weiter. Das Auge ist gelb. Das Geschenk ist rot. Und die Luftballons sind grün. Also die Symbole. Wo ist der Ballontyp? Hast du dir den eingebildet? Sagst du irgendwie jedes Mal, wenn du noch nie ein Monster gesehen hast? Oh, loll. Was ist denn? Ah, hier geht es ja noch weiter. Nice. Billard! Das sieht richtig komisch aus. Man kann sich hier nicht verstecken. Okay. Wieso ist hier so ein random Raum? Geht er später vielleicht auf oder so? Rennst du mit mir mit? Oh, in die Dunkelheit? Ja. Welche? Alter. Oh, fuck, Digga. Schnell, hier. Hier rein. Da ist ein Ballon. Boah, Junge, Alter. Hab ich grad Angst gehabt. Alter, ja. Alter, Junge. Das ist stockdunkel, gell? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus, ja? Da ist der Ballontyp. Ich hab den Ballon. Der Ballon, den ich gesehen hab? Ja, genau. Aber der war statisch, glaub ich, ne? Nee. Ist er das? Doch, er bewegt sich. Guck. Einfach ein Ballon. Siehst du? Nee, ich seh's nicht. Ich kann's leider nicht sehen. Aber egal. Schau mal. Er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Soll ich mal einen Böller hinwerfen? Nee. Sicher? Ich hab dir mal ein Mandelwasser hier gedroppt. Der steht da. Oh, danke. Ich glaub, du kannst es gebrauchen. Ich hab grad eins getrunken. Steht. Wie sieht alles aus? War nicht gut. Licht aus? Licht aus, damit ich was trinken kann. Ich dachte, ich hatte ja kein Licht in der Hand. Ihr folgt mir. Ist er das wirklich? Ja, 100%. Ah ja, oder? Ich seh seine Füße. Er schaut uns auch direkt an. Und was ist der Plan? Was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir die Tür zumachen. Ja, okay. Und jetzt? Warten. Okay. Aber er ist nicht in unsere Richtung gerannt oder so. Nee, er hat uns einfach nur angeguckt. Okay. Dann nutzen wir die Zeit, um ein Stück Pizza zu essen. Alter, ich hätte auch gern was zu essen. Ich esse eine. Die längste Praline der Welt. Boah. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem Video esst. Mh. Und ich kommentiere zurück mit Mh. Mh, lecker. Ich esse ein Stück Scheiße. Mh. Halt, ich bin noch nicht fertig mit meiner längsten Praline der Welt. Ja, dann isst sie. Die ist so lang, das dauert ein bisschen. Was? Mh. Die ist so lang, das dauert ein bisschen. Mh. Mh. Wollt ihr einen Muckbang von uns sehen? Ja, steht halt immer noch da. Ich kann jetzt einfach los. Okay. Kommst du mit? Mh. Komm jetzt. Bist du bereit? Wohin aber? Alter, ja. Forderst du ihn heraus? Scheiße, jetzt bin ich mit ihm hier allein. Ich sag, du rennst mit. Wohin? Er weiß genau. Hinter dir. Dein Spaß. Komm mit. Aber wieso steht er da einfach noch? Ich hab auch keine Ahnung. Okay, okay, okay. Hier ist ein Riesenraum. Was haben wir denn dazu, ne? Weißt du, was ich auch denke? Kann es sein, dass... Hier ist Pizza. Echt? Ja. Alter. Mh. Mh. Ein Stück Pizza. Mh. Mh. Was denkst du? Dass vielleicht wir die Objekte, diese Dinge nicht sehen, weil wir die Lichter nicht anhaben. Das kann natürlich auch sein, Alter. Ja, stimmt. Wir sollten in jedem Raum mit verschiedenen Farben durchgehen. Blau haben wir ja schon, ne? Mhm. Da war der Anfangsraum nur so ein Tutorialraum vielleicht dafür. Auf Instagram. Alter, ja. Da steht der Typ. Okay. Ah, jetzt bin ich hinter ihm. Verstehe. Ja, genau, genau. Okay. Okay. Okay, hier ist nichts. Ich mach mal meins aus. Grünes. Gelb. Nichts. Nichts. Rot. Nichts. Ich mach nochmal das grüne, weil deines war ja an. Aber nee, ist nix. Hä? Wollen wir nochmal die anderen räumen? Jetzt kann ich plötzlich hier Licht anhaben. Okay. Taschenlampenlicht. Du auch? Guck mal, jetzt seh ich ihn perfekt. Ich glaub, der Typ ist verpackt. Ich glaube auch. Aber geh vorder ihn nicht heraus. Ja, okay. Okay, aber der patrouilliert hier vor dieser Tür. Der patrouilliert nicht, der steht nur. Ja. Lass es aus. Lass uns nochmal alle, ja, hört sich gut an. Hier waren wir gerade drin, oder? Das haben wir gerade gecheckt, oder? Soll ich nochmal checken? Nee, nee. Außer du bist dir so unsicher. Ich bin mir sehr unsicher in diesem Leben. Ich auch. Nee, okay. Okay, blau haben wir. Ich mach mal. Warte, wie geht's noch so? Was machst du? Ich mach mal auf 1, 2 und 3 die verschiedenen Farben, meinst du? Okay. Und ich mach dir Licht. Okay, danke. Hier kann man nur so durch, ne? Nee, hier wird's nichts geben. 2, 3. Nope. Lachst du? Nur so. Tür geschlossen habe. Wo bist du? Hier. Aber hier waren wir schon. Hier? Vielleicht. Okay. Nope. Grün. Nee. Rot. Auch nicht. Hier ist nichts mehr. Heißt hier dann? Gar nichts mehr. Doch, hier ist doch ein Geschenk. Oh, wie Geschenk. Ah, das ist, weil ich es beleuchtet habe. Guck mal. Ich seh da nichts. Lol, Digga. Aha. Ah, es muss also nicht in Räumen sein? Warte mal, das ist, wir sind nicht nah genug dran, glaube ich. Sondern es kann auch hier irgendwo sein. Im Gang, ja. Alter. 1, 2. Das heißt, du sollst jetzt nur noch, äh, was fehlt uns noch? Grün und Gelb. Das heißt, ich laufe jetzt mal mit. Stimmt, einer Grün, einer Gelb. Ah, ich habe nur noch Gelb und Rot. Dann laufe ich mit. Dann nimm du Gelb, dann mache ich Grün. Genau. Fun. Vielleicht ist es am... Waren wir hier schon? Nee, ich glaube nicht. Wieder ein Fun-Raum. Du hast ein Auge, Digga. Was? Hier. Ah, nice. Ja, perfekt. Das ist Gelb. Oh, ich dachte gerade, der bewegt sich. Das ist zum Glück verbuggt, Digga. Wir haben echt Glück, gell? Okay, und jetzt nur noch du. Das heißt, ich warte schon mal draußen. Nee, nee. Nice. Komm, folgt mir. Hier ist noch eine Tür. Vielleicht ist es genau da, wo er steht, das Ding. Warte mal, ich möchte was testen. Ja. Wo war das Auge? Hier. Hier und dann links. Ah, warte. Und zwar, wenn ich jetzt mit der Taschenlampe drauf leuchte, ist es immer noch da. Sehr gut. Digga, wie traurig der auch aussieht. Nachher ist es wirklich in der Ecke von da, wo er steht. Ich bin nicht so nah dran eigentlich. Bin drin, komm. Ich auch. Okay. Ja, hier, oder? Hä? Ah, nee. Ich dachte gerade, ich war gerade erleichtert, aber nein. Ich denke, vielleicht auch an der Decke könnte es irgendwo sein, ne? Weil man da nie hinschaut. Digga, der Schatten von dem Typen. Geiler Arsch. Hier, oder? Ja, guck, direkt hier ist es. In der Ecke. Ich wusste es doch. Hey! Spann. Okay, komm mit. Ich glaube, der hängt fest mit seinem Ballon. Da rennt er, gell? Alter, ich sehe gar nichts. Alter, wir haben es geschafft. Es war ja todeseinfach. Tür ist offen. Todeseinfach? Ja, zweimal bin ich gestorben, Digga. Ein Schlüssel. So todeseinfach war es. Okay. Es war so todeseinfach. Zum Tod schießen. Jetzt töte mich nicht. Okay, wir gehen wieder zurück demnach. Genau. Digga. Oh, Alter. Zum Tod schießen, Freunde. Ja, ja, zum Tod schießen. Okay, ich nehme mal ein bisschen Saft und Gönnergy und Saft und Gönnergy und Saft. Und mach mal den Schlüssel da rein, ja. Wo ist der? Ah, da. Höher, tiefer, ja. Und jetzt? Das ist weit links. Ja, nee, ja. Also bei mir sieht es jetzt richtig aus. Ein bisschen weiter rechts. Ach, wie die Sticks da auch sich verriegen. Oder musst du es einfach irgendwo anders reinschieben. Nee, bei blauen. Das ist ein blauer Schlüssel. Wie du da guckst. Okay, ja. Von der Höhe, äh, ein bisschen runter. Du musst noch drücken, oder? Was soll ich denn drücken? Stimmt, Alter. Normalerweise. Ja? Was hast du gedrückt? Leertaste. Echt jetzt? Nee. Was hast du gedrückt? Sag ich dir nicht. Du bist ein richtiger... Ich töte dich jetzt. Nee, 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 nee. Stopp. Ähm. Ich hab Maustaste. Okay. Stopp. Maustaste gedrückt. Komm in hier. Ich esse dich einfach. Du tötest mich, ich esse dich. In dem pinken Raum willst du? Okay. Weißt du, was ich traurig finde? Dich. Wenn wir jetzt hier weitergehen, das kann ich beim letzten Level sagen. Dann ist es vorbei. Echt? Ist es schon das letzte? Glaub ich. Das könnte sein, ja. Okay. Okay, hier sind wieder Ballon-Tische. Ja? Join Fun Party, Goers. You are not welcome, steht da. Okay. Join Fun Party, Gova. Goa. Es sind hier so viele Tische, Digga. So komische Räume, Digga. Mach doch so dein Studio. Das war nicht jedes Mal Angst. Ich glaub, wir müssen hier hin. Obwohl es so fröhlich aussieht. Ich glaube auch. Wieso sind hier einfach Luftballons in der... Du hast einen Fernseher. Warum kriegst du, Digga? Komm. Weil hier einfach so Luftballons sind. Hier. Find the tape and follow the instructions. Okay. Wo ist das Tape? Wahrscheinlich hier. Okay. Hallo. Hallo, mein Freund. Links, rechts oder Mitte? Weisen Sie sich aus erst mal. Okay. Wir gehen links. Weisen Sie sich aus? Okay. Okay. Sicher? Nee. Oh, ne Gummizelle. Achso. Mit ner Kletterwand, Digga. Komm, lass wieder raus. Find the tape, ne? Vielleicht ist es versteckt. Ja, geh halt raus. Nee. Okay, ist es nicht. Hab's gefunden. Nice. Was ist hier? Will ich gar nicht wissen. Ein Geschenk? Okay. Okay, jetzt müssen... Luftballon. Ballon. Grün. Ballon. Grün. Ah, wir müssen ihm folgen. Grün. Gelb. Ah, grün, gelb. Erst grün, dann gelb. Grün, gelb. Wo bist du? Ich bin hier. Jetzt grün, gelb, blau. Alter, okay. Machst du grün? Mach du jetzt. Wir wechseln mal ab. Grün. Ja, grün, dann gelb, dann blau. Grün, gelb, gelb. Ah, ich dachte, du... Dann blau. Ah, nee. Jetzt lese ich. Grün, gelb, blau, rot. Grün, gelb, blau, rot. Grün. Gelb, blau, rot, gelb oder so. Und lila. Lila, ja. Also. Grün. Rot. Gelb. Blau. Blau. Rot. Rot. Lila. Alter. Nice, Digga, wie einfach. Und das schon... Das war's, Digga? Weiß ich nicht. Ja, da ist der Schlüssel. Wir sind fertig. Alter, sind wir krass. Ich hab irgendwie so das Gefühl, irgendwas wird uns jetzt stoppen. Hier kommt was, ja. Wo bist du? Ich kann nicht mehr rennen. Ah, jetzt. Okay, geil. Okay, nice, Digga. Schnelles Level. Alter, das war jetzt Speedy Gonzales. Klink, Digga. Hö, es ist offen, oder? Ah, nee, hier kommen wir her. Das Einzige ist noch hier am Anfang, oder? Ja, ich mach schnell den Schlüssel rein. Ah, stimmt. Ich nehm noch Mandelwasser mit. Alles klar, mein Freund. Ah, tatsächlich. Mit links kann ich reinstecken. Ja. Alter, first try. Ja, Mann, die Spritze hat voll gesessen. Nice. Okay. La, 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 la. La, was ist, was ist? Sag, ich wollte gerade einen Spruch raus. Sag, hau ihn raus, Digga. Ich kann's da rausschneiden. Nee. So, okay. Weiter geht's. Speedrun-Taktik. Spitze. Ja. Oh. Sieht das gleich aus, wie das gerade eben? Bälle waren. Hit, I hit it in a balloon. Da unten steht's, ne? Ich habe es in einem Ballon versteckt, damit sie es nicht finden. Das ist schon zur Folge, ne? Da unten steht's. Okay. Gib mir doch die Möglichkeit, mein Englisch zu verbessern. Gib mir die Möglichkeit. Lies vor. Hab ich schon. Lies vor. Lies vor. Blöd. Dann verbessere ich dich. Ne, weil ich kann jetzt auch lernen mit der neuen App, wo man mit einer KI reden kann. Du, Lingo. Sollten wir nicht die Ballons platzen? Ja, mach. Oder erst im Raum? Mach mal. Versteck dich, versteck dich. Okay. Digga, vorsichtig, versteck dich. Okay, in irgendeinem Ballon ist der... Digga. Was denn? Okay, mach du erst mal deine Seite dann. Digga, hey! Das sind meine Ballons. Bei dir passiert gar nicht. Oh, ich werde verrückt. Ich muss was trinken. Was ist passiert? Ich muss mal einen Mangel in den Verstand haben. Okay, fertig. Hier ist es also nicht. Oder ist irgendwas rausgefallen? Okay, hatte ich fast schon vermutet. Ne. Scheiße. Okay. Oh ja. Ich kann nicht so laut. Guck mal mit. Das würde nicht. Sind die da direkt um die Ecke? Digga, hattest du den Teppich auch dabei? Digga, da laufen welche. Komm mit, renn! Oh ja. Ne, da ist so ein grüner Ballon im Raum. Wahrscheinlich sind das die. Siehst du das, Sascha? Ja. Diese Ballons im... Guck mal, dieser grüne Ballon da im Raum. Da könnte es, glaube ich, drin sein. Oder der blaue, den ich gerade kaputt gemacht habe. Genau. Und wo ist der grüne? Den hat's... Das war ein grüner. Das war ein blauer. Ich schwöre, das war ein blauer. Ich schwöre, das war ein grüner. Ich schwöre, das war ein grüner. Okay, bei mir war's ein grüner. Dann ist das... Oder ich bin... Einer von uns ist... Nicht synchronisiert. Dumm. Komm mit, komm mit. Renn! Das ist lila bei mir. Das ist rot. Okay, interesting. Da hinten rennt einer. Ja. Also... Sehr schön. Okay, da war nix drin. Da hast du noch einer. Auch nix drin. Okay, okay. Ich hab's das Gefühl, wir werden gleich überrascht. Da ist ein großer Raum in der Mitte. Da ist ein grüner. Renn. Okay. Ja, ja, alles gut. Okay. Okay. Ich schaff's nicht. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Du musst denn erstmal verschwinden. Jetzt. Nee, jetzt. Nee, nee, nee. Warte. Er guckt direkt. Ja. Okay, okay. Noch nicht. Das sind drei Stück. Okay. Ja, ja. Einer läuft hier hin jetzt. Die sind jetzt rechts von uns. Hallo. Hallo. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Warte, warte. Die stehen da hinter der Wand, Digga. Ich weiß halt nicht, wie sie sich gedreht haben. Hi, hi, hi. Hi, hi. Klingelstreich. Hahaha. Okay. Oh, Achtung. Oh, da rechts. Achtung. Oh, der ist grad zu dir. Hallo. In der Mitte gab's noch einen großen Raum. Den hab ich gesehen, wo ganz viele so Tische waren. Oh. Was ist denn? Hallo. Hallo. Der geht direkt auf mich zu. Wer hat so richtige Hosen, die heute innen sind, an? Der soll Schlaghosen. Kommt ihr aus Berlin, oder was? Seid ihr Trendsetter hier. Ja, ja. Ja, was ist das? Den Raum meinte ich hier in der Mitte. Aber hier ist kein Ballon, ne? Oder müssen wir die kleinen Ballons auch platzten lassen? Okay, alles klar. Versteck dich. Versteck dich, Digga. Achtung. Du bist tot. Ach ja? So glaubst du an mich. Ach ja. Ja. Tatsächlich, ja. Okay, alles klar. Ich versteck mich wieder. Weiter, weiter. Zapp mir, wenn er reinkommt. Jetzt. Zwei. Weiter geht's, oder? Okay, ich bleib mal hier. Ganz am Anfang sind noch welche. Aber ich glaub, es sind eher die im Raum, die man platzen lassen muss. Achtung, Achtung. Einer ist noch da. Okay. Also hier war nix. Folgt mir. Folgt dir. Oh! Ah! Scheiße! Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Alter, okay. Okay, alles klar, der ja. Sascha. Und zwar, ich wollte rechts lang. Da war nämlich noch links so ein Raum. Ah, jajaja. Mit so einem Gerüst, gell? Genau, genau. Zeig mal, Klettergerüst. Du. Oh, 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 nein. Achtung! Alter, Junge. Oh, Digga, war das knapp. Bruder, lass mich in Ruhe. Wegen lachen, oder? Ja. Meinst du mich oder den Typen? Den Typen. Bruder, lass mich. Man, man sieht hier so schlecht. Man, man. Warte, ich kann für dich gucken um die Ecken. So nicht. Achtung! Scheiße, Alter, hab ich mich erschrocken. Boah, fuck, Alter. Ach, du. Ich dachte, du schaust wenigstens ein bisschen um die Ecke. Ich hab noch geschaut. Aber das stand ja schon im Raum, gell? Alter, boah, ich bin komplett zusammengezuckt gerade. Ich hab's gemerkt. Boah, Digga, Alter, das war geil. Das war richtig geil. Wie geil ist das? Das ist ein gelber. Ein grüner, meinst du? Können wir den Ballon von denen platzen lassen? Er hat uns nicht bemerkt. Ja, ja. Gerade ganz kurz. Ganz schön knapp. Vielleicht jetzt schnell? Ja, da ist tatsächlich einer. Aha, die patrouillieren das also. Okay, hier ist nichts. Lass schnell raus, bevor der wieder kommt. Ich hol den gelben. Scheiße. Scheiße. Und jetzt? Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Okay, alles gut. Sicher? Ja, ja, ist schon. Okay, wieso kann ich nicht mehr rennen? Ich hab gar nichts mehr. Stimmt, wie... Alles gut? Okay, ich weiß, müssen wir... Oh, nichts. Wo bist du? Ich bin... Also wir haben jetzt alle Ballons, ähm... Ich bin mitten im Gebiet. Oh, fuck. Da, Achtung, er kommt. Er sieht mich. Sehr nice, sehr nice. Er sieht mich. Er sieht mich. Er sieht mich. Oh, Digga, Alter. Was machst du bei mir? Wieso? Darf ich nicht bei dir sein? Doch, doch, doch. Ich hab mich nur... Digga, ich kann mich hier nicht verstecken. Das weißt du schon, ne? Doch, geht, geht. Doch, doch, geht, sagt er. Wenn ich jetzt tot bin, bist du schon... Nein, nein, alles gut. Digga. Okay, ich geh runter. Da ist einer. Also tatsächlich, wir haben jetzt alle Ballons, die frei herumfliegen, zum Platzen gebracht. Haben wir? Oder... Lass mich rein, lass mich rein. Alles klar. Ja, ja, kleiner. Wir brauchen immer ein T-Shirt oder Mützen. Ja, ja, kleiner. Merchandise. Aber du hast mir die Frage nicht beantwortet vorhin. Welche, welche? Habst du als Kind auch so einen Teppich? Ja, Mann. Einen Runden. Nee, ich hatte... Ja, einen Runden, glaube ich. Ich hatte einen Viereckigen, ich hatte einen Viereckigen, der so... Bist du da auch immer mit Autos rumgefahren? Ja, genau, ja. Jetzt von... Oh, Parkplatz. Rot. Wer hatte von euch auch so einen Teppich? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Bei uns, unseren Zuschauern safe, alle. Bei unseren Zuschauern sind nämlich alle cool. Fahren. Erfahren. Mit dem Auto, meinst du? Also alt. Ja, die alten Säcke. Alter. Der kämpft uns ab, kann das sein? Achtung, von links ist noch einer. Und noch eine. Alter, und rechts. Wieso? Was wollt ihr von uns eigentlich hier, ne? Hä? Geht doch mal weg. Ich hab doch einen Schlaghosen. Ich schlag euch in die Hosen, Mensch. Oh, oh. Der dreht sich um. Ah! Oh, nein. Ist du tot? Nee, nee. Okay. Ich hab es... Oh, fuck! Okay, okay. Never mind, Digga. So stehen, gell? Die stehen einfach nur. Weil sie nicht an mich können, aber ich bin in ihrem Visier. Hinterm Tisch können sie mich nicht erwischen. Krass, gell? Ich hab das System einfach kaputt gemacht. Krass. Okay. Darf ich noch einen Witz erzählen? Ja, ja. Um die Stimmung aufzulockern. Erzähl mal. Die bewegen sich nicht mehr. Ah, einer bewegt sich hier. Aber die zwei, die dich gesehen haben, bewegen sich nicht mehr. Stimmt. Ich hab sicher... Schockstarre. Tatsächlich? Einer kommt, einer kommt. Achtung. Hä? Die sind... Lol, du hast sie zerstört. Du bist der Zerstörer. Jetzt zerstöre ich noch die Beine. Das hast du schon mit dem anderen gemacht. Hallo. In dem anderen Level. Wieso kommst du auf mich zu, du? Okay. Nee, der bewegt sich. Äh, Sascha? Die kommen. Einer kommt. Das ist der eine, der rennt. Nur noch einer? Die anderen? Ja, ja. Die anderen zwei stehen einfach nur da. Okay, dann können wir jetzt eigentlich gemütlich alle Ballons platzen lassen. Der kommt zu dir? Echt? Oh nein. Wirklich? Ja. Oh. Oh. Das war knapp. Der ist bei dir auf jeden Fall in der Nähe. Echt? Ja? Ja. Echt? Also, wenn er jemand sieht, dann dich. Okay, dann nutze du mal deinen... Nutze den Tag. Jetzt kommt er zu mir. Jetzt kommt er zu mir. Okay, ich bin jetzt ganz hinten. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Lol, die sind halt echt alle verbuggt. Achtung, er kommt jetzt zum Startgebiet im Prinzip. Er könnte... Und er... Könnte ich sehen? Nee. Er patrouilliert bei mir. Ich beobachte ihn, okay? Okay, okay. Er geht jetzt nach rechts von mir. Er steht jetzt... Er ist bei denen, die stehen geblieben sind jetzt. Okay, ich habe jetzt alle Ballons geplatzt... Äh, platzen lassen und habe nichts gefunden. Ich will die Ballons von den Typen platzen lassen. Alter, stell dir vor. Er kommt zu dir, glaube ich. Ich bin jetzt... Er ist bei mir in der Nähe. Ich bin jetzt ganz am Anfang. Okay. Hi. Hi. Wir haben jetzt alles platz... Er kommt aus der Richtung. Ah, guck mal, hier noch. Ja, war das wirklich die? Nichts. Und da haben wir den Schlüssel übersehen. Das kann sein, Digga. Dass der gedroppt... Alter. Alter. Dass der gedroppt ist. Alter. Wir es nicht gesehen haben. Alter. Ich fahre jetzt... Ich laufe jetzt nur nach diesen... Die Straßen entlang. Vielleicht finden wir dann den Schlüssel. Ja, Achtung, Kreisverkehr. Da musst du dich einmal drehen. Alter. Okay. Ich fahre jetzt. Die Teppiche sind nicht... Auf Schlüssel suche. Und zwei Leute, die uns hier verfolgen, sind verbuggt. Soll ich es mal? Da stehen sie. Wo ist der andere? Da ist er. Da. Es sind nur drei, die hier rumlaufen, oder? Also jetzt nur noch einer. Kann ich von dem den Ballon kaputt machen? Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Nicht, dass der mich noch packt. Ja, ja. Okay. Der eine ist da hinten. Gibt es irgendwo was, was wir übersehen haben vielleicht? Achtung, der kommt. Okay, okay. Ich beobachte ihn, okay? Okay. Aber hier ist nichts. Nichts. Hoffentlich dreht er sich nicht um. Bitte nicht umdrehen. Oh, scheiße. Er dreht sich um, oder? Er ist einfach nichts. Oh, scheiße. Okay, er dreht sich um. Er kommt in meine Richtung. Such mal weiter. Ich suche. Er kommt jetzt zu dir irgendwo in die Richtung, glaube ich. Such, such, such. Stimmt. Ich muss nach dem Schlüssel suchen. Nicht mehr nach Ballons. Vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir... Vielleicht haben wir wirklich den Schlüssel übersehen. Einfach alle... Da, da hinten rennst du. Er kommt in deine Richtung. Er ist relativ nah bei dir. Hey, Kleiner. Komm. Okay, dann such ich jetzt hier weiter. Er kommt zurückgerannt. Oh, fuck. Okay. Er sieht mich. Schon unter den Tisch. Hey, Kleiner, komm. Oder hast du schon einen Schlüssel im Inventar oder so? Ah, ja. Ja, klar, Alter. Ach so, stimmt. Oh, da ist er ja. Oh. Da ist er ja. Oh, da ist er ja. Und herzlich willkommen, Freunde. So, ja, weiter. Kennst du das? Nein. Macht sich der Verrat. So, meine Damen und Herren. Oh. Ja. Sehen die uns? Nee, ne? Sind verbuggt. Du hast immer noch Angst, gell? Obwohl du genau weißt, dass nichts passieren kann. Ich hab das Gefühl, dass die sich jederzeit loslösen. Lös dich auf. Okay. Oh, da kommt der Typ. Und jetzt? Renn. Ja? Ja! Oh, okay. Das war knapp. Du glaubst mir nie. Kann das sein? Ich glaub dir nicht. Oh, fuck. Ach du. Alles gut. Okay. Der war noch weit weg. Nee, nee. Ja, und jetzt? Vielleicht hier beim Klettergerüst. Vielleicht ist es wieder verbuggt. Das kann echt sein. Geht mit den Fernsehern. Das war echt verbuggt, ne? Ja. Das war halt echt verbuggt. Wollen wir uns Spiel-Neustart? Ja. Ja? Müssten wir, glaube ich. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann halt echt sein, gell? Ja. Wo ist doch mal dieser Zettel? Hier? Ja, tatsächlich. Einfach in einem Ballon. Aber wir haben alle platzen lassen. Das heißt, nur einen haben wir noch nicht platzen lassen. Mich? Hör auf. Nicht die letzte Folge. Ich bin doch gestorben, Digga. Ah ja, stimmt. Ah, gut. In dem Sinne, Sinne. So, wir müssen das Spiel neu starten. Ja. Okay. Hallo, mein Freund. Oh nein. Alle Ballons sind schon geplatzt. Oh, scheiße. Aber die laufen wieder normal rum. Ja, super, Digga. Das heißt, wir können das Spiel nie durchspielen? Oder wir müssen von vorne starten. Ist hier nirgends ein Schlüssel auf dem Boden? Hier ist kein Schlüssel auf dem Boden. Vielleicht müssen wir echt mal den Boden... Meinst du diesen scheußlichen Boden? Der ist nicht scheußlich. Ja, aber man sieht darauf einfach nichts. Ja, das stimmt auch wieder. Aber glänzt der nicht oder so, der Schlüssel? Alter, das ist wirklich... Oh, was habe ich? Was habe ich? Sag es mir. Das ist Dreck am Stecken. Da habe ich das. So, wir suchen jetzt hier in jeder Straße nach Schlüsseln. Alle Einheiten, bitte. In Teppichstraße 20. In die Teppichstraße 20. Ich wiederhole. 5, 5, 5, 5, 5, 7, 5. Teppichstadt. Ah! Was? Okay. Ich glaube, du bist hier irgendwo, ne? Ja. Das sehen wir, glaube ich. Der hat mich verfolgt. Hörst du, was der sagt? Der sagt der ganze Zeit, Tuesday. Tuesday. Echt? Im Song, oder was? Ja. Oh, alles klar, Digga. Scheiße, Digga. Oder hattest du den Schlüssel und bist gestorben damit und jetzt können wir ihn nie wieder kriegen? Alles klar, Digga. Scheiße, Digga. Oh, mach das verknallt. Nein, Mann, das glaube ich nicht. Ich glaube daran nicht. An wen? An Gott? Was weiß. Bist du Muslim? Oder Muslim, oder wie das heißt? Ich suche den Schlüssel. Makellos. Makellos. Wenn man Wörter... Wenn man den Sinn der Wörter nicht versteht. Ein Wörterbuch, geh einfach nur Wörter lernt. Ich bin mörkellos. Wie korrupte Bullen. Ich bin äquivalent. Ist bei einem Klettergerüst irgendwas? Nee. Scheiße, ich werde sterben, Bro. Tut mir leid. Vielleicht überlebt ich's. Alter, war das knapp. Boah, Alter. Ich schau dir nur zu. Sagt der Tuesday oder sagt der Good Day? Good Day. Wahrscheinlich Good Day. Geht's dir nur ein Spaß? Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann einfach keine Schlüssel finden. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, Digga. Hä? Ich verbag die Typen jetzt wieder. Okay, mach das. Da bist du ja gut drin. Alles klar, Digga. Da hast du kurz geatmet. War's knapp, oder wie? Ja, kriegst du mich nicht, hä? Hä? Weil du in einem Endlos-Loop gefangen bist. Für immer. Boah, Scheiße. Scheiße, der kann sich bewegen. Warum? Schau mich an. Schau mich an! Ich bin Skrantelbart. Okay, alles klar, Digga. Wer ist jetzt in einem Endlos-Loop? Echt jetzt? Ja. Als ob du's geschafft hast. Du hast es. Jetzt hört man keine Musik mehr. Ich möchte kurz diese Stille nutzen. Ja. Um euch was mitzuteilen. Teil mal mit. Abonniert Sascha und Leon. Ja, Mann. Keine Stille. Scheiße! Ich bin tot. Oh, nee, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Alter, der war direkt bei mir im Raum. Genau in dem Moment, wo ich unter dem Tisch hervorkrieche. Warum? Sag mir warum. Schau ihn dir mal an. Scheiße. Ja, ja, ja. Die sollen ruhig kommen. Und dann verbag ich sie. Verbag dein Leben. Buck. Okay, der nächste ist verbag. Zwei von drei. Echt? Drei? Ich trau dir da jetzt mal, dass du das hinkriegst. Soll ich den dritten auch noch versuchen zu verbaggen? Warum nicht? Ich glaube, Nummer drei wird schwierig. Du hast halt echt geschafft, die zu verbaggen. Ah, da läuft er. Guck mal, wo bist du? Ja, der kommt zu mir. Der kommt zu mir. Hallo. Bin unter dem Tisch. You stayed. You stayed. Er kommt zu dir, ne? Jetzt kommt er zu dir. Er muss mich eigentlich nur hier hinten sehen. Wenn er mich hier sieht, dann ist er für immer verbaggt. Weil ich bin die Meduse. Ah, okay. Du versteinerst die. Hallo, hier, hier. Er sieht mich hier nicht. Also hier geht es nicht. Ich brauche einen anderen Spot. Das ist jetzt so witzig, Digga. Ich meine, weil du es wirklich machst einfach. Kann ich ihn hier irgendwie verbaggen? Geht das? Nee. Du spielst gerade mit ihm. Kann das sein? Woher weißt du das? Er läuft jetzt wieder draußen rum. Wo ist er? Er ist bei mir. Er kommt zu mir. Okay, er läuft immer nur die Route. Komm mal zu mir. Jetzt vielleicht nicht, weil er gerade mich sehen könnte. Ja? Wenn ich rausgehe. Ja, da rennst du. Er kommt genau in meinen Raum natürlich. Hau ab! Hau ab! Hau ruck! Hau ruck. Okay, jetzt kommt er aus meinem Raum raus. Komm mal zu mir. Ich bin, wenn du rauskommst aus dem Raum, hier. Hier. Folge mir. Die Beschreibung wieder. Okay. Also. Also hier habe ich alles abgesucht gehabt. Ich kann nicht mehr erkennen, dass es nicht gut ist. Seine Route ist folgendermaßen. Der geht jetzt hier in den größeren Raum. Von hier aus kann er uns kurz sehen. Okay. Geiß er? Moin. Moin. Dann rennt er in diesen Raum und dann geht er wieder raus. Geht wieder rechts und geht zu dir. In den kleinen Raum da, wo ich war. Und das macht er die ganze Zeit. Okay. Also da, wo die drei stehen, haben wir noch nicht nach einem Schlüssel gesucht auf dem Boden, ne? Oder die zwei. Er muss jetzt gleich hier rauskommen. Ich höre Steps. Oh, Alter. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Wo ist er? Wahrscheinlich in einem kleinen Raum und geht jetzt zurück. Oder so. Oder ist gleich um die Hände. Ich schaue mal in diesem langen, also mit den langen Tischen der Raum. Da hinten ist er. Jetzt kommt der. Genau da wird er hinkommen. Nicht jetzt, aber. In den Raum mit den langen Tischen. Genau. Alles klar, der ja. Den meintest du es mir nicht vorher sagen können. Ach so. Der große Raum. Ach so. Ach nee, er geht wieder. Komm raus. Ich bin gerade noch am Schauen nach Schlüsseln hier in dem Raum. Ich will dir was zeigen. Komm mal. Okay. Guck mal, wie der aussieht. Was willst du? Oh. Du bist tot. Keine Ahnung. Ich wollte nur wissen, was er macht. Ja, er tötet mich. Okay. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, du suchst weiter. Soll ich dir den Bug-Trick zeigen? Freunde. Daumen hoch für mehr Bug-Using-Trick. Was machst du? Boah, Junge. Ich konnte da nicht unter den Tisch von der Seite. Was machst du? Bei 1000 Likes macht Leon sich einen Edgar-Cut. Niemals. Das wäre aber wirklich was für dich. Wieso? Scheiße, da läuft einer. Okay, okay. Genau hier verbuggst du ihn. Geh weiter nach hinten. Also geh nach links. Nee. Links. Warte, ich muss von dir. Ja, genau. Und jetzt. Da läuft einer. Warte kurz. Komm nicht links durch. Geht's doch nicht weiter. Hinter den Tisch. Ja. Komm hier nicht durch. Aber ich muss von der anderen Seite wahrscheinlich. Nunja. 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 Also hier hinten dran stehen oder was? Genau, jetzt einfach stehen. Bis dich einer sieht. Geht die Musik aus und er schreit auch nicht. Schreit? Schreien die oder was? Ja, die machen so. Ah, okay. Wie machen die? Na? Wieso siehst du mich jetzt nicht, he? Immer siehst du mich, nur jetzt nicht. Weil er ganz genau weiß, dass ich ihn verbuggen will. Also hier bist du safe. Ganz safe. Hallo. Jetzt der Verbug. Jetzt der Verbug. Hallo. Na? Damit es wieder Musik wird, musst du kurz rein. Wie rein? In den Tisch. Genau. Alter. Jetzt ist er verbuggen. Geil. Das ist halt echt ein Bug, den wir ausnutzen können. Geil. Wieso macht er was? Ich mach mal Level neu starten, okay? Ja, stimmt. Vielleicht macht es die Luftballons rückgängig. Nee. Oder haben wir ihn einfach schon? Wollen wir vielleicht mal einfach gehen? Kann ja sein. Stell dir vor. Aber dann hättest du ihn doch im Inventar, oder? Tatsächlich, Digga. Wir haben ihn. Guck mal. Es ist zu. Wir können nicht mehr rein. Wir haben es schon die ganze Zeit geschafft. Nein, oder? Ich weiß nicht wie. Aber wir kommen hier auch nicht durch. Ja, weil du erst den Schlüssel platzieren musst. Alter, was? Frag mich nicht, frag mich nicht, Digga. Okay, never mind. Gut, Alter. Halbe Stunde umsonst gespielt. Wahrscheinlich habe ich es so schnell gedrückt. E, weiß ich, ich habe eh gespammt. Ja. Oder du, keine Ahnung. Und das ist dann gerade geplatzt und aufgesammelt, ohne dass man es merkt. Weil das ist ja nicht im Inventar. Soll ich es machen, oder? Ich habe es schon gemacht. Ah. Ich habe den Schlüssel gerade reingemacht. Sehr nice. Digga, high five. Alter. High five. High five. Okay, gehen wir mal hier. Warte kurz. Ich habe nichts mehr. Vielleicht sollten wir ein paar Sachen mitnehmen. Hast recht. Taschenlampe vor allem. Ein Kinderriegel. Oh, auch Taschenlampe. Wo hast denn du eine Taschenlampe? Hier ist keine Taschenlampe mehr, ne? Na, egal. Die einzige. Doch, da auf dem Buch. Ah, nee. Sorry, verarschen. Okay. Ich habe ein Feuerwerk. Okay, Freunde. Okay, weiter geht's. Jetzt geht's ab, Alter. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, was? Das sind genau diese Bedrückenheit. Wenn du nicht Shift, Steuerung und D drückst, hat man bei jedem Karten eine Taschenlampe. Sehr nice. They know the way out of there. Follow them. Sie kennen den Weg hier raus. Folgt ihnen. Wer denn? Irgendwie so Kapuzenleute. Vielleicht die Kinder? Hier ist der Weg nach draußen. Siehst du, hier ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Naja, das ist dasselbe wie hier. Okay, folgen wir. Das wird wieder der zur Straße sein, ne? Ja, genau. Alter, eine Schule, Digga. Lunch Lady. Da hinten steht jemand und da sitzt jemand. Alter. Tod. Hallo? Das ist echt wie Lunch Lady, Digga. Alter, ja. Töten die uns oder helfen die uns? Ich weiß. Er sagt, komm her. Ich weiß nicht, ob wir dem trauen. Und der da? Alter, Digga. Was? We won? We won the war, steht da über dem. Wir haben den Krieg gewonnen. Oh, Junge, Alter. Hab ich mich gerade erschrocken. Wir müssen ihm hinterher, oder? Er sneakt, er sneakt. Alter, was? Oh, Scheiße. Was ist passiert? Ah, deswegen sneakt der. Scheiße, ich wäre tot. Zum Glück. Dann kann ich es miterleben. Entschuldigung. Also, er sneakt und wir müssen den vorbeisneaken, oder was? Also, das heißt, die sind echt freundlich. Alter. Oder sie töten uns am Ende. Flüssiger Schmerz. Ich habe keine Taschenlampe. Ich auch nicht. Ich glaube, die brauchen wir hier auch nicht. Was mit den anderen Räumen? Ich weiß, du willst erkunden, aber... Nee, einfach dem hinterher, oder wie? Okay, ja. Weiter, Dick. Okay, sneaken. Das geht. Scheinbar, Digga. Das geht tatsächlich. Wir haben es von dem gelernt. Das ist irgendwie unheimlich. Es ist so dunkel, Digga. Okay, jetzt kann er wieder rennen durch die Cafeteria. Jetzt sneakt er wieder, okay. Okay. Oh, hallo. Er läuft normal. Da vorne sneakt er wieder. Lass einfach weiter sneaken. Da hast du wahrscheinlich wieder jemand. Ja. Ja, ungehoh. Okay, geil, Digga. Aber irgendwie ist das auch unheimlich, weil... Irgendwie schon. Wo ist er rein? Er ist links rein, irgendwo. Scheiße. Nein! Jetzt läuft er rum. Jetzt läuft der Typ rum. Ich sneake ihm hinterher, okay, dem Typ? Okay, okay. Bitte sieh mich nicht. Scheiße. Seuf aus. Alter. Da war einer. Er sneakt bis zur Tür, ne? Ja. Dann geht er da links rein. Wahrscheinlich sneakt er hier wieder, oder? Weiß ich nicht, Bruder. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich sneake, ich sneake lieber. Ich will ihn halt auch nicht verlieren. Das ist, glaube ich, die Challenge. Aber du hast schon mich verloren. Ja. Oh, hier links wird safe einer stehen. Wo ist er? Er ist rechts lang. Okay. Aber er ist hier reingesneakt. Links und rechts, ja. Hier. Alter. Komm, Leon. Schleif dich durch den Physikunterricht. Ah, da steht er. Warte ich's. Oh ja. Hallo. Was ist der Ausgang? Hörtest du mich jetzt? Er hat sich rausgebracht. Alter, wie gruselig der aussieht, Digga. Okay, tschüss. Danke, Freund. Hoch oder runter? Wieso drehst du dich zu mir? Einfach in den Treppen. Okay. Das ist geil gewesen. Interessant, Digga. Oh, was ist das denn? Oki-Takis. Alter, hier ist ja alles. Gut für mich. Oki-Taki. Digga, was ist das hier? Was war das? War das gerade in echt? Ja, das war eine Tür, die zugeknallt ist, glaube ich. Digga, das ist... Digga, was ist hier? Es ist... Stürzen wir gleich in den Boden rein, oder? Lol, guck mal, hier, ne... Ah. Was war das, Dinger? Was ist das? Ah. Kameras? 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 Ich wollte sagen, ich muss niesen, aber es hat nicht mehr... Alter. We need more... Wir brauchen mehr Beweise, um sie zu untersuchen. Okay. Wir müssen sie fotografieren, oder was? Computer? Aber was? Hä? Da klebt ein Bild drauf von dir? Was? Wo? Echt? Hä? Echt? Da klebt ein Bild drauf? Nee. Hä? Überkomisch, Digga. Sind verschiedene Kameras, ne? Ja. Nee, bei mir steht, ist immer das Gleiche. Gehen wir mal runter, würde ich mal sagen, oder? Alter, okay. Sicher... Oh, Alter. Wahrscheinlich zu wackeln. Hier kann doch gar nichts passieren. Hallo? Aha. Oh. Ja, Alter. Hier ist ein Hebel. Wir sind Touristen, gell? Was? Wer ist hier? Digga. Wir können hier nicht hoch? Scheiße. Musst du das stoppen? Andere Richtung. Oder müssen wir noch weiter runter? Oder wir fahren in unseren Tod, wenn wir es hier nicht stoppen. Stopp. Sicher? Da unten? Das sind verschiedene Ebenen, glaube ich. Hört die Kamera auf, mein Freund. Ja? Und was müssen wir denn fotografieren? Aha. Wahrscheinlich ist hier ja was. Und das müssen wir fotografieren, denkst du? Guck mal hier. Komm mal mit. Das muss ich fotografieren. Das ist bei mir auf der Kamera drauf. Ah ja, bei mir auch. Oh. Ja. Ah. Okay, wir haben es fotografiert. Jetzt ist es anderes. Jetzt müssen wir in die blaue Ebene. Die ist weiter unten. Ach, schnell rennen. Wo ist es hier? Ich glaube, wir haben in so Horrorspielen viel Glück. Ich kann nicht mehr rennen. Hallo? Komm, komm. Okay, guck, das ist die blaue Ebene. Das ist das nächste Foto, was wir machen. Wo wir weitergehen. Ja. Viel Glück. Okay. Gehen wir wieder zurück. Ja, viel Glück, Digga. Wir müssen irgendwie so ein... Alter, wie sieht es denn hier aus? Stopp. Ein Wagen. Ein Van. Ja, mit so Reifen vorne dran. Aber es gefällt mir nicht, diese Atmosphäre hier. Was war das? Ich... Hallo? Digga, da unten ist Party. Guck mal, wenn du da runterschaust, da sind so Lichter. Das ist gleich die letzte da unten. Digga, komm, lass mal bitte zusammenlaufen. Ja, ich bin bei dir. Folge dir. Ja. Alter, wie neblig es hier ist. Oh, hier Spinde. Warum? Ja, man kann sich verstecken. Warum? Okay, lass kurz mal über unser Leben. Ja, ja. Okay. Ich will hier raus. Ich will noch nicht sterben. Heißt, hier läuft was rum. Kann gut sein. Komm raus. Komm raus, mein Freund. Ist du noch da? Ich bin da. Okay, jetzt wird es ernst. Was war das? Warum? Hier sind ganz viele Spinde. Boah, Alter, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich höre irgendwas. Okay, ist es weg. Ist es weg. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich will hier nicht raus. Wo ist dieser Van, Digga? Komm her. Hast du die Taschenlampe noch, falls ein Smiler kommt? Oder wie neblig ist es? Da ist er. Da ist er. Echt? Ja, ich höre was. Fotografiere schnell. Hast du gemacht? Wir müssen den... Ja, wir müssen... Hier müssen wir... Leon? Ja. Oh nein. Hast du das jetzt auch? Ja. Nein. Wir wissen, was hier rumläuft, also... Jetzt checke ich's. Es wird ganz blau. Ich gehe mal in den Spind. Wir müssen den Typen fotografieren. Komm mal mit, komm mal mit auf die Mitte, oder? Und zwar, ich hab doch gesagt, ich hab ein Bild vorkleben mit dir. Ja. Dann hab ich dich fotografiert und dann kam dieses Ding aus mir oben. Das heißt, einer muss es nur fotografieren, das reicht. Genau, genau. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier... Das weiß ich schon. Im blauen Bereich müssen wir den Typen fotografieren. Willst du den? Ich will es gar nicht wissen, Bruder. Kann man im Spind die Kamera benutzen? Boah gut, ne, ich glaube nicht. Komm mit. Also ich dich auf sein Leben rennen. Ne, kann man nicht, kann man nicht. Scheiße. Jetzt suchen wir ihn. Oh, da ist er. Da, mach ein Foto. Hab ein Foto. Ja, ich bin tot. Hab Foto, hab Foto, hab Foto, hab Foto. Also nicht ja, aber ich bin tot. Scheiße, er rennt mir hinterher. Du schaffst es. Runter, runter, runter. Weg, weg. Ich bin doch weg. Scheiße. Oh, Schatz. Ich bin tot. Bruder, ich wollte nicht sterben. Dann bin ich einmal runtergesprungen. Jetzt alles nochmal von vorne. Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann ist es ein gutes Spiel. Wenn doch, dann ist es trotzdem ein gutes Spiel. Aber da waren irgendwie so Gesichter auf der Kamera drauf. Bin gespannt. Ja, Alter, was ist das? Was? Hat es gespeichert? Ja, ja. Alter, Junge. Aber schau mal. Ist es auch blau, oder? Weiß ich nicht, Bruder. Ich glaube... Guck mal. Aha. Können wir also beobachten. Ah, guck mal, da bin ich weggerannt. Ist es das? Ja. Echt jetzt? Guck mal, hier sind die anderen Bilder. Da bin ich, wie ich da stand. Und da habe ich dich fotografiert. Und da hast du das Foto gemacht, als ich vor dir war. Ah, lol. Und da bin ich... Ja, da ist er mir hinterhergerannt. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Das kann doch kein Zufall sein, dass ich eine Pistole in der Hand... Wo drauf steht, töte ihn. Ich glaube, ich denke mal, diese Gesichter, die wir jetzt auf der Kamera sehen, die sind ganz unten, bei der letzten Ebene. Okay, dann lass uns da hin. Hoffe ich zumindest. Herzlich willkommen zu der Tata. Hallo, herzlich willkommen, ja? Heute... Ja, magst du ein bisschen... Heute zeige ich Ihnen die reichen Ebene. Die reichen Ebene. Das ist eine gute Frage. Wir sind hier nicht mehr. Niemand ist reich. Wir gehen nämlich weiter. Wir gehen weiter runter in die Mittelschicht, auch die blauen genannt. Die blauen. Man sieht hier viel Dunkelheit und Milchmasch. Die tränken sehr viel Alkohol. Und jetzt gehen wir ganz runter in die Unterschicht. Tipp, das Licht Ihrer Kamera dient als Taschenlampe für Smilies. Ja, das ist ein guter Tipp, Digga. Da sind Smilers, da sind Smilers. Links, 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 links. Scheiße, Digga. Die kommen alle, die kommen alle. Licht, du musst Licht. Nur Taschenlampe reicht auch schon. Ja, 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 ja. Digga, ach, die können aber nicht von der Seite auf uns zufliegen. Ja, die können nämlich nicht in der Luft fliegen. Okay, da kommt einer. Hallo? Hör doch auf. Achtung, links, Smiler. Ah, vor dem. Junge, Mann. Was sollen wir jetzt fotografieren? So Gesichter irgendwie. Smiler, Smiler, kommst du? Da läuft einer, excuse me, läuft da rum. Ich seh's. Rauchst du? Ich komm, ich komm. Okay. Vorsicht, hier können überall Smiler sein. Und Excuse me. Smiler verfolgen uns. Hallo? Sascha? Ja, ich bin hier. Da sind die Gesichter. Mach Foto, mach Foto, schnell. Warte, ich muss die Kamera ausrüsten. Schnell, Smiler. Alter, was? Ach, von dem Typen, vom Excuse me-Typen müssen wir ein Foto machen. Als verwandelt oder ohne? Als verwandelt? Ja. Okay, ich geh mich opfern. Nee, Bruder, warte doch. Mach mit. Ich muss ausrüsten. Nein, ich bin tot, weil ich dich ausrüsten konnte wegen dir. Wie, wie? Alter. Wieso wegen dir? Jetzt musst du es halt machen. Ja, weil ich gesagt hab, warte, ich muss mich noch ausrüsten. Weil ich muss die Taschenlampe ausrüsten, dass ich nicht draufgehe. Musst du nicht, Digga. Dann ist genau das passiert. Hier sind auch Spinde, glaube ich, irgendwo. Links von dir ist Smiler, ja. Schau, du kannst es auch so machen. Weg. Rechts. Da vorne ist Excuse me. Weg. Achtung, da ist ein Smiler. Weg. Also hier ist der Excuse me-Typ irgendwo. Weg. Mit der Kamera, oder was? Genau da war der Excuse me-Typ gleich. Weg. Weg. Ich hör was, ich hör was. Ich hör was. Weg. Mach einfach ein Foto von dem. Hey. Du rüst die Kamera aus. Dann kannst du ein Foto von dem machen. Junge. Alter, Alter, Alter. Gleich rechts auch so. Wo bist du? Komm mal bitte ins Helle, ne? Ja, scheiße. Alleine ist es heftig. Ja. Okay, nochmal. So, jetzt riste ich mich hier direkt schon aus. Nicht, dass du mich wieder einfach nur stehen lässt im Dunkeln. Aha. Ja, deine Schuld. Nein. Deine Schuld, alles deine Schuld. Du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Guck. Bei mir ist da gar nichts. Bei mir auch nicht, Digga. Einfach nur Nebel oder irgendwie sowas. Okay. Okay. Aber im roten Bereich. Nee, oder? Das wird wahrscheinlich trotzdem das sein. Ich glaube auch. Nur von ihm halt ein Foto. Wenn du willst, ich lock ihn hierher. Bleib du hier und ich lock ihn. Okay. Obwohl, nee, die Smiler. Wir müssen Rücken an Rücken laufen. Ach ja. Tipp, das Licht ihrer Kamera. Kamera steht da? Ja. Ah, okay. Das reicht schon nur, wenn du sie anguckst mit der Kamera. Du brauchst nicht extra ein Bild machen. Hä, aber ich kann nur ein Bild machen. Nee, einfach nur angucken. Also einfach nur ausgerüstet halt. Ah, okay. Da kommen über viele, Digga. Da kommen Tausende. Guck mal. Ja, ja. Achtung, Achtung. Rechts von dir, rechts von dir. Da war gerade eins. Echt? Geht es mit dem Licht von... Okay. Ja, wenn du meinst. Da, vor dir. Achtung. Was ist jetzt? Soll ich in der Mitte bleiben? Da ist er, da ist er. Mach Foto, mach Foto. Scheiße, das hat nicht gereicht, glaube ich. Ich habe gedrückt, aber... Nicht schlimm. Bist du tot auch? Ich bin auch tot, ja. Ah, scheiße. Dann müssen wir es nochmal machen. Aber an sich war das keine schlechte Idee. Was kann ich denn, wenn der Charakter so schlecht so langsam abdrückt? Ja, ja, genau. Vielleicht haben wir es auch geschafft. Jetzt war es ich. Jetzt ist der Charakter... Hä? Jetzt ist bei mir nichts mehr drauf. Echt jetzt? Das ist gut, Digga. Es hat gereicht. Guck mal, ja. Ja, da ist das Foto. Aber es sieht voll anders aus. Doch, das stimmt. Guck mal, der Smiler tötet mich gerade da hinten. Ah, nee, dann siehst du andere Sachen bei mir. Ah, lol. Bei mir sieht es anders. Okay, Digga. Und jetzt? Und jetzt? Lass mal ganz nach unten. Ganz nach unten, ja. Hallo. Hallo. Also einfach weiter runter. Ich brauche noch ein Thumbnail. Stimmt, Alter. Du, mein Foto für mich, für Instagram. Okay. Alter, wie ist es geworden? Warte, warte. Du musst dich ausweisen für Instagram. Ja, Mann. Ja, Digga. So, genau so. Ja, sehr schön. Und jetzt? Jetzt gehen wir einfach weiter runter. Okay, warte. Geil, Alter, geil. Echt einfach weiter runter. Weiß ich. Der haben wir dann nicht. Egal, lass einfach angewandt drauf. Muss ich probieren? Ja. Hallo? Es stoppt einfach. Oh, ich stoppe. Also, da müssen wir einfach, weil da ist einfach so ein Bild, wo halt nix drauf ist. Also, es hat wirklich gestoppt, oder? Tatsächlich, ja. Ja, und jetzt? Müssen wir runterspringen, vielleicht? Wollen wir nochmal ganz nach oben? Stimmt, ja. Warum nicht? Vielleicht haben wir da echt was übersehen. Na, 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 na. Oder wir müssen halt hier irgendwie einen Ausgang finden in der letzten Ebene. Das kann natürlich sein. Da ist das Licht so komisch. Spring. Pose. Nice. Spring mal. Wie sieht's aus? Als ob du fast gar nicht springen kannst. Ja. Vielleicht haben wir echt oben. Das ist umso heftiger. Wow. Alter. Dann können wir noch weiter hoch. Ja. Guck mal, die Luke ist offen ganz oben. Ah. Siehst du's? Ja. Wir können ganz, ganz, ganz hoch. Ah, das ist wahrscheinlich das stimmt. Das hat mich gewundert, warum hier so ein Gitter ist. Das war ja vorher nicht da. Stimmt, Alter. Ah, perfekt. Hey, pass auf dein Rückgrat auf. Ja, stimmt. Wir kommen los. Ja. Sehen wir aus den Escapte. Haben wir die Backrooms escaped? Oh, was? Verarsch mich jedes Mal. Haben wir's? Haben wir's geschafft aus den Backrooms? Was sieht so komisch aus? Ja, warte, hier. Dann zeig mir den Bauch. Hier können wir raus. Ich mach was. Hier raus. Hier ist ein Garten. Das ist der Garten. Das ist ein Aufzug. Okay. Wir haben's geschafft. Hoffentlich. Oh nein, Digga, ein Labyrinth. Ein Gartenlabyrinth. Ah, noch? Hier ist ein Fernseher. Können wir hier nicht durch? Können wir nicht durch? Warte, soll ich mal öffnen? Oder nicht? Das klingt wie Monster. Okay, ja. Wir haben's geschafft. Also hier runter. Ins Licht. Tschüss, Leon. Geh du vor. Tschüss, mein Freund. Lol. Was ist das jetzt? Hä? Lol, Digga. Hä? Okay. Jetzt kommt ein Screamer. Jetzt kommt der Fett. Oh ja, das kann sein, Digga. Ich geh mal zurück. Okay. Oder? Alter, ein Auto. Wir werden überfahren. Boah, Alter, das Geräusch. Wir wurden halt echt überfahren. Und das war unser Leben. Die sind aus den Hinterzimmern entkommen, sozusagen. Wir sind einfach runtergeknallt und wurden von dem Auto noch überfahren. Ja, geil, Alter. Guck mal, das ist nicht nur einer, der da dran arbeitet. Ja, Spieletester. Wo ist Sascha und Leon? Ja, Mann. Ich bin CSNNX. Und ich bin Devastator 7D. Bleiben über die Entwicklung des Vollständigens auf YouTube und Discord auf dem Laufenden. Musik, Alter. Nice. Alter. Wir haben es einfach durchgespielt. Wir haben es durchgespielt. Bald kommt also noch mehr. Sicher? Das sah eher wie ein Ende aus jetzt. Bleibt gespannt, stand da auf Discord und YouTube. Ja, vielleicht neue Spiele. Das kann sein. Aber unterstützt die Entwickler, die sind nice. Ja, unterstützt uns. Die sollen noch mehr Horrorspiele rausbringen. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, dass ihr einen Daumen nach oben dalassen solltet. Das finde ich auch. Und ich finde auch, dass ihr uns abonnieren solltet. Und ich finde auch, dass Leon cool ist. Das finde ich auch. Und ich finde auch, man könnte eine Mitgliedschaft abschließen. Ja, das finde ich auch. Das könnte man wirklich mal machen. Sind ja auch nur 4,99 Euro. Sogar ein Döner kostet mehr. Mittlerweile, ja. Nein, nur wenn ihr wollt. Bitte. Also. Freunde. Freunde. Wir sehen uns zu weiteren Horrorvideos. Ciao. Ciao.